Anthony Wayne kannte ich bereits aus Ticonderoga und es freute mich, ihn wiederzusehen. Außerdem war ich entzückt, Dan Morgan zu sehen, der mich herzlich auf beide Wangen küsste und ich musste zugeben, dass es mich alles andere als kalt ließ, als mir George Washington die Hand küsste, obwohl ich den Mundgeruch bemerkte, der eine Begleiterscheinung seiner berüchtigten Zahnprobleme war. Ich fragte mich, wie ich es wohl bewerkstelligen konnte, seine Zähne zu begutachten, gab derlei Spekulationen jedoch augenblicklich auf, weil eine Prozession von Bediensteten mit Tabletts voll frittiertem Fisch, Brathuhn, Buttermilchbrötchen mit Honig und einer erstaunlichen Auswahl an würzigem Käse hereinkam, wobei der Marquis, wie er mir sagte, letzteren persönlich aus Frankreich mitgebracht hatte. »Probiert dies in ihr«, drängte er mich und schnitt mir ein Stück extrem aromatischen Rock vorab, grün geädert und krümlich. Nathaniel Green, der auf der anderen Seite des Marquis saß, verzog unauffällig die Nase und lächelte mich verstohlen an. Ich erwiderte sein Lächeln zwar, doch eigentlich mochte ich kräftigen Käse sehr. Ich war nicht die Einzige. Rollo, der, natürlich, mit Ian hereingekommen war und hinter ihm saß, hob den Kopf und schob seine lange, haarige Schnauze zwischen Ian und General Lee, um neugierig an dem Käse zu schnüffeln. Großer Gott! Anscheinend hatte Lee den Hund bis dahin gar nicht bemerkt und warf sich zur Seite, sodass er fast auf Jamies Schoß gelandet wäre. Das wiederum lenkte Rollo ab, der sich Lee zuwandte und ihn ebenfalls aufmerksam beschnüffelte. Ich nahm es dem Hund nicht übel. Charles Lee war ein hochgewachsener, dünner Mann mit einer langen, dünnen Nase und den widerlichsten Tischmanieren, die ich gesehen hatte, seit Jemmy gelernt hatte, allein mit einem Löffel zu essen. Nicht nur, dass er beim Essen redete und mit offenem Mund kaute, sondern er gestikulierte auch wild umher, während er Gegenstände in der Hand hielt, sodass die Vorderseite seiner Uniform mit Ei, Suppe, Gelee und einer ganzen Reihe weniger identifizierbarer Substanzen bedeckt war. Trotzdem war er ein amüsanter, geistreicher Mann, und die anderen schienen ihm eine gewisse Achtung zu erweisen. Ich fragte mich, warum? Anders als von den anderen Herren am Tisch hatte ich von Charles Lee noch nie gehört. Er behandelte sie mit einer gewissen, nun, es war auf jeden Fall keine Verachtung, Herablassung vielleicht. Ich war zwar selbst in Tischgespräche vertieft, zum Großteil mit dem Marquis, der sich selbst bei dem Versuch übertraf, mich zu bezaubern und mir erzählte, wie sehr ihm seine Frau fehlte. Großer Gott, wie alt war er, fragte ich mich. Er sah nicht älter aus als zwanzig, wenn überhaupt. Der wir den Käse verdankten. Nein, nein, sie hatte ihn nicht selbst hergestellt, doch er stammte von ihrem Anwesen in Chavaniak, welches seine Frau in seiner Abwesenheit höchst kompetent betrieb. Doch hin und wieder fing ich einen Blick von Jamie auf. Er beteiligte sich zwar an der Konversation, doch ich konnte seinen Blick über den Tisch huschen sehen, abschätzend, beurteilend. Und am häufigsten blieb er auf General Lee an seiner Seite haften. Natürlich, Wayne und Morgan kannte er ja ziemlich gut, und er wusste alles, was ich ihm über Washington und Lafayette hatte erzählen können. Gott, ich hoffte, dass das, was ich über sie zu wissen glaubte, auch nur halbwegs zutraf. Doch wenn nicht, würden wir es sowieso bald herausfinden. Portwein wurde gebracht. Offenbar war der Marquis der Gastgeber des gesamten Essens. Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass das Oberkommando der Kontinentalarmee nicht immer so gut speiste. Die Männer hatten es weitgehend vermieden, während des Essens über die bevorstehende Schlacht zu sprechen, aber ich konnte spüren, dass das Thema über dem Tisch hing wie ein herannahendes Gewitter. Hell gerenderte, schwarze Wolken von erregenden Blitzen durchzuckt. Ich begann, meine Röcke zurechtzurücken, um meinen baldigen Aufbruch anzukündigen, und sah, dass Jamie, der mir gegenüber saß, es bemerkte und lächelte. Lee, der neben ihm saß, bemerkte es ebenfalls. Sein Blick hatte geistesabwesend an meinem Dekolleté gehangen und brach die Anekdote ab, die er Ian gerade erzählte. Es ist solch ein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen, Madam, sagte er herzlich. Euer Mann bereitet uns eine große Freude, indem er uns mit eurer Gegenwart beglückt. Ich … Lee hielt abrupt mitten im Satz und mitten in seinem Bissen inne und starrte Rollo an, der unauffällig näher gekommen war und jetzt nur noch einen halben Meter von dem General entfernt stand. Angesichts seiner Größe und der niedrigen Bank, auf der der General saß, befanden sie sich damit etwa Auge in Auge. Warum sieht mich dieser Hund so an? wollte Lee wissen und fuhr herum, um Ian einen finsteren Blick zuzuwerfen. Er ist vermutlich neugierig, was ihr als nächstes fallen lasst, sagte Ian und kaute in aller Seelenruhe weiter. Wenn ich ihr wäre, Sir, meldete sich Jamie höflich zu Wort, würde ich schnell etwas fallen lassen. Ian, Rollo und ich verabschiedeten uns von den Generälen und gingen in die Dunkelheit hinaus, um uns auf die Suche nach unseren Betten zu machen. Ein Laufbursche mit einer Laterne eskortierte uns. Eigentlich war es gar nicht so dunkel, obwohl die Sonne endlich untergegangen war. Überall am Ufer des Delaware brannten Feuer, und auch viele der Boote auf dem Fluss hatten Laternen oder offene Feuer, die sich im Wasser spiegelten wie Schwärme glimmender Fische. Weißt du irgendetwas über den Mann, der neben dir gesessen hat? fragte ich Ian in meinem stockenden Gälisch. Er lachte. Er und Jamie lachten immer, wenn ich gälisch sprach, zog aber verneinend die Schultern hoch. Nein, aber ich werde es herausfinden, sagte er. Er ist Engländer, so viel kann ich dir sagen. Er benutzte das Wort Sassenach und versetzte mir einen kleinen Schreck. Es war lange her, dass ich gehört hatte, wie ein Schotte das Wort so benutzte, wie es gemeint war. Ja, das ist er. Meinst du, das hat etwas zu bedeuten? Theoretisch waren sie zwar alle noch Engländer. Nun, abgesehen von Lafayette, von Stäuben, Kosciuszko und ähnlichen Kuriositäten, doch die meisten Kontinentaloffiziere waren auch tatsächlich in Amerika zur Welt gekommen und hatten ihr Leben dort verbracht. Lie nicht. Ian stieß einen verächtlichen, schottischen Laut aus, der besagte, dass es in der Tat etwas bedeutete. Aber wie ich höre, wurde er doch ebenfalls von den Gagnon-Gehager adoptiert, wandte ich ein. Ian schwieg einen Moment, dann nahm er meinen Arm und beugte sich zu mir herüber, um mir ins Ohr zu sprechen. Tante Claire, sagte er leise. Meinst du, ich habe jemals aufgehört, Schotte zu sein? 55. Westalische Jungfrauen Jamie und ich waren im Haus der Chinoveth einquartiert, einer sympathischen, wenn auch verständlicherweise etwas nervösen Familie, deren Haus am Ende einer einzigen Straße stand, die sich durch Corals Ferry zog. Mrs. Chinoveth war zwar schon im Schlafmantel, begrüßte mich aber freundlich mit einem hell erleuchteten Kerzenhalter und führte mich zu einem kleinen Schlafzimmer an der Rückseite des Hauses, dem anzusehen war, dass es hastig von einer Anzahl jüngerer Chinoveth verlassen worden war, die jetzt vermutlich das Zimmer ihrer Eltern teilten, zumindest dem Mischmasch schwerer Atemgeräusche nach. Das Bett war ziemlich groß und lang, obwohl Jamies Füße sicher noch an die 20 Zentimeter herausragen würden. Es gab eine Waschschüssel und einen Krug mit frischem Wasser. Ich hob ihn vorsichtig hoch und trank daraus. Mein Hals war trocken von zu viel französischem Wein. Ich stellte den Krug wieder hin und setzte mich auf das Bett. Mir war sehr merkwürdig zumute. Möglich, dass es der Wein war. Möglich, dass es die Tatsache war, dass das Zimmer keine Fenster hatte und Mrs. Chinoveth so fürsorglich gewesen war, die Tür hinter sich zu schließen. Es war ein kleines Zimmer, etwa zweieinhalb mal drei Meter. Die Luft regte sich nicht und die Kerzenflamme brannte hoch, ebenmäßig und klar vor den Ziegeln der Wand. Vielleicht war es ja die Kerze, die mich an Onkel Lamp erinnerte und an den Tag, an dem er mir von den Westalinnen erzählt hatte, während er mir eine blaue Karneolfigur aus dem Tempel der Wester zeigte. Wenn eine der Jungfrauen ihrem Eid untreu wurde, sagte er und wackelte mit den Augenbrauen, hat man sie ausgepeitscht und lebend in einer kleinen unterirdischen Grabkammer eingemauert. Sie bekam einen Tisch, einen Stuhl, etwas Wasser und eine Kerze. Und dort ist sie dann gestorben, wenn die Luft verbraucht war. Damals hatte ich mit einer Art morbidem Behagen darüber nachgedacht, ich war ungefähr zehn, und dann neugierig gefragt, wie genau eine Westalin denn ihrem Eid untreu werden konnte. Und so war ich schließlich aufgeklärt worden, da sich Onkel Lamp vor keiner Tatsache drückte, die seinen Weg kreuzte, oder wie in dem Fall halt, den meinen. Zwar hatte mir Onkel Lamp versichert, dass der Kult der Wester seine Geschäfte längst eingestellt hatte, doch ich hatte damals trotzdem beschlossen, vorsichtshalber keine Jungfrau sein zu wollen. Im Großen und Ganzen ein guter Vorsatz, obwohl es natürlich sehr spezielle Nebenwirkungen hatte, wenn man mit Männern schlief. Ian hatte meine Satteltaschen mitgebracht und sie in der Zimmerecke abgesetzt, bevor er sich mit Rollo selbst auf die Suche nach einem Schlafplatz machte. Ich stand auf und kramte meine Zahnbürste und mein Zahnpulver hervor, obwohl es mir ziemlich surreal erschien, mir am möglichen Vorabend der Schlacht die Zähne zu putzen. Allerdings nicht ganz so, als rückte man die Liegestühle am Deck der Titanic noch einmal zurecht, zumindest hoffte ich das. Ich wusste, dass Washington und der Marquis überleben würden und dachte am Rande darüber nach, wie merkwürdig es war, sie jetzt als Menschen im Kopf zu haben, nicht als Namen. Die großen Poren auf George Washingtons Nase, als er sich über meine Hand beugte und die Grübchen alter Pockennarben auf seinen Wangen, sein Geruch, Stärke und Schweiß, Wein und Perückenpuder, denn er trug trotz der Hitze seine Perücke, der süßliche, widerliche Geruch der Zahnfäule. Apropos, dachte ich, und ergriff meine Zahnbürste und machte mich mit Nachdruck ans Werk. Außerdem hatte er nach Blut gerochen. Ich fragte mich, warum? Zahnfleischbluten möglicherweise? Ich wandte mich aus Kleid, Jacke und Korsett und stand eine Weile einfach da und wedelte mit meinem Hemd in der Hoffnung, ein wenig Luft an mich zu lassen. Damit brachte ich zwar die Kerzenflamme zum Flackern, erzielte aber sonst keine große Wirkung. Also blies ich die Kerze aus und legte mich hin. Seit unserem Aufbruch aus Philadelphia war das Adrenalin durch mich hindurch geschossen wie der Strom in einem defekten Schaltkreis, doch jetzt beruhigte es sich allmählich zu einem steten Summen in meinem Blut. Die Konversation beim Abendessen war zwar ziemlich allgemein gewesen, doch die Atmosphäre war mit Spannung geladen gewesen. Kein Zweifel, sobald Ian und ich gegangen waren und der Tisch abgeräumt war, noch nie war ich einem Kriegsrat so nahe gewesen und es kribbelte mich immer noch am ganzen Körper. Natürlich war es zudem ein nervöses Kribbeln gewesen, auch unter den Männern. Doch mit dem richtigen Ventil ließ sich Nervosität in einen sehr wirksamen Antrieb verwandeln und genau das würden Washington und seine Generäle jetzt tun, während sie ihre Pläne zurechthämmerten, die Truppen aufteilten, Strategien entwickelten. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Das wäre so viel leichter, als im Stock finsteren zu liegen, und in die langweilige Unendlichkeit hinaufzustarren. Was für eine grausame Todesart! Ich fuhr zum Sitzen auf, schnappte nach Luft, ging hastig zur geschlossenen Tür und horchte. Keine Geräusche. Kein Licht, das unter der Tür hindurchdrang. Ich tastete auf dem Boden umher, bis ich meine Schuhe und das Häufchen gefunden hatte, das mein Umhang war. Ich schwang in mir um die Schultern, schlüpfte aus dem Zimmer und schlich mich vorsichtig durch das halbdunkle Haus, vorbei am glimmenden Kamin und ins Freier. Die Tür war nicht verriegelt. Vielleicht war Mr. Chinubeth ja unterwegs und wurde erwartet. Ich hielt es zwar für möglich, dass ich ausgesperrt wurde, doch inzwischen erschien es mir wünschenswerter, die Nacht im Hemd inmitten eines Militärlagers zu verbringen, als in einer Grabkammer zu schlafen. Oder vielmehr nicht, beziehungsweise unendlich zu schlafen. Außerdem war ich mir sicher, dass einer der kleinen Chinubeth vor nicht allzu langer Zeit in das Bett gepinkelt hatte. Niemand nahm Notiz von mir, als ich über die Straße zurückging. Die Wirtshäuser waren zum Bersten voll und ihre Gäste ergossen sich nun auf die Straße. Kontinentalsoldaten stolzierten in ihrem Blau und Ocker umher, Gegenstand des Neides, so hofften sie, der Milizionäre. Auch Frauen waren zu sehen, die bei Weitem nicht alle Huren waren. Doch vor allem gab es Luft. Die Tageshitze war weitgehend verflogen und es war zwar immer noch alles andere als kalt, aber es war auch nicht mehr drückend. Nach meiner Flucht aus dem Grab schwelgte ich in dem Gefühl der Freiheit und meiner weitgehenden Unsichtbarkeit, denn dank meiner Körpergröße, meines Umhangs und meines zum Schlafen geflochtenen Haars sah ich im Dunkeln nicht anders aus als viele der Milizionäre, niemand würdigte mich eines Blickes. Die Straße und das Lager jenseits der Ortschaft waren wie elektrisiert. Das Gefühl war mir vertraut und ich kam mir vor, wie an andere Orte zurückversetzt, denn ich kannte dieses Phänomen in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen von der Hälfte der Schlachtfelder, in deren Nähe ich schon Dienst geleistet hatte, von Frankreich im Jahr 1944 über Preston Pants bis Saratoga. Es war nicht immer so, oft war die Atmosphäre eher von Grauen erfüllt oder Schlimmerem. Ich erinnerte mich an die Nacht vor Culloden und eine Welle der Kälte durchspülte mich so heftig, dass ich schwankte und fast gegen eine Hauswand geprallt wäre. Freundin Claire, erklang da eine erstaunte Stimme. Denzel! Halb geblendet von den Fackeln, die in diesem Moment an mir vorübergetragen wurden, blinzelte ich die Gestalt an, die vor mir aufgetaucht war. Was tust du hier draußen? fragte er alarmiert. Stimmt etwas nicht? Ist es Jamie? Jamie? Nun, man könnte sagen, dass es Jamie ist, sagte ich und gewann allmählich die Fassung zurück. Aber ihm fehlt nichts, nein. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Was macht ihr denn hier? Ich habe einen Krug Bier geholt, sagte er und nahm mich fest beim Arm, um mich die Straße entlang zu steuern. Komm mit mir. Du solltest nicht bei den Soldaten auf der Straße sein. Die, die jetzt noch nicht betrunken sind, werden es bald sein. Ich widersprach ihm nicht. Es fühlte sich gut an, seine Hand auf meinem Arm zu haben, festgehalten zu sein, inmitten der seltsamen Strömungen der Nacht, die mich ohne Vorwarnung in die Vergangenheit und die Zukunft und wieder zurückzutragen schienen. Wo sind denn Rachel und Dottie? fragte ich, als wir am Ende der Straße rechts abbogen und uns unseren Weg zwischen den Lagerfeuern und Zeltreihen hindurchzubahnen begannen. Rachel ist mit Ian irgendwo hingegangen, ich habe nicht gefragt. Dottie ist in unserem Behandlungszelt. Ein Fall von akuten Darmbeschwerden. Oh je, was hat sie denn gegessen? Er lachte leise. Nicht sie. Eine Frau namens Peabody, die mit Kolikschmerzen zu uns gekommen ist. Dorothea hat gesagt, sie würde ihr etwas geeignetes verabreichen, wenn ich Bier hole, da es zu gefährlich für sie war, allein zum Wirtshaus zu gehen. Ich glaubte, einen leisen Unterton des Tadels in seiner Stimme zu entdecken, doch ich antwortete mit einem unverbindlichen Hm. Und er sagte nichts mehr dazu, dass ich en disabit über die Straße spaziert war. Wahrscheinlich, weil ihm auch erst in dem Moment aufgefallen war, dass ich en disabit war, als wir das große Behandlungszelt der Hunters betraten und ich meinen Umhang ablegte. Danny warf mir einen kurzen, schockierten Blick zu, hüstelte, griff nach einer Leinenschürze und schaffte es, sie mir zu reichen, ohne mich direkt anzusehen. Dottie massierte einer ziemlich großen Frau, die vornübergebeugt vor ihr auf einem Hocker saß, den ausladenden Rücken und grinste mich über das Häubchen der Frau hinweg an. Wie geht es euch, Mrs. Fraser? Keine Ruhe? So ist es, erwiderte ich ganz offen und zog die Schürze an. Das ist Mrs. Peabody? Ja. Dottie gähnte in ihre Schulter hinein. Ihre Krämpfe scheinen sich gebessert zu haben, ich habe ihr Fencheltee und Pfefferminze gegeben, fügte sie an Danny Gewand hinzu, aber sie klagt auch über Rückenschmerzen. Hm. Ich ging hinüber und hockte mich vor die Frau, die halb zu schlafen schien, bis ich ihren Atem roch, der ziemlich hochprozentig war. Ich legte ihr die Hand auf den Bauch, um zu sehen, ob ich die Ursache des Problems ertasten konnte, als sie plötzlich auf eine Weise hustete, die ich schon viel zu oft gehört hatte, wirkte und ich gerade noch rechtzeitig zurücksprang. Danke für die Schürze, Danny, sagte ich gelassen und strich die Spritzer von Dreck und Erbrochenem fort, die mich weiter oben getroffen hatten. Ihr habt nicht zufällig einen Entbindungshocker mitgebracht? Einen Entbindungshocker? In eine Schlacht? fragte er schwach und seine Augen quollen hervor, während er durch seine Brillengläser einen Blick auf die Frau warf. Diese schwankte jetzt schwerfällig hin und her wie eine große Glocke, die darüber nachdachte, ob sie erklingen sollte oder nicht. Es könnte eine Geburt werden, sagte ich und sah mich um, wenn sie tatsächlich Wehen hat. Könnt ihr eine Decke auftreiben, Dottie? Ich glaube, wir müssen sie auf den Boden legen, die Liege wird unter ihr zusammenbrechen. Zu dritt gelang es uns, Mrs. Peabody, die bei der ersten Berührung in aller Seelenruhe das Bewusstsein verlor, auf eine Decke zu befördern, die unter der Laterne auf dem Boden ausgebreitet lag. Beinahe augenblicklich kam ein wahrer Ansturm von Motten herein geflattert, angelockt nicht nur vom Licht, sondern auch durch die diversen Gerüche, die in der Luft hingen. Mrs. Peabody war nicht nur bewusstlos, sondern schien darüber hinaus in einen Alkoholkoma gefallen zu sein. Nach einiger Diskussion drehten wir sie auf die Seite, für den Fall, dass sie sich erneut übergab und in dieser Lage rollte ihr Bauch vor den Rest ihres korpulenten Körpers, sodass er wie ein gefüllter Sack auf dem Boden lag. Sie sah aus, wie die Königin eines Insektenschwarms, die im Begriff war, sich tausendfach zu vermehren, doch ich verkniff es mir, das zu erwähnen, da Dottie ihre Gesichtsfarbe noch nicht wiedergefunden hatte. Denzel hatte sich von seinem Schreck erholt und hielt ihr Handgelenk im Auge oder vielmehr in seiner Hand, um ihren Puls zu zählen. Erstaunlich kräftig, sagte er schließlich. Dann ließ er los und sah mich an. Meinst du, ihre Zeit ist nah? Ich hoffe es wirklich nicht, sagte ich und blickte zu Boden, aber es ist nicht zu sagen, ohne sie näher zu untersuchen. Ich holte tief Luft und beschwor meine großzügigeren Instinkte. Hättet ihr gern, dass ich, äh, ich hole uns sauberes Wasser, sagte er, sprang auf und ergriff einen Eimer. Da Dottie mit ihm verlobt war, verzichtete ich darauf, ihn in ihrer Gegenwart als Feigling zu bezeichnen und winkte ihm nur, zurückhaltend zu gehen. Mrs. Peabody machte mich aus mehreren Gründen nervös. Ich hatte keine Ahnung, ob ihre Geburt unmittelbar bevorstand und wenn ja, welchen Einfluss ihr komatöser Zustand darauf haben würde. Der Alkoholpegel in ihrem Blut war sicherlich nicht ohne Einfluss auf den des Kindes. Würde ein betrunkenes Neugeborenes imstande sein zu atmen? Es würde sich nicht übergeben, da es ja nichts im Magen hatte, aber würde es im Mutterleib seinen Darm entleeren und sich damit die Lungen verunreinigen? Das war selbst in einem modernen Krankenhaus mit geschultem Personal furchtbar gefährlich. Die meisten Babys, denen das passierte, starben entweder durch Ersticken, durch eine Lungenverletzung oder eine Infektion. Zu meiner Schande musste ich mir jedoch eingestehen, dass ich mich am meisten davor fürchtete, dass während der Entbindung etwas geschah, was erforderte, dass ich länger bei der Mutter und oder ihrem Kind blieb. Mein Eid als Medizinerin und das, was ich für meine Pflicht hielt, gestattete es mir nicht, einen Patienten im Stich zu lassen, der mich dringend brauchte. Doch ich würde Jamie nicht im Stich lassen. Ich wusste über jeden Zweifel erhaben, dass er in die Schlacht ziehen würde, und zwar bald. Er würde nicht ohne mich gehen. Ein leises Geräusch riss mich aus meinem hypothetischen Dilemma. Dottie hatte begonnen, weiter auszupacken und eine Amputationssäge fallen gelassen. Sie bückte sich, um sie aufzuheben, und sagte etwas auf Deutsch, wahrscheinlich ein deftiges Schimpfwort. John fluchte stets auf Deutsch. Vielleicht war es ja eine Familienangewohnheit. Der Gedanke an John fügte meinen komplizierten Gefühlen eine weitere Schicht aus Schuld hinzu, obwohl der logische Teil meines Verstandes dies als unverdient verwarf. Die Sorge um ihn ließ sich nicht so leicht verwerfen, obwohl ich mein Bestes tat, um sie vorerst zu verdrängen. Ihr braucht nicht aufzubleiben, Dottie, sagte ich. Ich kann mich hier um alles kümmern. Es wird ohnehin vorerst nichts geschehen. Ich kann die Ausrüstung sortieren. Nein, ist schon gut, sagte sie, und dann gähnte sie unwillkürlich so herzhaft, dass sie selbst erschrak und sich etwas verspätet die Hand vor den Mund hielt. Oje, Verzeihung, Mrs. Fraser. Ich musste lächeln. Sie hatte dieselben eleganten Manieren wie John. Vielleicht traf das ja auch auf Hal zu, wenn er nicht gerade den Unausstehlichen gab. Eigentlich, sagte sie und heftete ihren leuchtenden Blick direkt auf mich, bin ich froh über die Gelegenheit, unter vier Augen mit euch zu sprechen. Oh, sagte ich und ging in die Hocke, um Mrs. Peabody die Hand auf den Bauch zu legen. Ich spürte zwar keine Bewegung des Babys, aber Babys wurden ja normalerweise auch ganz ruhig, wenn die Geburt bevorstand. Ich hätte mein Stethoskop benutzen können, um nach seinem Herzschlag zu suchen, aber es war in einer der Kisten oder Taschen, die Ian und der Laufbursche irgendwo hingeschleppt hatten. Doch was auch immer ich hörte, oder nicht, würde vorerst ohnehin keinen Einfluss auf mein Vorgehen haben. Ja. Dottie setzte sich auf eine Verpackungskiste, als sei diese ein Thron. Wie die anderen Grays, denen ich bis jetzt begegnet war, verfügte sie ebenfalls über eine exzellente Körperhaltung. Ich möchte wissen, wie man korrekt Geschlechtsverkehr hat. Oh, äh, sie senkte den Blick auf Mrs. Peabody und ob es eine Möglichkeit gibt, äh, zu verhindern, eine Schwangerschaft? Natürlich. Ich räusperte mich. Ich hätte gedacht, Mrs. Peabody's Anblick hätte die meisten jungen Frauen davon abgeschreckt, an Kinder, wenn nicht sogar an Sex, auch nur zu denken. Doch Dorothea Gray war ohne Zweifel eine junge Frau aus Blut und Eisen. Versteht mich nicht falsch, Mrs. Fraser, sagte sie ernst. Freundin, Claire, meine ich, ich wünsche mir Kinder, sehr sogar. Aber wenn ich irgendwie Einfluss darauf nehmen könnte, nicht auf einem Schlachtfeld zu gebären oder zum Beispiel auf einem fahrenden Schiff. Ich packte den letzten Teil ihres Satzes beim Schopf, nicht zuletzt, um Zeit zu gewinnen und einen zusammenhängenden Rat formulieren zu können. Schließlich glaubte ich, dass Rachel vielleicht irgendwann den Wunsch haben würde, über diese Dinge zu sprechen, da sie ja keine Mutter hatte, aber ... Ein Schiff? Denkt ihr denn darüber nach, nach England zurückzukehren? Sie verzog das Gesicht auf eine Weise, die mir ihren Vater lebhaft vor Augen rief, und ich hätte fast gelacht, tat es aber glücklicherweise nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte Mama natürlich furchtbar gern wiedersehen und Adam und Benjamin. Und meine ... Ach, eigentlich bezweifle ich, dass ich meine Freundinnen noch einmal wiedersehen werde. Sie tat diesen Gedanken mit einer Handbewegung ab. Nicht, dass es in der besseren Gesellschaft keine Quäker gibt, aber sie sind alle sehr reich und das werden wir nicht sein. Sie biss sich auf die Unterlippe, aber auf eine Weise, die eher etwas Berechnendes als etwas Geknicktes an sich hatte. Wenn ich Danny dazu bringen kann, mich hier zu heiraten, sodass wir schon als Ehepaar in England ankämen, wäre es einfach, in London eine Versammlung zu finden, die uns willkommen heißen würde. Hier dagegen? Sie wies mit der Hand auf das vibrierende Lager ringsum. Sein Einsatz im Krieg würde ihm immer im Weg sein, versteht ihr? Selbst nach dem Krieg? Sie warf mir einen geduldigen Blick zu, viel zu alt für ihr Gesicht. Papa sagt, ein Krieg braucht drei Generationen, um aus dem Boden zu verblassen, auf dem er ausgefochten wurde. Und nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, haben die Quäker ein ähnlich langes Gedächtnis. Da könnte er recht haben. Mrs. Peabody hatte feucht zu schnarchen begonnen, doch ich spürte keinerlei Wehen. Ich fuhr mir mit der Hand durch das Haar und machte es mir bequemer, indem ich mich mit dem Rücken an eine der Transportkisten an der Wand lehnte. Nun, denn. Beginnen wir erst einmal mit ein bisschen grundlegender Anatomie. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie viel, wenn überhaupt, man einer jungen Adligen wohl erzählt haben mochte oder was sie anderweitig herausgefunden haben könnte, also begann ich mit den weiblichen Fortpflanzungsorganen, angefangen mit der Gebärmutter. Was das war, musste sie ja wohl wissen und arbeitete mich dann Schritt für Schritt nach außen vor. Ihr meint, es hat einen Namen? rief sie bezaubert aus, als ich bei der Klitoris anlangte. Ich hatte es immer nur als, äh, nun ja, diese Stelle im Kopf. Ihr Tonfall machte hinreichend klar, dass ich nicht zu erklären brauchte, wozu diese Stelle da war und ich lachte. Soweit ich weiß, ist dies die einzige Stelle des menschlichen Körpers, die keine andere Funktion zu haben scheint, als das Vergnügen der Besitzerin. Aber Männer, haben sie kein? Nun doch, das haben sie, sagte ich, und sie haben auch großes Vergnügen daran, aber ein Penis ist außerdem extrem funktionell. Ihr, äh, wisst, wie er funktioniert? Beim Geschlechtsverkehr? Denzel lässt es nicht zu, dass ich sein nacktes Glied berühre und ich würde es doch so gern genau betrachten und es nicht nur hier und da erspähen, wenn er, äh, nun ja, ihr wisst ja. Ihre Augen glitzerten bei der Vorstellung, aber ich weiß, wie es sich durch seine Hose anfühlt. Ich war erstaunt, als es das erste Mal unter meiner Hand steif geworden ist. Wie macht es das denn? Ich erklärte ihr das Prinzip des hydrostatischen Drucks, so simpel ich es konnte und ich merkte schon, was darauf hinkommen würde. Ich räusperte mich und erhob mich zum Knien. Ich muss Mrs. Peabody auf Anzeichen für eine beginnende Geburt untersuchen. Und wir müssen zwar ihre Privatsphäre respektieren, sofern so etwas unter diesen Umständen existiert, doch da ihr mir hier assistiert, gibt es keinen Grund, warum ihr nicht beobachten solltet, was ich tue. Und ich erkläre es euch dabei. Wie alles funktioniert. Sie konnte ihre Neugier nicht verbergen, als sich Mrs. Peabody's Intimbereich freilegte, der zwar dicht bewaldet, aber dennoch deutlich, sehr deutlich, weiblich war. Wenn sich der Muttermund, das ist die Öffnung der Gebärmutter, zu Weiten beginnt, damit das Baby heraus kann, wird oft etwas Blut und Schleim abgesondert, aber das ist vollkommen harmlos. Ich sehe jedoch noch keine Spur davon. Das machte mir Mut. Oh, sagte Dottie schwach. Doch sie beugte sich gebannt über meine Schulter, als ich vorsichtig meine frisch gewaschene Hand einführte. Oh, sagte Dottie, als sei ihr gerade ein großes Licht aufgegangen. Dorthin gehört es also. Nun, ja, so ist es, sagte ich und versuchte nicht zu lachen. Vergeblich. Ich nehme an, das hätte euch Denzel doch erzählt. Habt ihr ihn gefragt? Nein, sagte sie und lehnte sich ein wenig zurück, sah aber ganz genau zu, während ich Mrs. Peabody die Hand auf den Bauch legte und den Muttermund betastete. Er begann weich zu werden, war aber immer noch fest geschlossen. Ich begann wieder zu atmen. Nein, sagte ich nur mit halbem Ohr bei ihr. Nein. Sie richtete sich auf. Ich wollte ihm nicht dumm vorkommen. Danny ist so, ich meine, er ist gebildet. Ich kann natürlich lesen und schreiben, aber nur Briefe und ich kann Musik spielen, aber das ist nutzlos. Ich räume hinter ihm auf und helfe selbstverständlich, wo ich kann und er kann wirklich gut erklären, aber... Nun ja, ich hatte diese Vision von unserer Hochzeitsnacht, in der er es mir genau so erklärt, wie er mir sagen würde, wie man einem Kind mit einem Röhrchen den Schleim aus der Nase saugt oder wie ich die Haut zusammenhalten soll, damit er eine Verletzung nähen kann und... sie zog eine anmutige kleine Schnute, die wohl das Erbe ihrer Mutter sein musste. Und ich habe beschlossen, dass es so nicht sein würde. Sehr, ähm, lobenswert. Ich zog meine Hand heraus und wischte sie sauber, deckte Mrs. Peabody wieder zu und kontrollierte ihren Puls. Langsam, aber kräftig wie eine Pauke. Die Frau musste ein Herz wie ein Ochse haben. Wie... ähm... Wie wünscht ihr es euch denn, immer vorausgesetzt, fügte ich hastig hinzu, dass es extrem unterschiedlich sein kann. Mir kam noch ein weiterer Gedanke. Hat Denzel schon einmal? Obwohl ihr das wahrscheinlich nicht wüsstet. Ihre blasse Stirn legte sich nachdenklich in Falten. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie daran gedacht, ihn zu fragen. Ich bin einfach davon ausgegangen... Nun ja, ich habe halt Brüder. Ich weiß, dass sie es schon getan haben, weil sie darüber... Über Huren, meine ich, mit ihren Freunden reden. Ich habe wohl einfach gedacht, alle Männer... Obwohl Danny vielleicht nicht zu einer Prostituierten gehen würde. Meint ihr, das könnte er getan haben? Ihre Stirn war immer noch gerunzelt, aber der Gedanke schien sie nicht zu bestürzen. Natürlich, in den Kreisen der Grays war es wahrscheinlich üblich, dass Männer oder zumindest Soldaten sich auf diese Weise... Ich hielt kurz inne, denn ich erinnerte mich lebhaft an meine eigene Hochzeitsnacht und an meine Verblüffung angesichts der Tatsache, dass mein Bräutigam noch unberührt war. Wahrscheinlich nicht. Nun, als Mediziner muss er ja mit der grundlegenden Mechanik vertraut sein, aber das ist schließlich nicht alles. Das Leuchten in ihren Augen wurde intensiver und sie beugte sich vor, die Hände auf den Knien. Erzählt es mir. Ganz ähnlich wie Eiklar mit ein oder zwei Tropfen Zibet-Öl. Theoretisch sehr gut für die Haut, obwohl es offen gestanden, sagte ich gerade, als ich Stimmen unmittelbar vor dem Zelt hörte. Rachel und Ian waren zurück. Sie sahen gut gelaunt und etwas erhitzt aus, ganz wie junge Leute, die die letzten ein oder zwei Stunden mit genau den Dingen verbracht hatten, in denen ich Dottie unterwiesen hatte. Ich sah, wie sie Rachel einen Seitenblick zuwarf und ihre Augen dann, ganz kurz, zu Ians Hose wanderten. Sie wurde rot. Rachel bemerkte es nicht, denn sie hatte ihre Aufmerksamkeit zugleich auf Mrs. Peabody gerichtet. Nun ja, alle hatten ihre Aufmerksamkeit auf Mrs. Peabody gerichtet. Es war wirklich unmöglich, irgendwo anders hinzusehen. Sie betrachtete die Frau auf dem Boden mit gerunzelter Stirn, dann sah sie mich an. Wo ist denn Denzel? Eine exzellente Frage. Er ist vor einer Viertelstunde gegangen, um Wasser zu holen. Aber wir haben Bier, falls ihr Durst habt. Ich wies auf den vergessenen Krug. Ian goss Rachel einen Becher ein, wartete, während sie ihn austrank, dann füllte er ihn für sich selbst, den Blick immer noch auf Mrs. Peabody geheftet, die eine bemerkenswerte Vielfalt an Geräuschen von sich gab, obwohl sie nach wie vor bewusstlos war. Weiß Onkel Jamie, wo du bist, Tante Claire? fragte er. Er hat gerade nach dir gefragt. Er sagt, er hätte dich zum Schlafen an einem sicheren Ort zurückgelassen, aber du wärst entwischt. Schon wieder, fügte er mit einem breiten Grinsen hinzu. Oh, sagte ich, dann ist er für heute Abend mit den Generälen fertig? Ei, er wollte noch die Bekanntschaft einiger seiner Milizhauptmänner machen, aber die meisten waren schon schlafen gegangen, also ist er zu den Chinueth gegangen, weil er zu dir wollte. Mrs. Chinueth war ein bisschen verdattert, dass du nicht mehr da warst, fügte er vorsichtig hinzu. Ich wollte nur frische Luft schnappen, sagte ich defensiv, und dann ich wies auf die Patientin auf dem Boden, die jetzt in rhythmisches Schnarchen verfallen war. Ihre Gesichtsfarbe sah besser aus, das war ermutigend. Äh, meinst du, Jamie ist böse? Ian und Rachel lachten. Nein, Tante Claire, sagte Ian, aber er ist hundemüde und er braucht dich sehr. Hat er dir gesagt, dass du das sagen sollst? Nicht wörtlich, sagte Rachel, aber es war nicht zu überhören. Sie wandte sich Ian zu und drückte ihm kurz den Arm. Würdest du Danny suchen, Ian? Claire kann die Frau hier ja nicht allein lassen, vermute ich, fragte sie und sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. Noch nicht, sagte ich. Es sieht nicht so aus, als stünde die Geburt unmittelbar bevor. Ich klopfte im Geiste kurz auf Holz, aber man sollte sie in diesem Zustand nicht allein lassen. Ei, natürlich. Ian gähnte plötzlich herzhaft, schüttelte sich dann aber wieder wach. Falls ich Onkel Jamie begegne, sage ich ihm, wo du bist, Tante Claire. Er ging und Rachel goss den Becher noch einmal voll Bier und bot es mir an. Es hatte zwar Zimmertemperatur und zwar von einem warmen Zimmer, schmeckte aber erfrischend sauer und kräftig. Ich hatte eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, müde zu sein, aber das Bier belebte mich erstaunlich. Dottie kontrollierte Mrs. Peabody's Puls und Atmung und legte dann vorsichtig die Hand auf die gewaltige Wölbung ihrer Schwangerschaft. Bist du schon einmal bei einer Geburt dabei gewesen, Schwägerin? fragte Dottie Rachel, jetzt peinlich auf ihre Quäkersprache bedacht. Mehrmals, erwiderte Rachel und hockte sich neben Mrs. Peabody. Das hier sieht aber irgendwie anders aus. Hat sie eine Verletzung? Oh. Der Brauereigeruch schlug ihr entgegen und sie fuhr zurück und hustete. Ich verstehe. Mrs. Peabody stöhnte laut auf und alle erstarrten. Ich wischte mir für alle Fälle die Hände an meiner Schürze sauber, doch sie entspannte sich wieder und nach einigen Momenten der nachdenklichen Stille, in der wir abwarteten, ob sie das Geräusch wiederholen würde, holte Dottie tief Luft. Mrs. Ich meine, Freundin Claire war gerade dabei, mir einige interessante Dinge zu erzählen, darüber, ähm, worauf man in der Hochzeitsnacht gefasst sein sollte. Rachel blickte neugierig auf. Eine solche Unterweisung würde ich auch begrüßen. Ich weiß zwar, wo, äh, alles hingehört, weil ich das schon oft gesehen habe, aber... Tatsächlich? Dottie starrte sie mit offenem Mund an und Rachel lachte. Ja, aber Ian versichert mir, dass er kunstfertiger ist als der gemeine Bulle oder Ziegenbock und meine Beobachtungen beschränken sich leider auf die Tierwelt. Eine kleine Falte erschien zwischen ihren Augenbrauen. Die Frau, die sich nach dem Tod meiner Eltern um mich gekümmert hat, hat mich zwar durchaus über meine ehelichen Pflichten aufgeklärt, aber ihre Anweisungen lauteten mehr oder weniger mach die Beine breit, Mädchen, beiß die Zähne zusammen und lass ihn machen. Ich setzte mich auf die Kiste und streckte mich, um meinen Rücken zu entkrampfen. Ich unterdrückte ein Stöhnen. Der Himmel wusste, wie lange Ian brauchen würde, um Jamie inmitten der wimmelnden Horden zu finden. Und ich hoffte doch, dass Danny nicht niedergeschlagen oder von einem Maultier überrannt worden war. Schüttet mir noch ein Bier ein, ja? Und trinkt selber auch noch etwas. Ich glaube, wir werden es brauchen. Und wenn er an irgendeinem Punkt sagt, riet ich den beiden, merkt euch, was ihr da gerade getan habt, damit ihr es beim nächsten Mal wieder machen könnt. Rachel lachte, aber Dottie runzelte die Stirn und blickte ein wenig schief. Meinst du, Danny würde einfach so den Namen des Herrn in den Mund nehmen, selbst unter diesen Umständen? Ich habe es ihn schon unter deutlich weniger drängenden Umständen tun hören, versicherte Rachel ihr und dämpfte mit dem Handrücken einen Rülpser. Er versucht, sich in deiner Gesellschaft perfekt zu benehmen, weißt du, weil er Angst hat, dass du es dir anders überlegst. Wirklich? Dotties Mine war zwar überrascht, aber zugleich sehr erfreut. Das würde ich nämlich nie tun. Sollte ich ihm das sagen? Erst wenn er für dich Oh Gott, Oh Gott sagt, erwiderte Rachel und konnte sich das Kichern nicht mehr verkneifen. Ich würde mir keine Sorgen machen, sagte ich. Wenn ein Mann in dieser Situation Oh Gott sagte, meint er es fast immer als Gebet. Dottie zog konzentriert die Augenbrauen zusammen. Ein Gebet der Verzweiflung oder der Dankbarkeit? Nun, Das liegt ganz bei euch, antwortete ich und hielt mir die Hand vor den Mund, um ebenfalls leise zu röpsen. Männerstimmen vor dem Zelt ließen uns befangene Blicke auf den Bierkrug werfen. Wir setzten uns wie auf Kommando gerade hin und zupften uns die etwas zerzausten Haare zurecht. Doch keiner der Herren, die jetzt eintraten, war in einem Zustand, in dem er mit Steinen hätte werfen dürfen. Ian hatte Denzel und Jamie gefunden und irgendwo hatten sie noch einen kleinen untersetzten Begleiter mit einem Hut aufgelesen, der das Haar in einem Stummelzöpfchen trug. Sie hatten alle eine gesunde Gesichtsfarbe und man konnte zwar nicht behaupten, dass sie stolperten, doch sie waren von einer spürbaren Wolke aus fermentierter Gerste umgeben. Da bist du ja Sassen noch. Jamies Gesicht erhellte sich noch mehr, als er mich sah und ich spürte, wie mich Freude durchrieselte. Bist du Wer ist das denn? Er war im Begriff gewesen, mit ausgestreckter Hand auf mich zuzukommen, blieb aber abrupt stehen, als sein Blick auf Mrs. Peabody fiel, die sich jetzt wieder auf den Rücken gedreht hatte und mit ausgebreiteten Armen und weit offenem Mund da lag. Das ist die Dame, von der ich dir erzählt habe, Onkel Jamie. Auch Ian stolperte zwar nicht, doch er schwankte sichtlich und ergriff sicherheitshalber den Zeltpfosten, um sich festzuhalten. Die äh er zeigte mit der freien Hand auf den Herrn mit dem Hut. Sie ist seine Frau. Oh, ich verstehe. Jamie schob sich vorsichtig an Mrs. Peabody's Gestalt vorbei. Sie ist doch nicht tot, oder? Nein, sagte ich, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Er mochte ja nicht ganz nüchtern sein, doch meine leise skeptische Betonung bei dem Wort Glaube entging ihm nicht. Er kniete sich vorsichtig hin, hielt eine Hand vor den offenen Mund und schnupperte kurz daran. Nein, nur betrunken, stellte er fröhlich fest. Sollen wir euch helfen, sie heimzubringen, Mr. Peabody? Leit ihm lieber eine Schubkarre, flüsterte Dotty neben mir Rachel zu, doch zum Glück bemerkte es niemand. Das wäre nett von euch, Sir. Überraschenderweise schien Mr. Peabody der einzig Nüchterne von allen zu sein. Er kniete sich ebenfalls hin und strich seiner Frau zärtlich das feuchte Haar aus der Es ist Zeit zu gehen. Zu meiner Überraschung öffnete sie die Augen und nachdem sie mehrmals verwirrt geblinzelt hatte, schien sie den Blick auf ihren Mann zu heften. Da bist du ja Simon, sagte sie und fiel mit einem hinreißenden Lächeln wieder in den Tiefschlaf. Jamie erhob sich und ich konnte seinen Rücken knacken hören, als er sich aufrichtete. Er war immer noch rot und er lächelte, aber Ian hatte recht gehabt. Er war hundemüde. Ich konnte die tiefen Falten der Erschöpfung in seinem ausgehüllten Gesicht sehen. Ian sah sie ebenfalls. Tante Claire muss dringend ins Bett, Onkel Jamie, sagte er. Er drückte Jamie die Schulter und warf mir einen vielsagenden Blick zu. Sie hat einen langen Abend hinter sich. Geh mit ihr Ei. Danny und ich können Mr. Peabody helfen. Jamie sah erst seinen Neffen scharf an, dann mich, doch ich gähnte pflichtbewusst so herzhaft, dass mein Kiefer knackte, was mich keine große Mühe kostete, und nachdem ich mich mit einem letzten Blick vergewissert hatte, dass Mrs. Peabody weder im Sterben noch in den Wehen lag, nahm ich draußen an der frischen Luft atmeten wir beide tief durch, seufzten gleichzeitig und lachten. Der Abend war wirklich lang, nicht wahr? Ich lehnte meine Stirn an seine Brust und legte die Arme um ihn, um ihm langsam durch seinen Rock hindurch die Rückenwirbel zu massieren. Wie ist es bei euch weitergegangen? Was ist passiert? Er seufzte erneut, dann küsste er mich auf den der Marquis kommandiert tausend Männer, darunter die Meinen, und ist damit beauftragt, loszuziehen und die britische Armee in den Arsch zu beißen. Klingt nach großem Spaß. Der Lärm des Lagers hatte beträchtlich nachgelassen, doch die schwüle Luft war immer noch von den Vibrationen vieler Menschen erfüllt, die wach waren oder schlecht schliefen. Ich glaubte, dieselbe erwartungsvolle Vibration auch bei Jamie zu Müdigkeit. Also brauchst du Schlaf. Sein Arm legte sich fester um mich und seine freie Hand wanderte langsam über meinen Rücken. Ich hatte Denny's Schürze im Zelt zurückgelassen und mein Umhang lag über meinem Arm. Der dünne Musselin meines Hemdes hätte genauso gut nicht existieren können. Oh Gott, sagte er und seine große warme Hand legte sich plötzlich drängend um meine Gesäßbacke. Ich brauche dich, Sasnach. Ich brauche dich sehr. Das Hemd war vorn ebenso dünn wie hinten. Ich konnte seine Westenknöpfe spüren und noch ein paar andere Dinge. Er wollte mich wirklich sehr. Macht es dir etwas aus, es in einer Gruft zu tun, die nach Pisse riecht? fragte ich, weil ich an das kleine Schlafzimmer der Chinueff dachte. Ich hatte dich schon an schlimmeren Orten, Sasnach. Bevor ich Nenne mir drei sagen konnte, öffnete sich der Zelteingang und spie eine kleine Prozession aus, die aus Denzel, Dottie, Rachel und Ian bestand. Jedes Paar trug ein Ende eines Leintuchs, auf dem Mrs. Peabody's ausladende Gestalt lag. Mr. Peabody ging mit erhobener Laterne voraus. Wir standen im Schatten und sie ging vorbei, ohne uns zu bemerken. Die Mädchen kicherten hin und wieder, weil jemand stolperte, die jungen Männer ächzten vor Anstrengung und Mr. Peabody feuerte sie an, während sie sich mühsam den Weg durch die Dunkelheit bahnten, vermutlich zur Behausung der Peabody's. Das Zelt stand vor uns, dunkel und verlockend leer. Ei? Oh ja! Die Laterne mitgenommen und der untergehende Mond war nur ein schmaler Streif über dem Horizont. Das Innere des Zeltes war von einer sanften, staubigen Schwärze erfüllt, die sich bei unserem Eintreten in einer alkoholischen Duftwolke mit einem Hauch von Erbrochenem rings um uns erhob. Ich wusste jedoch noch, was wo war und es gelang uns, vier der Transportkisten zusammen zu schieben. Ich breitete meinen Umhang darüber, er zog Rock und Weste aus und wir legten uns vorsichtig in der biergeschwängerten Dunkelheit nieder. Was meinst du, wie lange wir haben? fragte ich, während ich seine Hose öffnete. Er war warm und fest unter meiner Hand, seine Haut so weich wie Roseide. Lange genug, sagte er und streifte mit dem Daumen über meine Brustwarze, langsam, obwohl es ihn unübersehbar drängte. Lass dich nicht hetzen, Sasnach. Wer weiß, wann wir das nächste Mal Gelegenheit haben werden. Er küsste mich ausgiebig und sein Mund schmeckte nach Rock vor und Port. Selbst hier konnte ich die Vibrationen des Lagers spüren. Sie durchliefen uns wie eine fest gespannte Violinenseite. Ich glaube nicht, dass ich genug Zeit habe, dich zum Schreien zu bringen, Sasnach, flüsterte er mir ins Ohr. Aber vielleicht ja genug, dich zum Stöhnen zu bringen. Wirklich, es dauert doch noch etwas bis zum Morgengrauen, oder? Ob es am Bier lag und an den vorehrlichen Erklärungen, an der späten Stunde und der Verlockung der Heimlichtuerei oder einfach an Jamie und unserem zunehmenden Bedürfnis, die Welt auszuschließen und nur noch einander wahrzunehmen. Er hatte Zeit und zwar reichlich. Oh Gott, sagte er schließlich und ließ sich langsam auf mich niedersinken, bis sein Herz langsam und schwer gegen meine Rippen schlug. Oh Gott! Ich spürte meinen Puls in den Händen und Knochen und in meiner Mitte, brachte jedoch keine eloquentere Erwiderung als Heile jedoch erholte ich mich genügend, um sein Haar zu streicheln. Bald gehen wir nach Hause, flüsterte ich ihm zu, dann haben wir alle Zeit der Welt. Das brachte mir einen bejahenden schottischen Laut ein und wir lagen noch ein wenig da, weil wir uns nicht voneinander trennen und uns ankleiden wollten, obwohl die Kisten hart waren und das Risiko entdeckt zu werden mit jeder Minute zunahm. Schließlich bewegte er sich, jedoch nicht, um aufzustehen. Oh Gott, sagte er leise in einem völlig anderen Ton. 300 Mann und hielt mich noch fester. 56 Stinkender Papist Die Sonne war zwar noch nicht aufgegangen, doch dort, wo die Pferde untergebracht waren, herrschte ein Gewimmel wie auf einem Ameisenhaufen. Stahlknechte, Kuriere, Kutscher und Schmiede waren bereits fleißig bei der Arbeit und das in einem völlig unpassenden sanften rosa Licht, das vom Geräusch hunderter rhythmisch kauender Kiefer erfüllt war. William hob den Huf des braunen Wallachs auf und streckte die Hand nach dem Hufkratzer aus, den sein neuer, schmächtiger Pferdeknecht nervös an Ich zeige dir, wie es geht, es ist wirklich keine Kunst. Ja, Sir. Sebedee Jeffers schob sich drei Zentimeter näher heran und sein Blick huschte unablässig zwischen dem Huf und dem gewaltigen Berg aus Pferdemuskeln hin und her. Jeffers mochte keine Pferde, vor allem mochte er Visigoth nicht. William glaubte, dass es wahrscheinlich ein Glück war, dass Sepp nicht wusste, was ein Visigoth, ein Westgote war. Also gut, siehst du das? Er klopfte mit dem Hufkratzer gegen den Schatten, der sich an der Innenseite des Hufs abmalte, die Kante eines Steinchens, das sich im Lauf der Nacht unter dem Hufeisen festgeklemmt hatte. Es ist nur ganz klein, aber es fühlt sich so an, wie sich ein Kiesel in einem Schuh anfühlen würde, und er wird anfangen zu lahmen, wenn wir uns nicht darum kümmern. Er steckt nicht sehr fest, willst du es versuchen? Nein, Sir, sagte Sepp aufrichtig. Sebedee stammte von der Küste von Maryland und kannte sich mit Austern, Booten und Fischen aus, nicht mit Pferden. Er tut dir nichts, sagte William mit einem Hauch von Ungeduld. Er würde heute ein Dutzend Mal an der Kolonne entlang reiten, um Depeschen angewiesen, dass seine Pferde beide bereit gehalten wurden. Sein eigentlicher Pferdeknecht, Colenso Baraguaneth, lag mit Fieber im Bett und er hatte keine Zeit gehabt, sich einen anderen Bediensteten zu suchen. Doch, das tut er, Sir, fügte Sepp hinzu. Seht ihr? Er streckte sein dünnes Ärmchen aus und zeigte William etwas, das eindeutig eine entzündete Bisswunde war. William verkniff es sich zu fragen, was zum Teufel der Junge mit dem Pferd angestellt hatte. Wissigoth war eigentlich ein gutmütiges Pferd, aber er konnte auch ungehalten werden und selbst nervöses Gezappel war für jedermann eine Geduldprobe erst recht für ein müdes, hungriges Pferd. Also gut, sagte er seufzend und löste den Stein mit einer gezielten Bewegung. Besser so, sagte er zu dem Pferd, fuhr mit Vissigoth dann die Flanke. Er suchte in seiner Tasche und zog ein Bündel schlaffer Karotten hervor, die er gestern Abend von einer Farmers Frau gekauft hatte. Sie war mit Körben voller Gemüse durch das Lager gekommen, die ihr an einem Joch von den breiten Schultern hingen. Hier, gib ihm das, freunde dich mit ihm an, schlug er vor und reichte Sepp eine Karotte. Kopf und schnappte ihm die Karotte aus den Fingern. Seine großen gelben Zähne knirschten hörbar. Der Junge stieß einen kleinen Schrei aus, stolperte mehrere Schritte zurück, stieß gegen einen Eimer und fiel Hals über Kopf darüber. William sah sich hin und hergerissen zwischen Verärgerung und einem unpassenden Drang zu lachen, unterdrückte beides und setzte sich in Bewegung, um seinen Knecht letztlich aus einem Dunghaufen zu ziehen. Weißt du was? sagte er, während er den Jungen mit fester Hand entstaubte. Sieh zu, dass mein ganzes Gepäck auf dem Wagen landet, sieh nach, ob Kolenzo etwas braucht und sorge dafür, dass ich heute Abend etwas zu essen bekomme. Ich werde Lord Balcarus Knecht bitten, sich um die Pferde zu kümmern. Sepp sackte rief ihm William im Gewirr der Pferde und Maultiere zu. Der Junge zog seine Schultern bis zu den Ohren hoch und ging schneller, so als hätte er ihn nicht mehr gehört. William sattelte Visigoth selber. Das tat er grundsätzlich, denn nie hätte er es jemand anderem überlassen, das Zaumzeug zu überprüfen, von dem sein Leben abhängen konnte. Dann ließ er ihn bei Madras, seinem anderen Pferd stehen und machte sich auf die Suche nach Sutherlands Pferden. Trotz des Gewimmels fand er sie ohne Probleme. Sutherland hatte zehn Pferde, alles edle Kreaturen von bestem Stockmaß und mindestens ein Dutzend Knechte, die sie versorgten. William war gerade dabei, seine Verhandlungen mit einem von ihnen zu beenden, als er ein vertrautes Gesicht in der Menge erblickte. Mist, sagte er und kam mit einem breiten Lächeln auf ihn zu. Hauptmann Lord Else Meer, euer Diener, Sir. Der eure, Sir, sagte William so freundlich er konnte. Was wollte der Schurke denn jetzt schon wieder? fragte er sich. Nicht, dass Richardson erwiesenermaßen ein Schurke war, doch er hegte einen ziemlichen Gräuel gegen den Mann, nicht nur um seiner selbst Willen, sondern auch um Mutter Claires Willen. Der Gedanke an Mutter Claire versetzte ihm einen unerwarteten Stich, den er jedoch verdrängte. Nichts von all dem war ihre Schuld. Ich bin überrascht, euch hier zu sehen, eure Lordschaft, sagte Richardson und ließ den Blick über das brodelnde Lager schweifen. Die Sonne war jetzt aufgegangen und goldene Streifen erleuchteten die Staubwolke, die vom groben Pelz der Maultiere aufstieg. Ich dachte, ihr wart mit Burgoyen in Saratoga. Das war ich auch, erwiderte William kühl. Dann wurde euch doch der Kampfeinsatz untersagt. So ist es. William deutete mit einer höflichen Geste an, dass er eigentlich schon fort sein müsste, doch Richardson blieb einfach stehen und lächelte mit diesem vollkommen gewöhnlichen Gesicht, das abgesehen von einem großen braunen Muttermal an seinem Kinn so unauffällig war, dass ihn wahrscheinlich nicht einmal seine eigene Mutter in einer Menschenansammlung ausmachen konnte. Man hat mich unter Ehrenwort gehen lassen. William hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen, obwohl er sich nicht sicher war, wogegen. Ich kann gar nicht kämpfen. Er breitete die Arme aus. Wie ihr seht, trage ich keine Waffen. Ah, tatsächlich. Richardson kam ein wenig näher und senkte die Stimme. Da dem so ist, frage ich mich, ob... Nein, sagte William entschlossen. Ich gehöre zu General Clintons Adjutanten und ich kann meinen Posten nicht verlassen. Entschuldigt mich, Sir, ich werde erwartet. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging hämmernden Herzens davon, bis ihm auffiel, dass er sein Pferd gar nicht mitgenommen hatte. Richardson stand immer noch da und unterhielt sich mit Seil in großen Schlingen um die Schulter wickelte. Die Menge der Pferde und Maultiere schrumpfte jetzt rasch, doch noch standen einige in Visigoth Nähe, sodass William zwischen ihnen untertauchen und so tun konnte, als sei er mit seinen Satteltaschen beschäftigt, den Kopf gesenkt und das Gesicht abgewandt, bis sich Richardson entfernte. Die Unterhaltung hatte ein bestürzendes Bild seiner früheren Stiefmutter aber so voller Glück und Leben, wie er sie noch nie gesehen hatte. Er ging nicht davon aus, dass sie noch seine Stiefmutter war, eigentlich war sie es nie gewesen, obwohl ihm dieser Gedanke Kummer bereitete. Er hatte sie gern gehabt. Er riss sich zusammen und kramte in seiner Satteltasche nach seiner Feldflasche. Jetzt, da dieser schottische Mistkerl aus dem nassen Grab zurückgekehrt war und alles und alle in Verwirrung gestürzt hatte, warum hatte er nicht ertrinken und nie wieder kommen können, nie wieder. Du bist ein stinkender Papist und dein Taufname ist James. Er erstarrte, als hätte ihn einen Schuss in den Rücken getroffen. Jetzt erinnerte er sich. Der Stall in Hellwater, der warme Geruch nach Pferden und Mesh und das pieksende Stroh, das sich durch seine Strümpfe bohrte, kalter Steinfußboden. Er hatte geweint. Warum? Alles, woran er sich erinnerte, war überwältigende Trostlosigkeit, völlige Hilflosigkeit. Das Ende der Welt. Mac verließ ihn. Er holte tief und langsam Luft und presste die Lippen aufeinander. Mac. Er konnte kein Gesicht mit dem Wort verbinden, konnte sich nicht erinnern, wie Mac ausgesehen hatte. Er war hochgewachsen gewesen, das war alles. Größer als Großvater oder irgendeiner der Hausdiener oder der anderen Stallknechte. Geborgenheit. Ein Glücksgefühl wie eine weiche, abgenutzte Wolldecke. Mist, flüsterte er und schloss die Augen. Und war dieses Glücksgefühl auch eine Lüge gewesen? Er war noch zu klein gewesen, um den Unterschied zwischen dem respektvollen Umgang eines Stallknechtes mit dem jungen Herrn und echter Güte zu kennen. Aber du bist ein stinkender Papist, flüsterte er und sein Atem stockte beinahe schluchzend. Und dein Taufname ist James. Es war der einzige Name, den ich dir geben durfte. Ihm wurde bewusst, dass er die Fingerknöchel an seine Brust gedrückt hielt, an seine Halsberge, doch es war nicht die Halsberge, von der er sich Beruhigung ersuchte. Es waren die kleinen Knötchen des schlichten Holzrosenkranzes, den er jahrelang um den Hals getragen hatte, unter seinem Hemd versteckt, wo ihn niemand sehen konnte. Der Rosenkranz, den ihm Meck gegeben hatte, zusammen mit seinem Namen. Mit einer Plötzlichkeit, die ihn erschreckte, verschwamm es ihm vor den Augen. Du bist fortgegangen. Du hast mich allein eingelassen. Mist, sagte er und hieb mit der Faust so fest gegen die Satteltasche, dass das Pferd schnaubte und scheute. Ein sengender Schmerz fuhr ihm wie ein Blitzschlag durch den Arm und löschte alles andere aus. 57 Geh nicht gelassen in die gute Nacht Als Ian kurz vor Tagesanbruch erwachte, hockte sein Onkel neben ihm. Ich gehe jetzt mit den Hauptmännern meiner Kompanien frühstücken, sagte Jamie ohne Umschweife. Du meldest dich bei Hauptmann Mercer als Kundschafter und kümmerst du dich um Pferde, Ian? Ich brauche ein zusätzliches Pferd, das schussfest ist, und du ebenso. Er ließ Ian einen Geldbeutel auf die Brust fallen, lächelte und verschwand im Morgennebel. Ian rollte sich langsam Hebung am Fluss. Er fragte sich erst gar nicht, wie Onkel Jamie ihn gefunden hatte und wunderte sich genauso wenig über die Regenerationsfähigkeit seines Onkels. Er ließ sich Zeit bei seinen Vorbereitungen, kleidete sich sorgfältig an und suchte sich etwas zu essen, während er über die Dinge nachdachte, die zu tun waren. In der Nacht hatte er geträumt und der Traum halte immer noch und etwas war mit ihm dort, versteckt im Laub. Er war sich nicht sicher, was es war, nicht einmal, ob er es wirklich gesehen hatte, doch das Gefühl der Gefahr lauerte weiter beunruhigend zwischen seinen Schulterblättern. In seinem Traum hatte er einen Raben rufen gehört, und das war mit Sicherheit eine Warnung, doch dann war der Rabe an ihm vorüber geflogen und es war gar kein Rabe, sondern ein weißer Vogel. Sein Flügel hatte im Vorüberfliegen Ions Wange berührt und er konnte den Hauch der Federn jetzt noch spüren. Weiße Tiere waren Boten, so hieß es sowohl bei den Mohack als auch im Gueltacht. Er war Indianer und Heiländer. Träume durften nicht missachtet werden. Manchmal schwebte die Bedeutung eines Traums an die Oberfläche der Gedanken wie ein ertrunkenes Blatt, das vom Grund aufstieg. Er ließ den Traum ziehen, hoffte, dass dieser zurückkehren würde, um sich zu erklären und machte sich an seine Aufgaben. Er suchte Hauptmann Mörser auf, fand und handelte um zwei brauchbare Pferde, groß genug, um einen kräftigen Mann durch eine Schlacht zu tragen, die einen ganzen Tag dauerte. Doch der weiße Vogel begleitete ihn den ganzen Tag, schwebte just über seiner rechten Schulter und hin und wieder erspähte er ihn aus dem Augenwinkel. Am späten Nachmittag fand er Rachel am Brunnen im Innenhof des Goose and Grapes, wo sie mit einer Reihe anderer Frauen um Wasser anstand. Zwei Eimer standen zu ihren Füßen. Ich könnte dir die Eimer zum Fluss tragen, bot er ihr an. Sie war von der Hitze errötet, doch sie sah wunderschön aus. Ihre entblößten Arme waren braun, die Muskeln so klar geschwungen und so fein, dass es ihm das Herz hob, sie zu sehen. Ich danke dir, Ian, trotzdem, nein. Sie lächelte zu ihm auf und streckte die Hand aus, um eine der beiden Adlerfedern zu drehen, die er sich ins Abfälle in den Fluss und die halbe Armee pinkelt ins Wasser und sie hat recht. Ich müsste eine Meile Fluss aufwärts laufen, um eine saubere Stelle zum Wasser holen zu finden. Hast du deinen Dienst schon angetreten? Ihr Ton war neugierig, jedoch frei von Sorge oder Missbilligung und er wusste das zu schätzen. Ich werde niemanden töten, wenn ich mal kommt es anders, sagte sie und wandte den Blick ab, damit er den plötzlichen Schatten in ihren Augen nicht sah. Ich weiß. Von plötzlicher Ungeduld erfasst, hätte er sie am liebsten gefragt, was ihr wohl lieber wäre, wenn er jemanden umbrachte oder wenn sie um seines Seelenheils willen umgebracht wurde. Doch er erstickte den Impuls und den Anflug von Wut. Sie liebte eigene Verlobte. Ihr Blick war auf sein Gesicht gerichtet, neugierig und nachdenklich und er spürte, wie ihm die Röte sacht in die Wangen stieg, während er sich fragte, wie viel von seinen Gedanken ihm wohl anzusehen war. Deine Lebensreise folgt ihrem eigenen Pfad Ian, sagte sie, und ich kann deine Reise nicht teilen, aber ich kann an deiner Seite gehen und das werde ich. Die Frau, die hinter ihnen in der Schlange stand, stieß einen tiefen, beglückten Seufzer aus. Das habt ihr aber schön gesagt, Schätzchen, und ihr habt recht, sagte sie in beifälligem Ton zu Rachel. Dann heftete sie den Blick auf Ian und betrachtete ihn skeptisch von oben bis unten. Er trug Leggings, Ländenschurz und ein Calico-Hemd und bis auf die Federn in seinem Haar und die Tätowierungen sah er eigentlich nicht zu absonderlich aus, fand er. Du hast sie zwar wahrscheinlich nicht verdient, sagte die Frau und schüttelte zweifelt den Kopf, aber sei ein guter Junge und gib dir Mühe. Er trug das Wasser für Rachel und sie bahnten sich ihren Weg durch das weitläufige dicht besetzte Lager zu der Stelle, an der Denzel seine Praxis aufgeschlagen hatte. Das Dottie stand auf dem Wagen und Denzel reichte ihr Päckchen und Kisten hinauf. Rachel stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen, dann verschwand sie im Zelt, um beim Zusammenpacken zu helfen. Kommst du später mit, Ian? Danny blickte von dem Bündel auf, das er gerade verschnürte. Jederzeit, Avrahe, sagte Ian lächelnd. Wohin willst du denn? Oh, nirgendwohin. Danny setzte seine Brille ab und polierte sie geistesabwesend mit dem Hemd Schoß. Es ist zwar noch nicht Sonntag, aber es ist gut möglich, dass wir uns dann längst im Kampf befinden. Deswegen dachten wir, wir halten heute Abend vor dem Essen eine Zusammenkunft ab. Wir würden uns freuen, wenn du dich zu uns setzen möchtest, aber wenn nicht. Nein, ich komme, sagte Ian das organisierte Chaos des Lagers rings um. Immer noch stießen neue Milizkompanien aus Pennsylvania und New Jersey zu den Kontinentalsoldaten und es waren zwar Offiziere eingeteilt, um sie zu empfangen, sie zu verteilen und ihnen bei der Suche nach Lagerplätzen zu helfen, doch sie waren schnell überfordert gewesen. Die Männer schlugen ihr Lager auf, wo immer sie ein freies Fleckchen fanden und es herrschte ein Kommen und Gehen auf der Suche nach Wasser und Verpflegung. Stimmen erhoben sich im Streit und geschäftiges Schaufeln und leises Fluchen deutete darauf hin, dass irgendwo in der Nähe wieder eine neue Latrine gegraben wurde. Eine unablässige kleine Prozession von Menschen, die nicht mehr warten konnten, steuerte einen nahen Hain an und Ian nahm sich vor, genau darauf zu achten, wohin er trat, falls er in diese Richtung musste. Ihr habt doch wohl nicht vor, es hier zu tun. Den ganzen Tag kamen Leute, die der Zuwendung des Arztes bedurften und das würde kaum aufhören, nur weil eine Zusammenkunft abgehalten wurde. Freund Jamie sagt, er wird uns seinen Unterschlupf zur Verfügung stellen, versicherte ihm Danny. Wir gehen sobald... Wen hast du denn da, Dorosia? Dottie stand im hinteren Teil von Denzels Wagen und verstaute die Ausrüstung, die er ihr in war und sie im Knien mit ernster Miene ansprach. Eine Frau in den Wehen, Danny, rief sie. Drei Lagerfeuer weiter. Dringend? Sofort begann Danny das Bündel zu entschnüren, das er gerade fertig gepackt hatte. Das Kind sagt ja. Dottie richtete sich auf und steckte sich die entwischten blonden Haare wieder unter das Häubchen. Es ist das vierte Kind für ihre Mutter. Keine Probleme bei den ersten drei, aber angesichts der Umstände? Sie zwängte sich an dem Gepäck vorbei zu der gesenkten Ladeklappe und Ian gab ihr die Hand, damit sie herunterspringen konnte. Eigentlich wollte sie ja Mrs. Fraser, sagte Dottie Sotto Watsche zu Danny, aber sie wäre auch mit dir zufrieden? Ihre Grübchen erschienen. Fühlst du dich geschmeichelt? Ich sehe, dass sich mein Ruf verbreitet wie Pomade auf einem Seidenkissen, erwiderte er gelassen. Du und Rachel, ihr kommt besser mit. Kannst du auf den Wagen aufpassen, Ian? Die drei verschwanden im Labyrinth der Wagen, Pferde und verirrten Schweine. Ein geschäftstüchtiger Farmer hatte ein Dutzend magere Schweine ins Lager getrieben, um sie dem Proviantmeister zu verkaufen, doch die Schweine hatten sich vor der unbeabsichtigten Explosion einer Muskete erschrocken und es war ihnen die Flucht im Allgemeinen durcheinander gelungen. Rollo hatte eins eingeholt und ihm das Genick gebrochen. Ian hatte den Kadaver ausbluten lassen und ausgenommen, Rollo das Herz und die Lungen gegeben, es mit feuchtem Zeltleinen zugedeckt und es unter Densels Wagen versteckt. Sollte er dem bestürzten Schweinehirten begegnen, würde er ihm das Tier bezahlen, doch er hatte nicht vor, es aus den Augen zu lassen. Er warf einen verstohlenen Blick unter die Fußleiste, doch die Auswölbung unter den Zeltleinen war noch da. Rollo bewegte sich sacht und stieß einen merkwürdigen, beinahe jaulenden Laut aus. Ians Aufmerksamkeit richtete sich sofort auf den Hund. Wie geht's dir, ins Laub und tastete sich an Rollos großem zotteligem Körper entlang, nur für alle Fälle. Palpieren nannte Tante Claire das, ein Wort, bei dem Ian jedes Mal lächeln musste. Er fand eine etwas empfindliche Stelle, dort, wo der Hund im letzten Herbst angeschossen worden war, im Schultermuskel, knapp oberhalb des Vorderbeins, aber diese Stelle war immer da. Doch als er auf eine Stelle an der Wirbelsäule drückte, ein paar Zentimeter vor der Route, spreizte Rollo die Beine und stöhnte auf. Vielleicht hatte sich Rollo etwas verstaucht, als er das Schwein erlegte. Auch nicht mehr der Jüngste, wie, Akku? fragte er und kratzte Rollos ergrautes Kinn. Das sind wir doch alle nicht, er wirk mu verha, sagte sein Onkel Jamie, der jetzt aus der Dämmerung trat und sich auf den Holzstumpf setzte, den Dottie benutzt hatte, um in den Wagen zu klettern. Er trug seine volle Uniform und er sah aus, als wäre ihm heiß. Ian reichte ihm seine Feldflasche und Jamie nahm sie mit einem dankbaren Kopfnicken entgegen und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Ei, morgen, sagte er als Antwort auf Ians hochgezogene Augenbraue. Beim ersten Licht, wenn nicht noch er. Der kleine Girdert hat tausend Mann unter seinem Kommando und die Erlaubnis sich auf die Nachhut zu stürzen. Du, ich meine wir, verbesserte sich Ian, wir auch? Jamie nickte und trank einen großen Schluck. Ian fand, dass er ein wenig nervös wirkte, doch er hatte schließlich 300 Mann unter seinem Kommando und wenn sie alle mit Lafayette gingen, ich glaube, das ein Gegengewicht zum jugendlichen Eifer des Senor de Lafayette bildet, sagte Jamie und ließ die Feldflasche mit einem Seufzer sinken. Und vielleicht ist es ja besser, als mit Lee zurück zu bleiben. Er verzog das Gesicht. Kochendes Wasser findet es unter seiner Würde nur tausend Mann zu befehligen und hat das Kommando abgelehnt. Ian stieß einen Laut der Belustigung aus und des vollen Vertrauens in die Klugheit seines Onkels. Es konnte doch lustig werden, die britische Nachhut zu peinigen. Er spürte ein Kribbeln der Vorfreude bei dem Gedanken daran, seine Kriegsbemalung anzulegen. Wo ist denn Denzel hin? fragte Jamie mit einem Blick auf den Wagen. Hilf dort drüben bei einer Geburt, sagte Ian und wies mit dem Kinn in die Richtung, die Denzel und Dottie eingeschlagen hatten. Er sagt, du bist heute Abend Gastgeber einer Quäker Zusammenkunft. Jamie zog die Augenbraue hoch, in der die Schweißtröpfchen glitzerten. Nun ja, ich hatte nicht vor, daran teilzunehmen, aber ich habe ihnen gesagt, dass sie gern mein Zelt benutzen können. Wieso? Gehst du auch dorthin? Das hatte ich vor, sagte Ian. Man hat mich schließlich eingeladen. Ach ja? Jamie betrachtete ihn interessiert. Meinst du, sie haben vor, dich zu bekehren? Ich glaube, so etwas tun die Quäker nicht, sagte Ian ein wenig reumütig. Ich würde ihnen auch viel Glück dabei wünschen. Die Macht des Gebets muss doch irgendwo ihre Grenzen haben. Darauf prustete sein Onkel zwar belustigt los, schüttelte aber den Kopf. Denk das nur nicht, Junge, riet er Ian. Wenn sich die kleine Rachel das in den Kopf setzt, dann hat sie dein Schwert zur Pflugschar umgeschmiedet, ehe du Fischers Fritz frische Fische sagen kannst. Nun ja, zweimal, fügte er hinzu, oder vielleicht dreimal. Ian stieß einen kleinen Protest laut aus. Ei, und wenn ich es versuchen würde, wer wäre dann zur Stelle, um sie alle zu beschützen? Rachel und ihren Bruder und Dottie meine ich. Das weißt du doch, oder? Dass sie nur das sein können, was sie sind, weil wir, du und ich, weil wir so sind, was wir sind. Jamie lehnte sich etwas zurück und spitzte die Lippen, dann lächelte er ihn an, flüchtig und ironisch. Das weiß ich sehr wohl. Und Denzel Hunter auch. Es ist der Grund, warum er hier ist, obwohl es ihnen sein Zuhause und seine Zusammenkunft gekostet hat. Aber vergiss nicht, dass sie es wert sind, beschützt zu werden. Nicht nur, weil du Rachel liebst, meine ich. Er war nicht in der Stimmung für philosophische Diskussionen und er bezweifelte, dass sein Onkel es war. Inzwischen herrschte das Licht jener langen Stunde vor der Dunkelheit, in der die Lebewesen des Waldes innehalten und Atem holen und sich alles für die Nacht verlangsamt. Es war eine gute Zeit zum Jagen, weil die Bäume als erstes langsamer wurden, sodass man die Tiere sah, die sich noch in ihnen bewegten. Onkel Jamie wusste das. Er saß entspannt da und das Einzige, was sich bewegte, waren seine Augen. Ian sah, wie sein Blick nach oben huschte und wandte ebenfalls den Kopf. Und da! Ein Eichhörnchen klammerte sich an den Stamm einer Platane, drei Meter von ihnen entfernt. Er hätte es nicht gesehen, wenn ihm nicht das letzte Zucken des Schwanzes ins Auge gefallen wäre, als es dort zur Ruhe kam. Er sah Jamie in die Augen und sie lächelten beide und saßen eine Weile schweigend da, während sie dem Lärmen des Lagers lauschten. Und selbst das ließ allmählich nach. Denzel und Dottie waren noch nicht zurück, vielleicht war die Geburt ja doch komplizierter, als Danny gedacht hatte. Rachel würde bald zu Jamies Zelt gehen, um an der Zusammenkunft teilzunehmen. Jamie seufzte und machte Anstalten, sich zu erheben. Äh, Onkel Jamie, sagte Ian in einem beiläufigen Tonfall, gewöhnisch. Du hast die Kleine doch nicht geschwängert, oder? Nein, antwortete Ian gekränkt und fragte sich vage, woher sein Onkel gewusst hatte, dass er gerade an Rachel dachte. Und wie kommst du auf so etwas, du gemeiner alter Lump? Weil ich genau weiß, was Äh, Onkel Jamie normalerweise bedeutet, teilte ihm Jamie leicht erheitert mit. Es bedeutet, dass du wegen eines Mädchens verwirrt bist und Rat möchtest. Und mir ist nicht klar, was du an Rachel verwirrend finden könntest. Mir ist noch nie eine geradlinigere Frau begegnet, abgesehen von deiner Tante Claire natürlich, fügte er mit einem kurzen Grinsen hinzu. Machte Ian, der zwar über den Scharfsinn seines Onkels nicht begeistert war, aber einräumen musste, dass es stimmte. Nun denn, es ist nur, trotz der absolut gut gemeinten Absicht, um nicht sogar zu sagen Unschuld seiner Frage, spürte er, wie sein Gesicht heiß wurde. Jamie zog die Augenbrauen hoch. Nun ja, wenn du es wirklich wissen musst, ich habe noch nie mit einer Jungfrau geschlafen. Sobald es heraus war, entspannte er sich ein wenig, obwohl sein Onkel die Augenbrauen fast bis zum Haaransatz hoch zog. Und ich bin mir sicher, dass Rachel eine ist, fügte er defensiv hinzu. Ja, da bin ich mir auch sicher, pflichtete sein Onkel ihm bei. Die meisten Männer würden das nicht als Problem betrachten. Ian musterte ihn viel sagend. Du weißt genau, was ich meine. Ich möchte, dass es ihr gefällt. Sehr lobenswert. Hat sich denn schon einmal eine Frau bei dir beschwert? Du bist ja wirklich lustig, Onkel Jamie, sagte Ian empört. Du weißt genau, was ich meine. Ei, du meinst, wenn du eine Frau dafür bezahlst, dass sie mit dir ins Bett geht, ist es unwahrscheinlich, dass du etwas Unvorteilhaftes über deine Leistungen zu hören bekommst. Jamie lehnte sich ein wenig zurück und betrachtete ihn. Hast du Rachel von deiner Angewohnheit erzählt, Huren aufzusuchen? Ian spürte, wie ihm das Blut in die Ohren schoss und er sah sich gezwungen, einen Moment gleichmäßig zu atmen, bevor er antwortete, ich habe ihr alles erzählt, knurrte er mit zusammengebissenen Zähnen, und ich würde es ganz und gar nicht als Angewohnheit bezeichnen. Er war nicht so dumm, dazu zu setzen, ich tue das nicht öfter als andere Männer, denn er wusste, was für eine Antwort er darauf hören würde. Glücklicherweise schien Jamie seinen Humor jetzt im Griff zu haben und über die Frage nachzudenken, ähm, deine Mohawk-Frau, sagte er vorsichtig, sie, äh, nein, sagte Ian, die Indianer betrachten das Ganze ein bisschen anders. Weil er die Gelegenheit sah, es Jamie ein wenig heimzuzahlen, fügte er hinzu, weißt du nicht mehr, wie wir bei den Snowbird Cherokee waren und Bert dir ein paar junge Mädchen geschickt hat, um dir das Bett zu wärmen? Jamie warf ihm einen derart altmodischen Blick zu, dass er laut lachen musste. Sag mir, Ian, fragte Jamie dann nach einer Pause, hättest du dieses Gespräch auch mit deinem Paar geführt? Um Himmels Willen nein! Ich fühle mich geschmeichelt, erwiderte Jamie trocken. Nun ja, Ian hatte automatisch zu antworten begonnen und suchte jetzt krampfhaft nach einer Erklärung. Es, ich meine, es ist nicht so, dass ich mit Paar nicht über vieles geredet hätte, aber wenn er mir etwas darüber erzählt hätte, hätte es doch mit ihm und Mama zu tun gehabt, oder? Und das, nun ja, das hätte ich nicht gekonnt. Hm. Ian musterte seinen Onkel mit zusammengekniffenen Augen. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass meine Mutter, ähm, die meine Schwester ist, Ei? Nein, so etwas würde ich dir nie erzählen. Ich verstehe, was du meinst. Ich dachte nur gerade, er verstummte und Ian beobachtete ihn scharf. Das Licht verblasste zwar, doch noch war es hell genug. Jamie zuckte mit den Achseln. Ei, nun ja, es ist nur, ähm, deine Tante Claire war Witwe, als ich sie geheiratet habe. Ei? Oh, Ei. Also war ich in unserer Hochzeitsnacht die Jungfrau. Ian dachte zwar eigentlich nicht, dass er sich bewegt hatte, doch Rollo riss den Kopf hoch und sah ihn verblüfft an. Ian räusperte sich. Oh, Ei. Ei, bestätigte sein Onkel säuerlich wie eine Zitrone. Und ich habe vorher auch alle möglichen Ratschläge bekommen von Dougal und seinen Männern. Dougal McKenzie war vor Ians Geburt gestorben, doch er hatte einiges über den Mann gehört, Gutes und Schlechtes. Sein Mund zuckte. Möchtest du mir etwas davon weitergeben? Himmel nein! Jamie stand auf und strich sich die Rinden Stückchen von den Rock Schößen. Ich denke, dass du sanft sein solltest. Du weißt schon, oder? Ei, darauf bin ich schon selbst gekommen, versicherte ihm Ian. Sonst nichts? Ei, nun ja. Jamie stand still und überlegte. Das einzig Nützliche ist etwas, was meine Frau mir in der Nacht gesagt hat. Mach es langsam und aufmerksam. Ich glaube, damit kannst du nichts falsch machen. Er bewegte die Schultern, bis sein Rock wieder bequem saß. Euche war Ian. Wir sehen uns bei Tagesanbruch, wenn nicht schon er. Euche war Onkel Jamie. Als Jamie den Rand der Lichtung erreichte, rief Ian ihm nach. Onkel Jamie! Jamie wandte den Kopf und sah sich um. Ei? Und ist sie sanft mit dir umgegangen? Gott nein! sagte Jamie und grinste breit. 58 Kastrametation Die Sonne stand tief am Himmel, als William Clintons Lager erreichte und tiefer noch, als er Rizigoth an Sutherlands Stallknecht übergeben hatte. Sepp war nirgendwo in Sicht. Vielleicht war er ja bei Colenso. Er lieferte die Kartusche mit seinen Depeschen bei Hauptmann von Münchhausen ab, suchte den Sekretär der Kompanie auf und machte das Zelt ausfindig, das er mit zwei anderen jungen Männern des 28 teilte. Randolph Mörbling saß draußen vor dem Zelt und las im letzten Sonnenlicht, doch von Thomas Evans war nichts zu sehen, genauso wenig wie von Colenso Baraguaneth oder von Sebedee oder von Williams Gepäck. Einen Moment lang atmete er nur, dann schüttelte er sich wie ein nasser Hund. Er war es so müde, wütend zu sein, dass er einfach nicht mehr aus der Reserve zu locken war. Er zuckte mit den Achseln, borgte sich ein Handtuch von Mörbling, wusch sich das Gesicht und zog los, um sich etwas zu essen zu suchen. Er war entschlossen, an nichts mehr zu denken, bis er etwas gegessen hatte, und das gelang ihm auch weitgehend, während sich wenigstens einige seiner hohlen Magenstellen mit Huhn, Brot, Käse und Bier füllten. Doch als er zum Ende kam, stieß plötzlich ein scharfes Bild in seine angenehme Verdauungsmeditation. Ein Tidre hatten, den er gerade trank. Jane, verdammt! Vor lauter Ärger hatte er die Hure und ihre Schwester ganz vergessen. Er hatte ihnen gesagt, sie sollten sich bei Sonnenuntergang mit ihm am Lazarettzelt treffen. Nun, noch war die Sonne ja nicht untergegangen. Er war schon auf den Beinen, als ihm ein Gedanke kam, und er ging zurück zum Koch und schwatzte ihm etwas Brot und Käse ab, nur für alle Fälle. Kastramitation war die Wissenschaft vom korrekten Anlegen eines Militärlagers. Entwässerung, Latrinengräben, wo man das Pulver deponierte, damit es bei Regen nicht überflutet wurde, er hatte einmal eine kurze Unterweisung darin genossen. Wahrscheinlich würde er es ja selbst nie tun müssen, aber es half dabei, die Dinge zu finden, wenn man wusste, wo sie theoretisch sein sollten. Das Hospital eines Lagers befand sich demzufolge immer so weit wie möglich vom Kommando Hauptquartier entfernt, nah am Wasser, aber auf einer Erhebung, falls vorhanden. Hier war eine vorhanden, und er fand das große grüne Leinenzelt ohne Schwierigkeiten. Hätte es mit geschlossenen Augen finden können. Armeeärzte trugen den Geruch ihres Tagewerkes mit sich herum, und der Hauch von getrocknetem Blut und der scharfe Unterton von Krankheit und Tod waren aus 100 Metern Entfernung wahrnehmbar. Nach einer Schlacht war es schlimmer, viel schlimmer. Doch es gab immer Krankheiten und Unfälle, und der Gestank hing selbst in friedlichen Tagen über dem Zelthospital, jetzt noch verstärkt durch die schwüle Hitze, die sich wie eine feuchte Decke über das Lager gelegt hatte. Einige Männer und Frauen drängten sich um das Zelt und harten der Behandlung. Er gab es keinen Grund, sagte er sich. Sie und ihre Schwester würden ihm nichts als Ärger machen. Sie mussten des Wartens müde geworden sein und »Du kommst sehr spät, mein Lord«, sagte eine anklagende Stimme dicht neben ihm, und als er herumfuhr, sah er, dass sie ihn von oben herab ansah, so gut es jemand konnte, der ihm gerade bis zur Brust reichte, also nicht besonders gut. Absurderweise ertappte er sich dabei, dass er auf sie hinunter lächelte. »Ich habe doch Sonnenuntergang gesagt«, erwiderte er nachsichtig und wies kopfnickend nach Westen, wo noch ein schmaler, gleißender Streifen durch die Bäume schien. Noch ist sie nicht weg, oder? »Die Sonne braucht hier verdammt lange zum Untergehen«, sie richtete ihre Augen missbilligend zusammengekniffen auf das fragliche Gestirn. »In der Stadt geht sowas viel schneller«. Bevor er etwas auf diese lächerliche Feststellung entgegnen konnte, heftete sie den Blick wieder auf ihn und runzelte die Stirn. »Warum trägst du deine Halsberger nicht?« wollte sie wissen und stemmte die Hände in die Hüften. »Es hat mich große Mühe gekostet, sie dir zurückzuholen. Aber ich dachte, es gibt vielleicht Fragen, wenn ich plötzlich mitten im Lager damit auftauche und ich dachte, du und »Sie verzog die Nase, jedoch nicht ohne Belustigung. Wie fürsorglich! Mit deinen Bediensteten gehst du aber nicht ganz so fürsorglich um, oder? Was meinst du damit? Komm mit!« Sie verschränkte den rechten Arm mit seinem linken und zog ihn Richtung Wald davon, ehe er protestieren konnte. Sie führte ihn zu einem kleinen improvisierten Unterschlupf im Gebüsch, der aus einem leeren Armee-Bettsack und zwei Unterröcken zu bestehen schien. Als er sich auf ihre Einladung hin niederbeugte, entdeckte er ihre Schwester Fanny in der Hocke neben einem Bettsack, der mit frischem Gras ausgestopft war und auf dem Kolenzo und Sepp mit verwirrten Gesichtern kauerten. Bei seinem Anblick duckten sie sich noch mehr zusammen. Was zum Teufel macht ihr hier? wollte er wissen. Und wo ist mein Gepäck, Sepp? Dort hinten, sagte Sepp mit bebender Stimme und zeigte mit dem Daumen auf das Gebüsch hinter dem Unterschlupf. Ich konnte nämlich euer Zelt nicht finden und wollte es nicht aus den Augen lassen. Aber ich habe dir doch gesagt. Und was ist mit dir, Baraguaneth? Bist du immer noch krank? fragte William. Er kniete sich abrupt hin und steckte den Kopf in den Unterschlupf. Colenso sah schlecht aus. Er war bleich wie verdorbene Milch und hatte sichtlich Schmerzen, denn er saß zusammengekrümmt da. Oh, es ist nicht, Sir, sagte er und schluckte krampfhaft. Muss nur etwas gegessen haben. Warst du beim Arzt? Colenso wandte das Gesicht ab und zog die Schultern hoch. Sepp rutschte langsam beiseite und plante anscheinend zu flüchten. William packte ihn am Arm. Was ist? Hast du deinen Arm etwa nicht versorgen lassen? Sie haben Angst vor den Armee Ärzten, mischte sich Jane empört ein. William richtete sich zu voller Größe auf und funkelte zu ihr hinunter. Ach, und wer hat ihnen denn eingeredet, dass sie Angst vor den Ärzten haben sollten? Und wie sind sie in deiner Obhut geraten, wenn ich fragen darf? Ihre Lippen pressten sich fest zusammen und sie warf unwillkürlich einen Blick in das Innere des Unterschlupfs. Fanny sah zu ihnen hinaus, ihre Rehaugen riesig im schwindenden Licht. Sie schluckte und legte Colenso schützend die Hand auf die Schulter. Jane seufzte tief und nahm erneut Williams Arm. Komm mit! Sie führte ihn ein kleines Stück fort, immer noch in Sicht, aber außer Hörweite des kleinen Unterschlupfes. Fanny und ich haben auf dich gewartet und dann sind die beiden Jungen zusammen angekommen. Der größere, was hast du gesagt, wie er heißt? Colenso Baraguaneth, er ist aus Cornwall, fügte William knapp hinzu, als er die Belustigung über ihr Gesicht huschen sah. Was du nicht sagst! Nun, es ging ihm so schlecht, dass er nicht mehr stehen konnte. Er ist vor uns zu Boden gesunken und hat die fürchterlichsten Geräusche von sich gegeben. Der Kleine, Säbedi, ich weiß, danke, war außer sich und hat vor Verwirrung fast geweint. Meine Schwester ist ein sehr zart beseitetes Geschöpf, setzte sie entschuldigend hinzu. Sie ist zu ihnen gegangen, um ihnen zu helfen, und ich bin ihr gefolgt. Sie zuckte Wasser gegeben. Sie fasste an die kleine hölzerne Feldflasche, die an ihrer Schulter hing, und er fragte sich flüchtig, woher sie sie hatte. Sie hatte sie nicht dabei gehabt, als er den beiden vorhin am Fluss begegnet war. Meinen herzlichen Dank, sagte er förmlich, aber warum hast du die Jungen denn dann nicht zum Lazarett gebracht? Zum ersten Mal schien ihre Fassung ein Kastanienglanz tauchten. Dieser Anblick erinnerte ihn wie ein Donnerschlag an ihre erste Begegnung und an die Mischung aus Scham und Erregung, die er empfunden hatte. Vor allem letztere. Antworte mir, sagte er mit mehr Nachdruck, als er beabsichtigt hatte, und sie wandte sich ihm wieder zu und quittierte seinen Ton mit einem scharfen Blick. Neben dem Lazarettzelt lag haben sich von ihr anstecken lassen. William rieb sich mit dem Fingerknöchel über den Nasenrücken und betrachtete sie. Ein Finger. Er hatte in Saratoga bergeweise amputierte Gliedmaßen vor den Lazarettzelten liegen gesehen, und abgesehen von einem raschen Dankgebet, dass keiner der abgetrennten Arme oder Beine ihm gehörte, hatte er keine großen Gewissensregungen empfunden. Wessen Finger war es denn? Woher soll ich das wissen? Ich war zu sehr damit beschäftigt, zu verhindern, dass dein Dienstjunge sich in die Hosen scheißt, als dass ich hätte fragen können. Oh, ja, danke, sagte er steif. Er blickte noch einmal auf den Unterschlupf und stellte überrascht fest, dass Fanny herausgekommen war und sich etwas entfernt von ihrer Schwester hielt, das hübsche Gesicht voller Argwohn. Sah er so bedrohlich aus? fragte er sich. Vorsichtshalber nahm er eine etwas entspanntere Haltung ein und lächelte Fanny an. Ihre Miene blieb jedoch unverändert und sie starrte ihn weiter misstrauisch an. Er räusperte sich, nahm den Sack von der Schulter und hielt ihn Jane hin. Ich dachte, ihr hättet vielleicht kein Abendessen bekommen. Haben die Jungen, nun zumindest Sepp, etwas gegessen? Jane nickte und griff mit einer Geschwindigkeit nach dem Sack, die darauf hindeutete, dass die Mädchen in der Tat seit einiger Zeit keine Mahlzeit mehr genossen hatten. Er sagt, er hat mit den anderen Steu Knechten gegessen. Also schön. Ich bringe ihn zum Lazarett, um seinen Arm versorgen zu lassen und vielleicht ein Mittel für Sprechen. Er war sich ihrer körperlichen Nähe schon seit einigen Momenten intensiv bewusst, doch bei diesen Worten ließ sie ihn die volle Wirkung ihrer Augen spüren. Cidre, dachte er vage, oder doch Sherry und schien dabei irgendwie zu fließen und den Standort zu verändern, ohne dass er hätte sagen können wie. Er hatte nicht gesehen, dass sie sich bewegte, doch plötzlich stand sie erroch ihr Haar und bildete sich ein, die Wärme ihrer Haut durch ihre Kleider hindurch zu spüren. Sie nahm seine Hand und ihr Daumen wanderte flüchtig über seine Handfläche. Die Härchen auf seinem Arm richteten sich auf. Ich bin sicher, dass wir zu einem akzeptablen Übereinkommen gelangen werden, my Lord, sagte sie mit großer Würde und ließ seine kribbelnde Hand los. Gedanken daneben, während ein junger schottischer Arzt mit Sommersprossen dem Jungen die Wunde säuberte. Arabella Jane roch nicht mehr nach dem Huren Parfum, das sie im Bordell benutzt hatte, doch bei Gott, sie roch gut. Wir sollten die Wunde kautorisieren, sagte die Stimme des jungen Arztes. Das verhindert, dass sich ein Abszess bildet, Ei? Nein! Sepp riss sich von dem Arzt los und rannte so ungestüm auf den Ausgang zu, dass er mit mehreren Leuten zusammenprallte und eine Frau mit einem Aufschrei umflog. Aus seinen beiläufigen Gedanken gerissen, setzte William ihm automatisch nach und warf den Jungen zu Boden. Komm schon, Sepp, sagte er, hiefte Sepp auf die Beine und schob ihn entschlossen zu Dr. Sommersprosse zurück. So schlimm zu sein schien, setzte William ihn entschlossen auf einen Hocker und schob seine rechte Manschette zurück. Da, sagte er und zeigte auf die lange Narbe auf seinem Unterarm, die wie ein Komet geformt war. Das passiert, wenn sich ein Abszess bildet. Sepp und der Arzt betrachteten die Narbe interessiert. Ein Splitter von einem Baum, der vom Blitz getroffen wurde, hatte die Verletzung verursacht, schädert, sagte er. Indianer haben mich gefunden und mich zu einem Arzt gebracht. Ich wäre fast gestorben und er zog die Stirn in Falten und sah Sepp durchdringend an. Der Arzt war schon fast dabei, mir den Arm abzuschneiden, als der Abszess geplatzt ist und er ihn kauterisiert hat. Du hast vielleicht weniger Glück, wie? Sepp sah immer noch nicht glücklich aus, stimmte aber widerstrebend während das Eisen erhitzt wurde, doch sein Herz schlug so schnell, als wartete er selber auf das Kautereisen. Indianer, ganz besonders einer. Er hatte gedacht, er hätte all seine Wut aufgebraucht, doch da war sie wieder und flammte auf wie ein Stück Holzkohle, auf das man mit dem Schüreisen eingestochert hat. Der verfluchte Ian Murray, verfluchter Schotte und zeitweise auch Mohawk. Sein verdammter Vetter, was alles noch viel schlimmer machte. Und dann war da noch Rachel. Murray hatte ihn zu Dr. Hunter und zu Rachel gebracht. Er holte tief und krampfhaft Luft und dachte an ihr Indigo Kleid, an dem Kleiderhaken in Dr. Hunters Haus. Dachte daran, wie er den Stoff gepackt und an sein Gesicht gedrückt hatte, um ihren Duft einzuatmen wie ein Erstickender. Dort war Murray auch Rachel begegnet. Und jetzt war sie die Verlobte dieses Au! Sepp wandte sich und William begriff etwas spät, dass er seine Finger in die Schulter des Jungen gebohrt hatte, wie Er ließ los, als sei Sepp eine heiße Kartoffel und dachte an Jamie Frazers eisernen Griff an seinem Arm und den fürchterlichen Schmerz, der ihn von der Schulter bis zur Fingerspitze betäubt hatte. Entschuldigung, sagte er und seine Stimme bebte von der Anstrengung, seine Rage zu verbergen. Entschuldigung, Sepp! Der Arzt stand jetzt mit dem glühenden Eisen bereit. William nahm Sepps Arm so sacht er konnte und hielt ihn still, während es geschah. Rachel hatte den Seinen festgehalten. Er hatte recht gehabt, es war schnell vorbei. Der Arzt presste das heiße Eisen auf die Wunde und zählte langsam bis fünf, dann entfernte er es wieder. Sepp erstarrte und holte Luft für drei, doch er schrie nicht. Fertig, sagte der Arzt, legte das Eisen beiseite und lächelte Sepp an. So, noch ein wenig Mandelöl auf die Wunde, dann verbinde ich sie. Ihr habt euch tapfer gehalten, Junge. Sepp tränten zwar die Augen, aber er weinte nicht. Er schniefte kräftig, wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht und blickte zu William auf. Gut gemacht, Sepp, lobte William und drückte ihm sacht die Schulter. Und als Erwiderung brachte Sepp ein kleines Lächeln zu Wege. Als sie schließlich zu den Mädchen und zu Colenso zurückkehrten, war es William gelungen, seine Wut niederzustampfen. Wieder einmal. Würde er sie denn niemals abschütteln können? Erst wenn du beschließt, wie du mit der Lage umgehen willst, dachte er grimmig. Doch im Moment gab es nichts, was er tun konnte, also ballte er die Funken in seinem Kopf fest zu einer roten Kugel zusammen und rollte sie weit von sich. Lass Fanny das machen, er vertraut ihr. Jane nahm ihm das Fläschchen mit dem Mittel ab, das Dr. Sommersprosse für Colenso zubereitet hatte, und gab es ihrer Schwester. Fanny setzte sich prompt neben Colenso, der sich alle Mühe gab, sich schlafend zu stellen, und begann, ihm murmelnd den Kopf zu streicheln. William nickte und winkte Jane, sich mit ihm außer Hörweite zu begeben. Zu seiner großen Überraschung hatte sich ein Teil seines Hirns tatsächlich mit dem Problem befasst und war zu einem Schluss gekommen, während der Rest anderweitig beschäftigt war. Er hatte einen groben Plan. Ich schlage Folgendes vor, sagte er ohne Umschweife. Ich werde dafür sorgen, dass ihr reguläre Armeerationen bekommt, du und deine Schwester, und dass ihr unter meinem Schutz reißt. Wenn wir in New York sind, gebe ich dir fünf Pfund, dann seid ihr auf euch allein gestellt. Als Gegenleistung – sie lächelte zwar nicht, doch ein Grübchen erschien auf ihrer Wange. Als Gegenleistung – erwiderte er in noch bestimmterem Ton – kümmerst du dich um meinen Laufburschen und um meinen Steilknecht, pflegst die beiden gesund und achtest darauf, dass sie einigermaßen gut versorgt Das Grübchen war abrupt verschwunden und einer Miene schieren Erstaunens gewichen. Wäsche! wiederholte er hartnäckig. Er wusste, womit sie gerechnet hatte, und er war selbst überrascht, dass er es nicht vorgeschlagen hatte, aber so war es nun einmal. Er konnte es nicht, nicht solange seine Erinnerungen an Rachel und Alicia Andicott noch so frisch waren, nicht solange seine tiefe unterdrückte Wut durch den Gedanken befeuert wurde, dass die einzige Frau, die er verdiente, eine Hure war. Aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Wie schwer kann das denn sein? fragte er so geduldig er konnte. Du wäschst meine Kleider. An meine Unterhosen darf keine Stärke. Das ist es doch schon, oder? Aber sie sah verdattert aus. Man braucht doch einen Waschkessel, eine Forke, ein Paddel, etwas zum Rühren, Seife. Ich habe ja nicht einmal Seife. Oh, darauf war er nicht gekommen. Nun, er grub in seiner Tasche, stellte fest, dass sie leer war und versuchte es mit der anderen, die eine Guinea, zwei Pens und einen Florin enthielt. Er reichte ihr die Guinea. Dann kauf dir, was du brauchst. Sie blickte auf die goldene Münze in ihrer Hand, das Gesicht vollkommen ausdruckslos. Sie öffnete den Mund, dann schloss sie ihn wieder. Was ist? fragte er ungeduldig. Eine leise Stimme hinter ihm antwortete an ihrer Stelle. Wie? Weit nicht wie? Er fuhr herum und sah, dass Fanny unter ihrem Häubchen heraus zu ihm aufblickte, das Gesicht vom Sonnenuntergang gerötet. Was hast du gesagt? Fannys zarter Mund verkrampfte doch sie wiederholte hartnäckig wie? Weit nicht wie? Jane war mit zwei Schritten bei Fanny, legte den Arm um ihre Schwester und funkelte William aufgebracht an. Meine Schwester hat einen Sprachfehler, sagte sie und ihr Ton verbat sich jedes Wort von ihm. Deswegen hat sie Angst vor den Ärzten. Sie glaubt, amputieren ihr die Zunge, wenn sie es herausfinden. Er holte tief und langsam mir gesagt hat, sie weiß nicht wie. Ich vermute, sie meint dich. Was ist es denn bitte, dass du nicht weißt? Geld, flüsterte Fanny, die jetzt zu Boden blickte. Geld? Er starrte Jane an. Du weißt nicht, wie man... Aber ich habe doch noch nie Geld gehabt, fuhr sie ihn an und warf ihm die Nähe vor die Füße. Ich weiß, wie die Münzen heißen, aber ich weiß nicht, was man dafür kaufen kann, nur was man im Bordell dafür bekommt. Meine Möse ist sechs Schillinge wert, klar, mein Mund drei und mein Hintern ein Pfund. Aber wenn mir jemand drei Schillinge gäbe, wüsste ich nicht, ob ich einen Leib Brot oder ein Pferd dafür kaufen könnte. Ich habe noch nie irgendetwas gekauft. Du meinst, er war so verblüfft, dass er keinen zusammenhängenden Satz herausbekam. Aber ihr bekommt doch Lohn, du hast gesagt, ich arbeite im Bordell, seit ich zehn bin. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, die Fingerknöchel scharf unter der Haut. Ich bekomme meinen Lohn nie zu sehen. Mrs. Abbott gibt ihnen, sagt sie, für mein unser Essen und unsere Kleider aus. Ich habe noch nie einen Penny besessen und erst recht noch nie einen ausgegeben. Und jetzt gibst du mir das hier? Sie trat mit dem Fuß auf die Ginehe und stampfte sie in den Boden. Und sagst mir, ich soll einen Waschkessel kaufen? Wo denn? Wie denn? Und von wem? Ihre Stimme bebte und ihr Gesicht war um einiges röter, als die blinkende Sonne es färben konnte. Sie war wütend, aber auch den Tränen nah. Er hätte sie gern in die Arme genommen und getröstet, hielt es aber für gut möglich, dass er dabei einen Finger verlieren würde. Wie alt ist Fanny eigentlich? fragte er stattdessen. Sie riss keuchend den Kopf hoch. Fanny? fragte sie verständnislos. Ich bin elf, sagte Fannys Stimme hinter ihm. Was Sie in Ruhe? Er drehte sich um. Das Mädchen funkelte zu ihm auf und umklammerte einen Stock. Er hätte gelacht, wenn ihre Miene nicht gewesen wäre und wenn das nicht gewesen wäre, was er gerade begriffen hatte. Er trat einen Schritt zurück, um beide Mädchen gleichzeitig sehen zu können und sie gingen wie Magnet und Eisen aufeinander zu und hielten sich aneinander fest, während sie ihn misstrauisch anstarten. Wie viel ist ihre Jungfernhaut wert? fragte er Jane unverblümt und wies kopfnickend auf Fanny. Sie haben Pfund, antwortete Fanny automatisch, während Jane ihn anschrie, sie ist nicht zu verkaufen, weder an dich noch an irgendjemand sonst. Sie presste Fanny noch dichter an sich und verbat sich jede Bewegung in ihre Richtung. Ich will sie doch gar nicht, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen. Ich treibe es doch nicht mit Kindern zum Kuckuck. Janes verhärtete Züge veränderten sich nicht und sie löste auch ihre Umklammerung nicht. Warum hast du dann gefragt? Um mir meine Vermutungen in Bezug auf eure Anwesenheit bestätigen zu lassen. Jane prustete. Als da wären? Dass ihr fortgelaufen seid. Wahrscheinlich weil deine Schwester jetzt ein Alter erreicht hat in dem ... Er zog die Augenbraue hoch und wies kopfnickend auf Fanny. Jane presste zwar die Lippen zusammen, doch sie nickte ihm widerstrebend zu. Hauptmann Harkness? fragte er. Es war zwar ein Schuss ins Blaue, aber er saß. Harkness war alles andere als begeistert gewesen, sich seiner Beute beraubt zu sehen, und da er William nichts anhaben konnte, war alles in Gold und Lavendeltöne, doch er konnte Janes Gesicht dennoch erbleichen sehen und spürte, wie sich in seinen Lenden etwas zusammenzog. Wenn er Harkness fand. Er beschloss, sich morgen auf die Suche zu begeben. Möglich, dass der Mann tatsächlich in Philadelphia war, wie sie gesagt hatte, vielleicht aber auch nicht. Er würde seiner Wut ein willkommenes Ziel bieten. Also schön, sagte er so gelassen er konnte. Er bückte sich und grub die Guinea aus dem weichen Boden aus. Dabei begriff er, dass es töricht gewesen war, sie ihr überhaupt anzubieten. Nicht wegen ihrer Worte, sondern weil jemand wie sie niemals eine solche Summe besitzen würde. Man würde sie verdächtigen, das Geld gestohlen zu haben, und wahrscheinlich würde gleich die erste Person, die die Münze zu Gesicht bekam sie ihr Entwenden. Kümmere dich einfach um die Jungen, sagte er zu Jane, und haltet euch beide von den Soldaten fern, bis ich euch etwas Schlichtes zum Anziehen besorgen kann, so wie ihr aussieht. Er wies auf ihren verstaubten, verschwitzten Putz. Wird man euch für Huren halten, und die Soldaten werden es nicht akzeptieren, wenn ihr Nein sagt. Ich bin eine Hure, sagte Jane, mit seltsamer trockener Stimme. Nein, sagte er, und auch seine Stimme fühlte sich seltsam losgelöst, aber entschlossen an. Es bist du nicht. Du reist unter meinem Schutz. Ich bin kein Zuhälter, also bist du keine Hure. Zumindest solange wir nicht in New York sind. 59 Eine Entdeckung in den eigenen Reihen Unter dem Kommando von Reverend Pellig Woodsworth marschierte die 16. Milizkompanie aus Pennsylvania in Reih und Glied in das Lager ein, nachdem die Männer kurz vorher pausiert hatten, um ihre Kleider zu ordnen, ihre Waffen zu reinigen und sich die Gesichter zu waschen. Lord John wusste zwar, dass niemand davon Notiz nehmen würde, doch er begrüßte Schlampige Soldaten geben auch schlechte Kämpfer ab, sagte er, während er den großen Riss im Ärmel seines verdreckten schwarzen Rockes kritisch untersuchte. Und ein Soldat muss Befehle befolgen, ganz gleich, was es für Befehle sind, Jermaine nickte. Ei, das sagt meine Mama auch, ob du den Grund einsiehst oder nicht, tu gefälligst, was man dir sagt, sonst? Deine Mutter würde einen bewundernswerten Sargenten abgeben, versicherte Gray seinem Laufburschen. Er war Marcelie Fraser ein paar Mal in ihrer Druckerei begegnet. Exzellente Auffassung von der Bedeutung eines Kommandopostens. Aber was das Sonst betrifft, was meinst du eigentlich, was passieren wird, wenn du heimgehst? Darüber hatte sich Jermaine offensichtlich noch keine großen Gedanken gemacht, doch nach einem Moment tief gerunzelter Stirn glättete die sich wieder. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange ich fort gewesen bin, sagte er achselzuckend. Wenn ich morgen zurückgehen würde, bekäme ich die Ohren langgezogen und den Hintern dazu versohlt. Aber ich glaube, wenn ich länger als eine Woche fort wäre, wäre sie froh, dass ich nicht tot bin. Kennst du zufällig die Geschichte vom verlorenen Sohn? Nein, my Bert, Germaine hüstelte. Wie geht sie denn? Sie begann er automatisch, doch dann blieb er abrupt stehen, als hätte man ihm einen Pflock durch die Brust getrieben. Die Kompanie war schon ein wenig ausgefranst. Die paar Männer, die noch hinter ihm gingen, wichen ihm einfach aus und gingen weiter. Germaine wandte den Kopf, um zu sehen, was seinen Blick auf sich gezogen hatte. Wer ist das? fragte er neugierig. Er sieht aus wie ein Franzose, aber er sieht auch aus, als ob er euch kennt. Kennt ihr irgendwelche Franzosen? Gray starrte den Herrn in dem Anzug aus hochmodischer blau-grau gestreifter Seide an, der ihn seinerseits mit leicht geöffnetem Mund anstarrte, ohne die kleine Gruppe von Kontinental- Offizieren zu beachten, in deren Begleitung er sich befand. Ich kenne eine Menge Franzosen, sagte Gray, als er wieder Luft bekam, aber das ist keiner davon. Er wandte dem Mann den Rücken zu, die Gedanken in Aufruhr und packte Germaine beim Arm. Dein Großvater muss irgendwo in diesem Gewühl sein, sagte er und zwang sich zum Tonfall der Entschlossenheit. Siehst du das Gebäude dort drüben weitschweifigen Lagers jedoch deutlich sichtbar. Geh dorthin, das wird das Hauptquartier des Oberbefehlshabers sein. Sag einem der Offiziere, wen du suchst, sie werden ihn für dich bei den Milizen finden. Ach, das wird nicht nötig sein, versicherte ihm Germaine. Grand Père ist bestimmt dort. Wo? Bei General Washington, sagte Germaine mit der übertriebenen Geduld eines Menschen, der gezwungen General. Wusstet ihr das etwa nicht? Ehe Grey auf diese verblüffende Information antworten konnte, hatte sich Germaine in die Richtung des fernen Banners davongemacht. Grey riskierte noch einen Blick hinter sich, doch Percy Varons Wainwright war verschwunden, genau wie die Kontinentaloffiziere und es waren nur ein paar Leutnants zurückgeblieben, die sich unterhielten. Er dachte diverse gotteslästerliche Dinge in rascher Folge, wobei er seine an Jamie Fraser und Percy Wainwright richtete. Was zum Teufel machten die beiden hier? Seine Finger zuckten, weil sie am liebsten jemanden erwürgt hätten, doch er kämpfte diesen nutzlosen Impuls nieder, um stattdessen zu überlegen, was zum Kuckuck er jetzt tun sollte. Er setzte sich hastig in Bewegung, ohne genau zu wissen, wohin er eigentlich ging. Percy hatte ihn jeden Moment soweit sein. General, was zum Keine Zeit, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie würden die beiden wohl reagieren? Er hatte Percy, seinen Ex-geliebten Ex-Bruder und notorischen Tunichtgut, seit ihrer letzten Unterredung in Philadelphia nicht mehr gesehen, in deren Verlauf Percy vor einigen Monaten einen letzten Verführungsversuch unternommen hatte, politisch nicht körperlich, obwohl Grey das dumpfe Gefühl hatte, dass er auch vor dem körperlichen nicht zurückgeschreckt wäre. Damals hatte Percy versucht, die britische Regierung zu bewegen, sich auf gewisse französische Interessen einzulassen und Frankreich das wertvolle Nordwest-Territorium zurückzugeben, wofür ihr die Vertreter besagter Interessen versprachen, die französische Regierung von einer Allianz mit den amerikanischen Kolonien abzuhalten. Er hatte es als seine Pflicht betrachtet, Lord North diskret von diesem Angebot und es dann, gemeinsam mit Percy, aus seinen Gedanken gelöscht. Er hatte keine Ahnung, was der Premier damit angefangen hatte, falls überhaupt. Jetzt ist es ohnehin zu spät, dachte er. Frankreich hatte im April einen Vertrag mit den rebellischen Kolonien unterzeichnet. Allerdings würde man abwarten müssen, ob aus diesem Vertrag tatsächlich fassbare Unterstützung resultierte. Die Franzosen waren für ihre Unzuverlässigkeit berüchtigt. Was also nun? Sein Selbsterhaltungstrieb drängte ihn, still und heimlich das Lager zu durchqueren und so schnell wie möglich zu verschwinden. Jermaine würde Jamie nicht sagen, dass er hier war. Darauf hatten sie sich im Voraus geeinigt. Jedoch hielten ihn zwei Überlegungen davon ab. Erstens die Kleinigkeit, dass er immer noch nicht wusste, wo sich die britische Armee befand oder wie weit sie entfernt war. Und zweitens ein Gefühl der Neugier in Bezug auf Percy, dass er sogar selbst als gefährlichen Leichtsinn erkannte. Er war weitergegangen, denn stehen zu bleiben bedeutete, umgelaufen und zertrampelt zu werden, und so fand er sich jetzt an Reverend Woodsworth Seite wieder. Das Gesicht des hochgewachsenen Predigers war von einer Erregung erfüllt, die seine normale Miene ruhiger Würde immer wieder durchbrach, und Gray musste unwillkürlich darüber lächeln. Gott hat uns sicher bis hierher geführt, Burt, sagte Woodsworth und sah ihn mit leuchtenden Augen an. Und er wird uns den Sieg gewähren, das weiß ich. Ja, Gray suchte nach einer Erwiderung, und da er zu seiner Überraschung feststellte, dass er nicht in der Lage war, dieser Feststellung beizupflichten, begnügte er sich mit Ich denke, wir können die Absichten des Allmächtigen nicht vorhersehen, doch ich vertraue darauf, dass er uns Gnade gewähren und uns bewahren wird. Wahre Worte, Burt, sehr wahre Worte, sagte Woodsworth und klopfte ihm herzhaft auf den Rücken. 60 Quäker und Kundschafter Jamie traf Nathaniel Green in seinem Zelt an. Er war noch in Hemdsärmeln, hatte die Überreste seines Frühstücks vor sich auf dem Tisch und betrachtete stirnrunzelnd einen Brief in seiner Hand. Bei Jamies Anblick legte er diesen auf der Stelle beiseite und erhob sich. Kommt doch herein, Sir! Habt ihr heute schon gegessen? Ich habe noch ein Ei übrig, das sonst verdirbt. Er lächelte, aber nur kurz, was auch immer in dem Brief ihm Sorgen gemacht hatte, nistete noch in den Falten auf seiner Stirn. Jamie warf aus dem Augenwinkel einen Blick auf das Papier, den Tintenflecken und der abgerissenen Kante nach sah es eher aus wie ein Stück häuslicher Korrespondenz als eine offizielle Note. Doch, das habe ich danke, Sir, sagte Jamie mit einer kleinen Verneigung in Richtung des Eis, das vernachlässigt in einem kleinen hölzernen Eierbecher steckte, der mit einem geblümten Herzen bemalt war. Ich hatte mich nur gefragt, falls ihr heute einen Kundschafterritt unternehmt, könnte ich mit euch kommen? Natürlich! Green sah überrascht, aber erfreut aus. Euer Rat wäre mir willkommen, General. Vielleicht können wir ja dann Ratschläge austauschen, meinte Jamie. Denn auch ich würde euren Rat zu schätzen wissen, wenn allerdings in einer etwas anderen Frage. Green hielt inne, den Rock halb angezogen. Tatsächlich? In was für einer Frage denn? Die Ehe. In Greens Gesicht rang das Erstaunen mit dem höflichen Versuch, eben dieses Erstaunen zu unterdrücken und noch etwas anderem. Er sah sich nach dem Brief um, der hinter ihm auf dem Tisch lag und rückte den Rock auf seinen Schultern zurecht. In dieser Frage könnte ich selbst guten Rat gebrauchen, Mr. Fraser, sagte er und verzog ironisch die Lippen. Dann also los! Sie ritten in nordwestlicher Richtung aus dem Lager, Green war mit einem kampferprobten Kompass ausgerüstet und einen Moment lang wünschte sich Jamie, er hätte das vergoldete Astrolabium noch, das William ihm auf Lord Johns Bitten aus London geschickt hatte. Es war beim Brand seines Hauses zerstört worden, doch die finstere Stimmung, die ihn in diesem Moment überkam, hatte mehr mit dem Gedanken an John Grey zu tun, als mit dem Brand und seinen Folgen. Zunächst drehte sich ihr Gespräch Aufgabe, nämlich die Bestimmung geeigneter Stellen für Vorratsstationen entlang der wahrscheinlichen Marschroute und wenn nötig der Rückzugsroute, obwohl niemand diese Möglichkeit erwähnte. Es gab eigentlich keinen Zweifel, wohin die britische Armee unterwegs war. Einer Truppe dieser Größe mit ihrer enormen Gepäckkolonne und dem angegliederten Tross stand nur eine begrenzte Auswahl an Wegen zur Verfügung. Ei, das ist gut, sagte Jamie und stimmte Greens Vorschlag, eine verlassene Farm in Augenschein zu nehmen, mit einem Nicken zu. Glaubt ihr, der Brunnen ist noch gut? Genau das plane ich herauszufinden, sagte Green und lenkte sein Pferd auf die Farm zu. Es ist ja jetzt schon heiß wie im Hades. Um die Mittagszeit werden wir uns die Ohren verbrennen. Es war heiß. Sie hatten ihre Halsbinden und Westen zurückgelassen und waren in Hemdsärmeln unterwegs, die Röcke über die Sattelknäufe gelegt, doch Jamie spürte, wie ihm das Leinen seines Hemdes am Rücken klebte und ihm der Schweiß über die Rippen und das Gesicht ran. Glücklicherweise war der Brunnen noch gut. Sie konnten das Wasser unten glitzern sehen und ein hineingeworfener Stein landete mit einem zufriedenstellenden Plonk. Ich gestehe meine Überraschung, euch auf der Suche nach Rat in Bezug auf die Ehe zu sehen, General, sagte Green, nachdem er erst selbst seinen Durst gelöscht und sich dann genießerisch einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen hatte. Er blinzelte sich das Wasser aus den Wimpern, schüttelte sich wie ein Hund und reichte den Eimer an Jamie weiter, der dankend nickte. Ich hatte eure Verbindung für äußerst harmonisch gehalten. Ei, es ist doch nicht meine eigene Ehe, die mir Sorgen macht, sagte Jamie und stöhnte leise, während er einen frisch gefüllten Eimer hochzog, mit der Hand, denn die Seilwinde war verrottet und er hatte ein Seil aus seiner Satteltasche holen müssen. Kennt ihr vielleicht einen jungen Kundschafter namens Ian Murray? Er ist mein Neffe. Murray, Murray, im ersten Moment sah ihn Green verständnislos an, doch dann dämmerte es ihm. Oh, der, ja, verflixt euer Neffe, sagt ihr? Ich dachte, er wäre Indianer. Hat mich bei einer Wette eine Guinea gekostet. Meine Frau wird ganz und gar nicht glücklich darüber sein. Nicht, dass sie im Moment überhaupt glücklich wäre, fügte er mit einem Seufzer hinzu. Offensichtlich war der Brief häuslicher Natur gewesen. Nun, vielleicht kann ich ihn ja überreden, euch das Geld zurückzugeben, sagte Jamie und verkniff sich ein Lächeln, falls ihr ihm dabei behilflich sein könnt, zu heiraten. Er hob sich den Eimer über den Kopf und gab sich dem seligen Moment hin, in dem das Wasser die Hitze löschte. Dankbar atmete er tief durch und schmeckte in der Kühle die feuchten Steine am Grund des Brunnens. Dann schüttelte er sich ebenfalls. Er möchte eine Quäkerin heiraten, sagte er und öffnete die Augen. Ich wusste, dass ihr Quäker seid, weil ich bei unserer ersten Begegnung gehört habe, wie ihr mit Mrs. Hartman gesprochen habt. Also habe ich mich gefragt, ob ihr mir vielleicht sagen könntet, was für eine solche Hochzeit nötig ist. Green war schon überrascht gewesen zu hören, dass Ian Jamies Neffe war, doch das schien ihm nun mit einem Schlag die Sprache zu rauben. Er stand da und schob die Lippen vor und zurück, als würden sie ein Wort einsaugen, das er dann wieder ausspucken konnte, bis es ihm schließlich tatsächlich gelang. Nun, sagte er nämlich. Er hielt einen Moment inne und überlegte und Jamie wartete geduldig. Green war ein Mann mit klaren Ansichten, die er jedoch nicht überhastet kundtat. Allerdings fragte sich Jamie, was es in dieser Frage zu überlegen gab. Waren die Sitten der Quäker etwa noch seltsamer, als er gedacht hatte? Nun, sagte Green erneut. Er atmete aus und ließ die Schultern fallen. Ich muss euch sagen, Mr. Fraser, dass ich mich nicht mehr als Quäker betrachte, obwohl ich in der Tat innerhalb dieser Sekte groß geworden bin. Er warf Jamie einen scharfen Blick zu. Und ich muss euch außerdem sagen, dass der Grund für meinen Austritt mein Missfallen gegenüber ihrer engstirnigen, abergläubischen Art gewesen ist. Wenn euer Neffe vorhat, Quäker zu werden, Sir, rate ich euch, euer Bestes zu tun, um ihn davon abzubringen. Ach, nun, so wie ich es verstehe, ist das ein Teil des Problems, erwiderte Jamie gleichmütig. Er möchte eben kein Quäker werden. Und ich halte das für eine kluge Entscheidung. Er ist überhaupt nicht dafür gemacht. Bei diesen Worten entspannte sich Green ein wenig und ging sogar so weit zu lächeln, wenn auch reichlich ironisch. Es freut mich, das zu hören, aber er hat nichts dagegen, dass seine Frau Quäkerin bleibt. Ich glaube, er ist nicht so dumm, ihr das ausreden zu wollen. Jetzt musste Green lachen. Vielleicht wird er dann ja ganz gut mit der Ehe zurechtkommen. Oh, er wird der Kleinen ein guter Ehemann sein, da habe ich keine Zweifel. Das Problem darin zu liegen, überhaupt ihr Ehemann zu werden. Ah, ja. Green sah sich auf dem Hof um und wischte sich mit einem zusammengeballten Taschentuch über das Gesicht. Das könnte in der Tat sehr schwierig werden, wenn die junge Frau – nun ja, lasst mich einen Moment nachdenken. Unterdessen – der Brunnen ist gut, aber wir können hier kein Pulver lagern. Vom Dach ist nicht mehr viel übrig und »Wahrscheinlich gibt es einen Kartoffelkeller an der Rückseite«, meinte Jamie. So war es. Die Tür war verschwunden und aus einem zurückgelassenen Kartoffelsack in der Ecke war ein Gewirr dünner weißer Ranken gesprossen, die in langsamer Verzweiflung auf das Licht zukrochen. »Gut«, beschloss Green und schrieb sich mit einem Bleistift eine Notiz in das kleine Büchlein, das er immer dabei hatte. »Reiten wir also weiter?« Sie ließen die Pferde trinken, übergossen sich noch einmal mit Wasser und ritten sacht dampfend weiter. Green war keine Plaudertasche und im Verlauf von ein oder zwei Meilen fiel kein Wort, bis seine Gedankengänge zu ihrem Schluss gelangten. »Das Wichtigste, was man sich in Bezug auf die Quäker vergegenwärtigen muss«, sagte er ohne Umschweife, ist, dass sie sehr voneinander und von der Meinung ihrer Glaubensgenossen abhängen, oftmals bis hin zum völligen Ausschluss der Welt außerhalb ihrer Zusammenkünfte. Er warf Jamie einen Blick zu. »Die junge Frau, ist euer Neffe ihrer Zusammenkunft bekannt?« »Hm«, sagte Jamie, »wie mir ihr Bruder zu verstehen gegeben hat, wurden sie beide von ihrer Zusammenkunft ausgeschlossen, in einer kleinen Ortschaft in Virginia, als er die Entscheidung fällte, sich der Kontinentalarmee als Stabsarzt anzuschließen. Oder vielleicht hat man ihn auch ausgeschlossen und sie ist einfach nur mit ihm gegangen. Ich weiß ja nicht, ob das von großer Bedeutung ist. Oh, ich verstehe. Green zupfte sich das feuchte Hemd vom Körper, um möglicherweise ein wenig Luft an seiner Haut zu lassen, doch es war eine vergebliche Hoffnung. Die Luft lag schwer wie eine Wolldecke über der simmernden Landschaft. Ein kämpfender Quäker, wie sie sich nennen. Nein, er greift nicht zur Waffe, versicherte Jamie Green, aber anscheinend war seine bloße Verbindung mit der Armee seiner Zusammenkunft schon Anstoß genug. Green prustete sarkastisch und Jamie räusperte sich. Und Denzel Hunter, Doktor Hunter, ist ebenfalls verlobt, auch wenn sein Weg möglicherweise weniger steinig sein wird, weil seine Braut selbst Quäkerin geworden ist. Hat sie denn eine Heimat Zusammenkunft? fragte Green scharf. Jamie schüttelte den Kopf. Nein, es scheint eher ihre Privatsache gewesen zu sein. Ihre Konversion meine ich. Man sagt mir, dass die Quäker weder Priester noch Rituale haben. Er ließ die Frage delikat in der Luft hängen und Green postete erneut. Das haben sie auch nicht. Doch ich versichere euch, General, dass es im Leben eines Quäkers nichts wahrhaft Privates gibt. Erst recht nicht in spirituellen Fragen. Mein eigener Vater hat das Lesen als eine Praxis abgelehnt, die den Menschen von Gott trennen kann. Als ich dann als junger Mann nicht nur begonnen habe zu lesen, sondern gleichzeitig Werke über Militärstrategie zu sammeln, weil ich mich für das Thema interessierte, wurde ich vor ein Untersuchungskomitee unserer Zusammenkunft gebracht, das mir derartige Fragen stellte, dass ich nun, wie ich sagte, bin ich kein Mitglied dieser Sekte mehr. Er atmete heftig aus und brummte eine Weile vor sich hin, während er den Blick stirnrunzelnd auf die Straße gerichtet hielt. Doch Jamie sah, dass Er wurde sich jetzt einer gewissen Vibration in der Luft bewusst und er fragte sich, ob Green sie ebenfalls spürte. Eigentlich kein Geräusch, es war eine Turbulenz, die er gut kannte, eine große Masse von Menschen und Pferden, zu weit entfernt, um die Staubwolke zu sehen, aber da. Sie hatten die britische Armee gefunden. Er verlangsamte sein Tempo ein wenig und richtete den Blick aufmerksam auf die Bäume vor ihnen, für den Fall, dass sich britische Kundschafter dort aufhielten, denn inzwischen mussten die Briten ja wissen, dass sie verfolgt wurden. Doch Greens Gehör war weniger scharf oder vielleicht war er auch nur zu sehr mit etwas anderem beschäftigt, denn er blickte Jamie überrascht an, verlangsamte sein Tempo aber ebenfalls. Jamie hob die Hand, um ihn vom Sprechen abzuhalten und hob das Kinn. Auf der Straße kam ihnen ein Reiter entgegen. Er hörte Hufgetrappel und Jamies Pferd warf den Kopf herum und wierte mit neugierig geblähten Nüstern. Beide Männer waren bewaffnet. Green legte die Hand an die Muskete, die er quer über seinem Sattel balancierte. Jamie ließ das Gewehr zwar in der Schlinge, warf aber einen prüfenden Blick auf die Zünder der Pistolen in seinen Sattel Halftern. Um ständig vom Sattel aus ein Gewehr abzufeuern, doch der Reiter näherte sich jetzt langsam. Jamies Hand entspannte sich am Griff der Pistole und erschüttelte den Kopf in Greens Richtung. Sie blieben abwartend stehen und im nächsten Moment kam der Reiter in Sicht. Ian! Onkel Jamie! Ians Gesicht erhellte sich erleichtert bei seinem Anblick und das war wahrhaftig kein Wunder. Er war wie ein Mohawk mit Leggings und Kaliko-Hemd bekleidet, mit Federn im Haar. Vor ihm lag ein langer, haariger, grauer Körper quer über dem Sattel und Blut tropfte langsam am Bein des Pferdes entlang. Aber die Bestie war nicht tot. Rollo zuckte und hob den Kopf, um die Neuankömmlinge mit seinem gelben Wolfsblick in Augenschein zu nehmen, doch dann erkannte er Jamies Geruch, bellte und ließ dann hechelnd die Zunge heraushängen. Was ist mit dem Hund passiert? Jamie ritt zu Ian hinüber und beugte sich vor, um sich Rollo näher anzusehen. Der Trottel ist in eine Falle gestürzt, sagte Ian und sah den Hund mit vorwurfsvollem er nicht eher da gewesen wäre. Schlimm? fragte Jamie. Er hatte nicht den Eindruck. Rollo betrachtete General Green mit seinem üblichen abschätzenden Blick, ein Blick, der die meisten Leute ein paar Schritte zurückweichen ließ. Ian schüttelte den Kopf, die Hand in Rollos Pelz gekrallt, um ihn festzuhalten. Nein, aber er hat sich das Bein aufgerissen und er humpelt. Ich war auf der Suche nach einem sicheren Ort, an dem ich ihn lassen könnte. Ich muss Hauptmann Mörser Bericht erstatten. Aber da du ja jetzt hier bist... Oh, guten Tag, Sir, sagte er zu Green, dessen Pferd als Reaktion auf Rollo zurückgewichen war und jetzt ein großes Bedürfnis demonstrierte, schnell weiterzugehen, auch wenn sein Reiter anderes im Sinn hatte. Mit einem angedeuteten Salut wandte sich Ian wieder an Jamie. Da du hier bist, Onkel Jamie, könntest du Rollo vielleicht mit zurück ins Lager nehmen und Tante Claire bitten, sein Bein zu versorgen? Oh, hey, sagte Jamie resigniert und schwang sich aus dem Sattel, während er bereits nach seinem nassen Taschentuch suchte. Lass mich nur erst sein Bein verbinden. Ich will sein Blut nicht überall auf meiner Hose haben und dem Pferd wird es auch fragte er mit einem Seitenblick in Jamies Richtung. Dieser nickte vielleicht wärt ihr ja so gut und lasst mich ebenfalls an eurem Wissen teilhaben nicht nur Hauptmann Mercer. Ei, Sir, sagte Ian freundlich. Die Armee ist in zwei Hälften aufgeteilt. Dazwischen bewegt sich eine lange Kolonne von Ausrüstungswagen. Soweit ich das sehen konnte. Ich habe mich mit einem anderen Kundschafter ausgetauscht, der bis zur Spitze der Kolonne geritten war, und sie sind zu einem Ort namens Freehold unterwegs. Das Terrain eignet sich nicht besonders für einen Angriff, zerklüftet wie eine benutzte Serviette mit vielen kleinen Schluchten und Bächen. Aber der andere Kundschafter hat gesagt, weiter östlich gäbe es Wiesen, die gut für einen Kampf wären, wenn man sie dorthin locken könnte. Green stellte präzise Fragen, die Ian zum Teil beantworten konnte, zum Teil auch nicht, während Jamie dem Hund vorsichtig das Bein verbannt. Es war eine scheußliche Pfahlwunde, allerdings nicht allzu tief, er hoffte, dass der Pfahl nicht vergiftet gewesen war, wie es die Indianer manchmal machten, für den Fall, dass ein verletzter Hirsch oder ein Vielfraß aus der sich überreden und nachdem es noch ein paar Mal nervös mit den Augen gerollt hatte, waren sie schließlich oben. Hes Akku, sagte Ian. Er beugte sich hinüber und kratzte Rollo hinter den Ohren. Ich komme wieder, I? Tank, Onkel Jamie. Und nach einem knappen Kopfnicken in Greens Richtung war er wieder unterwegs, denn sein Pferd brannte sichtlich ebenso darauf, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und Rolle zu bringen. Großer Gott, sagte Green und rümpfte die Nase über den Gestank des Hundes. Nun ja, sagte Jamie schicksals ergeben. Meine Frau sagt, nach einer Weile gewöhnt man sich an jeden Geruch und sie muss es ja wissen. Warum? Ist sie Köchin? Oh, nein. Ärztin. Gangren, eiternde Gedärme und anderes in der Art. Green knifft die Augen zu. Ich verstehe. Ihr habt eine sehr interessante Familie, Mr. Fraser. Er hüstelte und blickte ihr nach, der rasch in der Ferne verschwand. Möglicherweise irrt ihr euch, wenn ihr sagt, dass nie ein Quäker aus ihm werden wird. Immerhin beugt ihr nicht den Kopf vor einem Titel. 61 Zähflüssiger Dreier Hund, der sich das Bein zwar geduldig von mir hatte säubern, einsalben und verbinden lassen, der aber nicht so aussah, als könnte er weitere Zuwendungen ertragen. Wo sind meine guten Strümpfe? Im Koffer, mit dem Rest deiner Unterwäsche, erwiderte ich geduldig, wo sie jeden Morgen sind, das weißt du doch wohl genau. Ja, räumte er ein, aber ich habe es gern, wenn du dich um mich kümmerst. Also schön, sagte ich und zog sie gehorsam heraus. Soll ich sie dir auch noch anziehen? Nein, das werde ich schon schaffen, sagte er grinsend und ergriff die Strümpfe. Aber könntest du mein Hemd suchen? Ich glaube, das kann ich, ja, erwiderte ich. Ich holte sein Hemd aus dem selben Koffer und schüttelte es aus. Wie ging es General Green heute Morgen? Gut, ich habe ihn danach gefragt, wie Quäker heiraten, sagte er und zog sich das frische weiße Hemd, sein einziges frisches weißes Hemd, wie ich anmerkte, über den Kopf. Das Problem liegt offenbar darin, dass Denzel und Rachel keine Heimatzusammenkunft haben, wie sie das nennen. Es ist nicht so, dass sie nicht heiraten können, aber um es richtig zu machen, gehört die gesamte Zusammenkunft dazu. Es gibt etwas, das sie Klarheitskomitee nennen, das sich mit Braut und Bräutigam zusammensetzt, um mit ihnen zu beratschlagen und sicher zu gehen, dass sie zueinander passen und eine Vorstellung davon haben, worauf sie sich einlassen. Er schlüpfte in die Ärmel und grinste mich an. Während er mir das erzählt hat, musste ich doch sehr daran denken, was ein solches Komitee wohl über uns zu sagen gehabt hätte, als wir geheiratet haben. Nun, sie hätten ebenso wenig besser gewusst, worauf wir uns einlassen, als wir es wussten, sagte ich belustigt. Meinst du, wären der Meinung gewesen, dass wir gut zueinander passen? Wenn sie gemerkt hätten, wie ich dich angesehen habe, Sassenach, wenn du nicht hingeschaut hast, ei, das wären sie. Er küsste mich kurz und sah sich nach der Haarbürste um. Kannst du mir einen Soldatenzopf machen? Ich kann doch so meine Männer nicht inspizieren. Sein Haar war achtlos mit einem Lederriemen zurückgebunden und ein paar feuchte Strähnen klebten ihm im Gesicht. Natürlich. Wie viele von ihnen inspizierst du denn? Und wann? Ich ließ ihn auf dem Hocker Platz nehmen und machte mich mit der Bürste ans Werk. Hast du dich mit dem Kopf zuerst durch die Landschaft gewühlt? Du hast Gras und Laub im Haar und Holunderreste. Oh, hiervon ganz zu schweigen. Vorsichtig entfernte ich eine kleine grüne Raupe, die sich in seinen Locken verfangen hatte und zeigte sie ihm, wie sie nun neugierig auf meinem Zeigefinger hockte. Fahle Flegia, sagte er zu der Raupe, geh mit Gott. Dann setzte er sich die Raupe vorsichtig selbst auf den Finger, trug sie zum Zelteingang und entließ sie ins Gras. Alle sassen nach, sagte er, als er zurückkehrte und setzte sich wieder. Meine beiden letzten Kompanien sind heute morgen angekommen. Inzwischen durften sie gegessen und sich etwas ausgeruht haben. Ich wollte dich fragen, fügte er hinzu und wandte den Kopf, um zu mir aufzublicken, würdest du mit mir kommen, und einen Blick auf sie werfen, um zu sehen, ob jemand lieber nicht kämpfen sollte, oder dich um die zu kümmern, die vielleicht etwas reparaturbedürftig sind. Ja, natürlich, wann denn? Komm in einer Stunde zum Exerzierplatz, ja? Er fuhr sich mit der Hand über den ordentlich glänzenden kastanienbraunen Zopf, den ich einmal umgeschlagen und in seinem Nacken zusammengebunden hatte. Ei, das ist gut. Sehe ich ansonsten anständig aus? Er stand auf und strich sich die losen Laubstückchen vom Ärmel. Sein Scheitel berührte das Zeltdach und er leuchtete von der Sonne vor Energie und vor unterdrückter Erwartung des bevorstehenden Einsatzes. Du siehst aus wie der verdammte Kriegsgott Mars persönlich, sagte ich trocken und reichte ihm seine Weste. Versuch deine Männer nicht zu erschrecken. Sein Mund zuckte, als er in die Weste schlüpfte, doch seine Worte waren ernst und er sah mir in die Augen. Ich will Da mir noch eine gute Stunde blieb, ging ich mit meiner alltäglichen Ausrüstung zu dem großen Baum, unter dem sich die Kranken aus dem Trost zusammen pflegten. Die Stabsärzte versorgten die Zivilisten zwar genauso wie die Soldaten, wenn sie Zeit hatten, aber heute würden sie keine Zeit haben. Es gab die übliche Ansammlung unbedeutende Erkrankungen und Verletzungen. Ein tiefsitzender Splitter, Desinfektion und einem Verband. Ein ausgerenkter Zeh, weil der Patient einen Kameraden beim Spiel getreten hatte, aber das Einrenken dauerte nur einen Moment. Eine aufgeplatzte Lippe, die mit einem Stich genäht werden musste, gefolgt von etwas Enziansalbe. Ein böser aufgeschlitzter Fuß, das Ergebnis eines unaufmerksamen Augenblicks beim Holzhacken, 28 Stiche und ein großer Verband, ein Kind mit einer Mittelohrentzündung, verordnete einen Zwiebelwickel und Weidenrindentee, ein anderes mit Bauchschmerzen, Pfefferminztee begleitet von der deutlichen Warnung, keine Eier unbekannten Alters aus einem Vogelnest unbekannter Herkunft zu essen. Die wenigen Patienten, die Arzneien benötigten, ließ ich warten, bis ich die Verletzten versorgt hatte. Dann nahm ich sie, die Sonne stets im Blick, mit zu meinem Zelt, Der Zelteingang war offen. Ich hatte ihn doch wohl vorhin geschlossen. Mit eingezogenem Kopf betrat ich das Zwielicht im Inneren des Zeltes und blieb abrupt stehen. Vor mir stand eine hochgewachsene Gestalt, die allem anschein nach im Begriff war, meine Medizintruhe zu plündern. Was zum Teufel macht ihr da? fragte ich scharf und die Gestalt fuhr erschrocken zusammen. Meine Augen hatten sich Kontinental-Offizier war, und zwar ein Hauptmann. Ich bitte um Verzeihung, Madam, sagte er und verneigte sich beiläufig vor mir. Ich hatte gehört, hier gäbe es einen Vorrat an Medikamenten. Ich so ist es und sie gehören mir. Das kam mir dann doch ein wenig unfreundlich vor, obwohl ich sein Benehmen mit Sicherheit auch reichlich unhöflich fand, und ich schwächte die Bemerkung etwas ab. Was genau braucht ihr? Ich kann vielleicht das eine oder andere entbehren. Euch? Er blickte von der Truhe, eindeutig ein kostspieliges Stück professioneller Ausrüstung, zu mir, und seine Augenbrauen hoben sich. Was macht ihr denn mit so etwas? Mir fuhren zwar mehrere mögliche Antworten durch den Kopf, doch ich hatte mich jetzt so weit von der Überraschung seines Anblicks erholt, dass ich keine davon äußerte und mich mit einem neutralen »Darf ich fragen, wer ihr seid, Sir?« abgab. Oh. Etwas verlegen verneigte er sich vor mir. Bitte um Verzeihung. Hauptmann Jared Lecky, euer Diener Madam. Ich bin Stabsarzt des zweiten New Jersey Regiments. Er betrachtete mich abschätzend und fragte sich sichtlich, wer zum Teufel ich war. Über meinem Kleid trug ich eine Leinenschürze mit geräumigen Taschen, die gegenwärtig alle möglichen kleinen Instrumente, Verbandsmaterialien, Fläschchen und Gläser mit Salben und Flüssigkeiten enthielten. Außerdem hatte ich meinen breitkrempigen Hut abgezogen, als ich das Zelt betrat und wie üblich trug ich keine Haube. Ich hatte mir das Haar zwar hochgebunden, doch es hatte sich gelöst und ringelte sich feucht um meine Ohren. Er hielt mich offensichtlich für eine Wäscherin, die schmutziges Leinen abholen wollte oder möglicherweise noch Schlimmeres. Ich bin Mrs. Fraser, sagte ich und richtete mich mit einem Kopfnicken auf, das hoffentlich anmutig war. Äh, das heißt Mrs. General Fraser, fügte ich hinzu, da ich sah, dass ihn das nicht zu beeindrucken schien. Seine Augenbrauen fuhren in die Höhe und er betrachtete mich offen von oben bis unten, wobei sein Blick an den oberen Taschen meiner Schürze hängen blieb, die eine störrische Mullbinde enthielten, die sich zu entrollen begann und mir an der Schürze hinunterhing und ein Glas Asaphoy Tida, dessen Korken sich gelockert hatte, sodass sich der Gestank der Pilze sacht über die anderen deutlich wahrnehmbaren Gerüche des Lagers legte. Der Pilz war im Volksmund als Teufelsdung bekannt, und zwar aus gutem Grund. Ich zog das Glas heraus und steckte den Korken fester hinein. Diese Geste schien ihn irgendwie zu beruhigen. Oh, dann ist der General also Arzt, sagte er. Nein, sagte ich, und allmählich dämmerte mir, dass ich es mit Hauptmann Lecky nicht einfach haben würde, da er noch sehr jung und nicht übermäßig schlau zu sein schien. Mein Mann ist Soldat. Ich bin Ärztin. Er starrte mich an, als hätte ich ihm gesagt, ich wäre Prostituierte. Dann beging er den Fehler zu vermuten, dass ich einen Scherz gemacht hatte und lachte herzhaft. An diesem Punkt steckte eine meiner Patientinnen, die junge Mutter, deren einjähriger Sohn eine Mittelohrentzündung hatte, zögernd den Kopf mit dem adretten Häubchen in das Zelt. Oh bringt ihn herein, ich hole euch sofort die Rinde. Hauptmann Lecky sah Mrs. Wilkins nun stirnrunzelnd an und winkte sie zu sich. Sie warf mir einen nervösen Blick zu, gestattete aber, dass er sich bückte und sich den kleinen Owen ansah. Er hat Probleme beim Zahnen, sagte Lecky ziemlich anklagend, nachdem er Owen mit seinem großen ungewaschenen Daumen durch den speichelt riefenden Mund gefahren war. Man sollte ihm das Zahnfleisch aufschneiden, um den Zahn durchzulassen. Er begann, in seiner Tasche zu kramen, wo er zweifellos ein hochgradig unhygienisches Skalpell oder eine Lanzette aufbewahrte. Er zahnt, pflichtete ich ihm bei, während ich zerkrümelte Weidenrinde in meinen Mörser schüttete. Außerdem hat er aber eine Mittelohrentzündung und der Zahn wird im Lauf der vor mir auf. Widersprecht ihr mir etwa? Nun, ja, sagte ich nachsichtig. Ihr irrt euch. Seht euch einmal sein linkes Ohr an. Es ist ich, Madam, bin Diplomat des Medical College of Philadelphia. Herzlichen Glückwunsch, sagte ich und fühlte mich jetzt allmählich provoziert. Ihr irrt euch trotzdem. Da ich ihm damit kurzfristig die Sprache geraubt hatte, zerstieß ich dass ich ordentlich zusammenfaltete und Mrs. Wilkins reichte, mit Anweisungen, wie sie den Tee kochen und anwenden sollte und wie man einen Zwiebelwickel bereitet. Sie ergriff das Päckchen, als könnte es explodieren, warf einen hastigen Blick auf Hauptmann Lecky und flüchtete. Das Gebrüll des kleinen Owen entfernte sich wie eine Sirene. Ich holte tief Luft. Also, sagte ich so freundlich wie möglich, wenn ihr Heilkräuter benötigt, Dr. Lecky, habe ich einen ordentlichen Vorrat. Ich kann... Er hatte sich aufgerichtet wie ein Kranich, der mit feindseligen Knopfaugen einen Frosch betrachtet. Euer Diener, Ma'am, sagte er knapp und stapfte an mir vorüber. Ich verdrehte die Augen zum Zeltdach. Ein kleines geckoähnliches Tier klammerte sich an das Zelt leinen und betrachtete mich ohne sonderliche Gefühlsregung. Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst beliebt und einflussreich zu werden, sagte ich zu dem Tierchen, merke es dir gut. Dann schlug ich den Zelteingang zurück und winkte den nächsten Patienten herein. Ich musste mich beeilen, um meine Verabredung mit Jamie einzuhalten. Er war gerade im Begriff mit seiner Inspektion zu beginnen, als ich angelaufen kam und mir dabei hastig das Haar unter den breit krempigen Hut steckte. Es war ein furchtbar heißer Tag. Ich war nur ein paar Minuten in der prallen Sonne gewesen und schon kribbelten meine Nase und meine Wangen warnend. Jamie verneigte sich würdevoll vor mir und begann dann seinen Weg entlang der aufgereihten Männer, die sich zur Beurteilung eingefunden hatten, salutierte den Offizieren, stellte Fragen, ließ deutschen Jungen aus Philadelphia, vielleicht 19, und einen kräftigen Herrn, den ich zwar nicht kannte, aus dessen Uniform ich jedoch schloss, dass er der Hauptmann der Kompanien war, die wir gerade in Augenschein nahmen. Ich folgte ihm und lächelte den Männern im Vorübergehen zu, während ich mit scharfem Blick nach möglichen Anzeichen einer Erkrankung, Verletzung oder Behinderung suchte. Im Erkennen würde. Es waren 300 Mann, hatte er gesagt, den meisten von ihnen fehlte nichts. Ich ging von einem zum nächsten, nickte ihnen zu und war mir unterdessen nicht zu schade, mir auszumalen, wie ich Hauptmann Lecky in einer gefährlichen Situation antraf, gekrümmt vor Schmerzen, von denen ich ihn gnädigerweise befreien würde, sodass er nicht umhin konnte, vor mir Ich versuchte gerade mich zwischen einer Musketenkugel in seinem Hintern, einem Hodenriss oder etwas vorübergehendem, aber peinlich entstellendem, wie der Bell-Lähmung zu entscheiden, als mir etwas auffiel. Der Mann vor mir stand kerzengerade da, das Gewehr präsentiert die Augen gerade aus. Das war zwar absolut korrekt, aber er war der Einzige, der das tat. Die Milizionäre waren zwar mehr als fähige Männer, sahen aber normalerweise keinen großen Sinn in militärischem Drill. Ich warf einen Blick auf den stocksteifen Soldaten, ging weiter und blickte zurück. Jesus H. Roosevelt Christ, rief ich aus. Und es war das reine Glück, dass Jamie mich nicht hörte, da er durch das plötzliche Eintreffen eines Boten abgelenkt wurde. Ach, du liebe Güte, flüsterte ich und packte ihn am Ärmel. Was zum Teufel machst du hier? Du würdest es nicht glauben, wenn ich es dir erzähle, flüsterte er zurück, ohne dass ich ein Muskel in seinem Gesicht oder seinem Körper geregt hätte. Geh weiter, meine Liebe. Ich war so erstaunt, dass ich es wohl tatsächlich getan hätte, wäre mein Augenmerk nicht auf eine kleine Gestalt gelenkt worden, die sich hinter der Reihe der Männer herumdrückte und versuchte, hinter einem Wagenrad kauernd unbemerkt zu bleiben. Germaine, sagte ich, und Jamie fuhr mit großen Augen herum. Im ersten Moment erstarrte Germaine und wandte sich zur Flucht, doch zu spät. Leutnant Schnell, der seinem Namen alle Ehre machte, sprang zwischen den Männern hindurch und packte Germaine am Arm. Gehört er zu euch? fragte er und blickte neugierig von Jamie zu Germaine und wieder zurück. So ist es, sagte Jamie in einem Ton, der schon so manchem Mann das Blut in Wasser verwandelt hatte. Was zum Teufel? Ich bin ein Laufbursche, sagte Germaine stolz und versuchte sich Leutnant Schnells Griff zu entwinden. Ich gehöre hierhin. Nein, das tust du nicht, versicherte ihm sein Großvater. Und was meinst du damit Laufbursche? Wessen Laufbursche genau? Auf der Stelle huschte Germaines Blick in Johns Richtung. Dann begriff er seinen Fehler, riss den Blick los, doch es war zu spät. Jamie war mit einem Schritt bei John und riss ihm den Hut vom Kopf. Man konnte das Gesicht zwar als Lord John Greys Gesicht identifizieren, aber nur, wenn man ihn gut kannte. Er trug eine schwarze Filzklappe über dem einen Auge, doch auch das andere verschwand mehr oder minder unter Schmutz und Blutergüssen. Er hatte sich das herrliche blonde Haar bis auf etwa drei Zentimeter abgeschnitten und schien es mit Erde eingerieben zu haben. Mit beträchtlicher Gelassenheit kratzte er sich am Kopf und reichte Jamie seine Muskete. Ich ergebe mich, Sir, sagte er mit klarer Stimme. Euch persönlich, dasselbe gilt für meinen Burschen, fügte er hinzu und legte Jermaine die Hand auf die Schulter. Vollkommen verblüfft ließ Leutnant schnell Jermaine los, als sei dieser glühend heiß. Ich ergebe mich, Sir, sagte nun ebenfalls Jermaine ernst und salutierte. Ich hatte noch nie erlebt, dass Jamie die Worte fehlten und auch jetzt geschah das nicht, doch es fehlte nicht viel. Er holte durch die Nase hörbar Luft, dann wandte er sich an Leutnant schnell. Eskortiert die Gefangenen zu Hauptmann McCorkle Leutnant. Äh, sagte ich entschuldigend. Ein hartes blaues Auge richtete sich mit hochgezogener Augenbraue auf mich. Er ist verletzt, sagte ich so unguriert ich konnte mit einer knappen Geste in Johns Richtung. Jamie presste kurz die Lippen aufeinander, doch dann nickte er. Bringt die Gefangenen und Mrs. Fraser, wahrscheinlich war es ja nur meine eigene Empfindsamkeit, die eine gewisse Betonung auf dem Mrs. Fraser wahrzunehmen glaubte, in mein Zelt, Leutnant. Im selben Atemzug wandte er sich an John. Ich nehme eure Kapitulation an, Oberst, sagte er mit eisiger Höflichkeit und euer Ehrenwort. Ich komme später zu euch. Damit wandte er uns den Rücken zu, und zwar auf eine Weise, die man nur als vielsagend beschreiben konnte. Was in aller Welt ist mit deinem Auge passiert, wollte ich wissen, während ich es mir beeindruckt von Namen betrachtete. Ich hatte John auf dem Feldbett in meinem kleinen Medizinzelt liegen, dessen Eingang beiseite geklappt war, um so viel Licht wie möglich einzulassen. Das Auge war halb zugeschwollen und von einem klebrigen schwarzen Ring umrandet, den die Filzklappe hinterlassen hatte. Die Haut darunter war eine grelle Palette in Grün, Lila und Gruselgelb. Das Auge selbst war knallrot und dem gereizten Zustand der Augenlider nach tränte es schon seit geraumer Zeit mehr oder weniger unablässig. Dein Mann hat mir einen Fausthieb versetzt, als ich ihm erzählt habe, dass ich dein Bett geteilt habe, erwiderte er vollständig gefasst. Ich hoffe, er ist bei seiner Wiedervereinigung mit dir nicht ähnlich brutal geworden. Wäre ich imstande gewesen, ein überzeugendes schottisches Geräusch auszustoßen, hätte ich mich darauf verlegt. So jedoch musterte ich ihn nur finster. Ich weigere mich absolut mit dir über meinen Mann zu sprechen, sagte ich. Leg dich hin, verdammt! Er ließ sich wieder auf die Liege sinken und zuckte dabei zusammen. Er hat gesagt, er hat zweimal zugeschlagen, sagte ich, während ich das beobachtete. Wohin denn noch? In die Leber. Er berührte vorsichtig in weiteren spektakulären Blutergüssen an den unteren Rippen bestand, die in blauen Streifen Richtung Darmbein ausliefen, mehr jedoch kaum. Da ist deine Leber nicht, teilte ich ihm mit. Sie ist auf der anderen Seite. Oh. Er sah mich ausdruckslos an. Wirklich? Bist du sicher? Ja, das bin ich, versicherte ich ihm. Ich bin Ärztin. Lass mich dein Auge untersuchen. Ich wartete zwar nicht auf seine Erlaubnis, doch er widersetzte sich auch nicht, sondern legte sich zurück und starrte zum Zeltdach hinauf, während ich seine Lider so weit wie möglich spreizte. Die Leder und Binderhaut waren schwer entzündet und selbst das gedämpfte Licht ließ das Auge heftig tränen. Ich hielt zwei Finger hoch. Zwei, sagte er, ehe ich fragen konnte. Und bevor du jetzt anfängst anzuordnen, dass ich hin und her nach oben und unten sehe, es geht nicht. Ich kann mit dem Auge zwar sehen, obwohl es ein bisschen verschwommen ist, aber ich kann es nicht bewegen. Dr. Hunter war der Ansicht, dass irgendein Muskel in irgendeinem Knochen eingeklemmt sitzt. Er fühlte sich nicht im stande, es zu behandeln. Ich fühle mich geschmeichelt, dass du glaubst, ich könnte es. Ich habe das vollste Vertrauen in deine Fähigkeiten, Dr. Fraser, sagte er höflich. Außerdem bleibt mir etwas anderes übrig? Nein, halt ganz still. Germaine! Aus dem Augenwinkel hatte ich ein verräterisches Stück roten Kaliko aufleuchten sehen und der Ausreißer kam mit schuldbewusster Miene hereingeschlichen. Erzähl mir nicht, was Auswölbungen auffielen. Ich möchte nicht als Helfershelfer bei einem Diebstahl dastehen. Nein, halt! Ist es lebendig? Germaine bohrte den Finger in die Beule, als sei er nicht ganz sicher, doch sie bewegte sich nicht und erschüttelte den Kopf. Nein, Grand Mère! Gut, komm hierher und halt das für mich, ja? Ich reichte ihm meinen Taschenspiegel, öffnete den Zelteingang so weit, dass ein Lichtstrahl hereinfiel, dann positionierte ich Germaines Hand so, dass der Spiegel das reflektierte Licht direkt in das betroffene Auge warf. John jaulte leise auf, als das Licht sein Auge traf, klammerte sich aber gehorsam an die Seiten der Liege und bewegte sich nicht, obwohl sein Auge furchtbar trennte. Umso besser, das würde Bakterien hinausspülen und es ihm möglicherweise erleichtern, den Augapfel zu bewegen. und es sacht unter das Unterlied gleiten ließ. Es war das beste Werkzeug, das ich dafür finden konnte, da es flach und glatt war und die Form eines kleinen Spatens hatte. Indem ich mit der einen Hand das Eisen so bewegte, dass ich den Augapfel sacht anheben konnte und mit der anderen das Augenlid zurückzog, konnte ich schließlich einen Blick auf den Orbiterboden werfen. Wie vermutet Augenhöhle einen Riss versetzt und ein versprengtes Stück davon zusammen mit einem Teil des Augenmuskels in die Oberkieferhöhle gedrückt hatte. Der Rand des Muskels war in dem Riss eingeklemmt, sodass der Augapfel bewegungsunfähig war. Verdammter dämlicher formaledeiter Schotte, fluchte ich und richtete mich auf. Nicht seine Schuld, sagte John, ich Blick zu. Für dich habe ich auch keine freundlichen Worte übrig, teilte ich ihr mit. Das hier wird nicht schön für dich und es geschieht dir recht. Wie um Himmels Willen hast du Nein, erzähl es mir jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Er faltete die Hände auf dem Bauch und setzte eine demütige Miene auf. Jermaine kicherte, hörte aber damit auf, als ich ihn ebenfalls finster ansah. Mit aufeinander gepressten Lippen füllte ich eine Spritze mit Salzlösung, um das Auge zu spülen und legte mir meine kleine spitze Pinzette zurecht. Mithilfe meines improvisierten Spatels warf ich einen weiteren Blick auf die Stelle und bereitete eine kleine gekrümmte Nadel mit einem ganz feinen feuchten Faden vor. Vielleicht ging es ja, ohne dass ich den Muskel nähen musste, das hing ganz davon ab, wie schlimm der Rand des Muskels durch das lange Festsitzen ausgefranst war und wie gut er das Loslösen überstand, doch es war besser, den Faden nötigenfalls zur Hand zu haben. Was mir Sorgen machte, war weniger die unmittelbare Reduktion der Fraktur und die Befreiung des Muskels, sondern die Möglichkeit langfristiger Verklebungen. Wir würden das Auge weitgehend unbeweglich halten müssen, um die Heilung zu unterstützen, doch das konnte dazu führen, dass sich der Muskel an die Augenhöhle klebte, sodass das Auge für immer bewegungsunfähig blieb. Ich brauchte ein Gleitmittel, um die Stelle damit zu bedecken, etwas, das biologisch inaktiv war und das Gewebe nicht reizte. In meiner eigenen Zeit hätte ich dazu sterile Glycerintropfen zur Hand gehabt, aber hier Eiweiß vielleicht, wohl eher nicht, womöglich gerann es von der Körperwärme und was dann? John! Eine schockierte Stimme in meinem Rücken ließ mich herumfahren, die Nadel in der Hand. Ein sehr elegant aussehender Herr mit einer modischen Perücke und einem graublauen Samtanzug stand just innerhalb des Zelteingangs und starrte meinen Patienten entgeistert an. Was ist mit ihm passiert? wollte er wissen, als er mich im Hintergrund erspähte. Nichts Ernstes, sagte ich, seid ihr G, sagte John mit einer Stimme, die ich noch nie zuvor bei ihm gehört hatte. Er setzte sich auf und fixierte den Neuankömmling, so standhaft er es mit seinem tränenden roten Auge zuwege brachte. Auf der Stelle! Was in Gottes Namen tust du hier? fragte der Mann. Sein Akzent war physisch versetzt. Er kam einen Schritt näher und senkte die Stimme. Du bist doch wohl kein Rebell geworden. Nein, verdammt, geh, habe ich gesagt. Großer Gott, du meinst du, was zum Teufel ist dir zugestoßen? Er war jetzt dicht genug herangekommen, um das gesamte Elend genau betrachten zu können, das verdreckte kurze Haar, die verdreckten unordentlichen Kleider, die schmutzigen Füße in den zerlöcherten Strümpfen und die entstellte Visage, die ihm jetzt aus Blut unterlaufenen Augen einen überaus giftigen Blick zuwarf. Hört mir zu, Sir, sagte ich und wandte mich ihm entschlossen zu. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber sein Name ist Beauchamp, Grand Mère, sagte Germaine. Er hatte den Spiegel sinken lassen und beobachtete neugierig die Szene, die sich vor ihm abspielte. Ich erstes Jahr in New Burn nach Papa gesucht hat. Grand Père glaubt, dass er ein Schurke ist. Der Mann warf Germaine einen verblüfften Blick zu, fasste sich dann aber mit bemerkenswerter Schnelligkeit wieder. Aha, der Besitzer ganz spezieller Frösche, sagte er mit einem Lächeln. Ich erinnere mich. Hießen sie nicht Peter und Paul einer gelb und einer grün? Germaine verneigte sich respektvoll. Monsieur besitzt ein exzellentes Gedächtnis, antwortete er ausgesucht höflich. Was wollt ihr von meinem Papa? Eine exzellente Frage, sagte John und hielt sich die Hand vor das verletzte Auge, um Monsieur Beauchamp besser anfunkeln zu können. Beauchamp dachte ich überrascht. Ich hatte den Mann tatsächlich selbst schon gesehen, in New Burn, hatte ihn aber in seiner modischen Aufmachung nicht Ja, das ist eine gute Frage, sagte ich gelassen. Setzt euch doch, Mr. Beauchamp und erklärt uns, was ihr hier wollt zum Kuckuck. Und du, fügte ich hinzu und packte John fest an beiden Schultern. Leg dich hin. Das kann warten, sagte John knapp und widersetzte sich meinem Versuch, ihn flach hinzulegen. Er schwang die Beine über die Bettkante, sodass er dem Neuankömmling zugewandt war. Was machst du hier, Percy? Oh, du kennst ihn, ja? sagte ich, und allmählich fühlte ich mich provoziert. Gewiss, er ist mein Bruder, zumindest war er es. Was? riefen Germaine und ich wie aus einem Munde aus. Er sah mich an und gluckste kurz. Ich dachte, hättest mir erzählt, dass Hel dein einziger Bruder ist, sagte ich schließlich, denn mein Verstand erholte sich langsam. Ich blickte zwischen John und Percy hin und her. Es bestand keinerlei Ähnlichkeit zwischen ihnen, wohingegen die Ähnlichkeit zwischen John und Hel so ausgeprägt war, als seien sie in derselben Form gegossen worden. Stiefbruder, sagte John noch knapper. Er zog die Füße unter sich, um aufzustehen. Komm mit mir, Percy. Du gehst nirgendwo hin, sagte ich nun mit etwas erhobener Stimme. Wie planst du denn bitte mich aufzuhalten? John war auf den Beinen und stolperte ein wenig, während er versuchte, seine Augen scharf zu stellen. Ehe ich antworten konnte, hatte Mr. Bouchon einen Satz nach vorn getan und ihn am weil er rückwärts gegen das Feldbett prallte. Als er das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, stand er da und blitzte Bouchon finster an, die Fäuste halb geballt. Bouchons Blick war in den Seinen geklammert und die Atmosphäre zwischen ihnen war elektrisch. Oh, dachte ich und blickte von einem zum anderen, während mir plötzlich ein Licht aufging. Oh, ich muss eine kleine Bewegung gemacht haben, weil sich Bouchons Blick plötzlich auf mein Gesicht richtete. Was auch immer er dort sah, schien ihn aufzuschrecken. Dann erholte er sich, lächelte ironisch und verbeugte sich. Madame, sagte er, dann in perfektem akzentfreiem Englisch, er ist tatsächlich mein Stiefbruder, obwohl wir uns eine Weile nicht mehr gesehen haben. Ich bin hier als Gast des Marquis de Lafayette, unter anderem, gestattet mir doch, seine Lordschaft dem Marquis vorzustellen. Ich verspreche euch, ihn heil zurückzubringen. Er lächelte mich warm an und verließ sich dabei auf seinen Charme, der beträchtlich war. Seine Lordschaft ist Kriegsgefangener, sagte eine sehr trockene, schottische Stimme in Bouchons Rücken. Und ich bin für ihn verantwortlich, ich zelteingang ausfüllte und dabei sehr unerbittlich wirkte. Ich will immer noch wissen, was er von Papa will, mischte sich jetzt Germaine wieder ein, der die blonden Augenbrauen zu einem ebenso argwöhnischen wie finsteren Blick zusammengezogen hatte. Ich wüsste das auch gerne, Monsieur, sagte Jamie. Er duckte sich, um einzutreten und wies kopfnickend auf den Hocker, den von Jamie zu Lord John und wieder zurück. Sein Gesicht hatte jeden Ausdruck verloren, obwohl ihm die Kalkulation aus den schwarzen Augen blitzte. Bedauere, sagte er und der schwache französische Akzent war wieder da. Ich bin mit dem Marquis und General Washington verabredet und zwar genau jetzt. Ihr werdet mich gewiss entschuldigen. Bonjour, mon General. Er marschierte hoch erhobenen Kopfes zum Zelteingang, wandte sich im letzten Moment um und lächelte John an. Au revoir, mon frère. Nicht, wenn ich dich als erster sehe. Nach diesem würdevollen Abgang bewegte sich neun Herzschläge lang, ich zählte mit, niemand. Schließlich setzte sich John abrupt auf das Feldbett und atmete deutlich hörbar aus. Jamie suchte meinen Blick und setzte sich mit einem kaum merklichen Kopfnicken auf den Hocker. Niemand sagte etwas. Du darfst ihn nicht noch einmal verprügeln, Grand Père, sagte Jermaine ernst und brach das Schweigen. Er ist ein guter Mensch und er wird bestimmt nicht mehr mit Omi ins Bett gehen, weil du ja jetzt wieder da bist und es tun kannst. Jamie warf Jermaine zwar zu Jermaine Jermaine hat, du kannst mit den Großeltern deinen Arsch retten, vergiss es. Jermaine trat beklommen von einem Bein auf das andere, verdrehte aber die Augen in Lord Johns Richtung, als wollte er sagen, den Versuch was wert. Ich muss mich für die gute Meinung bedanken, sagte John zu ihm. Und ich erwidere das Kompliment. Aber dir ist doch gewiss bewusst, dass gute Absichten nicht ausreichen, um einen Menschen von den Konsequenzen voreiliger Handlungen zu befreien. Jamie wurde allmählich so rot wie John. Jermaine, sagte ich, geh doch bitte. Schau bitte, ob du etwas Honig für mich findest, ja? Wie ein Mann sahen die drei mich an, verblüfft über diesen scheinbaren Themenwechsel. Honig ist viskos, erklärte ich mit einem leichten Achselzucken, und antibakteriell. Natürlich ist er das, murmelte John in hoffnungslosem Ton. Was bedeutet denn viskos, fragte Jermaine neugierig. Jermaine, sagte sein Großvater in drohendem Ton und er verschwand hastig, ohne zu warten, dass man ihn aufklärte. Alle holten tief Luft. Jetzt leg dich hin, sagte ich zu John, ehe ein weiteres Wort fiel, das später Anlass zum Bedauern gab. Hast du kurz Zeit, Jamie? Ich brauche jemanden, der den Spiegel hält, während ich mich um sein Auge kümmere. Beide gehorchten, nachdem sie höchstens eine Sekunde gezögert hatten, und keiner sah den anderen an. Ich war so gut wie bereit. Als ich Jamie richtig positioniert hatte und der Lichtstrahl auf das Auge fiel, feuchtete ich Auge und Augenhöhle noch einmal sacht mit Salzlösung an. Dann wusch ich mir die Finger gründlich mit derselben Flüssigkeit. Ihr müsst beide absolut stillhalten, sagte ich. Es tut mir leid, John, aber es geht nicht anders, und wenn wir Glück haben, ist es schnell vorbei. Ei, das habe ich schon öfter gehört, brummte Jamie, verstummte aber, als ich ihm einen giftigen Seitenblick zuwarf. Ich hatte Angst, die Pinzette zu benutzen, weil ich fürchtete, seinen Augapfel zu durchbohren. Also spreizte ich die Lider des verletzten Auges mit den Fingern meiner linken Hand, schob die Finger der rechten Hand so tief wie möglich in die Augenhöhle und drückte zu. Es stieß einen erstickten Schreckenslaut aus, und Jamie keuchte auf, ließ aber den Spiegel nicht fallen. Es gibt nicht viele Dinge auf der Welt, die schlüpfriger sind als ein feuchter Augapfel. Ich bemühte mich, so sacht zuzudrücken, wie ich konnte, doch es half nichts. Selbst der sachteste Druck bewirkte nur, dass mir der Augapfel aus den Fingern sprang wie eine geölte Traube. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte es erneut, indem ich fester zufasste. Beim vierten Versuch bekam ich das Auge so zu fassen, dass ich versuchen konnte, es in der Augenhöhle zu drehen. Es gelang mir zwar nicht ganz, aber ich hatte jetzt immerhin eine bessere Vorstellung davon, wie es gehen konnte. Fünf Minuten später zitterte John wie Pudding, die Hände fest in die Seiten des Feldbetts gekrallt. Jamie betete flüsternd auf Gälisch, und wir waren alle drei in Schweiß gebadet. »Nur noch einmal«, sagte ich. Ich holte Luft und wischte mir mit dem Handrücken den Schweiß vom Kinn. Ich wusch mir noch einmal die Finger. »Wenn ich es diesmal nicht schaffe, ruhen wir uns aus und versuchen es später wieder.« »Oh Gott«, sagte John. Er schloss kurz die Augen, schluckte krampfhaft und öffnete sie wieder, soweit er konnte. Ich spürte, wie sich Jamie an meiner Seite kaum merklich bewegte. Er justierte den Spiegel neu, aber ich sah, dass er noch näher an die Liege gerückt war und sein Bein gegen die Kante drückte, dicht neben Johns verkrampften Fingern. Ich bewegte meine feuchten Finger zur Vorbereitung, sprach ein kurzes Gebet zur Heiligen Klara, der Schutzpatronin leidender Augen, und schob die Finger so tief in die Augenhöhle, wie ich es fertig brachte. Inzwischen hatte ich ein klares Bild des Bruchs vor meinem inneren Auge stehen, ein dunkler Strich zwischen der gerissenen Bindehaut und dem Orbikularmuskel, der sich darin verklemmt hatte. Ich drehte, ein kurzer, scharfer Ruck, ehe meine Finger abrutschten, und spürte, wie sich der Muskel löste. John erschauerte von Kopf bis Fuß und stöhnte leise auf. »Halleluja«, sagte ich und lachte vor Erleichterung auf. Ich hatte ein bisschen Blut, nicht viel an den Fingern, und wischte sie an meiner Schürze ab. Jamie erschauerte kurz und wandte den Blick ab. »Und jetzt?«, fragte er und vermied es sorgsam, John anzusehen. »Und jetzt?« »Oh«, ich überlegte einen Moment, dann schüttelte ich den Kopf. Er muss mehrere Stunden liegen und das Auge abdecken, idealerweise einen oder zwei Tage. Wenn Jermaine etwas Honig für mich findet, befeuchte ich die Augenhöhle damit, um Verklebungen zu verhindern. »Ich meine«, sagte Jamie geduldig, »muss er weiter unter ärztlicher Obhut bleiben?« »Nicht ständig«, sagte ich und warf einen kritischen Blick auf John. »Jemand«, »ich meine ich«, »muss das Auge regelmäßig kontrollieren, aber man kann jetzt nichts weiter tun und die Blutergüsse heilen von selbst.« »Warum?« »Was hast du denn mit ihm vor?« Jamies Antwort war eine kleine Geste der Frustration. »Ich würde ihn ja an Washingtons Stab übergeben, damit sie ihn verhören können«, sagte er, »aber...« »Ich habe mich dir persönlich ergeben«, sagte John hilfsbereit. Er strahlte mich mit dem funktionierenden Auge an. »Das heißt, er ist für mich verantwortlich.« »Ei, danke auch«, knurrte Jamie und warf ihm einen gereizten Blick zu. »Nun, ihm wirst du doch ebenso wenig Nützliches erzählen, oder?«, fragte ich und legte John die Hand auf die Stirn. »Ein bisschen warm, aber kein ernsthaftes Fieber. Zum Beispiel, was die Natur deiner Beziehung mit dem just verschwundenen Mr. Bouchon betrifft.« Jamie prustete. »Ich weiß genau, was für eine Beziehung er mit dem kleinen Sodomiten hat«, sagte er unverblümt. »Und sein Name ist Wayne Wright. Zumindest war er das, als ich das letzte Mal von ihm gehört habe.« Er warf John einen durchdringenden Blick zu. »Du hast nicht zufällig vor, mir zu erzählen, warum er sich jetzt Bouchon nennt, oder?« »Nein«, sagte John fröhlich, »obwohl es dir mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht helfen würde, wenn ich es täte.« Jamie nickte, da er offenbar nichts Besseres erwartet hatte, und erhob sich entschlossen. »Hm, denn ich habe zu tun und du ebenfalls, Sassnach. Warte bitte hier auf Jermaine, und wenn du mit dem Honig fertig bist, sag Jermaine. Er darf ihm unter keinen Umständen von der Seite weichen, es sei denn mit deiner oder meiner Erlaubnis. Und sollte Mr. Bouchon noch einmal vorbeischauen, muss Jermaine dabei sein. Er spricht fließend französisch«, warnte er John. »Und solltest du mit dem Gedanken spielen, die Loyalität meines Enkelsohns zu unterwandern?« »Aber, aber«, sagte John, den die bloße Vorstellung zu schockieren schien. »Hm«, machte Jamie finster und ging. 62. Das Maultier kann dich nicht leiden Nach allem, was gerade geschehen war, wusste ich nicht zu Recht, was ich zu John sagen sollte. Ihm schienen ähnlich die Worte zu fehlen, doch er überspielte das peinliche Schweigen, indem er die Augen schloss und sich schlafen stellte. Ich konnte ihn erst allein lassen, wenn Jermaine mit dem Honig zurückkam, vorausgesetzt er fand welchen, aber mein Vertrauen in seine Fähigkeiten war beträchtlich. Nun ja, es brachte nichts, die Hände in den Schoß zu legen. Ich holte meinen Mörser hervor und begann, Enzianwurzel und Knoblauch für eine antibiotische Salbe zu zerstoßen. Damit waren zwar meine Hände beschäftigt, unglücklicherweise aber nicht meine Gedanken, die im Kreis krabbelten wie ein Hamster in seinem Rad. Im Moment hatte ich zwei Hauptsorgen, und gegen die eine konnte ich nichts unternehmen, es war die zunehmende Spannung vor der Schlacht. Ich kannte dieses Gefühl sehr gut, es war ausgeschlossen, dass ich mich irrte. Jamie hatte zwar noch nichts Eindeutiges gesagt, vielleicht weil er noch keine schriftliche Order hatte, doch ich wusste es so untrüglich, als hätte es der Stadtschreier ausgerufen. Die Armee würde morgen mit dem Vormarsch beginnen. Ich warf einen verstohlenen Blick auf Lord John, der da lag wie eine Grabfigur, die Hände ordentlich über der Taille gefaltet. Das Einzige, was noch fehlte, war ein Hündchen, das zu seinen Füßen zusammengerollt lag. In diesem Fall mussten wir wohl mit Rollo Vorlieb nehmen, der schnarchend unter dem Feldbett lag. John war natürlich meine andere Sorge. Ich hatte keine Ahnung, wie er dort hingekommen war, wo er war, aber es hatten so viele Leute mit angesehen, wie er sich ergab, dass ich seiner Anwesenheit bis zum Anbruch der Dunkelheit überall herumsprechen würde. Und wenn das geschehen war … Du würdest es wohl nicht in Betracht ziehen, zu entwischen, wenn ich kurz gehe? fragte ich abrupt. Nein, sagte er, ohne die Augen zu öffnen. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. Außerdem würde ich es gar nicht aus dem Lager schaffen, fügte er resigniert hinzu. Das Schweigen begann erneut, unterbrochen vom Brummen einer großen Hummel, die sich in das Zelt verirrt hatte, und den weiter entfernten Rufen und Trommelschlägen exerzierender Soldaten und dem leiseren Geklapper des Alltags im Lager. Das einzig Gute, wenn man es denn so sehen wollte, und das tat ich wohl besser, war, dass die zunehmende Anspannung vor der Schlacht wahrscheinlich keinen Platz für offizielle Neugier in Bezug auf John lassen würde. Was zum Teufel würde Jamie mit ihm anfangen, wenn die Armee am Morgen aufbrach? fragte ich mich. Grau mehr, grau mehr! Jermaine kam ins Zelt gestürzt und Rollo, der Percy Rainrides Besuch verschlafen hatte, ohne auch nur mit einem Schnurrhaar zu zucken, schoss unter dem Feldbett hervor und stieß ein derart explosives Wuff aus, dass das Bett mitsamt John davon beinahe umgefallen wäre. »Still, Hund!« sagte ich, als ich sah, dass er wild um sich blickte und hielt ihn am Nackenpelz fest. »Und was zuhört? Ich meine zum Teufel... Ich meine, was ist los, Jermaine?« »Ich habe ihn gesehen, Oma! Ich habe ihn gesehen! Den Mann, der mir Clarence abgenommen hat! Komm schnell!« Und ohne eine Antwort abzuwarten, machte er kehrt und schoss aus dem Zelt. John machte Anstalten, sich aufzusetzen, und Rollo spannte sich unter meiner Hand an. »Sitz!« sagte ich zu ihm. »Und an beide gerichtet?« »Bleib verflixt!« Die Haare auf meinen Unterarmen kribbelten, obwohl mir der Schweiß über den Hals ran. Ich hatte meinen Hut vergessen, und die Sonne brannte mir auf die Wangen. Als ich Jermaine einholte, keuchte ich genauso vor Aufregung wie vor der Hitze. »Wo?« »Da drüben, Oma!« »Der große Kerl mit dem Tuch um den Arm! Clarence muss ihn gebissen haben!« fügte Jermaine schadenfroh hinzu. Der fragliche Kerl war groß, etwa doppelt so schwer wie ich, mit einem Kopf wie ein Kürbis. Er saß auf dem Boden, im Schatten des Baums, der für mich der Hospitalbaum war, hielt seinen in ein Halstuch gewickelten Arm fest und starrte finster vor sich hin. Ein Grüppchen von Leuten, die auf medizinische Behandlung warteten, man erkannte es an ihren hängenden Schultern und Köpfen, hielt Abstand von ihm und warf ihm hin und wieder argwöhnische Blicke zu. »Bleib besser außer Sichtweite!« murmelte ich Jermaine zu. Da ich keine Antwort bekam, sah ich mich um und stellte fest, dass er sich bereits kunstvoll aus dem Blickfeld geschlichen hatte, Schlauberger, der er war. Ich trat lächelnd auf die kleine Gruppe der Wartenden zu, zum Großteil Frauen mit Kindern. Ich kannte zwar keine von ihnen mit Namen, doch sie wussten eindeutig, wer und was ich war. Sie nickten mir zu und begrüßten mich murmelnd, ließen ihre Blicke aber seitwärts zu dem Mann unter dem Baum schweifen. »Nimmt ihn zuerst dran, ehe er etwas Unangenehmes tut«, war die klare Botschaft. Genauso klar wie die kaum unterdrückte Brutalität, die der Mann in alle Richtungen ausstrahlte. Ich räusperte mich und ging zu dem Mann hinüber, während ich mich fragte, was in aller Welt ich zu ihm sagen sollte. »Was zum Teufel habt ihr mit Clarence, die Mouly, angestellt?« »Oder wie konntest du nur meinen Enkel berauben und ihn in der Wildnis allein lassen, du Mistkerl?« Ich begnügte mich schließlich mit »Guten Morgen, ich bin Mrs. Fraser. Was ist mit eurem Arm passiert, Sir?« »Verdammtes Maultier, hat mich bis auf den Knochen gebissen, Gottverdammtes Mistvieh!« erwiderte der Mann prompt und sah mich finster an. Seine Augenbrauen waren von Narben überzogen, genau wie seine Fingerknöchel. »Dann lasst mich einmal sehen, ja?« Ohne seine Erlaubnis abzuwarten, ergriff ich sein Handgelenk, es war haarig und sehr warm, und wickelte das Tuch ab. Es war steif von getrocknetem Blut, und das war auch kein Wunder. Clarence, wenn es denn Clarence war, hatte ihn tatsächlich bis auf den Knochen gebissen. Pferde und Maultierbisse konnten zwar ernst sein, doch normalerweise resultierten sie nur in schweren Blutergüssen. Äquiden hatten natürlich kräftige Kiefer, aber ihre Vorderzähne waren dafür gebaut, Gras zu rupfen. Und da die meisten Bisse durch Kleidung gingen, durchbohrten sie nur selten die Haut. Es war jedoch möglich, und Clarence hatte es getan. Ein Hautlappen und ein ordentliches Stück Gewebe von etwa neun Zentimetern Breite war teilweise abgerissen, und ich konnte durch die dünne Fettschicht bis auf die glänzende Sehne und die rote Knochenhaut der Speiche sehen. Die Wunde war frisch, hatte aber aufgehört zu bluten, abgesehen von ein paar Tropfen an den Rändern. »Hm«, sagte ich zögernd und drehte seine Hand um, »könnt ihr die Finger zur Faust ballen?« Das konnte er, obwohl sich der Ringfinger und der kleine Finger nicht vollständig knicken ließen. Doch sie bewegten sich, die Sehne war also nicht durchtrennt. »Hm«, machte ich erneut und griff in meiner Tasche nach der Flasche mit der Salzlösung und einer Sonde. Salzlösung war zwar etwas weniger schmerzhaft zur Desinfektion als verdünnter Alkohol oder Essig, und es war leichter, an Salz zu kommen, zumindest wenn man in der Stadt lebte, aber ich hielt sein enormes Handgelenk trotzdem fest umklammert, als ich die Flüssigkeit auf die Wunde goss. Er stieß ein Geräusch aus wie ein verwundeter Bär, und die wartenden Zuschauer traten wie ein Mann mehrere Schritte zurück. »Das war aber ein gefährliches Maultier«, merkte ich gelassen an, als ich der Patient keuchend wieder beruhigte. Sein Gesicht verfinsterte sich noch mehr. »Ich prügel das verdammte Mist wie zu Tode, sobald ich zurück bin«, sagte er und zeigte mir seine gelben Zähne. »Zieh ihm das Fell ab und verkaufe das Fleisch!« »Oh, das würde ich euch nicht raten«, sagte ich und hielt meine Wut fest im Zaum. »Ihr solltet euren Arm nicht heftig bewegen, ihr könntet sonst Wundbrand bekommen.« »Tatsächlich!« Er wurde zwar nicht bleich, das war angesichts der Temperaturen auch gar nicht möglich, aber er war jetzt definitiv ganz ohr. »Ja«, sagte ich freundlich, »ihr habt also schon einmal Wundbrand gesehen? Alles wird grün und eitert, bestialischer Gestank, arm verrottet, innerhalb von Tagen tot, etwa so?« »Hab's einmal gesehen«, murmelte er, den Blick jetzt fest auf den Arm geheftet. »Ganz ruhig«, sagte ich besänftigend. »Wir tun hier, was wir können, ja?« Normalerweise hätte ich einem Patienten in dieser Lage einen Schluck Alkohol zur Stärkung angeboten, was auch immer ich zur Hand hatte, und dank des Marquis hatte ich reichlich französischen Brandy, aber in diesem Fall war mir nicht nach Nächstenliebe zumute. Eigentlich war ich sogar der Meinung, dass Hippokrates in den nächsten paar Minuten ruhig ein Auge zudrücken konnte. Niemandem Schaden zu fügen. Allerdings gab es nicht viel, was ich ihm antun konnte, denn ich war ja nur mit einer fünf Zentimeter langen Chirugennadel und einer Handarbeitsschere bewaffnet. Ich nähte die Wunde, so langsam ich konnte, übergoss sie in unregelmäßigen, aber kurzen Abständen sorgfältig mit Salzlösung und hielt unterdessen verstohlen nach Hilfeausschau. Jamie war gemeinsam mit Washington und dem Oberkommando damit beschäftigt, den bevorstehenden Angriff zu planen. Ich konnte ihn nicht holen lassen, damit er sich mit einem Maultierdieb befasste. Ian war zu Pferd verschwunden, um die britische Nachhut auszuspähen. Rollo war bei Lord John. Rachel war mit Denzel und Dottie ins nächste Dorf gefahren, um Vorräte zu besorgen. Ich wünschte ihnen viel Glück dabei. General Greens Proviantsucher fielen wie Heuschrecken über das Antlitz der Erde her, sobald die Armee Halt machte, und plünderten jede Farm und jede Scheune auf ihrem Weg. Der Patient fluchte monoton und ziemlich fantasielos vor sich hin, legte jedoch keinerlei Anzeichen an den Tag, mir den Gefallen zu tun und in Ohnmacht zu fallen. Das, was ich mit seinem Arm machte, war kaum angetan, seine Laune zu verbessern. Was, wenn er tatsächlich vorhatte, unverzüglich loszugehen und Clarence zu Tode zu prügeln? Solange Clarence frei war, hätte ich darauf gewettet, dass das Maultier aus einem solchen Zusammenstoß als Sieger hervorging, doch wahrscheinlich war er ja irgendwie angebunden. Andererseits, mir kam ein schrecklicher Gedanke. Ich wusste, wo Germaine war und was er machte, oder zumindest versuchte. Jesus H. Roosevelt Christ, murmelte ich und beugte den Kopf über den Arm des Fuhrmanns, um mir mein Entsetzen nicht anmerken zu lassen. Germaine war zwar ein extrem begabter Taschendieb, aber unter den Augen einer ganzen Horde von Fuhrleuten ein Maultier zu stehlen, was hatte Jamie gesagt? Man würde ihn als Dieb verhaften und hängen oder halb zu Tode peitschen und ich könnte nichts tun, um es zu verhindern. Und so, wie ich diese Männer kannte, würden sie ihm wahrscheinlich einfach das Genick brechen, statt darauf zu warten, dass das Militär Gerechtigkeit walten ließ. Ich schluckte krampfhaft und wandte hastig den Kopf, um zu sehen, ob ich die Lagerstelle der Fuhrleute erspähen konnte. Wenn ich Germaine sehen konnte, ich sah Germaine nicht. Was ich sah, war Percy Beauchamp, oder wie auch immer er hieß, der mich im Schatten eines Zeltes nachdenklich beobachtete. Unsere Blicke trafen sich und er kam auf der Stelle zu mir, während er sich den Rock gerade rückte. Nun, es stand mir nicht zu, einem geschenkten Gaul oder auch Muli ins Maul zu schauen, oder? Madame Fraser, sagte er und verbeugte sich, benötigt ihr Hilfe? Ja, verdammt, ich benötigte Hilfe. Ich konnte das Vernähen der Wunde nicht viel länger hinaus zögern. Ich ließ den Blick zu meinem bulligen Patienten hinüberhuschen und fragte mich, ob er wohl Französisch sprach. Offenbar war mein Gesicht exakt so transparent, wie es Jamie immer behauptete. Percy lächelte mich an und sagte im Konversationston auf Französisch, ich glaube nicht, dass dieser verfaulende Klumpenmenstrualblut mehr Englisch versteht, als man benötigt, um sich die Art verseuchter, schwachsinniger Hure zu verdingen, die sich von ihm berühren lässt, geschweige denn, dass er die Zunge der Engel spricht. Der Fuhrmann knurrte unablässig. Mistvieh, Mistvieh, verdammtes Scheiß, Maultier, das tut weh, Gott, verdammt. Ich entspannte mich ein wenig und erwiderte auf Französisch, ja, ich brauche Hilfe und zwar extrem dringend. Mein Enkelsohn versucht gerade, das Maultier zu stehlen, das ihm dieser Idiot gestohlen hat. Könnt ihr ihn aus dem Lager der Fuhrleute zurückholen, ehe es jemand merkt? A votre service, Madame, erwiderte er prompt, knallte die Hacken zusammen, verbeugte sich und ging. Ich ließ mir beim abschließenden Verbinden der Wunde so lange wie möglich Zeit. Falls mein übellauniger Bekannter Germain bei den Fuhrleuten antraf, so fürchtete ich, dass Persys französische Manieren der Situation möglicherweise nicht gewachsen sein würden. Und ich konnte wirklich nicht erwarten, dass Hippokrates weiter ein Auge zudrückte, falls ich mich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sah, weil er versuchte, Germain den Hals umzudrehen. Doch dann hörte ich hinter mir ein vertrautes Kreischen und als ich mich abrupt umwandte, sah ich Percy, der zwar etwas errötet und zerzaust war, aber Germain auf mich zuführte. Germain wiederum saß auf dem Maultier und funkelte mit einer Mischung aus Rachsucht und Triumphgefühl auf meinen Patienten nieder. Ich stand hastig auf und tastete nach meinem Messer. Der Fuhrmann, der gerade dabei gewesen war, den frischen Verband an seinem Arm vorsichtig zu befühlen, blickte verblüfft auf und fuhr dann brüllend in die Höhe. Mistvieh! kreischte er und steuerte mit geballten Fäusten zielstrebig auf die beiden zu. Man musste es Percy zugestehen, dass er sich nicht beirren ließ, obwohl er ein wenig erbleichte. Doch er reichte Germain die Zügel und trat entschlossen vor. Monsieur, begann er. Ich hätte gern erfahren, was genau er zu sagen vorhatte, fand es jedoch nicht heraus, da sich der Fuhrmann nicht mit Floskeln abgab, sondern Percy stattdessen die Faust in den Bauch rammte. Percy setzte sich abrupt auf den Boden und klappte zusammen wie ein Fächer. Verdammt! begann ich. Germain! Denn Germain, der sich durch den plötzlichen Verlust seines Helfers nicht beeindrucken ließ, hatte die Zügel kurz genommen und machte Anstalten, sie dem Fuhrmann quer durch das Gesicht zu schlagen. Das hätte möglicherweise auch funktioniert, wenn ihm seine Absicht nicht so deutlich anzusehen gewesen wäre. So jedoch duckte sich der Fuhrmann und streckte die Hände aus, um entweder die Zügel oder Germain zu packen. Die Umstehenden hatten jetzt begriffen, was hier vor sich ging und einige Frauen fingen an zu schreien. An diesem Punkt beschloss Clarence, sich einzumischen. Er legte die Ohren an, zog die Lippen kraus und schnappte nach dem Gesicht des Fuhrmanns, dem er um ein Haar die Nase abgebissen hätte. Du verdammtes Mistvieh! Mit einem Gänsehaut erzeugenden animalischen Brüllen ging der Fuhrmann auf Clarence los und verbiss sich in der Oberlippe des Maultiers, während er sich fest an seinen Hals klammerte. Clarence brüllte. Die Frauen brüllten. Germain brüllte. Ich brüllte nicht, weil ich keine Luft bekam. Ich boxte mich durch die Menge und tastete nach dem Schlitz in meinem Rock, um an mein Messer zu gelangen. Doch just als ich meine Hand um den Griff legte, legte sich eine Hand auf meine Schulter, sodass ich stehen blieb. Pardon, my lady, sagte Fergus, schritt zielstrebig an mir vorüber, trat neben die sich aufbäumende Masse aus Maultier, Fuhrmann und kreischendem Kind und feuerte die Pistole ab, die er in der Hand hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde hielt alles inne. Dann ging das Geschrei von Neuem los und alles rauschte auf Clarence und seine Begleiter zu, um zu sehen, was geschehen war. Das war im ersten Moment überhaupt nicht klar. Der Fuhrmann hatte verblüfft von Clarence abgelassen und sich speicheltriefend und mit vorquellenden Augen zu Fergus umgewandt. Germain, der mehr Geistesgegenwart an den Tag legte, als ich in einer solchen Situation besessen hätte, packte die Zügel und zerrte mit aller Kraft daran, um Clarence zu wenden. Clarence, dessen Blut jetzt sichtlich kochte, wollte nichts davon wissen. Fergus steckte die abgefeuerte Pistole seelenruhig in seinen Gürtel zurück. Jetzt begriff ich, dass er dem Fuhrmann vor die Füße geschossen haben musste und sprach den Mann an. Ich, an eurer Stelle, Sir, würde mich schleunigst aus der Nähe dieses Tieres entfernen. Es ist nicht zu übersehen, dass es euch nicht leiden kann. Das Geschrei hatte aufgehört und die Rede brachte mehrere Leute zum Lachen. Da hat er recht, Bergen, rief ein Mann neben mir. Das Maultier kann dich nicht leiden. Was sagst du dazu? Der Fuhrmann sah etwas verdattert aus, aber immer noch so, als wollte er jemanden umbringen. Er stand mit geballten Fäusten, gespreizten Beinen und eingezogenem Kopf da und funkelte wütend in die Menge. Was ich dazu? begann er. Ich finde! Doch jetzt war es Percy gelungen, wieder auf die Beine zu kommen und er hielt sich zwar noch etwas von übergebeugt, doch er konnte sich bewegen. Ohne jedes Zögern schritt er zu dem Fuhrmann hinüber und rammte ihm mit aller Kraft den Fuß in die Hoden. Das stieß auf Beifall. Selbst der Mann, der Beldens Freund zu sein schien, wierte vor Lachen. Der Fuhrmann ging zwar nicht zu Boden, doch er krümmte sich wie ein vertrocknetes Blatt und umklammerte sich selbst. Percy wartete klugerweise nicht, bis er sich erholt hatte, sondern drehte sich um und verbeugte sich vor Fergus. A votre service, Monsieur. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch mit eurem Sohn und dem Maultier natürlich zurückzieht. Merci beaucoup und ich schlage vor, dass ihr das ebenfalls tut. Tut's wie, erwiderte Fergus. Hey, rief der Freund des Fuhrmanns, der jetzt nicht mehr lachte. Ihr könnt das Maultier doch nicht stehlen. Fergus baute sich vor ihm auf, gebieterisch wie der französische Aristokrat, der er Persys Andeutungen nachmöglicherweise war. Das stimmt, Sir, sagte er und nickte kaum merklich mit dem Kopf, um seine Antwort zu unterstreichen. Weil ein Mann schließlich nichts stehlen kann, was ihm schon gehört. Ist es nicht so? Ist es nicht, ist was nicht so? Wollte der Mann verwirrt wissen. Fergus würdigte diese Frage keine Antwort. Er zog die Augenbraue hoch, entfernte sich ein paar Schritte, drehte sich um und rief, Clarence, attendez moi. Nach dem Kollaps des Fuhrmanns hatte Germaine Clarence einigermaßen unter seine Kontrolle gebracht, obwohl das Maultier die Ohren immer noch deutlich missmutig angelegt hatte. Beim Klang von Fergus' Stimme jedoch hoben sich die Ohren langsam und drehten sich in seine Richtung. Fergus lächelte und hinter mir hörte ich eine Frau unwillkürlich aufseufzen. Fergus' Lächeln war außerordentlich charmant. Er griff in seine Tasche und zog einen Apfel heraus, den er zielsicher mit seinem Haken aufspießte. Komm, sagte er zu dem Maultier. Er streckte die rechte Hand aus und bewegte die Finger, als kraulte er jemandem den Kopf. Clarence kam dieser verlockenden Einladung sofort nach, ohne weiter auf Mr. Belden zu achten, der sich jetzt hingesetzt hatte und seine Knie umklammert hielt, um besser über seinen Zustand nachsinnen zu können. Das Maultier senkte den Kopf, um den Apfel zu nehmen, stupste Fergus liebevoll am Ellbogen und ließ sich den Kopf kratzen. In der Menge erhob sich neugieriges und beifälliges Gemurmel und ich bemerkte, wie sich einige tadelnde Blicke auf den stöhnenden Mr. Belden richteten. Ich hatte nicht länger das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen und mein Inneres entkrampfte sich allmählich. Es kostete mich einige Mühe, das Messer wieder in die Scheide zu stecken, ohne mich in den Oberschenkel zu stechen und ich wischte mir die Hand am Rock ab. Was dich angeht, Saint-Crével, sagte Fergus jetzt zu Germaine, und zwar mit einem leisen Unterton der Bedrohung, den er eindeutig von Jamie hatte. So haben wir beide einiges zu besprechen, und zwar auf der Stelle. Germains Gesicht nahm eine ungesunde, gelbe Farbe an. Ja, Papa, murmelte er und ließ den Kopf hängen, um dem drohenden Blick seines Vaters auszuweichen. Steig ab, befahl Fergus ihm, dann hob er die Stimme und wandte sich an mich. Madame General, gestattet mir im Dienst der Freiheit dieses Tier General Fraser persönlich zum Geschenk zu machen. Der Klang dieser Worte war von solcher Aufrichtigkeit, dass einige Seelen applaudierten. Im Namen General Frazers nahm ich das Geschenk gnädig an. Als wir damit fertig waren, hatte sich Mr. Belden umständlich aufgerappelt und stolperte zum Lager der Fuhrleute davon. Clarence überließ er wortlos der guten Sache. Ich nahm Clarence Zügel, erleichtert und froh, ihn wiederzusehen. Dies beruhte offensichtlich auf Gegenseitigkeit, denn er stieß mir vertraulich gegen die Schulter und machte freundschaftliche Schnüffelgeräusche. Fergus stand unterdessen da und blickte einen Moment auf Germaine hinunter, dann richtete er sich auf und wandte sich an Percy, der immer noch ein wenig blass aussah, sich jedoch die Perücke zurechtgesetzt und sich wieder im Griff hatte. Percy verbeugte sich sehr förmlich vor Fergus, der tief aufseufzte und die Verbeugung dann erwiderte. Und wir beide haben wohl auch einiges zu besprechen, Monsieur, sagte er resigniert. Etwas später vielleicht? Perses wohlgeformtes Gesicht erhellte sich. A votre service, Seigneur, sagte er und verbeugte sich erneut. 63 Eine alternative Verwendungsmöglichkeit für eine Penisspritze Germaine hatte tatsächlich Honig gefunden und jetzt, da die Aufregung um Clarence vorüber war, holte er ein großes Stück einer klebrigen Honigwabe, das er in ein schmutziges schwarzes Halstuch gewickelt hatte, aus den Tiefen seines Hemds hervor. Was hast du damit vor, Oma? fragte er neugierig. Ich hatte das triefende Wabenstück in eine saubere Keramikschüssel gelegt und setzte erneut die nützliche Penisspritze ein, die ich sorgfältig mit Alkohol sterilisiert hatte, um den Honig anzusaugen, wobei ich darauf achtete, Wachsstückchen und sichtbare Pollenkörner zu vermeiden. Die Spritze, die zur Befeuchtung nicht zum Durchbohren konstruiert war, hatte eine stumpfe, glatt auslaufende Spitze, genau das Richtige, um jemandem Honig ins Auge zu träufeln. Ich werde seiner Lordschaft das kranke Auge schmieren, sagte ich. Fergus, würdest du herkommen und den Kopf seiner Lordschaft festhalten, bitte? Leg ihm die Hand auf die Stirn und Jermaine, du hältst ihm die Augenlider auf. Ich kann selbst stillhalten, sagte John gereizt. Ruhe, befahl ich knapp und setzte mich neben ihm auf den Hocker. Niemand kann stillhalten, während ihm jemand ins Auge piekst. Es ist noch keine Stunde her, da hast du mir deine verflixten Finger ins Auge gepikst und ich habe mich nicht gerührt. Du hast gezockt, sagte ich. Es ist nicht deine Schuld, du konntest nicht anders. Jetzt sei still, ich möchte dir nicht aus Versehen in den Augapfel stechen. Er schloss den Mund, atmete hörbar durch die Nase und ließ es über sich ergehen, dass ihn Fergus und Germaine festhielten. Ich hatte überlegt, ob ich den Honig mit abgekochtem Wasser verdünnen sollte, aber die Hitze hatte ihn so verflüssigt, dass ich es für besser hielt, ihn pur zu verwenden. Er ist antibakteriell, erklärte ich den drei Männern, während ich erneut mein Kautereisen benutzte, um den Augapfel anzuheben und langsam etwas Honig darunter zu spritzen. Das bedeutet, dass er Keime abtötet. Fergus und Germaine, denen ich schon mehr als einmal erklärt hatte, was Keime waren, nickten verständnisvoll und versuchten, sich den Anschein zu geben, als glaubten sie an die Existenz solcher Dinge. John öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, schloss ihn aber wieder und atmete heftig durch die Nase aus. Aber in diesem Fall ist die wichtigste Eigenschaft des Honigs, dass er zähflüssig ist, sagte ich, während ich den Augapfel großzügig damit bedeckte. Jetzt lass los, Germaine. Drück das Auge zu, John. Oh, sehr gut. Durch die Manipulation hatte das Auge natürlich wieder zu Tränen begonnen, doch selbst verdünnter Honig behält seine Zähflüssigkeit bei. Ich konnte den veränderten Lichtschimmer auf den Bindehäuten sehen, der auf den dünnen, lindernden, so hoffte ich, Honigfilm hindeutete. Etwas war natürlich übergelaufen und einige bernsteinfarbene Tropfen liefen ihm über die Schläfe zum Ohr. Ich stoppte den Fluss mit einem Taschentuch. Wie fühlt es sich an? John öffnete und schloss das Auge ein paar Mal ganz langsam. Ich sehe alles verschwommen. Das spielt keine Rolle. Du wirst sich besser an? Ja, sagte er unüberhörbar grollend und wir anderen drei stießen Beifallslaute aus, die er mit einem peinlich berührten Blick quittierte. Also gut, setz dich, vorsichtig, ja, so, schließ das Auge und halt das hier, um die Tropfen aufzufangen. Ich reichte ihm ein sauberes Taschentuch, rollte ein Stück Gaseverband auseinander, drückte ihm vorsichtig einen Mullbausch vor das Auge und wickelte ihm den Verband ein paar Mal um den Kopf. Dann steckte ich die Enden fest. Er hatte große Ähnlichkeit mit einer Figur auf einem alten Gemälde mit dem Titel Der Geist von 1776, doch das erwähnte ich nicht. Also gut, sagte ich. Ich atmete aus und war sehr zufrieden mit mir. Forges, könntest du mit Germaine etwas zu Essen besorgen, etwas für seine Lordschaft und etwas für morgen für unterwegs? Ich glaube, es wird ein langer Tag. Dieser hier ist doch schon lang genug, maulte John. Er schwankte ein wenig und ich drückte ihn sacht wieder zum Liegen nieder, ohne dass er großen Widerstand leistete. Er reckte den Hals, um ihn zu lockern, dann legte er sich seufzend auf das Kissen. Danke. Es war mir ein Vergnügen, versicherte ich ihm. Ich zögerte, aber da Fergus gegangen war, würde ich wohl ausließ. Du weißt vermutlich auch nicht, was Percival Beauchamp, wenn er denn so heißt, von Fergus will, oder? Das gesunde Auge öffnete sich und sah mich an. Nein, das weiß ich nicht, aber falls Mr. Fraser einen unverlangten Rat annehmen würde, lege ich ihm dringend ans Herz, sich so weit wie möglich von Monsieur Beauchamp fernzuhalten. Das Auge schloss sich wieder. Percy Beauchamp hatte sich nach Clarence Rettung sehr elegant verabschiedet und erklärt, le Marquis erwarte ihn, er werde Fergus jedoch am Morgen aufsuchen. Wenn sich die Dinge beruhigt haben, hatte er mit einer vornehmen Verbeugung hinzugefügt. Ich betrachtete John nachdenklich. Was hat er dir getan? fragte ich. Er öffnete zwar das Auge nicht, doch seine Lippen spannten sich an. Mir? Nichts. Gar nichts. Wiederholte er und legte sich auf die Seite, sodass er mir den Rücken zukehrte. 64 301 300 Mann Jamie trat in die Dunkelheit jenseits des Lagerfeuers der 16. New Jersey Company und blieb einen Moment stehen, damit sich seine Augen an das veränderte Licht gewöhnen konnten. Himmel. 300 Mann. 300 Mann. Noch nie hatte er mehr als 50 kommandiert. Auch Unteroffiziere hatte er nie ernsthaft gehabt, höchstens einmal einen oder zwei Männer unter sich. Jetzt hatte er zehn Milizkompanien, eine jede mit ihrem eigenen Hauptmann und einigen formlos ernannten Leutnants. Und Lee hatte ihm seinen eigenen Stab zugewiesen. Und Lee hatte ihm seinen eigenen Stab zugewiesen. Zwei Adjutanten, einen Sekretär, daran könnte er sich gewöhnen, dachte er, und bewegte die Finger seiner verstümmelten Hand. Drei Hauptmänner, von denen ihn jetzt einer begleitete und sich große Mühe gab, nicht besorgt auszusehen. Zehn Leutnants, die als Verbindungsoffiziere zwischen ihm und den Kompanien unter seinem Kommando dienen würden. Einen Koch und einen Koch gehilfen. Und seinen Stabsarzt hatte er ja sowieso schon. Obwohl ihn die Situation ganz in Anspruch nahm, musste er lächeln, als er an das Gesicht dachte, das Lee gemacht hatte, als ihm Jamie gesagt hatte, warum genau er keinen Armeestabsarzt benötigte. Ist das so? hatte Lee gesagt, und das Gesicht mit der langen Nase hatte jeden Ausdruck verloren. Dann hatte er sich zusammengerissen und war rot geworden, weil er glaubte, dass er an der Nase herumgeführt wurde. Doch Jamie hatte seine Manschette zurückgeschoben und Lee seine rechte Hand gezeigt. Die alten weißen Narben, an den Stellen, wo die Knochen seine Finger durchbohrt hatten, wie die Strahlenkränze kleiner Sterne, und die breite Narbe, immer noch rot, aber sauber gezogen, gerade und wunderbar verheilt, die zwischen dem kleinen und dem Mittelfinger verlief, und davon zeugte, dass der fehlende Finger mit solchem Können amputiert worden war, dass man zweimal hinschauen musste, um zu sehen, warum die Hand seltsam zu sein schien. Nun, General, eure Frau kann anscheinend exzellent mit einer Nadel umgehen, sagte Lee, jetzt belustigt. Aye, Sir, das kann sie, hatte er höflich erwidert. Und sie hat auch großes Geschick im Umgang mit der Klinge. Lee bedachte ihn mit einem sardonischen Blick und spreizte seinerseits die Finger der rechten Hand. Die beiden Äußeren fehlten. Das hatte der Herr, der mir die beiden abgehauen hat, auch. Ein Duell, fügte er achselzuckend hinzu, als er Jamies hochgezogene Augenbrauen sah und schloss die Hand wieder. In Italien. Er wusste nicht, was er von Lee halten sollte. Der Mann hatte einen guten Ruf als Soldat, aber er war ein Angeber, und meistens passte das nicht zusammen. Andererseits war er so stolz wie Louis' Kamele und manchmal zeichnete Arroganz ja auch einen Menschen aus, der seinen Wert kannte. Der Plan, die britische Nachhut anzugreifen, zunächst als rascher Schlag durch Lafayette und tausend Mann gedacht, Lee war sich für ein solch minderes Kommando zu schade, war komplexer geworden, wie das stets der Fall war, wenn man den Kommandeuren Zeit ließ, darüber nachzudenken. Sobald Washington beschlossen hatte, dass die Truppe für den Vorstoß doch 5000 Mann stark sein sollte, hatte sich Lee gnädigerweise dazu herabgelassen, das Kommando zu übernehmen. Um Lafayette nicht zu verletzen, würde er nach wie vor seine kleinere Streitmacht anführen, doch Lee hatte den Oberbefehl. Jamie war skeptisch, doch es stand ihm nicht zu, dies auszusprechen. Er blickte nach links, wo Ian und sein Hund neben ihm herschlenderten. Ersterer pfiff leise vor sich hin, letzterer war ein großer, zotteliger Umriss in der Dunkelheit, der in der Hitze hechelte. Ian, sagte er beiläufig auf Garlick, hatten deine Freunde mit den Federn etwas über Une Vaderica zu sagen? Ja, Onkel Jamie, erwiderte Ian in derselben Sprache, Allerdings nicht viel, weil sie ihn nur vom Hörensagen kennen. Er ist ein grimmiger Kämpfer, heißt es zumindest. Hm. Die Mohawk waren gewiss grimmig, und Mut zählte bei ihnen viel, doch er hatte den Eindruck, dass ihr Verständnis von Strategie, Taktik und Einschätzung der Lage zu wünschen übrig ließ. Gerade war er im Begriff, nach Joseph Brandt zu fragen, der wohl bei den Mohawk das war, was einem General, im formellen Sinne, am nächsten kam, als er durch eine hochgewachsene, schlachsige Gestalt unterbrochen wurde, die ihm in den Weg trat. Ich bitte um Verzeihung, Sir, könnte ich euch sprechen? sagte der Mann und fügte mit einem Blick auf Jamies Begleiter hinzu, unter vier Augen. Gewiss, Hauptmann, what's worth, erwiderte er, und hoffte, dass sein Zögern bei der Suche nach dem Namen des Mannes schwach genug gewesen war, um unbemerkt zu bleiben. Er hatte sich alle Milizhauptmänner eingeprägt, denen er begegnet war, und so viele Männer, wie er konnte, doch es würde noch eine Weile dauern, bis er ihren Namen auf Anhieb parat hatte. Nach einem weiteren Moment des Zögerns nickte er Ian zu, mit Hauptmann Juhl schon zum nächsten Feuer weiterzugehen. Berichtet ihnen schon, wie die Lage ist, Hauptmann, sagte er, denn das nächste Lagerfeuer gehörte einer Kompanie, die Juhl unterstand. Aber wartet dort auf mich, I. Die Lage? wiederholte Woodsworth und klang alarmiert. Was denn? Geht es schon los? Noch nicht, Hauptmann. Kommt weiter, I, sonst werden wir noch überrannt. Denn sie standen auf dem Weg, der von den Lagerfeuern zu einer Reihe hastig ausgehobener Latrinengräben führte, er konnte den beißenden Geruch nach Fäkalien und ungelöschtem Kalk bis zu ihnen riechen. Er führte Woodsworth beiseite, unterrichtete ihn über den Wechsel des Oberkommandos für den nächsten Morgen, versicherte ihm aber, dass sich dadurch für die Milizkompanien unter Jamies Kommando so gut wie nichts ändern würde, sie würden ihre Befehle auf dem üblichen Weg erhalten. Insgeheim dachte er allerdings, dass es zwar nichts am Prozedere unter den Kompanien ändern würde, vielleicht jedoch daran, ob sie morgen in Kampfhandlungen verwickelt werden würden und ob sie diese überleben würden. Doch es war nicht zu sagen, ob ihre Chancen unter Lafayette oder Lee besser standen. Das würde das Schicksal oder möglicherweise Gott entscheiden. Also, Sir, sagte er, ihr wünschtet mich zu sprechen? Oh. Woodsworth holte durch die Nase Luft und drückte seinen Rücken gerade durch, während er hastig die Worte seiner Ansprache wieder zusammensuchte. Ja, Sir, ich wollte mich erkundigen, welche, äh, Unterbringung für Bertram Armstrong gefunden wurde. Bertram? Wer? Der Mann, den ihr gestern aus meiner, äh, äh, bei der Truppenmusterung festgenommen habt mit dem kleinen Jungen. Jamie wusste nicht, ob er lachen oder sich ärgern sollte. Bertram? Vorerst ist der Mann gut untergebracht, Sir. Meine Frau hat sich um sein Auge gekümmert und er hat zu essen bekommen. Oh. Woodsworth trat von einem Fuß auf den anderen, ließ sich aber nicht beirren. Das freut mich, Sir, aber was ich meinte, ich mache mir Gedanken um ihn. Es gibt Gerede über ihn. Das kann ich mir vorstellen, sagte Jamie und gab sich keine Mühe, seinen gereizten Unterton zu verbergen. Und inwiefern macht ihr euch Gedanken, Sir? Es heißt, sagen die Männer aus Dunnings' Kompanie, dass Armstrong ein Spion der Regierung ist, dass er ein britischer Offizier ist, der sich unter uns versteckt hat. Dass man ein Offizierspatent bei ihm gefunden hat und Korrespondenz, ich... Er hielt inne und holte tief Luft, bevor die nächsten Worte in einem Schwall aus ihm herausströmten. Ich kann das nicht von ihm glauben, Sir. Keiner von uns kann das. Wir haben das Gefühl, dass ein Irrtum vorliegen muss und wir... Wir möchten gerne sagen, dass wir hoffen, dass nichts... Voreiliges unternommen wird. Niemand hat einen derartigen Verdacht geäußert, Hauptmann, versicherte ihm Jamie, während ihm der Alarm über den Rücken lief wie Quecksilber. Nur, weil sie noch nicht dazu gekommen sind. Inmitten der Intensität der Vorbereitung auf den Kampf und der noch größeren Intensität seiner eigenen Gefühle hatte er das haarige Problem ignorieren können, das Gray als Gefangener darstellte, doch viel länger konnte er es nicht ignorieren. Er hätte Lafayette, Lee und Washington auf der Stelle von Grays Anwesenheit unterrichten sollen, doch er hatte darauf gebaut, dass die Verwirrung der nahenden Schlacht sein zögernd tarnen würde. Seine Augen hatten sich an das fleckige Licht des Mondes und der Lagerfeuer gewöhnt. Er konnte Woodsworth langes Gesicht sehen, entschuldigend, aber entschlossen. Ja, ich spreche nur ungern so offen, Sir, aber es ist nun einmal so, dass es zu bedauerlichen Handlungen, zu unwiderruflichen Handlungen kommen kann, wenn Menschen in Leidenschaft entbrennen. Ihr glaubt, dass sich jemand zu solchen Handlungen berufen fühlen könnte? Jetzt? Er ließ den Blick über die Lagerfeuer schweifen. Er konnte Menschen in Bewegung sehen, ruhelos wie die Flammen, dunkles Schatten im Wald, doch er spürte nichts Aufrührerisches, keinen Puls der Wut. Gemurmelte Gespräche, gewiss aufgeregte Stimmen, die hier und dort in Gelächter ausbrachen, oder sogar sangen, doch es war der nervöse Geist der Erwartung, nicht das dumpfe Tosen eines Pöbels. Ich bin geistlicher, Sir. Woodsworth, Stimme klang jetzt kräftiger, drängend. Ich weiß, wie schnell die Menschen Böses reden und wie schnell aus solchen Worten Taten werden. Ein Glas zu viel, ein achtloses Wort. Ei, da habt ihr recht, sagte Jamie. Er verfluchte sich selbst, weil er an diese Möglichkeit nicht gedacht hatte. Er hatte zugelassen, dass ihm seine Gefühle den Verstand vernebelten. Natürlich hatte er keine Ahnung gehabt, dass Gray ein Offizierspatent bei sich trug, doch das war keine Entschuldigung. Ich habe General Lee von Mr. Armstrong in Kenntnis gesetzt. Solltet ihr weiteres Gerede über den Mann hören, sagt doch bitte weiter, dass die Angelegenheit in offiziellen Händen liegt. Das verhindert vielleicht, dass etwas bedauerlich Inoffizielles geschieht. Woodsworths Seufzer der Erleichterung war spürbar. Ja, Sir, sagte er dankbar, das werde ich gewiss weitersagen. Er trat beiseite und neigte den Kopf, hielt dann aber inne, weil ihm ein Gedanke kam. Oh, Ei, sagte Jamie ungeduldig. Er fühlte sich von allen Seiten durch Schwärme kleiner, beißender Sorgen überfallen, die er gern totgeschlagen hätte. Ich vertraue darauf, dass ihr mir meine Beharrlichkeit verzeiht, General, aber ich dachte nur, der Junge, der in Armstrongs Begleitung war. Bobby Higgins heißt er. Jamies Sinne erwachten augenblicklich zur Alarmbereitschaft. Was ist mit ihm? Er, ich meine Armstrong, der Junge hat gesagt, er wäre auf der Suche nach seinem Großvater. Und Armstrong hat gesagt, er kennt den Mann und sein Name wäre James Fraser. Jamie schloss die Augen. Falls sonst niemand Gray bis zum Tagesanbruch gelüncht hatte, würde er ihn vielleicht selbst erwürgen. Der Junge ist tatsächlich mein Enkelsohn, Oberst, sagte er, so gleichmütig er konnte, und öffnete die Augen. Was bedeutet, Ei, dass ich den verdammten Bert Armstrong kenne? Und wenn sich diese Kleinigkeit herumsprach, würde er sich einer Menge peinlicher Fragen gegenübersehen, und zwar von Leuten, denen es zustand, Antworten zu verlangen. Meine Frau kümmert sich um ihn. Oh, gut, ich wollte nur eurer Sorge Ausdruck verleihen. Ei, Hauptmann, ich danke euch. Gute Nacht. Woodsworth verneigte sich und trat zurück, mummelte ebenfalls, gute Nacht, und verschwand in einer Nacht, die alles andere als gut war und mit jeder Sekunde schlimmer wurde. Jamie rückte sich den Rock zurecht und ging weiter. 300 Mann zu unterweisen und zu befehligen, anzustacheln, anzuführen und zu kontrollieren. 300 Menschen leben in seinen Händen. 301. Verflixt. 65. Moskitos Es war schon spät, als Jamie in das Licht des Feuers trat, mich anlächelte und sich abrupt hinsetzte. Gibt es etwas zu essen? fragte er. Ja, Sir, sagte die Frau, die es rührte. Und ihr werdet auch etwas essen, Ma'am, fügte sie entschlossen hinzu und warf mir einen Blick zu, der wenig Zweifel daran ließ, dass ich schon einmal besser ausgesehen hatte. Mir war zwar nicht danach, mir deswegen Gedanken zu machen, doch ich griff dankbar nach der Holzschüssel mit etwas Heißem und einem Stück Brot, mit dem ich es essen konnte. Ich nahm kaum Notiz davon, was ich aß, obwohl ich halb verhungert war. Der Tag war so voller Aktivität gewesen, dass ich keine Zeit zum Essen gehabt hatte. Dass ich gar nichts gegessen hätte, wenn ich nicht John etwas gebracht hätte und er darauf bestanden hätte, dass ich mich zehn Minuten hinsetzte und mit ihm aß. Percy Beauchamp war nicht zurückgekommen, das konnten wir wohl auf der positiven Seite verbuchen. Ein paar Dutzend Männer aus Jamies Kompanien hatte ich aufgrund körperlicher Gebrechen ausgemustert, verkrüppelt, asthmatisch, altersschwach und noch einmal vielleicht drei Dutzend, die zwar im Prinzip gesund waren, aber Verletzungen hatten, die der Behandlung bedurften. Zum Großteil die Überbleibsel von Faustkämpfen oder Stürzen im betrunkenen Zustand. Mehrere von ihnen waren immer noch betrunken und waren fortgeschickt worden, um unter Aufsicht ihren Rausch auszuschlafen. Einen Moment lang fragte ich mich, wie viele Männer wohl normalerweise betrunken in die Schlacht zogen. Ehrlich gesagt wäre ich selbst sehr in Versuchung gewesen, es zu tun, wenn ich tun müsste, was diese Männer zu tun vorhatten. Es herrschte zwar nach wie vor noch allgemeines Hin und Her, doch die anfängliche Fröhlichkeit und Unruhe waren jetzt gedämpfter, konzentrierter, zielgerichteter, nüchterner. Die Männer spürten, es wurde ernst. Ich selbst war mit meinen Vorbereitungen fertig, zumindest hoffte ich das. Es gab ein kleines Zelt zum Schutz vor der sengenden Sonne, Pakete mit Arzneien, Päckchen mit Operationsausstattung, die je ein Glas feuchte Fäden enthielten, ein großes Stück Verbandswatte, um Blut aufzuwischen, und eine Flasche verdünnten Alkohol. Mir war das Salz ausgegangen, und ich konnte mich nicht dazu aufraffen, den Proviantmeister um mehr zu bitten oder darum zu handeln. Und zusätzlich hatte ich meine Notfallausrüstung, die ich stets über der Schulter trug. Ich saß dicht am Feuer, doch allmählich wurde mir trotzdem und trotz der Schwüle der Nacht kalt. Ich fühlte mich bleischwer, und erst jetzt merkte ich, wie müde ich war. Das gesamte Lager war inzwischen zunehmend ruhiger geworden, aber es schlief nicht ganz. An den Feuern wurde noch geredet, und hin und wieder hörte man das Geräusch einer Sense oder eines Schwertes, das geschliffen wurde, doch die Lautstärke hatte sich definitiv gesenkt. Mit dem Untergang des Mondes war relative Ruhe eingekehrt, und selbst diejenigen Seelen, die die bevorstehende Schlacht kaum erwarten konnten, ergaben sich dem Schlaf. Komm, leg dich hin, sagte ich leise zu Jamie und erhob mich mit einem unterdrückten Stöhnen von meinem Sitz. Es ist zwar nicht für lange, aber du brauchst zumindest etwas Ruhe, und ich auch. Ei, gut. Aber ich halte es nicht unter einem Zeltdach aus, sagte er leise und folgte mir. Ich fühle mich halb erstickt, würde in einem Zelt keine Luft bekommen. Es ist ja genug Platz im Freien, sagte ich und unterdrückte tapfer einen Stich bei der Vorstellung auf dem Boden zu schlafen. Ich holte ein paar Decken und folgte ihm gähnend ein Stück am Ufer entlang, bis wir eine zurückgezogene Stelle hinter dem Vorhang aus Weiden fanden, die ihr Laub im Wasser treiben ließen. Es war sogar überraschend bequem, auf dem Boden wuchs dichtes Gras, über das wir die Decken bereiten konnten, und so dicht am Wasser war die Luft zumindest in Bewegung, kühl auf meiner Haut. Ich schlüpfte aus meinen Röcken, zog mir das Korsett aus und erschauerte selig und erleichtert, als mir die Kühle, sacht durch das feuchte Hemd wehte. Jamie hatte sich bis auf sein Hemd ausgezogen und rieb sich Gesicht und Beine mit Moskitosalbe ein. Ganze Schwärme dieser Insekten lieferten die Erklärung dafür, warum wir am Wasser unter uns waren. Ich setzte mich neben ihn und nahm ebenfalls ein wenig von dem nach Minze duftenden Schmalz. Moskitos stachen mich zwar nur selten, aber das hinderte sie nicht daran, mir um die Ohren zu surren und sich neugierig in meinen Mund und meine Nase zu setzen, was ich extrem störend fand. Ich legte mich zurück und sah zu, wie er sich gründlich einrieb. Ich konnte das Nahen des Morgens spüren, sehnte mich aber umso mehr zumindest nach dem bisschen Ruhe, das mir vergönnt sein würde, bevor die Sonne aufging und die Hölle losbrach. Jamie schloss die Büchse und legte sich mit einem lauten Stöhnen neben mich. Schwarze Laubschatten bebten über sein helles Hemd. Ich drehte mich ihm zu, just als er sich mir zudrehte, und wir fanden uns in einem blinden, tastenden Kuss, lächelten am Mund des Anderen, während wir uns wandten, um eine gute Position zum Zusammenliegen zu finden. Obwohl es so warm war, wollte ich ihn berühren, und er wollte mich berühren. Ernsthaft? sagte ich erstaunt. Wie kannst du denn? Du bist doch seit Stunden auf. Nein, erst seit ein oder zwei Minuten, versicherte er mir. Entschuldige, Sassnach, ich weiß, dass du müde bist, und ich würde dich nicht bitten, aber ich kann es nicht mehr aushalten. Er ließ meinen Hintern los, um sein Hemd hochzuziehen, und ich begann resigniert, mir das eigene Hemd von den Beinen zu lösen. Es stört mich nicht, wenn du dabei einschläfst, sagte er mir ins Ohr, während er sich mit einer Hand vortastete. Ich brauche auch nicht lange, es ist nur … Die Moskitos werden dir den Hintern zerstechen, warnte ich ihn, während ich meinen eigenen Hintern in eine bessere Lage buxierte und die Beine spreizte. Sollte ich dir nicht lieber etwas … Oh, sagte er und klang erfreut. Nun, wenn du wach bleiben möchtest, ist das natürlich auch gut. Ich kniff ihn fest in den Hintern und er jaulte leise auf, lachte und fuhr mir mit der Zunge über das Ohr. Alles war ein bisschen trocken und er tastete nach der Büchse mit der Moskitosalbe. Bist du sicher? begann ich skeptisch. Oh! Er war bereits dabei, die halbflüssige Salbe mit mehr Feuereifer als Geschick aufzutragen, doch dieser Feuereifer war erregender, als Geschick es gewesen wäre. Und so intim mit einer kleinen Menge Pfefferminzöl eingerieben zu werden, war ebenfalls ein ganz neues Gefühl. Mach das Geräusch noch einmal, sagte er und atmete schwer in mein Ohr. Es gefällt mir. Er hatte recht. Es dauerte nicht lange. Keuchend lag er halb auf mir und sein Herz schlug langsam und fest gegen meine Brust. Ich hatte die Beine um ihn geschlungen. Ich konnte spüren, wie die kleinen Insekten meine Knöchel und meine nackten Füße umschwärmten, während sie nach seiner ungeschützten, bloßen Haut gierten und wollte ihn nicht loslassen. Ich drückte ihn fest an mich, bewegte mich sacht, schlüpfrig und kribbelnd und auch ich brauchte nicht lange. Meine zitternden Beine entspannten sich und ließen ihn los. Soll ich dir etwas sagen? sagte ich, nachdem ich eine Weile heftig Minzeduft eingeatmet hatte. Moskitos stechen dich nicht in den Schwanz. Es wäre mir sogar gleichgültig, wenn sie mich in ihren Horst schleppen, um mich an ihre Jungen zu verfüttern, murmelte er. Komm her, Sasnach. Ich schob mir das verschwitzte Haar aus dem Gesicht und schmiegte mich zufrieden in die Höhlung seiner Schulter. Jetzt war ich so in der schwülen Atmosphäre zu Hause, dass ich nicht länger versuchte, die Grenzen meines Körpers im Blick zu behalten und schlicht in den Schlaf schmolz. Ich schlief, ohne zu träumen und mich zu bewegen, bis mich der Anflug eines Krampfes so weit weckte, dass ich leicht meine Lage änderte. Jamie hob den Arm ein wenig, ließ ihn wieder sinken, als ich es mir bequem gemacht hatte und mir wurde bewusst, dass er nicht schlief. Geht es dir gut? murmelte ich lallend vor Müdigkeit. Ei, flüsterte er und seine Hand strich mir das Haar von der Wange. Schlaf weiter, Sasnach. Ich wecke dich, wenn es Zeit ist. Mein Mund war verklebt und ich brauchte einen Moment, um Worte zu finden. Du musst doch auch schlafen. Nein, sagte er leise, aber entschlossen. Nein, ich habe nicht vor zu schlafen. So kurz vor der Schlacht träume ich. Ich habe die letzten drei Nächte geträumt und es wird immer schlimmer. Mein Arm lag quer über seiner Talie. Bei diesen Worten hob ich ihn unwillkürlich und legte meine Hand auf sein Herz. Ich wusste, dass er geträumt hatte und ich hatte auch eine gute Vorstellung davon, was er geträumt hatte. Den Dingen nach, die er im Schlaf gesagt hatte und der Art nach, wie er zitternd erwacht war. Es wird immer schlimmer. Psst, sagte er und neigte den Kopf, um mein Haar zu küssen. Keine Sorge, Aniem. Ich möchte hier nur liegen mit dir in meinen Armen, dich beschützen und dir beim Schlafen zu sehen. Dann kann ich klaren Kopfes aufstehen und tun, was getan werden muss. Nessun Dorma Niemand wird schlafen Es war ein Lied, eine Arie, hatte Brianna gesagt, aus einer Oper, die sie gut kannte. Sie hatte an der Universität eine Rolle darin gespielt, in chinesischen Gewändern. Ian lächelte bei der Vorstellung, wie seine Cousine, die größer war als die meisten Männer, mit raschelnden Seidengewendern auf einer Bühne auf- und abschritt. Er wünschte, er hätte das gesehen. Er dachte an sie seit dem Moment, in dem er den kleinen Lederbeutel geöffnet hatte, der seine Farben enthielt. Sie war Malerin, Brianna, und zwar eine gute. Sie fertigte ihre eigenen Pigmente und sie hatte ihm den roten Ocker gemacht, das schwarz und weiß aus Holzkohle und getrocknetem Lehm, hatte ihm ein dunkles Grün aus zerstoßenem Malachit zubereitet und ein leuchtendes Gelb aus der Galle eines Büffels, den sie und ihre Mutter getötet hatten. Kein anderer Mann hatte so leuchtende Farben und einen Moment lang wünschte er, Eats Turtles und einige seiner anderen Mohawk-Brüder könnten hier sein, um sie zu bewundern. Die Geräusche des Lagers waren wie das Singen der Zikaden in den Bäumen an einem Fluss. Ein Summen, das zu laut war, um dabei zu denken, das jedoch verschwand, sobald man sich daran gewöhnte. Niemand wird schlafen. Die Frauen und Kinder schliefen vielleicht, doch die Huren mit Sicherheit nicht, nicht heute Nacht. Er empfand einen Stich bei diesem Gedanken, ließ ihn jedoch ziehen, dachte an Rachel und ließ sie ebenfalls ziehen, wenn auch widerstrebend. Er öffnete den Weidenrindenbehälter mit dem Hirschtalg und seibte sich Gesicht, Brust und Schultern ein, langsam konzentriert. Normalerweise sprach er dabei mit den Geistern der Erde und dann mit seinen persönlichen Heiligen, Michael und Bright. Doch er sah weder Michael noch Bright. Brianna war immer noch nicht ganz fort, doch vor allem hatte er das deutliche Gefühl, sein Vater sei da, was verwirrend war. Es erschien ihm respektlos, seinen eigenen Vater fortzuschicken. Er hielt inne mit dem, was er tat und schloss stattdessen die Augen, um abzuwarten, ob ihm Paar vielleicht etwas zu sagen hatte. Ich hoffe, du willst mir nicht meinen Tod verkünden, Ei, sagte er laut, weil ich nicht vorhabe zu sterben, bevor ich nicht wenigstens mit Rachel geschlafen habe. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Die trockene Stimme gehörte Onkel Jamie und Ians Augen öffneten sich abrupt. Sein Onkel stand zwischen den zu Boden hängenden Wedeln einer Flussweide nur mit seinem Hemd bekleidet. Ohne Uniform, Onkel Jamie, sagte er, obwohl das Herz in seiner Brust einen Satz gemacht hatte wie eine aufgeschreckte Maus. Das wird General Washington aber gar nicht gern sehen. General Washington legte extremen Wert auf korrekte Uniformen. Offiziere mussten zu jeder Zeit angemessen gekleidet sein. Er sagte, man könne die Kontinentalen ja nicht als Armee ernst nehmen, wenn sie das Feld wie ein bewaffneter Pöbel betraten und sich auch so aufführten. Tut mir leid, wenn ich dich unterbrochen habe, Ian, sagte Onkel Jamie und trat unter dem Baum hervor. Der Mond war fast verschwunden, er war nicht mehr als ein Geist mit bloßen Beinen umweht von seinem Hemd. Aber mit wem hast du denn gesprochen? Oh, mit meinem Paar. Er war einfach auf einmal da. Ich meine, ich denke oft an ihn, aber ich habe nicht so oft das Gefühl, dass er bei mir ist. Also habe ich mich gefragt, ob er wohl da war, um mir zu sagen, dass ich heute sterben würde. Jamie nickte, ohne dass ihn Ians Worte zu beunruhigen schienen. Das bezweifle ich, sagte er. Du legst deine Bemalung an, Ai? Bereitest dich vor, meine ich. Ai, das hatte ich gerade vor. Möchtest du auch? Es war nur halb gescherzt und Jamie verstand es auch so. Das würde ich gern tun, Ian, aber ich glaube, General Washington würde mich an den Daumen aufknüpfen und auspeitschen lassen, wenn ich ihm mit meinen Männern in Kriegsbemalung vor die Augen käme. Ian stieß einen kleinen Laut der Belustigung aus, tauchte zwei Finger an das Gefäß mit dem roten Ocker und begann, sich die Farbe auf die Brust zu reiben. Und was machst du dann nur im Hemd hier draußen? Mich waschen, sagte Jamie, jedoch in einem Ton, der darauf hindeutete, dass das nicht alles war. Und, ähm, mit meinen eigenen Totenreden. Hm, irgendjemand Besonderes? Mein Onkel Dougal und Mörtag, der mein Patenonkel war, das sind die beiden, die ich mir im Kampf am meisten an meiner Seite wünsche. Das fand Ian interessant. Er hatte zwar keinen der beiden Männer kennengelernt, denn sie waren beide in Koloden gestorben, aber er hatte viel von ihnen gehört. Die geborenen Kämpfer, sagte er. Hast du meinen Paar auch gefragt? Ob er mit dir geht, meine ich? Vielleicht ist er ja deswegen hier. Überrascht wandte Jamie Ian den Kopf zu. Dann entspannte er sich und schüttelte den Kopf. Ich brauchte Ian Moore noch nie zu fragen, sagte er leise. Er ist immer einfach nur an meiner Seite. Er wies mit einer knappen Geste in die Dunkelheit zu seiner Rechten. Ians Augen brannten und es schnürte ihm die Kehle zu. Doch das machte nichts, es war ja dunkel. Er räusperte sich und streckte die Hand mit einem der kleinen Gefäße aus. Hilfst du mir, Onkel Jamie? Oh, I, sicher. Wie hättest du es denn gern? Rot auf der Stirn, das kann ich selbst, aber schwarz von den Pünktchen bis zum Kinn. Er fuhr mit dem Finger über die tätowierten Punkte, die sich über seine Wangen schwangen. Schwarz steht für Kraft, Ei. Damit tut man kund, dass man Krieger ist und gelb bedeutet, dass man keine Angst vorm Sterben hat. Oh, Ei. Möchtest du heute gelb? Nein. Er legte ein Lächeln in seine Stimme und Jamie lachte. Hm. Jamie tupfte die Farbe mit der Kaninchenpfote auf, die als Pinsel diente, dann verteilte er sie gleichmäßig mit dem Daumen. Ian schloss die Augen und spürte, wie ihm die Berührung Kraft schenkte. Machst du das normalerweise allein, Ian? Ohne Spiegel kommt mir das schwierig vor. Meistens, oder wir haben es manchmal gemeinsam getan und ein Clansbruder hat mich bemalt. Wenn es wichtig war, ein großer Kriegszug, hat uns der Medizinmann bemalt und dazu gesungen. Sag nicht, du möchtest, dass ich singe, Ian, murmelte sein Onkel. Ich meine, ich würde es versuchen, aber es geht schon, danke. Schwarz für die untere Gesichtshälfte, Rot für die Stirn und ein Malachitgrüner Streifen, der den Tätowierungen folgte, von einem Ohr zum anderen über seinen Nasenrücken hinweg. Ian blickte auf die kleinen Pigmentschälchen, das Weiß war leicht zu erkennen und er zeigte darauf, kannst du mir vielleicht einen kleinen Pfeil malen, Onkel Jamie, auf die Stirn? Er fuhr mit dem Finger von links nach rechts, um zu zeigen, wo. Ei, das kann ich. Jamies Kopf war über die Farbschälchen gebeugt und seine Hand zögerte, aber hast du mir nicht einmal gesagt, dass Weiß für Frieden steht? Ei, wenn man zu einer Verhandlung aufbricht, benutzt man viel Weiß, aber es steht auch für Trauer. Wenn man auszieht, um jemanden zu rächen, würde man vielleicht auch Weiß tragen. Jetzt zuckte Jamies Kopf hoch und er starrte Ian an. Der Pfeil hat nichts mit Rache zu tun, erklärte Ian. Er ist für fliegender Pfeil, den Toten, dessen Stelle ich eingenommen habe, als ich adoptiert wurde. Er sagte es, so beiläufig er konnte, doch er spürte, wie sein Onkel erstarrte und zu Boden blickte. Keiner von ihnen würde diesen Tag des Abschieds je vergessen, an dem er zu den Ganya Gehaga gegangen war und sie beide gedacht hatten, es wäre für alle Zeiten. Er beugte sich vor und legte Jamie die Hand auf den Arm. An diesem Tag hast du Kim nicht zu mir gesagt, Onkel Jamie, und das habe ich getan. Mich erinnert. Genau wie ich, Ian, sagte Jamie leise und malte ihm den Pfeil auf die Stirn wie ein Priester am Aschermittwoch, der ihn mit dem Zeichen des Kreuzes markierte. Wie wir alle. Ian berührte vorsichtig den grünen Streifen, um sich zu vergewissern, dass er trocken genug war. Ei, ich glaube schon, weißt du, dass Brianna mir die Farben angefertigt hat? Ich habe auch an sie gedacht, aber dann gedacht, ich sollte sie vielleicht nicht mitnehmen, nicht so. Er spürte Jamies Atem auf seiner Haut, als sein Onkel leise prustete und sich dann zurücklehnte. Du nimmst deine Frauen immer mit in die Schlacht, Ian Oak. Aus ihnen schöpfst du deine Kraft, Mann. Oh, Ei? Das klang verständlich und es erleichterte ihn. Dennoch, ich dachte nur, es ist möglicherweise nicht richtig, an einem solchen Ort an Rachel zu denken, da sie doch Quäkerin ist. Jamie tauchte den Mittelfinger in das Schmalz, dann vorsichtig in den weißen Lehmpuder und zeichnete Ian ein breites, geschwungenes V unter die rechte Schulter. Es war sogar im Dunkeln deutlich zu sehen. Weiße Taube, sagte er und nickte. Er klang zufrieden. Da hast du Rachel. Dann wischte er sich die Finger an dem Felsen ab, erhob sich und reckte sich. Ian sah, wie er sich umwandte, um nach Osten zu blicken. Es war zwar noch Nacht, doch die Luft hatte sich verändert in den wenigen Minuten, die sie zusammengesessen hatten. Die hochgewachsene Gestalt seines Onkels malte sich deutlich vor dem Himmel ab, wo er kurz zuvor noch ein Teil der Nacht gewesen zu sein schien. Eine Stunde, nicht mehr, sagte Jamie. Ist erst etwas Ei? Und damit wandte er sich ab und schritt zum Fluss davon, zurück zu seinem unterbrochenen Gebet. 67 Nach Dingen greifen, die nicht da sind William wünschte, er könnte damit aufhören, nach Dingen zu greifen, die nicht da waren. Ein Dutzend Mal, öfter noch, hatte er heute nach dem Dolch gegriffen, der an seinem Gürtel hätte stecken sollen. Ein- oder zweimal nach einer seiner Pistolen. Hatte die Hand ohnmächtig gegen seine Hüfte geschlagen und sein Schwert vermisst, das kleine, feste Gewicht seines Munitionsbeutels, das Schwingen seiner Patronenschachtel. Und jetzt lag er schwitzend nackt auf seinem Feldbett, die flache Hand auf seiner Brust, wo er unbewusst nach dem hölzernen Rosenkranz gegriffen hatte. Dem Rosenkranz, der ihm, hätte er ihn noch gehabt, jetzt nicht mehr der Trost gewesen wäre, der er so viele Jahre gewesen war. Dem Rosenkranz, der, hätte er ihn noch gehabt, nicht länger, Mac zu ihm gesagt hätte. Hätte er ihn noch, hätte er ihn sich vom Hals gerissen und ihn ins nächste Feuer geworfen. Genau das hatte James Fraser wahrscheinlich auch damit gemacht. William hatte dem Bastard den Rosenkranz ins Gesicht geworfen. Aber Fraser war hier schließlich nicht der Bastard, oder? Er knurrte, scheiße, und warf sich gereizt herum. Einen Meter weiter bewegte sich Evans und furzte im Schlaf, ein plötzliches, gedämpftes Geräusch wie eine Kanone in der Ferne. Auf seiner anderen Seite schnarchte Mörbling weiter. Morgen. Er war nach einem erschöpfenden Tag spät zu Bett gegangen und würde in einer Stunde vielleicht schon wieder auf sein, doch er lag hellwach da und seine Augen hatten sich so an die Dunkelheit gewöhnt, dass er das Zeltdach als helle Fläche über sich sehen konnte. Keine Chance, dass er schlafen würde, das wusste er. Selbst wenn er nicht kämpfen würde, und das würde er nicht, erregte ihn die Nähe der Schlacht so sehr, dass er am liebsten sofort aus dem Bett gesprungen und mit gezogenem Schwert geradewegs auf den Feind zugerannt wäre. Es würde eine Schlacht geben, womöglich ja keine große, doch die Rebellen waren ihnen japsend auf den Fersen und morgen, heute, würden sie aufeinandertreffen. Vielleicht würden sie Washingtons Ambitionen ja einen Dämpfer versetzen, obwohl Sir Henry darauf beharrte, dass dies nicht sein Ziel war. Er wollte seine Armee und die Menschen unter ihrem Schutz nach New York bringen. Das war alles, was zählte. Obwohl er auch nichts dagegen hatte, wenn seine Offiziere dabei ihre militärische Überlegenheit demonstrieren wollten, William hatte beim Abendessen in Habachtstellung hinter Sir Henrys Stuhl gestanden, den Rücken an der Zeltwand und aufmerksam zugehört, während die Pläne zu Papier gebracht wurden. Er hatte sogar die Ehre gehabt, die offizielle schriftliche Order zu von Knüpphausen zu bringen, dessen Männer nach Middletown marschieren sollten, während Lord Cornwallis Brigade mit dem Tross folgen sollte und sich eine kleine Nachhut unter Clinton den Rebellen entgegenstellen sollte. Deshalb war er so spät ins Bett gekommen. Zu seiner eigenen Überraschung gähnte er plötzlich und entspannte sich blinzelnd. Möglicherweise konnte er ja doch ein bisschen schlafen. An das Abendessen zurückzudenken, an die Order und an Trivialitäten wie die Farbe des Nachthemds, das von Knüpphausen trug, es war aus rosafarbener Seide und am Hals mit lila Stiefmütterchen bestickt, statt an die kommende Schlacht hatte ihn erstaunlich beruhigt. Ablenkung. Das war es, was er brauchte. Den Versuch war es wohl wert. Er wandte sich, bis er die bequemste Lage gefunden hatte, die ihm möglich war, schloss die Augen und begann, im Kopf die Wurzeln der Zahlen über 100 zu ziehen. Er war gerade bei der Wurzel von 117 angekommen und versuchte benommen, das Produkt von 12 mal 6 auszurechnen, als er plötzlich einen Luftzug auf seiner feuchten Haut spürte. Er seufzte und öffnete die Augen, weil er dachte, Mörbling wäre aufgestanden, um zu pinkeln, doch es war nicht Mörbling. Eine dunkle Gestalt stand just innerhalb des Zelteingangs. Der Eingang war nicht geschlossen und die Gestalt war von dem Schimmer der glühenden Lagerfeuer im Freien deutlich zu sehen. Ein Mädchen. Er setzte sich hastig hin und tastete mit einer Hand nach dem Hemd, das er ans Fußende seines Feldbetts geworfen hatte. Was zum Teufel machst du hier? flüsterte er so leise er konnte. Sie hatte unsicher dagestanden, doch als sie ihn sprechen hörte, kam sie geradewegs zu ihm und ehe er sich versah, waren ihre Hände auf seinen Schultern und ihr Haar streifte sein Gesicht. Automatisch hob auch er die Hände und stellte fest, dass sie im Hemd war, ihre Brüste darunter frei und warm, nur Zentimeter vor seinem Gesicht. Sie wich zurück, zog sich das Hemd über den Kopf, schüttelte ihr Haar aus und setzte sich rittlings auf ihn, sodass ihre feuchten, runden Oberschenkel gegen die Seinen drückten. Weg da! Er packte sie bei den Armen und schob sie fort. Mörbling hörte auf zu schnarchen. Evans' Bettwäsche raschelte. William stand auf, schnappte sich ihr Hemd und das Seine, nahm ihren Arm und schob sie so lautlos wie möglich aus dem Zelt. Was zum Teufel machst du denn? Hier, zieh das an! Ohne Umschweife drückte er ihr das Hemd in die Arme und zog sich hastig an. Sie standen zwar niemandem im Blickfeld, doch das konnte sich jeden Moment ändern. Ihr Kopf tauchte aus dem Hemd auf wie eine Blume aus einer Schneebank. Eine ziemlich aufgebrachte Blume. Nun, was meinst du denn, was ich gemacht habe? sagte sie. Sie zog ihr Haar aus dem Hemd und schüttelte es auf. Ich wollte dir nur ein Gefallen tun. Einen Was? Du wirst doch morgen kämpfen, oder? Das Licht reichte aus, um den Schimmer ihrer Augen zu sehen, als sie ihn anfunkelte. Soldaten wollen vor einem Kampf doch immer vögeln, sie brauchen es. Er rieb sich fest über das Gesicht, sodass die Bartstoppeln seiner Handfläche kratzten, dann holte er tief Luft. Ich verstehe, ja, sehr freundlich von dir. Plötzlich hätte er am liebsten gelacht. Außerdem hätte er, ebenfalls ganz plötzlich, ihr Angebot am liebsten ausgenutzt. Doch der Wunsch war nicht so stark, dass er es mit Mörblings großen Ohren auf der einen und Evans Lauschern auf der anderen Seite getan hätte. Ich werde morgen nicht kämpfen, sagte er, und der Stich, den es ihm versetzte, das laut auszusprechen, verblüffte ihn. Nicht? Warum denn das nicht? Auch sie klang verblüfft und mehr als nur ein bisschen missbilligend. Das ist eine lange Geschichte, sagte er und rang um Geduld. Und es geht dich nichts an. Hör zu. Ich weiß, dein Angebot zu schätzen, aber ich habe dir doch gesagt, dass du keine Hure bist, zumindest im Moment nicht. Und du bist auch nicht meine Hure. Obwohl seine Fantasie mit Bildern dessen beschäftigt war, was geschehen wäre, wenn sie sich in sein Bett gestohlen und ihn zu fassen bekommen hätte, ehe er ganz wach geworden wäre, er schob den Gedanken entschlossen beiseite, legte ihr die Hände auf die Schultern und drehte sie um. Feigling, sagte sie, ein Mann, der nicht vögelt und nicht kämpft. Was? Im ersten Moment dachte er, sie hätte das mit Sicherheit nicht gesagt, doch das hatte sie. Du hast mich sehr gut gehört. Er war mit zwei Schritten bei ihr, packte ihre Schulter und wirbelte sie zu sich herum. Und woher weißt du das alles, wenn ich fragen darf? Von deinem guten Freund, Hauptmann Harkness? Eigentlich war er gar nicht wütend, doch ihm rauschte noch der Schreck ihres unerwarteten Auftauchens durch die Adern und er war verärgert. Habe ich dich etwa vor ihm gerettet, damit du mir die Umstände vorhalten kannst? Sie verzog den Mund und atmete heftig, schien aber nicht verstört zu sein. Was denn für Umstände? wollte sie stattdessen wissen. Ich habe dir doch gesagt, ach verdammt, weißt du, was die Konventionsarmee ist? Nein. Nun, das ist die lange Geschichte und ich werde sie dir nicht erzählen, während ich im Hemd mitten im Lager stehe. Jetzt schere dich davon und kümmere dich um deine Schwester und um meine Burschen. Das ist deine Aufgabe. Ich sorge schon für mich. Sie atmete heftig aus. Es klang wie Puh. Oh, bestimmt, sagte sie mit allem Sarkasmus, den sie aufbrachte und mit einem vielsagenden Blick auf seinen Schwanz, der absurd gegen sein Hemd stieß und kein Geheimnis aus seinen ganz persönlichen Vorlieben machte. Scheiße, murmelte er, packte sie in einer Umarmung, die ihren Körper der Länge nach gegen den Seinen presste und küsste sie. Sie wandte sich zwar, doch ihm wurde schnell klar, dass sie nicht losgelassen werden wollte, sondern ihn nur weiter provozieren wollte. Er umarmte sie noch fester, bis sie aufhörte, küsste sie aber dann noch eine ganze Weile weiter. Schließlich ließ er sie los, keuchend und mit Schweiß bedeckt. Die Luft war so, als atmete man heißen Teer ein. Sie keuchte ebenfalls. Er hätte sie nehmen können. Sie im Gras neben dem Zelt auf die Knie drücken, ihr das Hemd hochziehen und sie von hinten nehmen. Das würde höchsten Sekunden dauern. Nein, sagte er und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Nein, sagte er erneut, entschlossener. Jeder Nerv seines Körpers wollte sie, und wäre er sechzehn gewesen, wäre es längst vorbei gewesen. Doch das war er nicht, und er besaß gerade so viel Selbstbeherrschung, sie wieder umzudrehen. Er packte sie im Nacken und am Gesäß, damit sie sich nicht zurückdrehte, und hielt sie fest. Wenn wir in New York sind, flüsterte er an ihr Ohr gebeugt, überlege ich es mir noch einmal. Sie erstarrte, und ihr Gesäß rundete sich fest in seiner Hand, doch sie versuchte weder, sich ihm zu entwinden, noch ihn zu beißen, was er halb erwartet hatte. Warum? fragte sie mit ruhiger Stimme. Das ist eine weitere lange Geschichte, antwortete er. Gute Nacht, Jane. Und er ließ sie los und schritt in die Dunkelheit davon. In der Nähe hörte er, wie das Wecksignal der Trommeln begann. Vierter Teil Der Tag der Schlacht Ian hatte das Land schon tags zuvor kurz ausgekundschaftet. Zum Glück, murmelte er vor sich hin. Es war Neumond, und er musste klug vorgehen und der Straße folgen. Er würde die Beine seines Pferdes nicht auf unebenem Terrain gefährden, solange er es nicht musste, und mochte ihm bright gewähren, dass es bis dahin vollständig hell war. Dennoch war er froh über die Dunkelheit und die Einsamkeit. Nicht, dass das Land still war. Die Wälder lebten in der Nacht, und viele Lebewesen kamen in der scheuen Dämmerstunde hervor, wenn das Licht zuzunehmen begann. Doch weder das Rascheln der Hasen und Wühlmäuse, noch die schläfrigen Rufe erwachender Vögel bedurften seiner Aufmerksamkeit, noch achteten sie auf ihn. Er hatte seine Gebete zu Ende gebracht, nachdem Onkel Jamie ihn allein gelassen hatte, dann war er allein und schweigend aufgebrochen, und der Friede seiner Vorbereitungen lag immer noch über ihm. Als er bei den Mohack gelebt hatte, vor allem als die Probleme mit Emily begonnen hatten, verließ er das Langhaus oft tagelang und ging allein mit Rollo auf die Jagd, bis die Wildnis seinem Geist die Ruhe geschenkt hatte, gestärkt zurückzukehren. Er blickte automatisch zu Boden, doch Rollo war bei Rachel geblieben. Die Verletzung von der Falle heilte gut. Tante Claire hatte etwas aufgetragen, das half. Doch er hätte Rollo selbst dann nicht mit in eine Schlacht genommen, wie es diese zu werden versprach, wenn er gesund und um einiges jünger gewesen wäre. Es gab keinen Zweifel am Nahen der Schlacht. Er konnte es riechen. Sein Körper hob sich dem Kampf entgegen. Er konnte das Kribbeln spüren, was ihn diesen Moment der Stille nur umso mehr schätzen ließ. Wird nicht mehr lange dauern, sagte er leise zu dem Pferd, das ihn nicht beachtete. Er berührte die weiße Taube auf seiner Schulter und ritt weiter, immer noch still, aber nicht allein. Auf Sir Henrys Befehl hatten die Männer in dieser Nacht bewaffnet geschlafen. Mit einem Gewehr am Körper zu schlafen, hatte etwas an sich, das einen Mann in Alarmbereitschaft hielt, bereit, jederzeit aus dem Schlaf zu fahren. William hatte weder Waffen, mit denen er schlafen konnte, noch hatte man ihn wecken müssen, da er gar nicht geschlafen hatte, doch er war deshalb nicht weniger Alarmbereit. Er würde zwar nicht kämpfen, was er zutiefst bedauerte, doch er würde mit hinausziehen bei Gott. Im Lager herrschte Großes hin und her, Trommeln rasselten in den Gängen zwischen den Zelten auf und ab und riefen die Soldaten. Überall roch es nach backendem Brot, Schweinefleisch und heißem Erbsporch. Noch war keine Spur der Dämmerung zu sehen, doch er konnte die Sonne spüren, just unterhalb des Horizonts, wo sie sich mit langsamer Unausweichlichkeit zur Herrschaft über den Tag erhob. Dieser Gedanke erinnerte ihn lebhaft an den Wal, den er auf der Reise nach Amerika gesehen hatte, ein dunkler Schatten unterhalb der Seitenwand des Schiffs, den man leicht als Wechselspiel des Lichts auf den Wellen abtun konnte, und dann langsam die wachsende Masse. Das plötzliche Begreifen und das atemlose Wunder, ihn aufsteigend zu sehen, so nah, so riesig und plötzlich da. Er befestigte seine Strumpfbänder und zog sie zu, ehe er die Schnallen an seinen Kniebünden schloss und sich die Hessenstiefel anzog. Wenigstens hatte er seine Halsberge wieder, die der Alltäglichkeit des Ankleidens einen zeremoniellen Hauch verlieh. Doch die Halsberge erinnerte ihn natürlich an Jane. Würde er sie jemals tragen können, ohne an das verdammte Mädchen zu denken? Und an die jüngsten Ereignisse? Er hatte es bedauert, ihr Angebot nicht anzunehmen, bedauerte es nach wie vor. Sogar jetzt noch konnte er sie riechen, ein sanfter Moschus, als steckte er das Gesicht in einen dichten Pelz. Auch ihre Bemerkung saß immer noch, und er prustete und rückte sich den Rock auf den Schultern zurecht. Vielleicht würde er es sicher überlegen, bevor sie New York erreichten. Diese müßigen Gedanken wurden durch das Auftauchen Hauptmann Crosbys unterbrochen, eines anderen Adjutanten Sir Henrys, der den Kopf durch den Zelteingang steckte und sichtlich in großer Eile war. Oh, da seid ihr ja, Elsmeer. Hat er gehofft, euch zu erwischen. Hier. Er warf eine zusammengefaltete Note in Williams Richtung und verschwand. William prustete erneut und hob sie auf. Thompson und Mörbling waren beide fort, da sie tatsächlich Männer zu inspizieren und zu befehligen hatten, er beneidete sie zutiefst. Die Note war von General Sir Henry Clinton und traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Halte ich es im Hinblick auf eure besondere Situation für das Beste, wenn ihr heute in der Schreibstube bleibt? Sterkus, sagte er, weil er feststellte, dass Deutsch nicht ausreichte, um seine Empfindungen auszudrücken. Exkrementum obszönum, filius mulieris prostabilis. Ihm wurde eng um die Brust, das Blut dröhnte in seinen Ohren und er hätte am liebsten auf etwas eingeschlagen. Es würde keinen Zweck haben, an Sir Henry zu appellieren, das wusste er. Aber den Tag mehr oder minder damit zu verbringen, dass er im Zelt der Schreiber mit den Hufen scharrte? Denn was gab es dort für ihn zu tun, wenn er keine Depeschen überbringen oder nicht einmal die niedere, aber notwendige Aufgabe erfüllen durfte, das Hergefolge und die Loyalisten zu beaufsichtigen? Was? Sollte er etwa den Schreibern das Essen holen oder in jeder Hand eine Fackel halten, wenn es dunkel wurde wie ein verdammter Kerzenleuchter? Er war gerade im Begriff, die Note zu zerknüllen, als sich ein weiterer unwillkommener Kopf in das Zelt schob, gefolgt von einem eleganten Körper. Major Henry, einer von Sir Henrys Hauptadjutanten, für den Kampf gekleidet, das Schwert an der Seite und die Pistolen im Gürtel. William betrachtete ihn voller Abneigung, obwohl er eigentlich ein ganz liebenswerter Kerl war. Oh, da seid ihr ja, Elsmeier, sagte Henry erfreut. Hatte gehofft, dass ihr noch nicht fort seid. Ihr müsst eine Depesche für mich überbringen, schnell. An Oberst Tartan, von der britischen Legion, die neuen Jungs in Grün. Ihr kennt ihn doch? Ja. William nahm die versiegelte Depesche mit einem seltsamen Gefühl entgegen. Gewiss, Major. Guter Mann. Henry lächelte und drückte ihm die Schulter. Dann schritt er ins Freie, strotzend vor Zuversicht angesichts des nahen Kampfes. William holte tief Luft, faltete Sir Henrys Note sorgfältig wieder so zusammen, wie sie gewesen war und legte sie auf sein Bett. Wer wollte denn sagen, dass er Henry nicht zuerst begegnet war und infolge der Dringlichkeit seiner Bitte sofort aufgebrochen war, ohne Sir Henrys Note zu lesen? Er glaubte ohnehin nicht, dass man ihn vermissen würde. 69 Ante M Es war vielleicht vier Uhr, Ante M, wie es die britischen Soldaten meiner eigenen Zeit auszudrücken pflegten, da war sie wieder, diese zeitliche Orientierungslosigkeit, in der sich die Erinnerungen an einen anderen, kommenden Krieg wie Nebel plötzlich zwischen mich und meiner Arbeit schoben, um dann blitzschnell wieder zu verschwinden und mich die Gegenwart scharf und kodachrom bunt sehen zu lassen. Vor Jamie hing kein Nebel. Er war hochgewachsen und real, sein Umriss in den Dämmerfetzen der schwindenden Nacht deutlich zu erkennen. Ich war hellwach, angekleidet und bereit, doch die Kühle des Schlafs steckte mir noch unter der Haut und meine Finger waren ungeschickt. Ich konnte seine Wärme spüren und suchte seine Nähe wie die eines Lagerfeuers. Er führte Clarence, der noch wärmer war, wenn auch deutlich weniger wach, denn er ließ verschlafen und missmutig die Ohren hängen. Du nimmst Clarence mit, sagte Jamie zu mir und drückte mir die Zügel des Maultiers in die Hand. Und die hier, um sicherzugehen, dass du ihn auch behältst, falls du irgendwann auf dich selbst gestellt bist. Die hier waren ein paar schwere Pistolen, die in Halftern an einem dicken Ledergürtel steckten, an dem auch Munitionsbeutel und Pulverhorn befestigt waren. Danke, sagte ich und schluckte, während ich die Zügel um einen Schößling schlang, um mir den Gürtel anzulegen. Die Pistolen waren erstaunlich schwer, aber ich konnte nicht leugnen, dass ihr Gewicht an meinen Hüften gleichzeitig erstaunlich beruhigend wirkte. Gut, sagte ich und warf einen Blick auf das Zelt, in dem sich John befand. Was ist mit … Ich habe mich darum gekümmert, sagte er und schnitt mir das Wort ab. Hol deine restlichen Sachen, Sassnach. Mir bleibt höchstens noch eine Viertelstunde und ich brauche dich an meiner Seite, wenn wir aufbrechen. Ich sah zu, wie er in das Gewimmel schritt, hochgewachsen und entschlossen, und fragte mich, wie schon so oft, wird es heute sein? Wird dies das letzte Bild sein, das mir von ihm in Erinnerung bleibt? Ich stand ganz reglos da und beobachtete ihn mit ganzer Kraft. Als ich ihn das erste Mal verloren hatte, vor Culloden, hatte ich mich auch so erinnert. An jeden Moment unserer letzten gemeinsamen Nacht. Winzige Einzelheiten, die mir im Lauf der Jahre wieder einfielen. Der Salzgeschmack auf seiner Schläfe und die Rundung seines Schädels, als ich seinen Kopf umfasste. Das feine Haar in seinem Nacken, dicht und feucht in meinen Fingern. Das plötzliche, magische Aufquellen seines Blutes im Dämmerlicht, als ich ihn in die Hand geschnitten und ihm für immer mein Zeichen aufgedrückt hatte. Diese Dinge hatten ihn bei mir gehalten. Und als ich ihn diesmal verloren hatte, an die See, hatte ich mich daran erinnert, wie es war, ihn an meiner Seite zu haben, warm und fassbar in meinem Bett, an den Rhythmus seiner Atmung. Das Licht auf seinen Wangenknochen im Mondschein und die Röte seiner Haut bei Sonnenaufgang. Ich konnte ihn atmen hören, wenn ich in dem Haus an der Chestnut Street allein im Bett lag. Langsam, regelmäßig, unaufhörlich. Obwohl ich wusste, dass er aufgehört hatte. Erst tröstete mich das Geräusch, dann trieb mich das Wissen um den Verlust zum Wahnsinn und ich zog mir das Kissen fest über den Kopf in dem vergeblichen Versuch, es auszusperren, um schließlich wieder in das nächtliche Zimmer einzutauchen. voller Holzrauch und Kerzenwachs und verschwundenem Licht und es zu meinem Trost erneut zu hören. Wenn es diesmal… Doch er hatte sich umgedreht, ganz plötzlich, als hätte ich seinen Namen gerufen. Er kam eilig zu mir zurück, fasste meine Arme und sagte mit leiser, kräftiger Stimme, heute wird es auch nicht sein. Dann legte er die Arme um mich und zog mich auf die Zehenspitzen zu einem tiefen, sanften Kuss. Ich hörte die Beifallsrufe der Männer in unserer Nähe, doch das spielte keine Rolle. Selbst wenn es heute sein würde, würde ich mich erinnern. Jamie schritt auf seine wartenden Kompanien zu, die sich lose am Fluss gesammelt hatten. Der Atem des Wassers und der Nebel, der von der Oberfläche aufstieg, trösteten ihn, hielten ihn ein wenig länger in den Frieden der Nacht gehüllt und in das Gefühl der Nähe seiner Verwandten. Er hatte Ian Moore aufgetragen, bei Ian Oak zu bleiben, wie es sich ziemte, doch er hatte immer noch das seltsame Gefühl, dass drei Männer bei ihm waren. Er würde die Kraft seiner Toten brauchen. 300 Mann, die er seit nicht einmal drei Tagen kannte. Bis jetzt waren es immer Männer aus seiner Familie, seinem Clan gewesen, die er in die Schlacht geführt hatte. Männer, die ihn kannten, ihm vertrauten, so wie er sie kannte und ihnen vertraute. Diese Männer waren Fremde für ihn und doch lag ihr Leben in seiner Hand. Ihr Mangel an militärischer Ausbildung sorgte ihn nicht. Sie waren zwar ungebildet und undiszipliniert, beinahe Gesindel im Vergleich mit den regulären Kontinentalsoldaten, die den ganzen Winter unter von Stäuben exerziert hatten. Er musste lächeln, als er an den kleinen, tonnenförmigen Preußen dachte, doch seine Soldaten waren regelmäßig solche Männer gewesen, Farmer und Jäger, die man von ihrem Tagwerk fortgerissen hatte, genauso oft nur mit Sicheln oder Spaten bewaffnet wie mit Musketen oder Schwertern. Sie würden wie die Berserker für ihn, mit ihm, kämpfen, wenn sie ihm vertrauten. Wie stehen die Dinge, Reverend? fragte er leise den Prediger, der gerade seine freiwilligen Schar gesegnet hatte und mit hochgezogenen Schultern in seinem schwarzen Rock zwischen ihnen stand, die Arme immer noch halb ausgebreitet wie eine Vogelscheuche, die im Morgengrauen ihr nebliges Feld beschützt. Das Gesicht des Mannes, der stets gestrengt reinblickte, erhellte sich bei seinem Anblick, bevor er begriff, dass es der Himmel war, der zu leuchten begonnen hatte. Alles gut, Sir, antwortete Woodsworth schroff. Wir sind bereit. Bertram Armstrong erwähnte er Gott sei Dank nicht. Gut, sagte Jamie. Er blickte lächelnd von einem Gesicht zum anderen und sah, wie auch sie sich nacheinander erhellten, als das Morgenlicht sie berührte. Mr. Whelan, Mr. Maddox, Mr. Hapton, ich hoffe, es geht euch heute Morgen gut. Ja, murmelten sie und schienen auf schüchterne Weise erfreut, dass er ihren Namen kannte. Er wünschte, er würde sie alle kennen, musste sich aber mit dem begnügen, was er tun konnte, indem er sich aus jeder Kompanie zumindest einige Namen und Gesichter merkte. Vielleicht erzeugte das ja die Illusion, dass er jeden Mann mit Namen kannte. Er hoffte es. Es war wichtig, dass sie wussten, dass sie ihm nicht gleichgültig waren. Alles bereit, Sir. Es war Hauptmann Craddock, einer seiner drei Hauptmänner, steif und befangen angesichts der Bedeutung des Augenblicks, mit Drexel Bixby und Louis Orden, Jamies Leutnants, hinter ihm. Bixby war nicht mehr als 20, Orden ungefähr ein Jahr älter. Sie konnten ihre Aufregung kaum verhehlen und er lächelte sie an und fühlte sich vom Echo ihrer jugendlichen Freude angesteckt. Ihm fiel auf, dass sich einige sehr junge Männer in der Miliz befanden. Ein paar halbwüchsige Jungen, hochgewachsen und hager wie Maisstängel. Wer war das? Ach ja, Craddocks Söhne. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Ihre Mutter war erst vor einem Monat gestorben und so hatten sie ihren Vater zur Miliz begleitet. Gott hilft, dass ich sie heil zurückbringe, betete er und spürte, spürte tatsächlich, wie sich kurz eine Hand auf seine Schulter legte und wusste, wer der dritte Mann war, der an seiner Seite ging. Teink. Ha, dachte er und hob blinzelnd das Gesicht, um den Eindruck zu erwecken, dass zunehmende Licht sei schuld an den Tränen in seinen Augen. Ich band Clarence an einen Pfosten und kehrte in das Zelt zurück, jetzt weniger besorgt, doch nach wie vor angespannt. Was auch immer geschehen würde, würde schnell geschehen und wahrscheinlich würde es keine große Vorwarnung geben. Fergus und Jermaine hatten sich auf die Suche nach Frühstück begeben. Ich hoffte, dass sie wieder auftauchen würden, bevor ich gehen musste, denn wenn der Zeitpunkt kam, würde ich gehen müssen, ganz gleich, welche Bedenken es mir verursachte, einen Patienten allein zu lassen. Ganz gleich, welchen Patienten. Der fragliche Patient lag auf dem Rücken unter der Laterne, das gesunde Auge halb geschlossen und sang auf Deutsch vor sich hin. Bei meinem Eintreten hielt er inne, wandte den Kopf, um zu sehen, wer es war, und blinzelte beim Anblick meiner Bewaffnung. Rechnen wir mit einer unmittelbaren Invasion und Gefangennahme? fragte er und setzte sich auf. Leg dich wieder hin. Nein, Jamie ist nur vorsichtig. Ich berührte eine der Pistolen. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie schon geladen sind. Das sind sie mit Sicherheit. Wenn der Mann eines ist, dann gründlich. Er ließ sich wieder zurücksinken und stöhnte leise. Du glaubst wirklich, dass du ihn furchtbar gut kennst, nicht wahr? fragte ich mit einem gereizten Unterton, der mich selbst überraschte. Ja, das tue ich, antwortete er prompt. Er lächelte schwach über meine Miene. In mancher Hinsicht gewiss nicht so gut wie du, in manch anderer, aber vielleicht besser. Wir sind beide Soldaten. Er neigte den Kopf in Richtung des Militärlärms draußen vor dem Zelt. Wenn du ihn so gut kennst, sagte ich verärgert, hättest du doch so schlau sein müssen, das nicht zu sagen, was auch immer du zu ihm gesagt hast. Ah. Das Lächeln verschwand und er blickte nachdenklich zum Leinen des Zeltdachs hinauf. Ich war auch so schlau. Ich habe es einfach trotzdem gesagt. Ah, erwiderte ich und setzte mich neben den Berg aus Taschen und Vorräten, die uns bis hier begleitet hatten. Vieles davon würde ich zurücklassen müssen. Einiges davon konnte ich Clarence auf den Rücken und in die Satteltaschen laden, aber nicht alles. Die Armee war angewiesen worden, im Interesse der Geschwindigkeit fast alles zurückzulassen, was sie dabei hatte, außer den Waffen und Feldflaschen. Hat er dir gesagt, was es war? fragte John nach einem Moment mit betont beiläufiger Stimme. Was du gesagt hast? Nein, aber ich könnte es sehr wahrscheinlich raten. Ich presste die Lippen aufeinander und sah ihn nicht an, sondern reihte stattdessen Flaschen auf einer Kiste auf. Ich hatte Salz vom Wirt bekommen, nicht ohne Schwierigkeiten, und ein paar Flaschen Salzlösung hergestellt und dann hatte ich noch Alkohol. Ich ergriff die Kerze und begann, sorgfältig Wachs über die Korken zu träufeln, damit sie sich nicht lösten und die Flaschen unterwegs womöglich ihren Inhalt verloren. Ich wollte der Entstehung von Johns Augenverletzung nicht weiter nachgehen. Abgesehen von allen anderen Überlegungen war es nur zu gut möglich, dass ein solches Gespräch unangenehm dicht an das Gefängnis von Wentworth rührte. Jamie mochte ihn ja in den letzten Jahren als engen Freund betrachtet haben, doch ich war mir sicher, dass er John nie von Black Jack Randall und von den Dingen erzählt hatte, die sich in Wentworth abgespielt hatten. Vor Jahren hatte er es seinem Schwager Ian erzählt, daher musste Jenny es auch wissen, obwohl ich bezweifelte, dass sie Jamie je darauf angesprochen hatte. Sonst jedoch bestimmt niemandem. Wahrscheinlich ging John davon aus, dass ihn Jamie aus Ekel vor seiner offenen sexuellen Anspielung geschlagen hatte oder aus Eifersucht um meinetwillen. Es war vielleicht nicht ganz fair, ihnen diesen Glauben zu lassen, doch es ging hier nicht um Fairness. Dennoch bedauerte ich die Unstimmigkeit zwischen ihnen. Abgesehen von der persönlichen Verlegenheit, in die mich die gegenwärtige Lage brachte, wusste ich, wie viel Johns Freundschaft Jamie bedeutet hatte und umgekehrt. Und ich war zwar mehr als erleichtert darüber, dass ich nicht mehr mit John verheiratet war, doch er lag mir sehr am Herzen. Und der Lärm und das Hin und Her ringsum drängten mich zwar, mich ganz auf den bevorstehenden Aufbruch zu konzentrieren, doch ich konnte nicht vergessen, dass dies auch das letzte Mal sein konnte, dass ich John sah. Ich seufzte und begann, die versiegelten Flaschen in Tücher zu wickeln. Eigentlich sollte ich noch so viel wie möglich von meiner Ausbeute aus Kings Essing hinzufügen, aber... Sorge dich nicht, meine Liebe, sagte John sanft. Du weißt, dass alles wieder ins Lot kommen wird, vorausgesetzt, wir leben alle noch so lange. Ich warf ihm einen strengen Blick zu und wies kopfnickend auf den Zelteingang, wo das Klappern und Scheppern des Militärlagers kurz vor dem Aufbruch immer mehr anschwoll. Nun, du wirst ja wahrscheinlich überleben, sagte ich. Es sei denn, du sagst etwas Falsches zu Jamie bevor wir gehen und er dreht dir diesmal tatsächlich den Hals um. Er blickte, so kurz wie möglich, auf den hellen Streifen aus stauberfülltem Licht und schnitt eine Grimasse. Du musstest das noch nie, oder? sagte ich, als ich sein Gesicht sah. Stillsitzen und eine Schlacht abwarten, während du dich fragst, ob ein Mensch, der dir am Herzen liegt, zurückkommen wird. Höchstens in Bezug auf mich selbst, erwiderte er, doch ich konnte sehen, dass die Bemerkung ins Schwarze getroffen hatte. Daran hatte er nicht gedacht und der Gedanke gefiel ihm überhaupt nicht. Willkommen im Club, dachte ich sardonisch. Glaubst du, sie werden Clinton erwischen? fragte ich nach kurzem Schweigen. Er zuckte beinahe gereizt mit den Schultern. Woher soll ich das wissen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sich Clintons Truppen befinden. Was das betrifft, habe ich ja nicht einmal eine Ahnung, wo sich Washington befindet oder wo wir sind. General Washington befindet sich ungefähr 30 Meter in dieser Richtung, sagte ich und hob einen Korb mit Verbandsmaterial auf, während ich kopfnickend auf die Stelle wies, wo ich den Oberbefehlshaber zuletzt gesehen hatte. Und es würde mich sehr überraschen, wenn General Clinton sehr viel weiter entfernt wäre. Oh, und wie kommst du darauf? fragte er, jetzt halb belustigt. Weil vor einer Stunde der Befehl kam, alle unnötigen Vorräte über Bord zu werfen. Obwohl es vielleicht nicht wörtlich so gesagt wurde, weil ich nicht weiß, ob man es heutzutage derart formulieren würde. Das war auch der Grund, warum wir die Männer begutachtet haben, als wir dich gefunden haben. Um alle zurückzulassen, die nicht zu einem langen Marsch bei knappen Rationen imstande sind. Sollte das notwendig werden. Offensichtlich ist es das. Aber du weißt sowieso genau, was hier vorgeht, fügte ich hinzu und beobachtete ihn. Ich kann es hören. Du doch erst recht. Jeder, der Ohren oder Augen hatte, konnte die nervöse Aufregung im Lager spüren, die hastigen Vorbereitungen sehen, die kleinen Streitereien oder Flüche, wenn die Männer einander im Weg waren, das Gebell der Offiziere, alles knapp am Rande eines Testosteron verseuchten Gewaltausbruchs. Dazu das Geschrei der Maultiere, ich hoffte, dass niemand Clarence stahl, bevor ich zu ihm zurückkehrte, John nickte schweigend. Ich konnte sehen, wie er über die Situation nachdachte, einschließlich der offensichtlichen Schlussfolgerungen. Über Bord werfen, wiederholte er geistesabwesend. Aber er zuckte zusammen, weil er begriff, was ich mit dieser Formulierung noch gesagt hatte, und starrte mich mit seinem nicht verbundenen Auge an. Tu das nicht, sagte ich, du schadest dem anderen. Und was ich bin oder nicht bin, spielt doch jetzt keine Rolle, oder? Nein, murmelte er und schloss das Auge einen Moment, dann öffnete er es wieder und blickte zum Zeltdach hinauf. Es dämmerte jetzt, das gelbliche Leinen begann zu leuchten und die Luft war stickig vom Staub und dem Geruch nach getrocknetem Schweiß. Ich weiß nur sehr wenig, was für General Washington von Interesse sein könnte, sagte er, und es würde mich überraschen, wenn er dieses wenige nicht schon wüsste. Ich bin kein Offizier im Dienst, zumindest war ich das nicht, bis mein verflixter Bruder beschlossen hat, mich wieder in sein verflixtes Regiment einzuberufen. Wusstest du, dass er um ein Haar daran schuld gewesen wäre, dass man mich hängt? Nein, aber es sieht ihm sehr ähnlich, sagte ich und lachte trotz meiner Bestürzung. Woher willst du? Oh Gott, du bist Herr begegnet? Er hatte sich auf einen Ellbogen erhoben und sah mich blinzelnd an. Ja, erwiderte ich, leg dich hin, dann erzähle ich es dir. Zumindest während der nächsten Minuten würde keiner von uns das Zelt verlassen und ich konnte ihm die Geschichte meiner Abenteuer mit Hell in Philadelphia erzählen, während ich Bandagen aufwickelte, meine Medizintruhe aufräumte und mir die wichtigsten Vorräte zusammenstellte. Im Notfall würde ich möglicherweise auf das angewiesen sein, was ich im Laufen auf dem Rücken tragen konnte und mit diesem Hintergedanken packte ich mir einen kleinen Rucksack, während ich John mitteilte, was ich von seinem Bruder hielt. Himmel, wenn er glaubt, er hat auch nur die geringste Chance, Dorosia an der Heirat mit Dr. Hunter zu hindern. Ich glaube, ich würde viel Geld dafür bezahlen, dabei zu sein, wenn er Denzel begegnet, sagte er. Auf wen würdest du wetten? Vorausgesetzt Hal hat Drei zu Zwei, sagte ich nach kurzer Überlegung. Er hat nicht nur Gott, sondern zudem die Liebe und Dorothea auf seiner Seite und ich glaube, das überwiegt selbst Helds spezielle Art von autokratischer Weltsicht. Ich selbst würde es ja pure Bosheiten nennen, aber ich bin ja auch sein Bruder, ich darf mir das herausnehmen. Französische Stimmen kündigten Fergus und Germaine an und ich stand abrupt auf. Es kann sein, dass ich nicht, begann ich, doch er hob die Hand und gebot mir Einhalt. Wenn nicht, dann leb wohl meine Liebe, sagte er leise und viel Glück. 70 Die eine Laus Es war eine knappe Stunde nach Tagesanbruch und es würde zweifellos ein weiterer grauenhaft heißer Tag werden, doch noch war die Luft frisch und William und Wizzy Goth waren zufrieden. Er bahnte sich seinen Weg durch die brodelnde Masse aus Männern, Pferden, Munitionswagen und anderem Kriegsgerät und pfiff dabei leise The King enjoys his own again. Die Gepäckwagen wurden bereits angespannt. Eine gewaltige Staubwolke erhob sich, trübe und von der aufgehenden Sonne mit Gold durchstochen, über dem Lager der Fuhrleute neben von Knüpphausens Division, Legion, die eine Viertelmeile weiter am anderen Ende von Middletown lagerte. Sie würden jeden Moment nach Sandy Hook aufbrechen und mit ihnen Jane, Fanny, Sepp und Colenso, so hoffte er aufrichtig. Die Erinnerung an die Haut an der Innenseite von Janes Oberschenkeln schoss ihm wie ein Funke durch den Kopf und er hörte auf zu pfeifen, doch dann schüttelte er sich das Bild aus dem Kopf. Er hatte zu tun. Niemand wusste genau, wo die britische Legion war, obwohl man sie in der Nähe von Clintons Division vermutete, da sie eines seiner persönlichen Regimenter war, das er erst vor einem Monat in New York aufgestellt hatte. Das konnte zwar riskant werden, doch William wäre jede Wette eingegangen, dass Sir Henry ihn unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht bemerken würde. Als wollte man eine einzige Laus aus einer Franzosenperücke picken, murmelte er, und klopfte Visigoth auf den Hals. Das Pferd war frisch und munter, konnte es nicht abwarten, die Straße zu erreichen und loszugaloppieren. Clintons Division bildete die Nachhut in Middletown, eine Meile die Straße hinunter, weit genug, um Visigoth übermut ein wenig zu kühlen. Zuerst jedoch mussten sie durch das Heergefolge, das sich gerade aus dem Schlaf zu verzweifelter Hast hoch kämpfte. Er hielt die Züge kurz, damit Visigoth kein Kind zertrampelte, der ganze Boden war voll davon, sie lagerten wie die Heuschrecken. Als er vom Boden aufblickte, fiel ihm eine vertraute Gestalt ins Auge, die um Brot anstand, und sein Herz tat einen kleinen Freudensprung. Anne Endicott, schon fertig angekleidet, aber ohne ihre Haube, sodass ihr das dunkle Haar in einem dicken Zopf über den Rücken hing. Dieser Anblick versetzte ihm einen leisen, intimen Schauder, und er verkniffe sich nur mit Mühe, nach ihr zu rufen. Zeit genug nach dem Kampf. 71 Folie à Trois Fergus hatte mir ein Wurstbrötchen und einen Becher Kaffee mitgebracht. Erstaunlicherweise richtigen Kaffee. »My Lord wird euch bald holen lassen«, sagte er und reichte mir beides. »Ist er denn fast so weit?« Das Essen war warm und frisch, und ich wusste, dass es möglicherweise das Letzte war, was ich in nächster Zeit bekommen würde, doch ich schmeckte es kaum. »Habe ich noch Zeit, um Lord Johns Auge frisch zu verbinden?« Die allgemeine Hast war deutlich zu spüren, und meine Haut hatte angefangen zu zucken, als würde ich von Ameisen überfallen. »Ich gehe nachsehen, my lady.« »Jermaine?« Fergus wies mit dem Kopf zum Zelteingang, um Jermaine zum Mitgehen aufzufordern. Doch Jermaine wollte lieber im Zelt bleiben, ob aus Loyalität zu John oder aus Angst, sich allein mit Jamie wiederzufinden, der das, was er über die Zukunft von Jermaines Hintern gesagt hatte, ganz eindeutig ernst gemeint hatte. »Es geht schon«, versicherte ihm John. »Geh mit deinem Vater.« Er war zwar immer noch blass und verschwitzt, doch sein Kiefer und seine Hände waren entspannt. Er hatte keine großen Schmerzen. »Ja, es geht schon«, sagte ich zu Jermaine, nickte aber Fergus zu, der ohne ein weiteres Wort hinausging. »Hol mir frische Watte, ja? Dann kannst du mir helfen, während sich seine Lordschaft ausruht. Und was dich betrifft?« Ich wandte mich an John. »Du bleibst liegen, hältst dein Auge geschlossen und siehst zu, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst, falls so etwas möglich ist.« Er bewegte das gesunde Auge in meine Richtung und zuckte sacht zusammen, als die Bewegung an dem verletzten Auge zog. »Willst du etwa sagen, dass ich an dem Durcheinander schuld bin, das zu meiner Verletzung geführt hat?« »Denn ich erinnere mich deutlich, dass auch du eine kleine Nebenrolle bei ihrer Entstehung gespielt hast.« Er klang ziemlich gereizt. »Ich hatte nicht das Geringste damit zu tun, dass du hier gelandet bist«, sagte ich entschlossen, obwohl ich spüren konnte, wie meine Wangen erröteten. »Jermaine, hast du die Watte gefunden?« »Wird der Honig denn keine Fliegen anziehen, Oma?« Jermaine reichte mir die Watte, um die ich ihn gebeten hatte, blieb aber neben dem Bett stehen und blickte stirnrunzelnd auf den Insassen hinunter. »Du weißt doch, was man sagt, Ei? Honig fängt Fliegen besser als Essig. Du könntest ihn nicht vielleicht mit Essig übergießen?« »Hm.« »Er hatte nicht Unrecht. Wir waren nicht weit von den Fuhrleuten entfernt. Ich konnte Maultiere schnauben und rufen hören, und mir waren frisch erwachte Fliegen schlaftrunken um die Ohren gesummt, als ich den alten Verband loswickelte. Nun ja, Essig nicht, aber Minze könnte helfen.« »Dann such die Dose mit der Lilie und reibe seiner Lordschaft Gesicht und Hände mit der Salbe ein. Pass auf, dass nichts in seine Augen kommt. Danach bring mir die kleine Schachtel.« »Ich bin absolut imstande, mich selbst einzureiben,« unterbrach Lord John und hielt Germaine die Hand entgegen. »Gib mir die Salbe.« »Du sollst still liegen,« sagte ich meinerseits ziemlich gereizt. »Was die Dinge betrifft, zu denen du imstande bist, so möchte ich gar nicht daran denken.« Ich hatte ein Schälchen mit Honig zum Erwärmen neben die Laterne gestellt. Ich füllte meine Spritze und injizierte den Honig rings um sein verletztes Auge, ballte etwas Watte zusammen, drückte sie ihm sanft in die Augenhöhle und wandte ihm einen sauberen Gazestreifen um den Kopf, um sie zu befestigen. Dabei überlegte ich. »Germaine, bitte fülle die Feldflasche mit Wasser, ja?« Sie war zwar noch halb voll, doch er nahm sie gehorsam und ging, sodass ich mit John allein blieb. »Soll ich Jermaine bei dir lassen?« fragte ich und steckte die letzten Gegenstände in meinen Erste-Hilfe-Sack. »Und, Fergus?« fragte ich zögernd. »Nein,« sagte er etwas verblüfft. »Wozu denn?« »Nun ja, zu deinem Schutz, falls Monsieur Beauchamp zurückkommt, meine ich.« Ich wusste zwar nicht, was Beauchamp im Schilde führte, aber ich traute ihm nicht über den Weg. Ich war mir auch nicht sicher, ob es eine gute Idee war, Fergus mit ihm zusammenzubringen, doch vielleicht konnte John ihn ja beschützen. »Ah.« Er schloss sein gesundes Auge für einen Moment, dann öffnete er es wieder. »Nein, an diesem Durcheinander bin ich in der Tat selbst schuld,« sagte er reumütig. »Und ich muss zwar zugeben, dass Jermaine ein formidabler Begleiter ist, aber ich werde keinen Leibwächter brauchen.« Ich bezweifle sehr, dass Percy vorhat, mich zu attackieren oder zu entführen. »Liegt dir an ihm?« fragte ich neugierig, weil ich einen seltsamen Unterton in seiner Stimme gehört hatte. »Geht es dich etwas an, wenn es so ist?« erwiderte er ungerührt. Ich errötete noch tiefer und holte ein paar Mal Luft, ehe ich antwortete. »Ja,« sagte ich schließlich. »Ja, ich denke schon. Ganz unabhängig von meiner Rolle in diesem, diesem, äh...« »Folie a tour?« schlug er vor und ich lachte. Ich hatte ihm erzählt, was eine Folie a deux war, als wir uns darüber unterhalten hatten, wie besessen Mrs. Fick und die Waschfrau darauf bestanden, dass Unterhosen gefälligst gestärkt wurden. So könnte man es sagen. Aber ja, es geht mich etwas an, um Jamies Willen, wenn nicht um deinet Willen. Doch es ging mir auch um ihn. Der Schock und die Eile der jüngsten Ereignisse hatten verhindert, dass ich die Situation durchdachte, doch ich war mir absolut sicher, dass Jamie das getan hatte. Und jetzt, da ich hellwach war und nicht durch mein eigenes Schicksal abgelenkt wurde, begriff mein Verstand mit unangenehmer Geschwindigkeit. »Erinnerst du dich an einen gewissen Major Henry?«, fragte ich abrupt. »John Henry?« Er war auf der Miskiensa. »Ich mag ja im Lauf der vergangenen Tage das eine oder andere verloren haben,« sagte er etwas schneidend, »jedoch weder mein Gedächtnis noch meinen Verstand noch nicht,« fügte er betont hinzu. »Natürlich kenne ich ihn. Ein sehr geselliger, begabter junger Mann. Er wurde in Philadelphia überall eingeladen. Er gehört zu General Clintons Stab.« »Wusstest du auch, dass er ein Spion ist?« Das Herz hämmerte mir in den Ohren und mein Korsett fühlte sich plötzlich zu eng an. War ich im Begriff, etwas grauenvoll Unwiderrufliches zu tun? Er blinzelte, offensichtlich verblüfft. »Nein. Wie in aller Welt kommst du denn darauf?« Und eine halbe Sekunde später. »Und warum zum Teufel erzählst du es mir, wenn du es glaubst?« »Weil«, sagte ich so ruhig ich konnte, »man ihn in ein oder zwei Jahren dabei erwischen wird. Man wird ihn hinter den amerikanischen Linien finden, in Zivilkleidung, mit belastenden Dokumenten. Und die Amerikaner werden ihn hängen.« Die Worte hingen zwischen uns in der Luft, sichtbar wie mit schwarzem Rauch geschrieben. John öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder, offenkundig verdattert. Ich konnte sämtliche Geräusche des Lagers um uns hören. Gespräche, gelegentliche Rufe und die Geräusche von Pferden und Maultieren, das Schlagen einer fernen Trommel, die die Männer rief, um was zu tun? Irgendjemand übte in der Nähe auf einer Flöte, deren schriller Ton sich jedes Mal an derselben Stelle überschlug. Das unablässige Rumpeln und Kreischen des Schleifsteins, der in aller Hektik zum letzten Mal Metall schärfte. Und das zunehmende Summen der Fliegen. Sie kamen jetzt in kleinen, nach Fleisch gierenden Wolken in das Zelt. Zwei von ihnen landeten auf Johns Stirn, wo sie sogleich gereizt vertrieben wurden. Die Dose mit der Insektensalbe lag auf dem Feldbett, wo Germaine sie abgelegt hatte. Ich streckte die Hand danach aus. Nein, sagte er scharf und nahm sie mir aus der Hand. Ich kann… Bitte fass mich nicht an! Seine Hand zitterte und im ersten Moment hatte er Schwierigkeiten, den Deckel zu öffnen, doch ich half ihm nicht. Mir war kalt bis in die Fingerspitzen, trotz der stickigen Luft im Zelt. Er hatte sich Jamie persönlich ausgeliefert, ihm sein Ehrenwort gegeben. Es würde Jamie sein, der ihn irgendwann an General Washington übergeben musste. Es tun musste. Zu viele Menschen hatten den Zwischenfall mit angesehen, wussten, wo John war und inzwischen auch, was er war. Ich habe mich darum gekümmert. Hatte er es schon getan? Es jemandem offiziell mitgeteilt? John setzte sich nicht, doch es gelang ihm eine Daumenspitze, menthol-duftendes Schmalz aus der Dose zu holen und sich Gesicht und Hals damit einzureiben. Du hattest doch nichts in deinen Kleidern, wagte ich mich hoffnungsvoll vor. Keine belastenden Dokumente, meine ich. Ich hatte mein Patent in der Tasche, als mich die Rebellenmiliz außerhalb von Philadelphia ergriffen hat, sagte er, doch sein Ton war geistesabwesend, als spielte es keine große Rolle. Er rieb sich die Salbe energisch auf die Hände und Handgelenke. An und für sich zwar kein Spionagebeweis, aber gewiss der Beweis, dass ich ein britischer Offizier war, ohne Uniform und zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich hinter den amerikanischen Linien. Sag nichts mehr, meine Liebe, es ist sehr gefährlich. Er schlug den Deckel auf die Dose und hielt sie mir entgegen. Du solltest gehen, sagte er. Er sah mir direkt in die Augen und sprach sehr leise. Man darf dich nicht allein mit mir antreffen. Omi? Jermaine schob den Zelteingang beiseite, puterrot unter seinem zerzausten Pony. Omi, komm schnell! Papa sagt, Grand-Père braucht dich! Er verschwand und ich griff hastig nach meiner Ausrüstung und belud mich mit Taschen und Kisten. Ich steuerte auf den Zelteingang zu, hielt aber noch einmal inne und wandte mich zu John um. Ich hätte fragen sollen, liegt ihm an dir? sagte ich. Er schloss das gesunde Auge und seine Lippen pressten sich kurz aufeinander. Ich hoffe nicht, sagte er. Ich eilte Jermaine nach, meinen Medizinrucksack voll gluckernder Flaschen über die Schulter geschlungen, eine kleine Kiste mit zusätzlichen Instrumenten und Nähausrüstung unter dem Arm, Clarence am Zügel in der Hand. Meine Gedanken sprangen derart aufgeregt in meinem Kopf herum, dass ich kaum sehen konnte, wohin ich ging. Ich begriff jetzt, dass ich John nichts gesagt hatte, was er nicht schon wusste. Nun, abgesehen von Major Andrews künftigem Schicksal, und das war zwar grauenvoll, besaß aber im Moment keine unmittelbare Wichtigkeit. Er hatte mich am Weiterreden gehindert, weil er schon gewusst hatte, in welcher Gefahr er sich befand und welche Auswirkungen das auf Jamie und auf mich haben konnte. Man darf dich nicht allein mit mir antreffen. Weil ich einmal seine Frau gewesen war, meinte er. Das war es, was er gedacht hatte, was er aber nicht sagen wollte, bis ich selbst das Gespräch auf dieses Thema lenkte. Wenn etwas geschah, nun, gerade heraus gesagt, wenn er sein Ehrenwort brach und floh, würde man mich wahrscheinlich verdächtigen, die Hand dabei im Spiel gehabt zu haben, doch der Verdacht würde um einiges begründeter sein, wenn jemand bezeugte, uns bei einem Gespräch unter vier Augen gesehen zu haben. Und Jamie würde schlimmstenfalls in den Verdacht der Mittäterschaft geraten, bestenfalls in den Verdacht, eine Frau zu haben, die ihm und dem Ziel der Unabhängigkeit untreu war. Ich konnte leicht in einem Militärgefängnis enden, genau wie Jamie. Doch wenn John nicht floh oder floh und erneut in Gefangenschaft geriet. Aber dann lag die Straße vor mir und Jamie war da auf seinem Pferd und hielt die Zügel meiner Stute. Und es war Jamie, mit dem ich heute den Rubicon überschreiten würde. Nicht John. Der Marquis de Lafayette erwartete sie am vereinbarten Treffpunkt, mit gerötetem Gesicht und erwartungsvoll leuchtendem Blick. Jamie musste einfach lächeln beim Anblick des jungen Franzosen, der sich unbekümmert mit einer prachtvollen Uniform mit roten Seidenaufschlägen herausgeputzt hatte. Doch er war nicht unerfahren, trotz seiner Jugend und der unübersehbaren Tatsache, dass er Franzose war. Er hatte Jamie von der Schlacht am Brandywine Creek vor einem Jahr erzählt, wo er am Bein verletzt worden war und Washington darauf bestanden hatte, dass er an seiner Seite schlief und ihn in seinen eigenen Umhang gewickelt hatte. Gilbert vergötterte Washington, der selbst keine Söhne hatte und eindeutig tiefe Zuneigung zu dem kleinen Grafen empfand. Er warf einen Blick auf Claire, um zu sehen, ob sie Lafayettes modische Aufmachung bewunderte, doch ihr Blick war, mit einem kleinen Stirnrunzeln, auf eine Gruppe von Männern in einiger Entfernung geheftet, jenseits der regulären Kontinentalsoldaten, die jetzt in Formation aufmarschiert waren. Sie trug ihre Brille nicht, er konnte jedoch problemlos weit sehen und stellte sich halb in die Steigbügel. »General Washington und Charles Lee«, sagte er zu ihr und setzte sich wieder in den Sattel. Lafayette, der die Generäle jetzt ebenfalls erspähte, schwang sich in den Sattel und ritt auf sie zu. »Ich geselle mich wohl besser auch dazu. Siehst du Denzel Hunter schon irgendwo?« Er hatte vorgehabt, Claire Hunter anzuvertrauen. Er wollte nicht, dass sie allein auf dem Schlachtfeld umherwanderte, wenn es denn eins gab, ganz gleich wie nützlich sie sich dort machen konnte, und es widerstrebte ihm, sie allein zurückzulassen. Doch Hunter war in seinem Wagen unterwegs, der nicht mit den marschierenden Männern mithalten konnte. Staubwolken stiegen in die Luft, aufgewirbelt von tausenden begieriger Füße, es kitzelte in seiner Brust und er hustete. »Nein«, sagte sie, »keine Sorge«, und sie lächelte ihm tapfer zu, selbst wenn ihr Gesicht trotz der Hitze bleich war und er das Beben ihrer Angst bis in sein Innerstes spüren konnte. »Geht es dir gut?« Sie sah ihn jedes Mal mit diesem suchenden Blick an, wenn er in einen Kampf aufbrach, als prägte sie sich sein Gesicht ein, für den Fall, dass er umkam. Er wusste, warum sie das tat, doch es fühlte sich seltsam an, und er war heute Morgen ohnehin schon unruhig. »Ei, gut«, sagte er, nahm ihre Hand und küsste sie. Er hätte losreiten sollen, doch er verweilte noch einen Moment, weil er sie nicht verlassen wollte. »Hast du«, begann sie und hielt dann abrupt inne. »Saubere Unterhosen angezogen? Ei, obwohl es wahrscheinlich vergebene Liebesmüh ist, wenn die ersten Schüsse fallen.« Es war ein schwacher Scherz, doch sie lachte und er fühlte sich besser. »Habe ich was?«, fragte er, doch sie schüttelte den Kopf. »Nicht wichtig. Du brauchst jetzt nicht noch mehr, worüber du dir Gedanken machen musst. Nur sei vorsichtig, ja?« Sie schluckte sichtlich, und es brach ihm fast das Herz. »Ja«, sagte er und nahm die Zügel auf, sah sich aber noch einmal nach Ian um. Sie war zwar inmitten der aufmarschierenden Kompanien nicht in Gefahr, doch er würde trotzdem erleichtert sein, wenn sich jemand um sie kümmerte. Und wenn er ihr das sagte, würde sie wahrscheinlich »Da ist ja Ian«, rief sie aus und blinzelte in Richtung des Neuankömmlings. »Was ist denn mit seinem Pferd?« Er folgte ihrer Blickrichtung und sah es sofort. Sein Neffe war zu Fuß und führte das Pferd, das sich stockend bewegte, und sie sahen beide missmutig aus. »Lahm«, sagte er, »und zwar schlimm.« »Was ist passiert, Ian«, rief er. »Ist auf der Uferböschung auf etwas Spitzes getreten und hat einen Riss im Huf bis ins Leben.« Ian fuhr mit der Hand am Bein des Pferdes herunter. Das Tier stützte sich mehr oder weniger auf ihn und hob den unbeschlagenen Huf sofort hoch. Der Riss war deutlich sichtbar, so tief, dass Jamie mitfühlend zusammenzuckte. Wie wenn man sich den Zehennagel abriss und dann damit laufen musste. »Nimm mein Pferd, Ian«, sagte Claire und glitt mit wehenden Rücken aus dem Sattel. »Ich kann Clarence reiten. Ich brauche ja nicht schnell zu sein.« »Ei, also gut«, sagte Jamie, wenn auch ein wenig widerstrebend. Ihre Stute war ein gutes Pferd und Ian musste beritten sein. »Dann tausch die Sättel und Ian, halte nach Dr. Hunter Ausschau. Lass deine Tante nicht allein, ehe er kommt. Ei?« »Lieb wohl, Sassnach. Wir sehen uns später.« Er konnte nicht länger warten und trieb sein Pferd in die Menge davon. Es hatten sich jetzt noch mehr Offiziere um Washington gesammelt, er würde gerade noch rechtzeitig dazu stoßen. Doch es war nicht das Risiko, auffällig zu spät zu kommen, das ihm die Eingeweide verkrampfte. Es waren Schuldgefühle. Er hätte John Grays Festnahme auf der Stelle melden sollen. Er wusste das genau, hatte es aber hinausgezögert, weil er hoffte … Was hoffte? Dass sich die ganze lächerliche Situation irgendwie in Luft auflösen würde? Wenn er es gemeldet hätte, hätte Washington Gray in Haft genommen und ihn irgendwo eingesperrt oder ihn auf der Stelle als Exempel gehängt. Er hielt das zwar nicht für wahrscheinlich, doch die bloße Möglichkeit hatte ihn daran gehindert, etwas zu sagen. Stattdessen hatte er sich darauf verlassen, dass im Chaos des bevorstehenden Aufbruchs niemandem etwas auffallen würde. Doch was jetzt an ihm nagte, war nicht das schlechte Gewissen, weil er seine Pflicht versäumt hatte oder weil er Claire in Gefahr gebracht hatte, indem er den kleinen Sodomiten in seinem Zelt ließ, statt ihn auszuliefern. Es war die Tatsache, dass er heute Morgen beim Aufbruch nicht daran gedacht hatte, Gray von seinem Ehrenwort zu entbinden. Hätte er das getan, hätte Gray in der Verwirrung des Abmarsches leicht entkommen können. Und selbst wenn es später Schwierigkeiten deswegen gegeben hätte, wäre John Gray doch in Sicherheit. Aber es war zu spät. Und mit einem kurzen Gebet für Lord John Grays Seele parierte er neben dem Marquis de Lafayette durch und verneigte sich vor General Washington. 72. Irrungen und Wirrungen Die Landschaft wurde hier von drei Flüssen zerschnitten. Dort, wo der Boden weich war, hatte sich das Wasser tief hineingefressen, und der Fluss verlief am Grund einer kleinen Schlucht, deren steile Ufer dicht mit Baumschößlingen und Gebüsch bewachsen waren. Ein Farmer, mit dem er tags zuvor gesprochen hatte, als er die Gegend auskundschaftete, hatte ihm die Namen gesagt. Die Weiding Brook, Spotswood Middle Brook und Spotswood North Brook. Doch Ian hätte nicht mit Sicherheit sagen können, welchen er vor sich hatte. Das Gelände war weitläufig und flach. Der Bach verlief durch eingesunkenes, sumpfiges Gelände, und er wandte sich ab. Schlechter Boden für Mensch und Pferd. Einer der Farmer hatte die Schluchten als Moreste bezeichnet, und er fand das Wort treffend. Er blickte den Bach entlang, weil er nach geeigneten Stellen zum Trinken suchte, doch das Ufer fiel zu steil ab. Ein Mensch konnte vielleicht zum Wasser hinunterklettern, aber keine Pferde oder Maultiere. Ian spürte sie, ehe er sie sah. Spürte sie wie ein Raubtier, das im Wald versteckt lag und wartete, dass seine Beute zum Trinken kam. Er wendete scharf und ritt an der Uferböschung entlang, während er die Bäume auf der anderen Seite beobachtete. Eine Bewegung, ein Pferdekopf, der Fliegen abschüttelte, ein Gesicht, das kurz auftauchte. Gesichter, bemalt wie das Seine. Alarm fuhr ihm wie ein Stoß über den Rücken, und der Instinkt drückte ihn an den Pferdehals, als der Pfeil über seinen Kopf hinweg surrte. Er blieb bebend in einer Platane stecken. Er richtete sich auf, den Bogen in der Hand, spannte im selben Atemzug einen Pfeil ein und sandte ihn zurück, zielte blind auf die Stelle, wo er sie gesehen hatte. Der Pfeil zerfetzte ein paar Blätter, traf aber nichts. Das hatte er auch nicht erwartet. Mohawk, kam ein verächtlicher Ausruf von der anderen Seite, und ein paar Worte in einer Sprache, die er nicht verstand, deren Absicht aber trotzdem nicht zu überhören war. Er antwortete mit einer sehr schottischen Geste, deren Bedeutung nicht minder klar war, und sie lachten. Er hielt kurz an, um den Pfeil aus der Platane zu ziehen. Mit den Schwanzfedern eines Grünspechts bestückt, doch kein Muster das erkannte. Was auch immer sie gesprochen hatten, eine Algonquinsprache war es nicht gewesen. Möglicherweise etwas aus dem Norden wie Assiniboine. Wenn er einen genaueren Blick auf sie werfen könnte, würde er es wissen, doch es konnte genauso gut etwas aus der Gegend sein. Sehr wahrscheinlich jedoch, dass sie für die britische Armee arbeiteten. Er kannte die meisten Indianer-Scouts, die im Moment die Rebellen begleiteten. Und sie hatten zwar nicht versucht, ihn umzubringen, das hätten sie leicht gekonnt, wenn sie es gewollt hätten, aber dies war eine rauere Hänselei, als er erwartet hätte. Vielleicht, weil sie ihn als das erkannt hatten, was er war. Mohawk. Für die meisten war das einfacher auszusprechen als Ganyang-Gehaga. Für die Stämme, die mit den Ganyang-Gehaga vertraut waren, war es entweder ein Wort, mit dem man den Kindern Angst machte, oder eine bewusste Beleidigung. Menschenfresser bedeutete es. Denn man erzählte sich, dass die Ganyang-Gehaga ihre Feinde lebendig brieten und das Fleisch verschlangen. Ian hatte so etwas zwar nie mit angesehen, doch er kannte Männer, alte Männer, die mit Vergnügen davon erzählten. Er dachte lieber nicht daran. Es erinnerte ihn viel zu lebhaft an die Nacht, in der der Priester in Snaketown gestorben war, verstümmelt und lebendig verbrannt. Die Nacht, die Ian unabsichtlich aus seiner Familie gerissen und ihn zum Mohawk gemacht hatte. Die Brücke lag stromaufwärts, ungefähr 60 Meter von ihm entfernt. Er hielt inne, doch der Wald auf der anderen Seite war still, und er wagte sich hinüber. Die Hufe seines Pferdes klopften vorsichtig über die Bretter. Wenn es hier britische Kundschafter gab, war die Armee nicht allzu weit dahinter. Hinter dem Wald am anderen Ufer erstreckten sich Wiesen, und dahinter lagen die Felder einer großen Farm. Er konnte die Gebäude zwischen den Bäumen aufblitzen sehen, und Männer, die sich bewegten. Er machte hastig kehrt, umrundete einen Hain und fand eine Stelle, von der er genug sehen konnte. Auf dem Hügel kam hinter den Gebäuden der Farm, waren grün berockte Soldaten, und er konnte den Schwefel ihrer Lunden riechen. Grenadierer. Er wendete sein Pferd und machte sich auf den Rückweg, um jemanden zu suchen, dem er Meldung erstatten konnte. Endlich entdeckte William die Kavallerieabteilung der britischen Legion, die ihre Feldflaschen am Brunnen auf dem Hof einer Farm füllte. Doch sie hatten einen Wachtposten aufgestellt, der beim Anblick eines einzelnen Reiters einen Warnruf ausstieß, und die halbe Kompanie fuhr alarmbereit herum. Eine gut gedrillte Kompanie. Bannister Tarleton war ein fähiger Offizier, der großen Einsatz zeigte. Tarleton selbst stand entspannt im Schatten eines großen Baums, den reichlich mit Federn geschmückten Helm im Arm, und wischte sich mit einem grünen Seitentaschentuch über das Gesicht. William verdrehte die Augen angesichts dieses affektierten Details, doch so, dass Tarleton es nicht sehen konnte. Er parierte zum Schritt durch, ritt zu Tarleton hinüber und beugte sich aus dem Sattel, um ihm die Depesche zu übergeben. Von Major Henry, sagte er, hattet ihr gut zu tun? Die britische Legion hatte gekämpft, er konnte den Rauch riechen, und an der Scheunenwand saßen ein paar Männer mit offenbar leichten Verletzungen, die Uniformen mit Blut verschmiert. Die offenen Scheunentore gaben leere Preis, und der Hof war zertrampelt und voller Dung. Er fragte sich flüchtig, ob der Farmer sein Vieh wohl selbst fortgetrieben hatte, oder ob die eine oder andere Armee die Tiere beschlagnahmt hatte. »Nicht annähernd genug«, erwiderte Tarleton und las die Note. »Aber das hier könnte helfen. Wir sollen Cornwallis verstärken.« Sein Gesicht war von der Hitze gerötet, und sein Lederkragen schnitt ihm sichtlich in den kräftigen, muskulösen Hals, doch seine Mine wurde bei dieser Aussicht außerordentlich fröhlich. »Gut«, sagte William, und machte Anstalten, sein Pferd zu wenden und zu gehen, doch Tarleton gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. Er steckte die Depesche in seine Tasche, zusammen mit dem grünen Taschentuch. »Da ich dich hier sehe, Elsmeer, habe gestern Abend ein hübsches Ding im Lager gesehen, stand um Brot an«, sagte er. Tarleton saugte kurz an seiner Unterlippe, dann ließ er sie los, rot und feucht. »Sehr hübsch, und sie hatte ihre süße kleine Schwester dabei, obwohl sie mir noch nicht reif genug ist.« William zog die Augenbrauen hoch, spürte aber, wie sich seine Oberschenkel und Schultern anspannten. »Habe ihr ein Angebot gemacht«, sagte Tarleton, dem Anschein nach sorglos, jedoch mit einem raschen Blick auf Williams Hände. William entspannte sie mit Mühe. »Aber sie hat abgelehnt.« »Hat gesagt, sie sei die Deine.« »Eigentlich war es keine Frage, eventuell aber doch. Wenn ihr Name Jane ist«, sagte William knapp, »dann reist sie mit ihrer Schwester unter meinem Schutz.« Tartans fragender Blick verwandelte sich in offene Belustigung. »Unter deinem Schutz?«, wiederholte er. Seine vollen Lippen zuckten. »Ich meine aber, sie hat gesagt, ihr Name ist Arabella. Vielleicht denken wir ja nicht an dasselbe Mädchen.« »Doch, das tun wir.« Dieses Gespräch war das Letzte, was William wollte, und er nahm die Zügel auf. »Lass bloß die Finger von ihr!« Das war ein Fehler. Tarleton konnte keiner Herausforderung widerstehen. Seine Augen glitzerten, und William sah, wie er mit gespreizten Beinen in Position ging. »Lass uns um sie kämpfen«, sagte er. »Was? Hier? Bist du verrückt?« Signalhörner ertönten, nicht allzu weit entfernt, ganz zu schweigen von Tartans Männern, von denen viele den Wortwechsel ganz unverhohlen verfolgten. »Würde ja nicht lange dauern«, sagte Tarleton leise und verlagerte das Gewicht auf die Fersen. Seine linke Faust war locker geballt, und er rieb sich die rechte Hand an der Seite seiner Hose, den Rock zurückgeschoben. Er sah sich nach der leeren Scheune um. »Meine Männer würden sich zwar nicht einmischen, aber wir könnten dort hineingehen, wenn du dich genierst.« Letzteres sagte er mit einer Betonung, die keinen Zweifel daran ließ, dass er Feigheit meinte. Es hatte William auf der Zunge gelegen, zu sagen, »Ich bin doch nicht ihr Besitzer!« Doch dieses Eingeständnis wäre einem Freibrief für Tarleton gleichgekommen, ihr nachzustellen. Er hatte Ben schon oft genug mit Mädchen gesehen. Er war zwar nicht brutal, aber er war beharrlich. Ging niemals ohne zu bekommen, was er wollte, so oder so. Und nach Harkness … Seine Gedanken waren langsamer als sein Körper. Er stand schon auf dem Boden und zog den Rock aus, ehe er eine bewusste Entscheidung getroffen hatte. Ben legte grinsend seinen Helm auf den Boden und zog sich in aller Seelenruhe den Rock aus. Diese Bewegung lockte all seine Männer auf einmal an, und in Sekunden waren sie von Dragonern umringt, die sie mit Pfiffen und Rufen anfeuerten. Der einzige Neinsager war Bans Leutnant, der einen ungesunden Grauton angenommen hatte. »Hauptmann«, sagte er, und William begriff, dass der Mann nur davor Angst hatte, Ben die Stirn zu bieten, nicht vor den möglichen Folgen, wenn er es unterließ. Doch er war entschlossen, seine Pflicht zu tun, und streckte die Hand nach Tartens Arm aus. »Sir, ihr …« »Loslassen«, befahl Ben, ohne den Blick von William abzuwenden. »Und Maul halten!« Der Leutnant ließ die Hand sinken, als hätte er einen Schlag vor die Schulter bekommen. William fühlte sich abwesend, als beobachtete er die Szene von einem Punkt außerhalb seines Körpers, und dieser Teil seiner selbst hätte am liebsten über die Lächerlichkeit der Situation gelacht. Und ein winziger Rest seines Gewissens war entsetzt. Doch der Teil seiner selbst, der aus Fleisch und Blut war, war von grimmigem Jubel erfüllt und hatte absolut das Sagen. Er hatte Ben schon öfter kämpfen sehen und beging nicht den Fehler, auf ein Signal zu warten. Im selben Moment, als der grüne Rock den Boden berührte, stürzte er sich auf ihn, hackte Tarleton bei beiden Schultern, ohne den gemeinen Haken zu beachten, der seine Rippen traf, riss ihn vorwärts und hieb ihm die Stirn ins Gesicht. Knochen knackten mit einem grässlichen Geräusch. Er ließ los, schubste Ben fest vor die Brust, sodass dieser rückwärts stolperte. Aus seiner gebrochenen Nase flog das Blut, und seine überraschte Miene verwandelte sich auf der Stelle in blinde Wut. Tarleton nahm Anlauf und stürzte sich auf William wie ein tollwütiger Hund. William war einen Kopf größer und fast 20 Kilo schwerer als Ben, und er hatte drei ältere Vettern, die ihm das Kämpfen beigebracht hatten. Bannister Tarleton wiederum besaß die unerschütterliche Überzeugung, dass er jeden Kampf gewinnen würde, den er anfing. Sie rangen auf dem Boden miteinander, so fest ineinander verknäult, dass keiner in der Lage war, dem anderen einen ernsthaften Hieb zu versetzen, als William dumpf die panische Stimme des Leutnants hörte und hastiges Rennen ringsum. Hände packten ihn und zerrten ihn von Tarleton fort, andere Hände schoben ihn hektisch zu seinem Pferd. Trommeln kamen über den Weg und das Geräusch marschierender Füße. Er stieg benommen auf, schmeckte Blut und spuckte automatisch aus. Sein Rock wurde ihm über den Schoß geworfen und irgendjemand versetzte seinem Pferd einen Klaps, der William um ein Haar aus dem Sattel geworfen hätte, denn seine Füße waren nicht einmal in der Nähe der Steigbügel. Er presste dem Pferd die Knie und Unterschenkel in die Flanken, trieb Madras zum Galopp an und raste unmittelbar auf eine Infanterieabteilung zu, deren Sergeant mit einem Schreckensruf zurückfuhr. Er sah ihre karierten Hosen und Mützen und hörte raue Rufe, die schottisch oder gälisch sein konnten, doch er kümmerte sich nicht darum. Sie gehörten zu einem Regiment, das er nicht kannte, also würden ihre Offiziere ihn ebenfalls nicht kennen. Sollte Tarleton die Situation doch erklären, wenn es ihm einfiel. Williams linkes Ohr fiepte und er schüttelte den Kopf und presste die flache Hand gegen das Ohr, um es zum Schweigen zu bringen. Als er die Hand wieder entfernte, hatte das Pfeifen nachgelassen und stattdessen sangen mehrere Leute Yankee Doodle. Er blickte sich ungläubig um und sah eine Reihe blau berockter Kontinentalsoldaten, die eine Reihe von Kanonen auf den Hügelkamm zuzogen. Zurückreiten und es der schottischen Infanterie und Taltonsmännern sagen? Nach Süden zu Cornwallis? Heda! Rotrock! Ein Ruf von links ließ ihn in diese Richtung blicken, und zwar keine Sekunde zu früh. Eine Gruppe von zehn oder fünfzehn Mann in Jagdhemden hielt auf ihn zu, die meisten mit Sicheln und Spaten bewaffnet. Ein Mann richtete eine Muskete auf ihn, anscheinend war es der Rufer, denn jetzt forderte er William auf, lass die Züge los und steig ab! Den Teufel werd ich tun, erwiderte William und gab Madras die Fersen. Das Pferd raste los, als stünde sein Schweif in Flammen. William hörte das Krachen der Muskete, beugte sich aber dicht über den Hals des Pferdes und galoppierte weiter. 73. Das seltsame Gebaren eines Zeltes Zwar brannte John Gray keinesfalls darauf, in ein Gefängnis abtransportiert zu werden, doch allmählich wünschte er sich, man würde ihn allein lassen. Fergus Fraser und sein Sohn hatten darauf bestanden, bei ihm zu bleiben, bis ihn jemand holte. Wahrscheinlich, damit der Jamie sagen konnte, wie man mit Gray verfahren war. Er hegte ein kurioses Desinteresse an der Art, wie man mit ihm verfahren würde, und war es zufrieden, die Entwicklung abzuwarten. Er wollte allein sein, um über Percy Wainwrights Anwesenheit, seine Motive und seine mögliche Handlungsweise nachdenken zu können. Warum war der verdammte Percy hier? Mit Lafayette, hatte er gesagt. Berater? Er erschauerte bei dem Gedanken an die Ratschläge, die von diesem Und was war mit Fergus Fraser? Was für ein Interesse konnte Percy nur an einem Kolonialdrucker haben? Er richtete seinen Blick auf besagten Drucker, der gerade mit seinem aufmüpfigen Nachwuchs diskutierte. Du hast es doch auch getan! Jermaine funkelte finster zu seinem Vater auf, das Gesicht vor Entrüstung errötet. Du hast es mir selbst erzählt, mindestens ein Dutzend Mal, wie du mit Grand-Père in den Krieg gezogen bist und einen Mann ins Bein gestochen hast und auf einer Kanone geritten bist, als die Soldaten sie aus Preston Pence fortgezogen haben. Und du warst damals sogar noch jünger als ich. Fergus hielt einen Moment inne und betrachtete seinen Sohn mit zusammengekniffenen Augen, während er offenbar seine frühere Gesprächigkeit bedauerte. Er atmete einen Moment durch die Nase ein und aus, dann nickte er. Das war etwas anderes, sagte er ruhig. Er war damals mein Brotherr, ich nicht sein Sohn. Es war meine Pflicht, ihn zu begleiten. Er war nicht dafür verantwortlich, mich daran zu hindern. Jermaine blinzelte und runzelte unsicher die Stirn. Du warst nicht sein Sohn? Natürlich nicht, sagte Fergus ungeduldig. Wenn ich dir von Preston Pence erzählt habe, habe ich dir doch gewiss auch erzählt, dass ich ein Waisenjunge in Paris war, als ich deinem Grand-Père begegnet bin. Er hat mich als Taschendieb in seinen Dienst genommen. Tatsächlich? John hatte eigentlich nicht vorgehabt, die beiden zu unterbrechen, doch er konnte nicht anders. Fergus sah ihn verblüfft an. Offensichtlich hatte er Johns Anwesenheit kaum registriert, so sehr war er auf Jermaine konzentriert. Er verneigte sich. Ja, mein Lord, wir waren ja Jakobiten. Wir benötigten Informationen, Briefe. Oh, aha, murmelte John und trank einen Schluck aus seiner Flasche. Dann besann er sich auf seine Manieren und bot sie Fergus an, der überrascht blinzelte, sie aber dann mit einer weiteren Verneigung annahm und einen ordentlichen Schluck trank. Nun, wahrscheinlich machte es durstig, ein entlaufenes Kind durch eine Armee zu verfolgen. Er dachte kurz an Willie und dankte Gott, dass sein Sohn in Sicherheit war. Oder? Ihm war klar, dass William Philadelphia verlassen haben musste, als Clinton die Armee zurückzog, vielleicht als nicht kämpfender Feldadjutant eines ranghohen Offiziers. Doch er hatte diese Vermutung nicht unter Berücksichtigung der jetzt unübersehbaren Tatsache durchdacht, dass General Washington Clinton inzwischen dicht auf den Fersen war und ihn vermutlich einholen würde. In welchem Falle William … Diese Gedanken hatten ihn vorübergehend von dem Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn abgelenkt und er wurde durch eine Frage aufgeschreckt, die Jermaine an ihn richtete. Ich? Oh, äh, 16. Ich wäre vielleicht schon eher in die Armee eingetreten, fügte John entschuldigend hinzu, wenn es das Regiment meines Bruders schon gegeben hätte, doch er hat es erst während der Jakobiten-Rebellion aufgestellt. Er betrachtete Fergus mit neuem Interesse. Ihr wart also in Preston, Pence? Das hätte ebenso seine erste Schlacht werden sollen. Und das wäre sie auch gewesen, wäre er nicht zwei Nächte zuvor auf einem Bergpass einem berüchtigten Jakobiten namens Jamie Fraser begegnet. Habt ihr jemanden getötet? Wollte Jermaine wissen. Nicht in Preston, Pence. Später, in Culloden. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Er streckte die Hand nach der Flasche aus. Sie war fast leer und er lehrte sie ganz. Im nächsten Moment war er froh über diese Eile. Wäre die Flasche nicht bereits geleert gewesen, hätte er sich womöglich verschluckt. Der Zelteingang wurde beiseite geschoben und Percy Wainwright-Bouchon steckte den Kopf herein, um dann überrascht zu erstarren, während seine dunklen Augen von einem Zeltinsassen zum anderen huschten. John verspürte den Impuls, mit der leeren Flasche nach ihm zu werfen, überlegte es sich aber anders und sagte stattdessen kalt, Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich bin beschäftigt. Das sehe ich. Percy sah John nicht an. Er war seinerseits ganz und gar damit beschäftigt, von Jermaine zu Fergus und wieder zurückzublicken. Jermaine ähnelte zwar seiner Mutter, was die Haut- und Haarfarbe und den Körperbau betraf, doch er hatte unleugbar eine jugendliche Version der französischen Hakennase seines Vaters im Gesicht. Eine Ähnlichkeit, die im Augenblick durch die Tatsache verstärkt wurde, dass sie beide überrascht die Köpfe gehoben hatten und den Eindringling aufmerksam musterten. Mr. Fergus Fraser, sagte er leise und trat mit ausgestreckter Hand in das Zelt. Euer Diener, Sir. Comment ça va? Da Fergus ihm nicht ausweichen konnte, schüttelte er ihm reserviert die Hand, sagte aber nichts. Jermaine stieß ein leises Knurren aus, verstummte aber, als ihm sein Vater einen scharfen Blick zuwarf. Ich bin so froh, euch endlich privat zu begegnen, Monsieur Fraser, sagte Percy immer noch auf Französisch. Er lächelte, so charmant er konnte. Monsieur, wisst ihr, wer ihr seid? Fergus betrachtete ihn nachdenklich. Nur wenige Menschen kennen sich selbst, entgegnete er. Ich für meinen Teil bin ganz zufrieden damit, ein solches Wissen Gott zu überlassen. Er kann viel besser damit umgehen, als ich es könnte. Und da ich zu diesem Schluss gekommen bin, denke ich, das ist alles, was ich euch zu sagen habe. Pardonnez-moi. Und damit schob er sich so unerwartet an Percy vorbei, dass dieser aus dem Gleichgewicht geschubst wurde. Jermaine drehte sich am Zelteingang um und streckte ihm die Zunge heraus. Verdammter Frosch, sagte er. Dann verschwand er mit einem kleinen Aufschrei, als ihn sein Vater aus dem Zelt zerrte. Percy hatte bei dem Versuch, auf den Beinen zu bleiben, einen seiner mit Silber beschlagenen Schuhe verloren. Er strich sich Erde und Pflanzenreste von der Unterseite seines Strumpfes und schob seinen Fuß wieder in den Schuh. Er hatte die Lippen aufeinander gepresst und seine Wangen waren auf äußerst attraktive Weise errötet. Solltest du nicht bei der Armee sein, erkundigte sich John. Du willst doch gewiss dabei sein, wenn Washington auf Clinton trifft. Ich könnte mir denken, dass deine interessierten Parteien den ausführlichen Bericht eines Augenzeugen wünschen oder etwa nicht. Halt den Mund, John, sagte Percy kurz. Und hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Er ließ sich auf den Hocker plumpsen, faltete die Hände auf dem Knie und sah John konzentriert an, als bilde er sich ein Urteil über seine Intelligenz. Kennst du einen Mann? Einen britischen Offizier. Namens Richardson. Fergus bahnte sich seinen Weg durch das Trümmerfeld, das der Abmarsch der Armee hinterlassen hatte, und hielt Germaine fest an der Hand. Das Lagergefolge und die Männer, die man aufgrund ihrer Gebrechen zurückgelassen hatte, waren mit dem Aufräumen beschäftigt, und niemand hatte mehr als einen flüchtigen Blick für die Fraisers übrig. Er konnte nur hoffen, dass das Pferd noch da war, wo er es zurückgelassen hatte. Er berührte die Pistole, die er sich vorsichtshalber unter das Hemd gesteckt hatte. Frosch? sagte er zu Germaine und versuchte erst gar nicht, seine Belustigung zu verbergen. Hast du verdammter Frosch gesagt? Nun, das ist er, Papa. Germaine blieb plötzlich stehen und befreite seine Hand. Papa, ich muss zurück. Warum? Hast du etwas vergessen? Fergus sah sich nach dem Zelt um, ein beklommenes Gefühl im Nacken. Frosch konnte ihn nicht zwingen, ihm zuzuhören, geschweige denn etwas zu tun, das er nicht tun wollte, und doch hegte er große Abneigung gegen den Mann. Nun ja, eigentlich war es Angst. Er machte sich nur selten etwas vor. Warum er jedoch einen solchen Mann fürchten sollte? Nein, aber … Germaine hatte Mühe, sich für einen der Gedanken zu entscheiden, die anscheinend alle gleichzeitig in Worte gefasst werden wollten. Grand-Père hat gesagt, dass ich unbedingt bei seiner Lordschaft bleiben soll, und falls Monsieur Beauchamp zurückkommt, soll ich genau zuhören, was Sie sagen. Tatsächlich? Hat er gesagt, warum? Nein, aber er hat es gesagt, und außerdem war ich … Bin ich der Diener seiner Lordschaft, sein Bursche? Es ist meine Pflicht, bei ihm zu sein. Germaines Gesicht war von rührendem Ernst erfüllt, und Fergus spürte, wie sich sein Herz verkrampfte. Dennoch … Fergus hatte es in der schottischen Kunst, simple, aber vielsagende Kehllaute auszustoßen, nie weit gebracht. Er war sehr neidisch darauf, war aber nicht schlecht darin, mittels seiner Nase auf ähnliche Weise zu kommunizieren. Nach allem, was die Soldaten sagen, ist er Kriegsgefangener. Hast du etwa vor, ihn zu begleiten, ganz gleich in welches Verlies oder Gemäuer sie ihn stecken? Ich glaube nämlich, dass dich Maman am Kragen wieder herausziehen würde. Komm jetzt, sie macht sich Sorgen und wartet darauf zu hören, dass du in Sicherheit bist. Die Erwähnung Marsalis zeigte die gewünschte Wirkung. Germaine senkte den Blick und biss sich auf die Lippe. Nein, das werde ich nicht. Ich meine, ich bin nicht … Aber Papa, ich muss zurück, damit wir sicher sein können, dass Monsieur Beauchamp ihm nichts antut. Und vielleicht dafür sorgen, dass er etwas zu essen hat, bevor wir gehen, fügte er hinzu. Du willst doch nicht, dass er verhungert, oder? Mein Lord sah eigentlich ganz gut genährt aus, sagte Fergus, doch Germaines drängende Miene zog ihn einen widerstrebenden Schritt zum Zelt zurück. Germaine strahlte vor Erleichterung und Aufregung und nahm seinen Vater wieder bei der Hand. Warum glaubst du denn, Monsieur Beauchamp könnte seiner Lordschaft etwas Böses wollen? fragte Fergus und hielt Germaine einen Moment zurück. Weil seine Lordschaft ihn nicht mag und Grand-Père auch nicht, sagte der Junge knapp. Komm schon, Papa. Seine Lordschaft ist unbewaffnet und wer weiß, was dieser Sodomit in seiner Tasche hat. »Sodomit?« Fergus erstarrte. »Ui, Grand-Père sagt, er ist ein Sodomit. Komm jetzt!« Germaine war jetzt am Rand der Panik und zog seinen Vater mit schierer Willenskraft weiter. »Sodomit?« Das war ja interessant. Fergus, der ein guter Beobachter war, ein weltgewandter Mann und ein Experte, wenn es um Sex ging, war schon vor einiger Zeit zu seinem eigenen Schluss gekommen, was Lord Grays Vorlieben betraf, hatte diese aber natürlich Jamie gegenüber nicht erwähnt, da der Engländer ein guter Freund seines Vaters war. Wusste er davon? So oder so, es konnte die Beziehung seiner Lordschaft mit diesem Beauchamp deutlich verkomplizieren und er näherte sich dem Zelt mit gesteigerter Neugier und Wachsamkeit. Er war darauf vorbereitet, Germaine die Hand vor die Augen zu halten und ihn fortzuzerren, falls in diesem Zelt etwas Unziemliches vor sich ging. Doch ehe sie sich weit genug genähert hatten, um durch den Eingang zu schauen, sah er das Zeltleinen auf höchst merkwürdige Weise wackeln und hielt Germaine an. »Warte!« sagte er leise. Er konnte sich keine noch so abartige Sexualpraxis vorstellen, die das Zelt zu diesem Gebaren veranlasst hätte. Also wies er Germaine mit einer Geste anzubleiben, wo er war, und bewegte sich auf leisen Sohlen zur Seite, warte aber in den Trümmern des Lagers ein wenig Abstand zum Zelt. Und da! Gerade wandte sich Lord John unter der hinteren Zeltwand hindurch und fluchte leise auf Deutsch vor sich hin. Ganz gebannt von diesem seltsamen Schauspiel merkte Fergus erst, dass Beauchamp das Zelt an der Vorderseite verlassen hatte, als er Germaines Ausruf hörte. Als er sich umdrehte, fand er den Jungen hinter sich. Er war beeindruckt von Germaines Fähigkeit, sich lautlos zu bewegen, doch dies war nicht der Zeitpunkt, um ihn zu loben. Er winkte seinem Sohn und wich noch ein wenig weiter zurück, um hinter einem Stapel leerer Fässer in Deckung zu gehen. Beauchamp schritt mit hochrotem Gesicht energisch davon und klopfte sich den Staub von den eleganten Rockschößen. Lord John kämpfte sich zum Gehen hoch und machte sich in die andere Richtung davon, auf den Wald zu. Seiner Kleidung schenkte er keine Beachtung. Kein Wunder. Was in aller Welt hatte der Mann nur in dieser Aufmachung getan? Was sollen wir tun, Papa? flüsterte Germaine. Fergus zögerte nur einen Moment, während er Beauchamp hinterher sah. Der Mann hielt auf ein großes Wirtshaus zu, wahrscheinlich General Washingtons ehemaliges Hauptquartier. Wenn Beauchamp weiter bei der Kontinentalarmee blieb, konnte man ihn wiederfinden, falls sich dies als nötig erwies. Sollen wir Lord John folgen, Papa? Germaine bebte vor Aufregung und Fergus legte dem Jungen die Hand auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. Nein, sagte er, entschlossen, wenn auch nicht ohne Bedauern. Er war ja selbst mehr als neugierig. Was immer er vorhat, es ist eindeutig dringend und unsere Gegenwart würde ihn wahrscheinlich eher gefährden, als ihm zu helfen. Er fügte nicht hinzu, dass Lord John mit ziemlicher Sicherheit auf das Schlachtfeld unterwegs war, falls es eines gab. Eine solche Anmerkung würde Germaine nur noch mehr anstacheln. Aber… Germaine hatte die schottische Sturheit seiner Mutter geerbt, und Fergus verkniff sich das Lächeln beim Anblick seiner blonden Augenbrauen, die sich exakt wie Marsalis zusammenzogen. Er wird entweder nach deinem Grand-Père oder nach seinen Landsleuten suchen, erklärte Fergus ihm. So oder so wird man sich um ihn kümmern, und unsere Gegenwart wäre in keinem Fall hilfreich für ihn. Außerdem wird uns deine Mutter beide ermorden, wenn wir nicht im Lauf der Woche nach Philadelphia zurückkehren. Er erwähnte ebenfalls nicht, dass ihm bei dem Gedanken, dass Marsali und die anderen Kinder allein in der Druckerei waren, unwohl zumute war. Mit dem Auszug der britischen Armee und einer weiteren Heerschar von Loyalisten war Philadelphia ja keineswegs sicher geworden. Es waren Plünderer und Gesetzlose in die Stadt gekommen, die die Hinterlassenschaften der Geflüchteten durchwühlten. Dazu kam, dass viele der zurückgebliebenen Sympathien für die Loyalisten hegten, zwar ohne es offen zuzugeben, doch es war gut möglich, dass sie sie im Schutz der Dunkelheit ausleben würden. Komm, sagte er, sanfter jetzt, und nahm Germaine an die Hand. Wir müssen etwas zu essen für unterwegs auftreiben. John Gray kämpfte sich durch den Wald voran. Hin und wieder stolperte er, da er ja nur ein brauchbares Auge hatte, der Boden war nicht immer da, wo er dachte. Sobald er das Lager hinter sich gelassen hatte, gab er sich keine Mühe mehr, sich versteckt zu halten. Claire hatte sein Auge mit Baumwollwatte verpackt und seinen Kopf sehr professionell mit einer Gasebandage umwickelt, damit die Watte nicht verrutschte. Dies schützte das verletzte Auge, während die Haut ringsum gleichzeitig an der Luft trocknen konnte, sagte sie. Anscheinend funktionierte es. Seine Augenlider waren nicht mehr so wund, nur noch ziemlich klebrig. Doch im Moment war er nur dankbar dafür, dass er aussah wie ein Verwundeter, der von der davoneilenden amerikanischen Armee zurückgelassen worden war. Niemand würde ihn aufhalten oder ihm Fragen stellen. Nun, niemand, außer seinen ehemaligen Kameraden aus der Pennsylvania-Kompanie Nummer 16, sollte er das Pech haben, ihnen zu begegnen. Gott allein wusste, was sie gedacht hatten, als er sich Jamie ergab. Er hatte ein schlechtes Gewissen, was sie betraf. Sie waren schließlich sehr gütig zu ihm gewesen und mussten bei der Preisgabe seiner Identität das Gefühl gehabt haben, dass er ihre Güte mit Füßen getreten hatte. Doch ihm war keine große Wahl geblieben. Genau wie jetzt. Sie haben es auf deinen Sohn abgesehen. Es war wahrscheinlich das Einzige, was Percy hätte sagen können, um ihm seine Aufmerksamkeit zu sichern. Wer? Sie? Hatte er scharf gefragt und war zum Sitzen hochgefahren. Was haben Sie mit ihm vor? Die Amerikaner. Was den Zweck betrifft. Du und dein Bruder. Percy hatte ihn kopfschüttelnd betrachtet. Hast du eigentlich die geringste Ahnung, was du wert bist, John? Was ich wem wert bin? Er hatte sich zum Stehen hochgekämpft und dabei gefährlich geschwankt. Percy hatte seine Hand gepackt, um ihn zu stützen. Seine Berührung war warm und fest und verblüffend vertraut. Er hatte wie verbrannt seine Hand fortgezogen. Wie mir mitgeteilt wurde, besitze ich beträchtlichen Wert als Sündenbock, sollten die Amerikaner beschließen, mich zu hängen. Wo war nur Hells verdammte Note? Wer hatte sie jetzt? Watson Smith? General Wayne? Nun, das können wir aber nicht zulassen, oder? Der Gedanke an Grays unmittelbar bevorstehendes Ableben schien Percy nicht sonderlich aus der Ruhe zu bringen. Keine Sorge, ich bespreche das. Mit wem? Wollte er neugierig wissen. General Lafayette, antwortete Percy und fügte mit einer kleinen Verneigung hinzu, dem als Berater zu dienen ich die Ehre habe. Danke, sagte Grey trocken. Ich mache mir keine großen Gedanken über die Möglichkeit, gehängt zu werden, zumindest nicht im Augenblick. Aber ich will wissen, was zum Teufel du in Bezug auf meinen Sohn William gemeint hast. Das wäre viel einfacher bei einer Flasche Port, sagte Percy mit einem Seufzer. Aber das lässt die Zeit ja leider nicht zu. Setz dich wenigstens. Du siehst aus, als würdest du jeden Moment umfallen. Grey nahm so würdevoll wie möglich Platz und funkelte Percy finster mit seinem einen Auge an. Um es so einfach wie möglich zu sagen, und es ist nicht einfach, das versichere ich dir, es gibt da einen britischen Offizier namens Richardson. Ich kenne ihn, unterbrach Grey. Er, ich weiß, dass du ihn kennst, sei still. Percy wedelte mit der Hand in seine Richtung. Er ist ein amerikanischer Spion. Er, was? Im ersten Moment hatte er das Gefühl, er könnte tatsächlich umfallen, obwohl er saß, und er hielt sich vorsichtshalber mit beiden Händen am Bettrahmen fest. Er hat mir gesagt, er hätte vor, Mrs. Fraser wegen der Verbreitung aufrührerischen Materials festnehmen zu lassen. Das war der Grund, warum ich sie geheiratet habe. Du? Percy starrte ihn mit großen Augen an. Du hast geheiratet? Natürlich, sagte Grey gereizt. Du doch auch. Zumindest hast du mir das erzählt. Erzähl mir weiter von dem verflixten Richardson. Wie lange spioniert er schon für die Amerikaner? Percy prustete, fügte sich dann aber. Ich weiß es nicht. Ich bin vergangenes Jahr im Frühling auf ihn aufmerksam geworden, aber es ist gut möglich, dass er es schon länger tut. Fleißiger Kerl, das muss man ihm lassen. Und er begnügt sich nicht damit, Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Er ist das, was man einen Provokateur nennen könnte. Er ist nicht der Einzige, der mich provoziert, murmelte Grey und unterdrückte das Bedürfnis, sich das verletzte Auge zu reiben. Was hat er denn mit William zu tun? Allmählich beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube. Er hatte William die Erlaubnis erteilt, kleine Kundschafteraufträge für Oberst Richardson zu erledigen, welche… Um es so deutlich wie möglich auszudrücken, hat er mehr als einmal versucht, deinen Sohn in Situationen zu bringen, in denen der Anschein entstehen konnte, dass er mit den Rebellen sympathisierte. Wie ich höre, hat er ihn letztes Jahr nach Virginia in den Great Dismal geschickt, mit dem Ziel, ihn dort in einem Nest von Rebellen festnehmen zu lassen, die dort eine Bastion haben. Wahrscheinlich hätten sie die Nachricht verbreitet, dass er desertiert und zu ihnen übergelaufen war, während sie ihn gefangen hielten. Und warum das? hakte Grey nach. Könntest du dich hinsetzen zum Kuckuck? Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich zu dir hochsehen muss. Percy prustete erneut und setzte sich. Nicht auf den bereitstehenden Hocker, sondern neben Grey auf das Feldbett, die Hände auf den Knien. Wahrscheinlich, um deine Familie in Misskredit zu bringen. Partlow hat zu dieser Zeit im Oberhaus flammende Reden über die Kriegsführung gehalten. Er beschrieb eine kleine, ungeduldige Geste, die John noch gut kannte. Ein rasches Flattern der Finger. Ich weiß nicht alles, noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er es so eingefädelt hat, dass man deinen Sohn auf dem Weg nach New York festnehmen wird. Er kümmert sich nicht mehr um Finden oder Politik. Die Dinge haben sich geändert, jetzt, da Frankreich in den Krieg eingetreten ist. Es ist eine simple Entführung mit der Absicht, deine und Partlows Kooperation in der Frage des Nordwest-Territoriums als Preis für das Leben des Jungen zu fordern und möglicherweise noch etwas anderes. Grey schloss das gesunde Auge, um das Schwindelgefühl zu unterdrücken. Vor einem Jahr war Percy abrupt wieder in sein Leben getreten und hatte ihm einen Vorschlag gewisser interessierter Parteien aus Frankreich unterbreitet, die nämlich die Rückgabe des wertvollen Nordwest-Territoriums wünschten, das sich in englischer Hand befand und die im Gegenzug ihre Hilfe dabei anboten, Frankreich von einem Kriegseintritt auf Seiten der Amerikaner abzuhalten. Die Lage hat sich geändert, wiederholte er gereizt. Percy holte tief durch die Nase Luft. Admiral Destin ist im April mit einer Flotte losgefahren. Wenn er nicht schon vor New York liegt, wird er in Kürze dort sein. Möglich, dass General Clinton das weiß, vielleicht aber auch nicht. Himmel! Er ballte die Fäuste so fest um den Bettrahmen, dass die Nagelköpfe tiefer Abdrücke in seinen Handflächen hinterließen. Also waren die verdammten Franzosen offiziell in den Krieg eingetreten. Sie hatten sich im Februar vertraglich auf die Seite der Amerikaner gestellt und England im März den Krieg erklärt. Doch reden konnte jeder. Plötzlich packte er Persys Arm und drückte fest zu. Und was hast du mit all dem zu tun? fragte er mit kalter, ruhiger Stimme. Warum erzählst du mir das alles? Percy holte Luft, wich aber nicht zurück. Er erwiderte Grays Blick, seine braunen Augen klar und direkt. Was ich damit zu tun habe, spielt keine Rolle, sagte er. Und wir haben keine Zeit. Du musst deinen Sohn finden, und zwar schnell. Warum ich es dir erzähle? John sah es kommen und wich nicht zurück. Percy roch nach Bergamot und bitteren Orangen und dem Rotwein in seinem Atem. John lockerte die Umklammerung seines Arms. Pour vos beaux yeux, hatte ihm Percy an die Lippen gehaucht. Und gelacht, der Mistkerl. 74 Was einen Mann in Schweiß ausbrechen und erbeben lässt Wir verließen English Town in den Fußstapfen der Armee. Ich hatte Clarence mit allem beladen, was ich ihm zumuten konnte. Da er ein großes Maultier war, war das eine ganze Menge, einschließlich meines kleinen Zeltes, eines klappbaren Feldbetts zum Operieren und allem, was ich an Bandagen, Watte und Desinfektionsmitteln verstauen konnte. Ich hatte ein Fässchen mit gereinigter Kochsalzlösung und ein paar Flaschen reinen Ethylalkohol, als Gift getarnt mit Schildchen, auf die ein großer Totenschädel mit gekreuzten Knochen gemalt war, Mandelöl für Verbrennungen, meine Medizintruhe und bündelweise unverarbeitete Kräuter, große Gläser mit vorgefertigter Salbe und Dutzende kleiner Flaschen mit Tinkturen und Lösungen. Meine chirurgischen Instrumente, Nadeln und Fäden befanden sich in einer separaten kleinen Kiste, die ich zusammen mit weiterem Verbandsmaterial in den Rucksack gesteckt hatte, den ich selber bei mir trug. Ich band Clarence an und ließ ihn zurück, um herauszufinden, wo die Lazarettzelte aufgebaut werden sollten. Im ganzen Lager herrschte ein Gewimmel von Gefolgsleuten und Helfern, doch schließlich gelang es mir, Danny Hunter zu finden, der mir sagte, Basierend auf General Greens Berichten würden die Ärzte in ein Dorf namens Freehold geschickt, wo es eine große Kirche gab, die man als Lazarett benutzen konnte. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass Lee das Kommando über die Truppen übernommen hat, die die britische Nachhut angreifen, und dass er die Briten einkreisen will, sagte er und putzte sich die Brille an seinem Hemdschoß. Lee? Aber ich dachte, ihm wäre das Kommando nicht bedeutend genug und er hätte es nicht angenommen. Eigentlich wäre es mir ja gleichgültig gewesen, nur dass Jamie und seine Kompanien an dieser Mission beteiligt sein würden, und ich hegte meine eigenen Zweifel in Bezug auf General Lee. Denzel zuckte mit den Schultern, setzte die Brille wieder auf und steckte sich den Hemdschoß in den Hosenbund. Anscheinend hat Washington beschlossen, dass tausend Mann für diesen Zweck nicht ausreichten und die Zahl auf fünftausend erhöht, was Lee seiner eigenen Bedeutung entsprechender fand. Dennys Mund verzog sich ein wenig, doch er sah mir ins Gesicht und berührte sacht meinen Arm. Wir können nur auf Gott vertrauen und hoffen, dass der Herr ein Auge auf Charles Lee hat. Kommst du mit mir und den Mädchen, Claire? Dein Maultier begleitet uns bestimmt auch gerne. Ich zögerte nicht länger als zwei Sekunden. Wenn ich Clarence ritt, konnte ich nur einen Bruchteil der Ausrüstung und der Vorräte mitnehmen, die er andernfalls tragen konnte. Und Jamie hatte zwar gesagt, dass er mich bei sich haben wollte, doch ich wusste sehr gut, dass er eigentlich nur sicher sein wollte, wo ich war, und dass ich in der Nähe war, wenn er mich brauchte. Dein Mann wird mir dein Wohlergehen gewiss anvertrauen, sagte Danny lächelnd, denn er hatte offenbar gemerkt, was ich dachte. »Ey, tu, Brute?«, sagte ich ziemlich kurz angebunden, und als er blinzelte, fügte ich höflicher hinzu, ich meine, weiß denn jeder, was ich denke? Jederzeit? Oh, das bezweifle ich, sagte er und grinste mich an. Wenn es so wäre, vermute ich, dass einige Leute deutlich besser darauf achten würden, was sie zu dir sagen. Und so küsste ich Jamie und sah zu, wie er im zunehmenden Licht des frühen Morgens auf die Fähre ritt, umringt von seinen Leutnants und Adjutanten. Ich selbst fuhr mit Dottie und Rachel in Denzels Wagen. Clarence, den wir an die Ladeklappe angebunden hatten, folgte uns in aller Seelenruhe. Dottie war rot vor Hitze und vor Aufregung, sie war noch nie in der Nähe einer Schlacht gewesen. Das galt zwar auch für Rachel, doch sie hatte ihrem Bruder während eines schlimmen Winters in Raleigh Forge geholfen und hatte eine deutlich bessere Vorstellung davon, was der Tag uns bringen konnte. Meinst du, du solltest vielleicht deiner Mutter schreiben? hörte ich Rachel mit ernster Stimme fragen. Die Mädchen saßen hinter mir im Wagenbett und achteten darauf, dass nichts hinausfiel, wenn wir eine Furche oder eine Schlampfütze trafen. Nein, warum denn? Dotties Ton war argwöhnisch, zwar nicht feindselig, aber ziemlich reserviert. Ich wusste, dass sie ihrer Mutter geschrieben hatte, um ihr zu sagen, dass sie die Absicht hatte, Denzel Hunter zu heiraten. Doch sie hatte keine Antwort erhalten. Angesichts der Probleme jeder Korrespondenz mit England gab es jedoch keine Gewissheit, dass Minerva Gray den Brief überhaupt gelesen hatte. Mit einem plötzlichen, dumpfen Gefühl wurde mir klar, dass ich seit Monaten keinen Brief mehr an Brianna geschrieben hatte. Ich hatte es nicht ertragen können, ihr von Jamies Tod zu schreiben, und seit seiner Rückkehr hatte ich nicht einmal Zeit gehabt, auch nur daran zu denken. Es ist Krieg, Dottie, sagte Rachel. Es können unerwartete Dinge geschehen. Und du würdest doch wohl nicht wollen, dass deine Mutter… Nun ja, dass sie erfahren muss, dass du umgekommen bist, ohne ihr irgendwie versichert zu haben, dass sie in deinem Herzen war. Hm, machte Dottie sichtlich verblüfft. Ich spürte, wie Denzel sein Gewicht verlagerte und sich ein wenig vorbeugte, um die Leinen nachzufassen. Er warf mir einen Seitenblick zu, und sein Mund verzog sich zu einer Miene, die ebenso sehr Grimasse wie Lächeln war und besagte, dass auch er dem Gespräch der Mädchen zugehört hatte. Sie macht sich Sorgen um mich, sagte er sehr leise, niemals um sich selbst. Er ließ mit einer Hand die Leinen los, um sich die Nase zu reiben. Sie besitzt den gleichen Mut wie ihr Vater und ihre Brüder. Die gleiche Sturheit, meint er, sagte ich leise, und er musste grinsen. Ja, sagte er. Er sah sich um, genau wie ich, doch die Mädchen hockten jetzt hinten an der Ladeklappe. sprachen mit Clarence und wedelten ihm mit den weichen Nadeln eines langen Kiefernzweigs die Fliegen aus dem Gesicht. Meinst du, es ist ein ererbter Mangel an Vorstellungskraft? Denn bei den Männern ihrer Familie kann es ja nicht daran liegen, dass sie nicht wissen, was geschehen kann. Nein, das kann es wirklich nicht, stimmte ich mit einem kenntnisreichen Unterton zu. Ich seufzte und streckte ein wenig die Beine aus. Jamie ist genauso, und ihm mangelt es gewiss nicht an Vorstellungskraft. Ich glaube, es ist, sagte ich mit einer kleinen, hilflosen Geste, eventuell ist Akzeptanz das richtige Wort. Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit? Das interessierte ihn, und er rückte sich die Brille zurecht. Darüber haben wir gesprochen, Dorothea und ich. Er wies kopfnickend hinter sich auf die Mädchen. Quäker leben in der Gewissheit, dass diese Welt nicht von Dauer ist und dass der Tod nicht zu fürchten ist. Zum Teil, vielleicht. Eigentlich lebte jeder Mensch in dieser Zeit in einer sachlichen Akzeptanz der Sterblichkeit. Der Tod war stets und überall zugegen, obwohl seine Gegenwart unterschiedlich betrachtet wurde. Aber sie, diese Männer, was sie tun, ist etwas anderes, glaube ich. Es ist eher die Akzeptanz dessen, wozu Gott sie ihrer Meinung nach gemacht hat. Wirklich? Das schien ihnen ein wenig zu verblüffen, und er runzelte nachdenklich die Stirn. Was meinst du damit, dass sie glauben, Gott hätte sie absichtlich dazu geschaffen, für andere verantwortlich zu sein, denke ich, vollendete ich. Ich könnte nicht sagen, ob der generelle Gedanke noblesse oblige ist, Jamie war in Schottland schließlich Gutsherr, oder einfach nur, dass es das, das ist, was ein Mann tut, schloss ich ziemlich lahm. Denn das war eindeutig nicht Denzel Hunters Vorstellung davon, was ein Mann tun sollte, obwohl ich mir nicht sicher war. Die Frage bereitete ihm jedenfalls Kopfzerbrechen, was angesichts seiner Lage sehr verständlich war. Ich konnte sehen, dass ihn die Aussicht auf die Schlacht erregte, und dass ihn diese Tatsache außerordentlich beschäftigte. Ihr seid ein sehr tapferer Mann, sagte ich leise und berührte ihn am Ärmel. Das habe ich doch schon erlebt. Als ihr zum Beispiel nach Ticonderoga Jamies Deserteurspiel gespielt habt. Das hatte nichts mit Mut zu tun, das versichere ich dir, sagte er mit einem kurzen, humorlosen Lachen. Ich wollte gar nicht tapfer sein. Ich wollte nur beweisen, dass ich es bin. Ich stieß ein ziemlich respektloses Geräusch aus. Ich spielte zwar nicht in derselben Liga wie Jamie oder Ian, aber das eine oder andere hatte ich doch aufgeschnappt, und er sah mich überrascht an. Ich weiß um den Unterschied, erklärte ich ihm. Doch ich bin schon vielen tapferen Männern begegnet. Aber wie willst du denn wissen, was… Still! Sagte ich mit einer kleinen Geste. Tapfer kann alles bedeuten. Von komplettem Wahnsinn und völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer – diese Sorte trifft man oft bei Generälen an – über Trunkenheiten, Nahheit und absolute Idiotie, bis hin zu der Sorte, die einen Mann in Schweiß ausbrechen und erbeben lässt, bis er sich übergibt und sich aufrafft und trotzdem tut, was er tun zu müssen glaubt. Und das, sagte ich und hielt inne, um Luft zu holen und die Hände auf dem Schoß zu falten, ist exakt die Art von Tapferkeit, die ihr mit Jamie gemeinsam habt. Dein Mann schwitzt und bebt aber nicht, sagte er trocken. Ich habe ihn schon gesehen, oder besser, so etwas habe ich bei ihm noch nie gesehen. Er schwitzt und bebt eher innerlich, erwiderte ich, obwohl er sich vor oder während einer Schlacht tatsächlich oft übergibt. Denzel knifft die Augen zu. Er sagte eine Weile nichts und konzentrierte sich, anscheinend ganz darauf, an einem großen Heuwagen vorbeizusteuern, dessen Ochsen plötzlich beschlossen hatten, dass sie nicht mehr weiter wollten und mitten auf der Straße stehen geblieben waren. Schließlich holte er Luft und atmete explosiv wieder aus. Ich habe keine Angst zu sterben, erklärte er. Das ist nicht mein Problem. Was dann? fragte ich neugierig. Hast du Angst, verstümmelt zu werden und hilflos zu sein? Ich schon. Nein. Seine Kehle bewegte sich, als er schluckte. Es sind Dorothea und Rachel. Ich habe Angst, dass mir der Mut fehlen würde, sie sterben zu sehen, ohne dass ich versuche, sie zu retten, selbst wenn das bedeuten würde, jemanden umzubringen. Darauf fand ich keine Erwiderung. Und wir rumpelten schweigend weiter. Lees Männer hatten Englishtown gegen 6 Uhr morgens verlassen und hielten ostwärts auf Monmouth Courthouse zu. Lee erreichte das Gerichtsgebäude gegen 9.30 Uhr, um dort festzustellen, dass der Großteil der britischen Armee fort und vermutlich nach Middletown unterwegs war, denn dorthin führte die Straße. Doch von der Verfolgung wurde Lee durch die Gegenwart einer kleinen, aber äußerst kampflustigen Nachhut abgehalten, die von General Clinton persönlich befähigt wurde. So zumindest berichtete Ian es Jamie, nachdem er dicht genug herangeritten war, um Clintons Regimentsbanner zu sehen. Jamie hatte diese Information an Lee weitergeleitet, sah aber nichts, was darauf hindeutete, dass sie die Pläne des Herrn irgendwie beeinflusste, stets vorausgesetzt, dass solche Pläne existierten, oder ihn bewog, die Lage von weiteren Kundschaftern in Augenschein nehmen zu lassen. Reite um sie herum und sieh, ob du herausfinden kannst, wo Cornwallis ist, trug Jamie Ian auf. Die Grenadiere, die du gesehen hast, sind wahrscheinlich Hessen, also dürfte auch von Knüpphausen nicht weit sein. Ian nickte und ergriff die volle Feldflasche, die Jamie ihm anbot. Soll ich es General Lee sagen, wenn ich ihn finde? Er schien sich ja nicht sehr für das zu interessieren, was ich zu sagen hatte. Ei, sag es ihm, wenn du ihn, er siehst als mich. Den Marquis auch, falls du in seine Reichweite kommst, aber komm auf jeden Fall auch zu mir, ei? Ian grinste ihn an und schlang die Feldflasche über seinen Sattelknauf. Weidmannsheil, Afraaf Mate! Bis zum Vormittag war bei Scharmützeln in der Nähe des Monmouth Courthouse in zwei von Jamies Kompanien Blut geflossen, doch noch gab es keine Toten und nur drei Mann waren so schwer verletzt, dass sie sich zurückziehen mussten. Oberst Owen hatte Deckung für seine Artillerie erbeten. Nur zwei Kanonen, doch jede Form von Artillerie war willkommen und Jamie hatte ihm Thomas Melietgers Pennsylvania-Männer gesandt. Er hatte eine von Hauptmann Kirbys Kompanien als Kundschafter in die Richtung geschickt, in der er den Bach vermutete und den Rest bei sich behalten, um auf Anordnungen von Lafayette oder Lee zu warten. Lafayette war irgendwo vor ihm, Lee mit dem Hauptteil seiner Truppen weit hinten in östlicher Richtung. Die Sonne stand knapp unterhalb von zehn Uhr, als ein Bote erschien, der dramatisch geduckt im Sattel saß, als preschte er mitten durch einen Kugelhagel, obwohl tatsächlich nicht ein einziger britischer Soldat in Sicht war. Er brachte sein verschwitztes Pferd zum Stehen und keuchte Jamie seine Nachricht entgegen. Staubwolken im Osten, möglicherweise noch mehr Rotröcke im Anmarsch und der Marky sagt, im Apfelgarten sind Rotröcke mit Kanonen, Sir. Und ob ihr bitte etwas dagegen unternehmen könntet. Der schwitzende Bote schnappte nach Luft und lockerte die Zügel, offenbar um wieder davon zu preschen. Jamie beugte sich vor und packte das Pferd am Zaumzeug, um ihn daran zu hindern. Wo ist denn der Apfelgarten? fragte er ruhig. Der Bote war noch jung, vielleicht 16, und blickte genauso wild rein wie sein Klappergaul. Weiß nicht, Sir, sagte er und begann sich umzusehen, als erwartete er, dass der Obstgarten unvermittelt aus der Wiese auftauchte, auf der sie standen. Ein plötzliches Dröhnen in einiger Entfernung ging Jamie durch Mark und Bein und sein Pferd spitzte die Ohren. Egal, Junge, sagte er, ich höre sie. Lass dein Pferd verschnaufen, sonst stirbt es dir noch unter dem Sattel weg, bevor die Sonne hoch am Himmel steht. Er ließ das Zaumzeug los, winkte Hauptmann Wells zu und wandte sein eigenes Pferd in die Richtung, aus der der Kanonendonner kam. Die amerikanische Armee hatte einen Vorsprung von mehreren Stunden und die britische Armee noch mehr. Doch ein einzelner Mann konnte sich sehr viel schneller bewegen als selbst eine Kompanie leichter Infanterie. Außerdem war John nicht mit Waffen beladen oder Nahrung oder Wasser. Du weißt genau, dass er dich anlügt. Ach, sei doch still, Hell, murmelte Gray an den Schatten seines Bruders gerichtet. Ich kenne Percy um einiges besser als du. Ich habe doch gesagt, du weißt genau, das tue ich auch. Was riskiere ich denn, wenn er lügt? Und was riskiere ich, wenn er nicht lügt? Hell war zwar arrogant, aber logisch. Außerdem war er Vater, das brachte ihn zum Schweigen. Was er riskierte, falls Percy log, war, ohne Umschweifer erschossen oder gehängt zu werden, wenn ihn jemand erkannte. Ganz gleich wer. Wenn ihn die Amerikaner entdeckten, bevor er die britischen Linien erreichte, würden sie ihn festnehmen, weil er sein Wort gebrochen hatte, und ihn prompt als Spion hinrichten. Wenn ihn die Briten nicht rechtzeitig erkannten, würden sie ihn beim ersten Anblick als Rebellen-Militionär erschießen. Er steckte eine Hand in die Tasche mit der zusammengeballten Freiheit-oder-Tot-Mütze und fragte sich, ob es wohl klüger wäre, sie fortzuwerfen. Doch schließlich behielt er sie. Was er riskierte, falls Percy nicht log, war Willys Leben. Nicht schwer zu sagen, wem seine Wette galt. Es war Vormittag und die Luft war wie Melasse, dick und blumensüß, klebrig wie Baumharz und absolut nicht zu atmen. Sein gesundes Auge begann von den umherfliegenden Pollen zu jucken und Fliegen summten neugierig um seinen Kopf herum, angelockt vom Honigduft. Immerhin waren die Kopfschmerzen fort, vertrieben durch den Schreck und das kurze Aufflackern der Lust. Er konnte es genauso gut zugeben, der auf Persys Worte folgte. Er versuchte erst gar nicht, über Persys Beweggründe zu spekulieren, aber um deiner schönen Augen willen, grummelte er. Doch diese Dreistigkeit entlockte ihm auch ein Lächeln. Ein kluger Mann würde Percy Wainwright nicht mit einem Zaunpfahl berühren, etwas kürzeres jedoch. Ach, nun sei schon still, ja, mummelte er zu sich selbst und stieg eine Lehmböschung zu einem kleinen Bach hinunter, wo er sich kaltes Wasser ins Gesicht schütten konnte. Es war vielleicht 8 Uhr morgens, als wir Freehold erreichten, wo die Tenant Church als zentrales Lazarett eingerichtet werden sollte. Die Kirche war ein großes Gebäude inmitten eines weitläufigen Kirchhofs, dessen Grabsteine so individuell waren, wie es ihre Besitzer zweifellos auch im Leben gewesen waren. Hier gab es keine ordentlich aufgereihten, identischen, weißen Kreuze. Ich dachte kurz an die Gräber in der Normandie und fragte mich, ob diese endlosen Reihen namenloser Toten den Kosten des Krieges wohl nachträglich etwas Geordnetes verleihen sollten oder ob sie diese Kosten unterstreichen sollten. Eine Art feierliche Buchführung in Reihen und Aberreihen von Leerstellen und Kreuzen. Doch ich dachte nicht lange darüber nach. Es wurde bereits gekämpft, irgendwo und die ersten Verletzten trafen ein. Einige Männer saßen neben der Kirche im Schatten eines großen Baums und es kamen noch mehr über die Straße. Einige stolperten mit Hilfe von Freunden voran, andere lagen auf Baren oder jemand trug sie auf dem Arm. Mein Herz verkrampfte sich bei diesem Anblick, doch ich gab mir Mühe, nicht nach Jamie oder Ian Ausschau zu halten, falls sie unter den ersten Verwundeten waren, würde ich es früh genug erfahren. Vor der Eingangsveranda der Kirche herrschte großes Gewimmel. Man hatte die Flügeltüren weit geöffnet, um einen breiten Durchgang zu haben, und Laufburschen und Ärzte kamen und gingen. Zwar hastig, doch bis jetzt war die Hast noch organisiert. Geht doch nachsehen, was dort vor sich geht, ja? schlug ich Denzel vor. Ich werde mit den Mädchen abladen. Er blieb noch, um seine beiden Maultiere abzuspannen und anzubinden, dann eilte er in die Kirche. Ich machte die Eimer ausfindig und beauftragte Rachel und Dottie einen Brunnen zu suchen. Es war jetzt schon unangenehm heiß, wir würden auf jeden Fall eine Menge Wasser brauchen. Clarence meldete das heftige Bedürfnis an, zusammen mit Dannys Maultieren zwischen den Grabsteinen zu grasen, indem er an seinem Zaumzeug riss und verärgert brüllte. Ist ja schon gut, sagte ich und beeilte mich, die Gurte zu lösen und ihn von seiner Last zu befreien. Nun warte doch! Oh je! Ein Mann kam auf mich zugestolpert, seine Knie gaben bei jedem Schritt nach, sodass er wie betrunken schwankte. Sein Gesicht war auf der einen Seite schwarz und seine Uniform war voller Blut. Ich ließ das Bündel mit dem Zelt leinen und den Pfosten fallen und lief auf ihn zu, um seinen Arm zu erwischen, ehe er über einen Grabstein stolperte und kopfüber im Staub landete. Setzt euch, sagte ich. Er sah benommen aus und schien mich nicht zu hören, doch als ich an seinem Arm zog, nahm er Platz, indem er seine Knie abrupt zusammensacken ließ und mich beinahe mitriss, als er auf einem wuchtigen Stein zum Gedenken an einen gewissen Gilbert Tennant landete. Mein Patient wankte, als würde er jeden Moment umfallen und doch fand ich bei einer hastigen Untersuchung keine schweren Verletzungen. Das Blut auf seinem Rock kam von seinem Gesicht, dessen geschwärzte Haut Blasen gebildet hatte und aufgeplatzt war. Es war nicht nur Schwarzpulverruß, die Haut war tatsächlich zu einer Kruste verbrannt, das Untergewebe angesenkt und mein Patient roch widerlich nach Schweinebraten. Ich rief meinen rebellierenden Magen zur Ordnung und verzichtete darauf, durch die Nase zu atmen. Er beantwortete meine Fragen nicht, sondern starrte konzentriert auf meinen Mund und trotz seines fortwährenden Schwankens schien er zurechnungsfähig zu sein. Endlich fiel der Groschen. Ex-plo-sion? Sagte ich übertrieben deutlich und er nickte heftig. Dann hielt er abrupt inne und kippte so weit zur Seite, dass ich ihn am Ärmel packen und hochziehen musste. Der Uniform nach war er Artillerist. Etwas Großes war also in seiner Nähe explodiert. Ein Mörser? Eine Kanone? Und hatte ihm nicht nur das Gesicht fast bis auf die Knochen verbrannt, sondern wahrscheinlich auch beide Trommelfelle platzen lassen, sodass das Gleichgewicht seines Innenohrs gestört war. Ich nickte und platzierte seine Hände auf dem Stein, auf dem er saß, damit er sich festhalten konnte, während ich Clarence hastig ablud. Seine Frustration war ohrenbetäubend. Ich hätte sofort begreifen müssen, dass der Artillerist taub war, da er dem Lärm keine Beachtung schenkte. Band ihm die Vorderbeine locker zusammen und ließ ihn gehen, sodass er sich zu Dennis' Maultieren in den Schatten gesellen konnte. Ich grub aus den Bündeln aus, was ich brauchte, und machte mich daran, für den Verletzten zu tun, was ich konnte. Nicht viel. Hauptsächlich tränkte ich ein Handtuch mit Salzlösung und legte es wie einen Wickel auf sein Gesicht, um so viel Ruß wie möglich zu entfernen, ohne daran zu reiben. Ich dankte Gott, dass ich die Voraussicht besessen hatte, Mandelöl für Verbrennungen mitzubringen, und fluchte, weil ich nur so wenig hatte und weil ich in Bertrams Garten nicht nach Alois gefragt hatte. Die Mädchen waren noch nicht mit dem Wasser zurück. Ich hoffte sehr, dass es in der Nähe einen Brunnen gab. Flusswasser konnte ich so dicht in der Nähe einer Armee nicht benutzen, ohne es abzukochen. Dieser Gedanke bewog mich, mich nach einer Stelle umzusehen, an der wir Feuer machen konnten, und mir zu merken, dass ich die Mädchen als nächstes auf die Suche nach Brennholz schicken sollte. Doch dann wurde ich aus der rasch wachsenden Liste in meinem Kopf gerissen, weil Danny plötzlich aus der Kirche kam. Er war nicht allein. Er schien sich heftig mit einem anderen Kontinentaloffizier zu streiten. Mit einem kurzen Ausruf der Ungeduld grub ich in meiner Tasche und fand meine in Seide eingewickelte Brille. Ich setzte sie auf und das Gesicht von Dennis' Gesprächspartner wurde abrupt scharf. Hauptmann Lecky, Diplomat des Medical College of Philadelphia. Mein Patient zupfte an meinem Rock und als ich mich zu ihm umwandte, öffnete er entschuldigend den Mund und machte Trinkbewegungen. Ich bat ihn mit erhobenem Finger einen Moment zu warten. Dann ging ich nachsehen, ob Denzel Verstärkung brauchte. Mein Erscheinen wurde von einem strengen Blick Hauptmann Leckys begrüßt, der mich ganz so betrachtete, wie er wohl etwas inspiziert hätte, das ihm unter dem Schuh klebte. Mrs. Fraser, sagte er kalt. Ich habe eurem Quäkerfreund gerade gesagt, dass in der Kirche kein Platz ist für Kräuterfrauen oder... Claire Fraser ist die beste Chirurgin, die ich je gesehen habe, protestierte Denzel. Er war rot geworden, und ihm sträubten sich geradezu die Haare vor Wut. Ihr werdet euren Patienten großen Schaden zufügen, Sir, wenn ihr ihr nicht erlaubt zu... Und wo habt ihr eure Ausbildung absolviert? Dr. Hunter? Dass ihr euch da so sicher seid? In Edinburgh, knirschte Danny mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Wo mich mein Vetter alles gelehrt hat. John Hunter. Als er sah, dass dies keinerlei Wirkung auf Lecky zu haben schien, fügte er hinzu, und sein Bruder, George Hunter, Akkuschör der Königin. Das verblüffte Lecky zwar, stieg ihm aber unglücklicherweise auch zu Kopf. Ich verstehe, sagte er, und bedachte uns beide mit einem hämischen Blick. Ich gratuliere euch, Sir. Doch da ich bezweifle, dass die Armee einer Hebamme bedarf, solltet ihr vielleicht eurer Kollegen. An diesem Punkt sah er mich doch tatsächlich mit geblähten Nasenlöchern an, der aufgeblasene kleine Wicht, mit ihren Sämereien und ihren Tränken behilflich sein statt. Wir haben keine Zeit für so etwas, unterbrach ich ihn entschlossen. Dr. Hunter ist nicht nur ein erfahrener Arzt, sondern auch offizieller Stabsarzt der Kontinentalarmee. Ich würde ihn nicht einfach außen vor lassen. Und wenn meine Erfahrung in der Schlacht, von der ich zu behaupten wage, dass sie die eure übertrifft, Sir, mich nicht täuscht, werdet ihr jede Hand brauchen, die euch zur Verfügung steht. Ich wandte mich an Denzel und warf ihm einen langen, ruhigen Blick zu. Eure Pflicht liegt bei denen, die euch brauchen, genau wie die meine. Ich habe euch doch gesagt, was Triage bedeutet, nicht wahr? Ich habe ein Zelt und meine eigenen chirurgischen Instrumente und sonstige Ausrüstung. Ich werde hier außen die Fälle beurteilen, mich um die geringfügigeren Verletzungen kümmern und jeden in die Kirche schicken, der einer größeren Operation bedarf. Ich sah mich rasch um. Dann wandte ich mich wieder an die beiden wutentbrannten Männer. Ihr solltet besser nach innen gehen und euch beeilen. Sie türmen sich bereits. Das war nicht bildlich gesprochen. Unter den Bäumen sammelten sich Verletzte, die noch laufen konnten. Einige Männer lagen auf improvisierten Bahren und kleinen Tüchern. Aber es gab tatsächlich einen kleinen, unheilvollen Berg von Toten, die wahrscheinlich auf dem Weg zum Lazarett ihren Verletzungen erlegen waren. Glücklicherweise erschienen in diesem Moment Rachel und Dottie, beide mit einem schweren Wassereimer in jeder Hand. Ich kehrte den Männern den Rücken zu und ging ihnen entgegen. Dottie, komm her und stell die Zeltpfosten auf, ja? sagte ich und nahm ihr die Eimer ab. Und Rachel, du weißt ja sicher, wie arterielle Blutungen aussehen. Geh zu den Männern, schau sie dir an und bring mir die, bei denen du so etwas siehst. Ich gab meinem verbrannten Artilleristen Wasser, dann half ich ihm auf. Als er aufstand, sah ich hinter seinen Beinen Gilbert Tennens Grabspruch »O Leser, hättest du sein letztes Zeugnis gehört, hätte es dich überzeugt, dass es extremer Wahnsinn ist, die Reue aufzuschieben.« »Vermutlich gibt es schlechtere Orte dafür,« sagte ich zu dem Artilleristen, doch da er mich nicht hören konnte, hob er einfach meine Hand und küsste sie, ehe er davon schwankte, um sich ins Gras zu setzen, das feuchte Handtuch an sein Gesicht gepresst. 75. Der Apfelgarten Der erste Schuss überraschte sie. Er kam als gedämpfter Donner aus dem Apfelgarten, gefolgt von einer gemächlichen Walze aus weißem Rauch. Sie liefen zwar nicht davon, erstarrten aber und richteten die Blicke ratsuchend auf ihn. Zu den Männern in seiner Nähe sagte Jamie, »Gut gemacht, Jungs.« Dann hob er die Stimme. »Nach links, schnell. Mr. Crudock, Reverend Woodsworth, kreist sie ein, nähert euch dem Obstgarten von hinten, die anderen verteilt euch und feuert, wenn ihr könnt.« Der zweite Knall beendete seinen Satz, und Crudock fuhr auf wie eine Marionette, der man die Fäden abschneidet, und fiel zu Boden. Aus dem geschwärzten Loch in seiner Brust spritzte Blut. Jamies Pferd scheute so heftig, dass er fast heruntergefallen wäre. »Geht mit dem Reverend!«, rief er Crudocks Männern zu, die mit offenen Mündern dastanden und auf den Körper ihres Hauptmanns starrten. »Los!« Einer der Männer schüttelte sich, packte einen anderen beim Ärmel, zog ihn fort, und dann setzten sie sich gemeinsam in Bewegung. Woodsworth mochte Gott ihn segnen, hob die Muskete über den Kopf und brüllte, »Zu mir!«, »Folgt mir!« Dann setzte er sich starksend wie ein Storch in Bewegung. So lief er nun einmal, doch sie folgten ihm. Der Wallach hatte sich wieder beruhigt, bewegte sich aber trotzdem beklommen. Er war zwar angeblich schussfest, konnte aber den starken Blutgeruch nicht ertragen. Jamie ging es nicht anders. »Sollten wir Mr. Craddock nicht begraben?«, meinte eine zaghafte Stimme hinter ihm. »Er ist doch gar nicht tot, du Trottel!« Jamie sah zu Boden. Er war zwar nicht tot, doch es konnte höchstens nur ein paar Sekunden dauern, bis es soweit war. »Geh mit Gott, Mann!«, sagte er leise. In Craddocks Gesicht regte sich nichts. Sein Blick war zum Himmel gerichtet, seine Augen noch nicht trüb, aber blicklos. »Geht mit euren Kameraden!«, sagte er zu den beiden Nachzüglern. Dann sah er, dass es Craddocks Söhne waren, vielleicht 13 und 14. Kreidebleich und mit stierem Blick wie die Schafe. »Sagt ihm Lebewohl!«, befahl er abrupt. »Er hört euch noch.« »Dann. Geht!« Einen Moment lang dachte er daran, sie zu Lafayette zu schicken, aber dort würden sie auch nicht sicherer sein. »Lauft!« Sie liefen los. Solange sie liefen, waren sie zumindest etwas sicherer. Und mit einer Geste an seine Leutnants Orden und Bixby wendete er sein Pferd nach rechts und folgte Guthrys Kompanie. Die Kanonen feuerten jetzt regelmäßiger aus dem Obstgarten. Er sah eine Kugel in drei Metern Entfernung vorbeihüpfen und dichter Qualm lag in der Luft. Er konnte Craddocks Blut noch riechen. Er fand Hauptmann Moxley und schickte ihn mit einer ganzen Kompanie los, um das Farmhaus hinter dem Obstgarten auszuspähen. »Aber bitte aus der Ferne. Ich will wissen, ob die Rotröcke im Haus sind oder ob die Familie noch dort ist. Wenn die Familie noch da ist, umzingelt das Haus, geht hinein, wenn sie euch lassen, aber erzwingt es nicht. Wenn im Haus Soldaten sind und sie hinauskommen, um euch anzugreifen, wehrt euch und nehmt das Haus ein, wenn ihr glaubt, das geht. Wenn sie innen bleiben, lasst sie in Ruhe. Schickt jemanden zu mir, der mir Bericht erstattet. Ich bin an der Rückseite des Obstgartens. An der Rückseite des Obstgartens!« Guthrie erwartete ihn, und die Männer lagen auf dem Bauch im hohen Gras hinter dem Obstgarten. Er ließ die beiden Leutnants bei seinem Pferd zurück, das er außer Reichweite des Obstgartens an eine Zaunlatte band und krabbelte zur Kompanie hinüber. Neben Bob Guthrie ließ er sich auf den Bauch sinken. »Ich muss wissen, wo die Kanonen sind, ihre genauen Standorte und wie viele es sind. Schickt drei oder vier Mann aus verschiedenen Richtungen los, aber sie sollen sich vorsehen, ihr wisst, was ich meine. Ei, sie sollen nichts tun, sich nur umsehen und schnell zurückkommen.« Guthrie hechelte wie ein Hund, sein unrasiertes Gesicht war schweißüberströmt, doch er grinste kopfnickend und schlängelte sich durch das Gras davon. Die Wiese war trocken, das Gras in der Sommerhitze braun und brüchig, es stach Jamie durch die Strümpfe und der scharfe Duft nach reifem Heu war stärker als der nach Schwarzpulver. Er trank Wasser aus seiner Feldflasche, sie war fast leer. Es war noch lange nicht Mittag, doch die Sonne brannte wie ein Bügeleisen. Er machte Kehrt, um einem der Leutnants, die ihm gefolgt waren, zu sagen, er solle sich auf die Suche nach Wasser machen, doch das Einzige, was sich hinter ihm im Gras bewegte, waren Hunderte von Grashüpfern, die wie Funken aufstoben. Er biss die Zähne zusammen, weil seine Knie steif geworden waren, und kroch auf Händen und Füßen zu seinem Pferd zurück. Orden lag drei Meter weiter, ins Auge getroffen. Jamie erstarrte und dicht an seiner Wange sauste etwas vorbei. Vielleicht ein Grashüpfer, vielleicht auch nicht. Er lag flach auf dem Boden, neben dem toten Leutnant, und das Herz hämmerte ihm in den Ohren, noch ehe er den Gedanken ganz gedacht hatte. Guthrie! Er wagte es nicht, den Kopf zu heben, um ihn zu rufen, doch er musste es tun. Er rappelte sich auf, so gut er konnte, schoss aus dem Gras hoch und rannte im Zickzack los wie ein Kaninchen, fort vom Obstgarten, soweit es ging, während er sich weiter in die Richtung bewegte, in die er Guthrie geschickt hatte. Jetzt konnte er die Schüsse hören, mehr als ein Scharfschütze im Obstgarten zum Schutz der Kanonen und das Geräusch war das flache Krack eines Gewehrs. Feldjäger? Er warf sich zu Boden und kroch hektisch weiter, während er jetzt nach Guthrie rief. Hier, Sir! Der Mann fuhr plötzlich wie ein Murmeltier neben ihm auf und er packte Guthries Ärmel und zerrte ihn wieder zu Boden. Holt eure Männer zurück! Er schnappte keuchend nach Luft. Schüsse aus dem Obstgarten auf dieser Seite, man wird sie abknallen! Guthrie starrte ihn mit halboffenem Mund an. Holt sie zurück! Aus dem ersten Schreck gerissen, nickte Guthrie wie eine Marionette und begann aufzustehen. Jamie packte ihn am Knöchel und riss ihn zum Liegen nieder, dann presste er ihm die Hand auf den Rücken. Nicht aufstehen! Seine Atmung verlangsamte sich jetzt und es gelang ihm, ruhig zu sprechen. Wir sind hier immer noch in Schussweite. Holt eure Männer und zieht euch mit eurer Kompanie zurück, bis zum Hügelkamm. Schließt euch Hauptmann Moxley an, sagt ihm, er soll nach Westen zu mir kommen und sich... Sein Kopf wurde plötzlich leer, als er nach einer brauchbaren Stelle für ein Zusammentreffen suchte. Südlich des Farmhauses, bei Woodbines Kompanie. Ei, Sir. Er nahm die Hand von Guthreys Rücken und der Mann hob sich auf Hände und Knie und griff nach dem Hut, den er verloren hatte. Seid ihr schlimm verletzt, Sir? Verletzt? Ihr habt überall Blut im Gesicht, Sir. Es ist nichts, geht. Guthrie schluckte, nickte, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und schlich sich durch das Gras davon, so schnell er konnte. Jamie hob die Hand an sein Gesicht, denn erst jetzt bemerkte er das leise Stechen auf seiner Wange. Und ja, seine Finger waren voller Blut. Also kein Grashüpfer. Er wischte sich die Finger am Rockschoss ab und bemerkte mechanisch, dass der Ärmelsaum an der Schulter aufgeplatzt war, sodass das weiße Hemd hindurchschimmerte. Vorsichtig richtete er sich ein wenig auf und sah sich nach Bixby um, doch es war keine Spur von ihm zu sehen. Vielleicht ebenfalls tot im hohen Gras, vielleicht auch nicht. Mit etwas Glück hatte er ja gesehen, was vor sich ging und war zurückgerannt, um die Kompanien zu warnen, die sich von Osten näherten. Das Pferd war noch da, wo er es zurückgelassen hatte, Gott sei Dank, 50 Meter weiter an einen Zaun gebunden. Er zögerte einen Moment, doch er konnte keine Zeit mit der Suche nach Bixby vergeuden. In ein paar Minuten würden Woodsworth und seine beiden Kompanien beim Obstgarten und damit in Schussweite der deutschen Gewehre auftauchen. Er erhob sich mit einem Ruck und rannte los. Etwas zupfte an seinem Rock, doch er hielt nicht an, bis er keuchend bei seinem Pferd ankam. Schukin, sagte er und schwang sich in den Sattel. Er wandte sich vom Obstgarten fort nach Westen und galoppierte durch einen Kartoffelacker, obwohl es sein Farmerherz schmerzte zu sehen, was die durchziehenden Armeen damit angerichtet hatten. Ich weiß nicht, wann die Mediziner angefangen haben, es die goldene Stunde zu nennen, doch ich war mir sicher, dass jeder Schlachtfeldarzt seit den Zeiten der Elias davon wusste. Nach einem Unfall oder einer Verletzung, die nicht unmittelbar tödlich ist, stehen die Überlebenschancen des Opfers innerhalb der ersten Stunde am besten. Danach Schock, zunehmender Blutverlust, Erschöpfung durch den Schmerz, die Chance, einen Patienten zu retten, sinkt rapide. Fügt man dann noch sengende Temperaturen, Wassermangel und den Druck hinzu, den es bedeutete, kurz vor der Verwundung mit Höchstgeschwindigkeit in warmem Wollstoff durch Felder und Wälder zu rennen, dabei schwere Waffen zu tragen und Pulverqualm einzuatmen, während man versucht, andere umzubringen oder zumindest nicht selbst umgebracht zu werden, hätte ich eher gesagt, dass wir es mit goldenen 15 Minuten zu tun hatten. Bedachte man außerdem die Tatsache, dass die Verletzten entweder an einen Ort getragen werden mussten, wo sie Hilfe finden konnten, oder dorthin laufen mussten, wahrscheinlich über eine Meile, dann machten wir unsere Sache wohl gar nicht so schlecht, denn wir retteten doch nicht wenige. Wenn auch nur vorübergehend, fügte ich in Gedanken grimmig hinzu, als ich die Schreie aus dem Inneren der Kirche hörte. Wie heißt du denn, Junge? sagte ich zu dem jungen Mann vor mir. Er konnte nicht älter als 17 sein und stand kurz vor dem Verbluten. Eine Kugel war durch seinen Oberarmmuskel gegangen, was normalerweise eine günstige Stelle für eine Verletzung war. In diesem Fall hatte die Kugel unglücklicherweise die Unterseite des Arms durchdrungen und die Arterie angeritzt, die langsam, aber ernsthaft Blut gepumpt hatte, bis sich seinen Arm umklammert hatte. Privatgefreiter Adams, Ma'am, erwiderte er, obwohl seine Lippen weiß waren und er zitterte. Man nennt mich Billy, fügte er höflich hinzu. Freut mich, euch kennenzulernen, Billy, sagte ich. Und ihr, Sir? Denn er war schwankend auf einen anderen Jungen gestützt gekommen, der ungefähr in seinem Alter war und ungefähr genauso bleich, obwohl ich nicht glaubte, dass er verletzt war. Horatio Wilkinson, Ma'am, sagte er und neigte den Kopf zu einer ungeschickten Verbeugung. Eine bessere bekam er nicht hin, während er seinen Freund aufrecht hielt. Schön, Horatio, sagte ich. Ich habe ihn jetzt. Würdet ihr ihm etwas Wasser einschenken mit einem kleinen Spritzer Brandy dort drüben? Ich wies kopfnickend auf die Kiste, die ich als Tisch benutzte und auf der eine meiner braunen, als Gift gekennzeichneten Flaschen stand, zusammen mit einer Feldflasche voll Wasser und einem Holzbecher. Und sobald er es getrunken hat, gebt ihm diesen Lederstreifen zum Draufbeißen. Ich hätte Horatio ja gern gesagt, er solle auch einen Schluck trinken, aber es gab nur zwei Becher und der zweite gehörte mir. Ich trank unablässig Wasser. Mein Mieder war klatschnass und klebte an mir wie die Membran im Inneren einer Eierschale und der Schweiß lief mir in Bächen über die Beine. Und ich hatte nicht vor, mir die Keime diverser Soldaten einzufangen, die sich nicht regelmäßig die Zähne putzten. Möglicherweise würde ich ihm ja sagen müssen, dass er einen raschen Schluck direkt aus der Brandy-Flasche nehmen sollte. Ich brauchte jemanden, der Druck auf Billy Adams' Arm ausübte, während ich seine Arterie nähte. und im Moment sah Horatio Wilkinson nicht so aus, als wäre er dieser Aufgabe gewachsen. Würdet ihr, begann ich, doch ich hielt ein Skalpell und eine Chirurgennadel mit einem baumelnden Faden in der freien Hand und dieser Anblick gab dem jungen Mr. Wilkinson den Rest. Er verdrehte die Augen und sank auf dem Kies in sich zusammen. Verwundet? sagte eine vertraute Stimme hinter mir und als ich den Kopf wandte, sah ich Denzel Hunter auf Mr. Wilkinson hinunterblicken. Er war kaum weniger bleich als Horatio und mit den losen Haarsträhnen, die an seinen Wangen klebten, sah er seinem üblichen gefassten Selbst überhaupt nicht ähnlich. Ohnmächtig, sagte ich, könnt ihr? Was für Idioten, sagte er, so blass, vor Wut, wie ich jetzt begriff, dass er kaum sprechen konnte. Regimentsärzte nennen sie sich. Ein gutes Viertel von ihnen haben noch nie einen Menschen gesehen, der im Kampf verwundet wurde. Und selbst die anderen sind kaum zu irgendwelchen Behandlungen imstande, außer den gröbsten Amputationen. Eine Kompanie von Barbieren würde ihre Sache besser machen. Können Sie Blutungen stillen? fragte ich, während ich seine Hand nahm und sie um den Oberarm meines Patienten legte. Er presste automatisch den Daumen auf die Arterie in der Nähe der Achselhöhle und das Bluten, das begonnen hatte, als ich meine Hand fortzog, hörte wieder auf. Danke, sagte ich. Keine Ursache. Ja, das können die meisten von Ihnen, räumte er ein und beruhigte sich zumindest ein wenig. Aber sie sind so sehr auf ihre Privilegien bedacht und so sehr mit ihren eigenen Regimentern verbandelt, dass einige von ihnen einen Verletzten einfach sterben lassen, weil er keiner der Iren ist und sein eigener Regimentsarzt gerade anderweitig beschäftigt ist. Skandalös, murmelte ich und fest zubeißen, Billy, als ich ihm das Leder zwischen die Zähne schob und einen raschen Einschnitt machte, um die Wunde so weit zu vergrößern, dass ich das Ende der verletzten Arterie finden konnte. Er biss zu und stieß nur ein leises Grunzen aus, als das Skalpell seiner Haut durchdrang. Vielleicht stand er ja so sehr unter Schock, dass er es nicht zu sehr spürte. Ich hoffte es für ihn. Uns bleibt keine große Wahl, stellte ich fest und blickte zu den großen Bäumen hinüber, die den Friedhof umrandeten. Dottie kümmerte sich um die Männer, die einen Hitzschlag erlitten hatten, gab ihnen Wasser und überschüttete sie auch damit, wenn sie genug Zeit und Eimer hatte. Rachel war für Schädelfrakturen, Bauchwunden und andere schwere Verletzungen zuständig, die man nicht durch Amputation oder durch Schienen und Verbinden behandeln konnte. In den meisten Fällen bedeutete das nicht mehr, als die Männer zu trösten, während sie starben. Doch sie war eine starke, standhafte junge Frau, die im Lauf des Winters in Valley Forge viele Männer hatte sterben sehen. Sie scheute sich nicht vor dieser Aufgabe. Wir müssen sie … Ich wies mit dem Kinn auf die Kirche, da meine Hände damit beschäftigt waren, Billy Adams' Arm festzuhalten und das verletzte Blutgefäß zu nähen. Tun lassen, was sie können. Nicht, dass wir sie irgendwie daran hindern könnten. Nein. Danny atmete aus, ließ den Arm los, als er sah, dass ich die Ader abgenäht hatte und wischte sich über das Gesicht. Nein, das können wir nicht. Ich musste nur meiner Wut irgendwo Ausdruck verleihen, wo sie nicht noch mehr Ärger verursacht. Und fragen, ob ich etwas von deiner Enzian-Salbe haben darf. Ich habe gesehen, dass du zwei große Töpfe hast. Ich lachte ironisch auf. Gerne. Dieser Esellecki hat vorhin einen Burschen zu mir geschickt, der mein Verbandsmaterial konfiszieren sollte. Braucht ihr vielleicht etwas? Wenn du es entbehren kannst? Er warf einen trostlosen Blick auf meine schwindenden Vorräte. Dr. McGillis hat einen Laufburschen losgeschickt, der die Nachbarschaft nach nützlichem absuchen soll und einen, der im Lager Nachschub besorgen soll. Nehmt die Hälfte, sagte ich kopfnickend und verbannt Billy Adams Arm so sparsam wie eben möglich. Horatio Wilkinson hatte sich ein wenig erholt und saß jetzt, obwohl er immer noch sehr bleich war. Danny zog ihn auf die Beine hoch und schickte ihn mit Billy in den Schatten. Ich suchte gerade in einem meiner Bündel nach der Enzian-Salbe, als ich das Herannahen einer weiteren Gruppe bemerkte und mich aufrichtete, um zu sehen, was sie wohl brauchen mochten. Keiner von ihnen schien verletzt zu sein, obwohl sie alle schwankten. Sie waren nicht in Uniform und trugen keine Waffen außer Knüppeln, unmöglich zu sagen, ob es Militionäre waren oder Wir haben gehört, dass ihr Brandy habt, Ma'am, sagte einer von ihnen, während er quasi freundlich den Arm nach mir ausstreckte und mich am Handgelenk packte. Teilt ihn doch mit uns, hinterher? Lasst sie los, sagte Denzel in derart drohendem Ton, dass der Mann, der mein Handgelenk festhielt, tatsächlich überrascht losließ. Er blinzelte Denzel an, den er offenbar noch gar nicht bemerkt hatte. Wer zum Teufel seid ihr denn? fragte er, wenn auch er im Tonfall verwirrten Erstaunens als der Konfrontation. Ich bin Stabsarzt der Kontinentalarmee, sagte Denzel entschlossen und trat neben mich, wobei er seine Schulter zwischen mich und die Männer schob, die alle eindeutig sturzbetrunken waren. Einer von ihnen lachte, ein schrilles Hihihi und sein Kumpan kicherte und stieß ihn an, während er Stabsarzt der Kontinentalarmee wiederholte. Meine Herren, ihr müsst gehen, sagte Denzel und schob sich weiter vor mich. Wir haben hier Verwundete, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Er stand mit lose geballter Faust in der Haltung eines Mannes da, der bereit war zu kämpfen, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass er es nicht tun würde. Ich hoffte zwar, dass Einschüchterung ausreichen würde, warf aber einen Blick auf meine Flasche, sie war zu drei Vierteln leer, vielleicht würde es ja besser sein, sie ihnen zu geben und zu hoffen, dass sie gehen würden. Ich konnte eine kleine Gruppe verwundeter Kontinentalsoldaten auf der Straße sehen, zwei auf Tragbaren und ein paar andere, die sich bis auf die blutigen Hemden ausgezogen hatten und die Röcke in den Händen neben sich her schleiften. Ich griff nach der Flasche, um sie den Störenfrieden zuzuwerfen, doch eine Bewegung in meinem Augenwinkel ließ mich in den Schatten blicken, wo sich die Mädchen um einige Gefangene kümmerten. Rachel und Dottie standen aufrecht da und beobachteten das Geschehen und genau jetzt setzte sich Dottie mit entschlossener Miene in unsere Richtung in Bewegung. Danny sah sie ebenfalls. Ich konnte die plötzliche Veränderung seiner Haltung sehen, den Hauch von Unentschlossenheit. Dorothea Gray mochte sich ja zum Quäkertum bekennen, doch das Blut ihrer Familie hatte eindeutig seine eigenen Ideen. Und ich konnte, zu meiner großen Überraschung, genau sagen, was Denzel dachte. Einer der Männer hatte Dottie bereits bemerkt und sich schwankend in ihre Richtung gewandt. Wenn sie sie zur Rede stellte und einer oder alle sie angriffen. Meine Herren, unterbrach ich das interessierte Gemurmel unserer Besucher und drei blutunterlaufene Augenpaare richteten sich langsam auf mich. Ich zog eine der Pistolen, die Jamie mir gegeben hatte, zielte in die Luft und drückte auf den Abzug. Sie ging mit einem heftigen Ruck und einem Blamm los, das mir im ersten Moment das Gehör raubte, begleitet von einer beißenden Qualmwolke, von der ich husten musste. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die tränenden Augen und sah gerade noch, wie unsere Besucher hastig das Weite suchten und sich dabei immer wieder nervös umsahen. Ich fand ein unbenutztes Taschentuch, das in meinem Mieder steckte und wischte mir eine Rußspur aus dem Gesicht. Als ich aus den feuchten Leinenfalten auftauchte, sah ich, dass mehrere Ärzte und Laufburschen in der Kirchtür standen und mich anglotzten. Ich kam mir wie Annie Oakley vor, verkniff es mir aber zu versuchen, mit meiner Pistole zu wirbeln, hauptsächlich aus Angst, sie fallen zu lassen, sie war fast 30 Zentimeter lang, steckte sie wieder ein und holte tief Luft. Mir war ein kleines bisschen schwindelig. Denzel betrachtete mich besorgt. Er schluckte krampfhaft und öffnete den Mund, um zu sprechen. Nicht jetzt, sagte ich mit gedämpft klingender Stimme und wies kopfnickend auf die Männer, die auf uns zukamen. Wir haben keine Zeit. 76 Wer sich ergibt, begibt sich in Gefahr. Vier verdammte Stunden Stunden, die er damit verbrachte, sich durch die gewählte Landschaft zu schleppen, in der es von Kontinentaltruppen wimmelte, von Miliztrüppchen und von mehr verdammten Felsbrocken, als sie irgendein Ort brauchte, wenn man Grey fragte. Weil er die Blasen und die rohen Hautfetzen nicht mehr ertragen konnte, hatte er Schuhe und Strümpfe ausgezogen und sie in die Taschen seines unansehnlichen Rocks gesteckt, weil er lieber barfuß weiterhumpelte, solange er es ertragen konnte. Sollte ihm jemand begegnen, dessen Füße ungefähr seine Größe zu haben schienen, dachte er grimmig, würde er einfach zu einem der allgegenwärtigen Steine als Waffe greifen und sich danach bedienen. Er wusste, dass er sich in der Nähe der britischen Linien befand. Er konnte das Beben in der Luft spüren. Die Bewegung einer großen Truppe, ihre wachsende Erregung. Und irgendwo nicht allzu weit entfernt, den Punkt, an dem sich diese Erregung Luft machte. Schon seit Tagesanbruch spürte er die Nähe des Kampfes, hörte hin und wieder Rufe und das dumpfe Dröhnen von Musketen. Was würde ich tun, wenn ich Clinton wäre? fragte er sich. Clinton konnte den Rebellen nicht entkommen, das stand fest. Doch er musste zumindest Zeit gehabt haben, sich geeignetes Gelände für eine Konfrontation auszusuchen und Vorbereitungen zu treffen. Er hielt es für wahrscheinlich, dass ein Teil der Armee, möglicherweise Cornwallis Brigade, Clinton würde es von Knüpphausens Hessen nicht allein überlassen, die Nachhut zu bilden, eine Verteidigungsstellung bezogen hatte und hoffte, die Rebellen so lange aufzuhalten, bis der Tross fort war. Dann würde der Hauptteil der Armee in Stellung gehen, vielleicht, indem er ein Dorf besetzte. Er war schon durch zwei oder drei solcher Dörfer gekommen, jedes mit seiner eigenen Kirche. Kirchen waren gut, er selbst hatte schon so manchen Kundschafter auf einen Kirchturm geschickt. Wo ist William wohl am wahrscheinlichsten? Unbewaffnet und kampfunfähig, vermutlich bei Clinton. Zumindest sollte er dort sein. Doch er kannte schließlich seinen Sohn. Unglücklicherweise, murmelte er. Er hätte ohne zu zögern sein Leben und seine Ehre für William gegeben, was aber nicht gleichzeitig bedeutete, dass ihn diese Vorstellung begeisterte. Die gegenwärtigen Umstände waren zugegebenermaßen nicht Williams Schuld. Er musste widerstrebend zugeben, dass sie zumindest teilweise die Seine waren. Er hatte es William erlaubt, Kundschafterdienste für Ezekiel Richardson zu übernehmen. Er hätte sich besser über Richardson informieren sollen. Der Gedanke, von dem Mann an der Nase herumgeführt worden zu sein, war fast genauso bestürzend wie das, was Percy ihm erzählt hatte. Er konnte nur hoffen, dass er Richardson unter Umständen begegnen würde, die es ihm gestatteten, den Mann unauffällig umzubringen. Selbst wenn es in praller Sonne mitten vor General Clinton und seinem Stab geschehen musste, dann eben so, zum Kuckuck. Er war durch und durch in Rage, wusste es und störte sich nicht daran. Männer kamen hinter ihm über die Straße gerumpelt, Amerikaner, ungeordnet mit Wagen oder Munitionskarren. Er trat von der Straße und stand reglos im Schatten eines Baumes, während er sie vorüberziehen ließ. Es war eine Gruppe von Kontinentalsoldaten, die Kanonen zogen, ziemlich klein, zehn Geschütze und nur vier Pfünder, von Männern gezogen, nicht von Maultieren. Es war jedoch die einzige Artillerie, die er im Lauf des Morgens gesehen hatte. War das alles, was Washington hatte? Sie bemerkten ihn nicht. Er wartete ein paar Minuten, bis sie außer Sichtweite waren, dann folgte er ihnen. Irgendwo zu seiner Linken hörte er weitere Kanonen und blieb stehen, um zu lauschen. Briten bei Gott! Zu Beginn seiner Militärkarriere hatte er einiges mit der Artillerie zu tun gehabt und er hatte den Arbeitsrhythmus einer Kanonenbemannung noch im Blut. Schwamm, Kugel, Rammen, Feuer. Eine Artillerieeinheit, mehr nicht. Zehn Pfünder, sechs Stück. Sie hatten etwas im Visier, wurden aber nicht angegriffen, das Feuer war sporadisch, kein hitziges Gefecht. Obwohl man, um fair zu sein, heute jede körperliche Anstrengung nur als hitzig bezeichnen konnte. Er stürzte sich in eine Baumgruppe, in deren Schatten er erleichtert aufatmete. In seinem schwarzen Rock stand er kurz vor dem Exitus und für einen Moment der Erholung zog er ihn aus. Ob er es wagen konnte, sich ganz von dem verflixten Stück zu trennen? Vorhin hatte er einen Miliztrupp gesehen, in Hemdsärmeln, einige mit Tüchern, die sie sich zum Schutz vor der Sonne um die Köpfe gebunden hatten. Doch mit dem Rock konnte er sich vielleicht als Milizarzt durchmogeln. Das widerliche Kleidungsstück roch schließlich schlimm genug. Er fuhr sich mit der Zunge über den Gaumen, um seinen trockenen Mund ein wenig mit Speichel anzufeuchten. Warum zum Teufel hatte er bei seiner Flucht nicht daran gedacht, eine Feldflasche mitzunehmen? Es war der Durst, der ihn jetzt zu seiner Entscheidung bewog. In dieser Aufmachung war es gut möglich, dass ihn der erstbeste Infanterist oder Dragona erschoss, ehe er auch nur ein Wort sagen konnte. Kanonen hingegen waren zwar sehr effektiv gegen Feindes Massen, doch gegen einen einzelnen Mann waren sie nahezu nutzlos, da sie einem solchen Ziel nicht schnell genug folgen konnten, es sei denn, der Mann war so dumm, sich in gerader Linie zu nähern, und Pistole bewaffnet sein, doch ein einzelner Mann, der zu Fuß auf eine Artillerieeinheit zuging, konnte nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Aus schierem Erstaunen würden sie ihn wahrscheinlich bis auf Hörweite heranlassen. Und Pistolen waren auf Entfernungen von mehr als zehn Metern derart ungenau, dass er auch so nicht glaubte, dass er viel riskierte. Er beschleunigte seine Schritte so gut er konnte und sah sich wachsam um. Überall waren jetzt Kontinentalsoldaten im Eilmarsch unterwegs. Die regulären Soldaten würden ihn für einen leicht Verletzten halten, doch er durfte nicht versuchen, sich den Briten während eines Scharmützels zu ergeben, sonst wurde er noch zum Leicht Toten. Die Artillerie in dem Obstgarten war vermutlich seine beste Chance, so haarsträubend es war, auf die Kanonenmündungen zuzugehen. Mit einem unterdrückten Fluch zog er sich die Schuhe wieder an und rannte los. Er rannte direkt in eine Milizkompanie hinein, doch sie waren im Laufschritt unterwegs und hatten nicht mehr als einen flüchtigen Blick für ihn übrig. Er schwenkte in eine Hecke aus, wo er sich einen Moment sammeln musste, bevor er sich auf die andere Seite hinüber kämpfte. Jetzt befand er sich auf einem schmalen Feld, das ziemlich zertrampelt war und auf dessen anderer Seite sich der Obstgarten befand. Nur die Kronen der Apfelbäume waren über einer schweren Wolke aus weißem Pulverdampf zu sehen. Jenseits des Obstgartens nahm er eine Bewegung wahr und wagte ein paar Schritte zur Seite, um genauer hinzusehen, um dann hastig wieder in Deckung zu gehen. Amerikanische Miliz, Männer in Jagd- oder Leinenhemden, einige ohne Leinenhemden, schweißglänzend. Sie sammelten sich dort. Wahrscheinlich planten sie von hinten einen Ansturm auf den Obstgarten, in der Hoffnung, die Kanonen zu erobern oder außer Gefecht zu setzen. Sie machten reichlich Lärm und die Kanonen hatten aufgehört zu feuern. Die Artilleristen wussten eindeutig, dass die Amerikaner da waren und bereiteten gewiss ihren Widerstand vor. Also nicht der beste Zeitpunkt für einen Besuch. Doch dann hörte er die Trommeln. In einiger Entfernung, westlich des Obstgartens, doch das Geräusch wurde direkt zu ihm getragen. Britische Infanterie auf dem Marsch. Bessere Aussichten als bei der Artillerie im Obstgarten. Während sie unterwegs waren, würden die Infanteristen weder geneigt noch darauf vorbereitet sein, einen einzelnen unbewaffneten Mann zu erschießen, ganz gleich, wie er gekleidet war. Und wenn er sich so weit nähern konnte, dass er einen Offizier auf sich aufmerksam machen konnte, er musste nur immer noch das offene Gelände unterhalb des Obstgartens überqueren, um die Infanteristen zu erreichen, ehe sie außer Reichweite waren. Er biss sich frustriert auf die Unterlippe schob schob durch die Hecke und rannte durch die dahintreibenden Rauchwolken. Ein Schuss knallte, viel zu dicht in seiner Nähe. Instinktiv warf er sich ins Gras, sprang dann aber wieder auf und rannte keuchend weiter. Himmel, in dem Obstgarten waren Scharfschützen, die die Kanonen verteidigten, Feldjäger. Doch anscheinend konzentrierten sich die Schützen weitgehend auf die andere Seite, um die sich sammelnde Miliz in Empfang zu nehmen, denn auf seiner Seite des Obstgartens fehlen keine weiteren Schüsse mehr. Er verlangsamte sein Tempo und presste sich die Hand auf seine stechende Seite. Er war jetzt an dem Obstgarten vorbei. Er konnte die Trommeln noch hören, obwohl sie sich entfernten. Weiter gehen, weiter gehen. Hey, ihr da! Er wäre besser weitergegangen, doch weil er keine Luft bekam und nicht wusste, wer da rief, blieb er einen Moment stehen und wandte sich halb um. Nur halb, denn schon kam ein Körper mit Wucht angeflogen und warf ihn um. Er landete auf dem Ellbogen und griff mit der anderen Hand nach dem Kopf des Mannes, dessen feuchtes, fettiges Haar ihm durch die Finger rutschte. Er stieß dem Mann die Finger ins Gesicht, wandte sich wie ein Die Stimme überschlug sich absurd und schoss bis zum Falsett hinauf, was ihn so verblüffte, dass er tatsächlich stehen blieb und nach Luft schnappte. Ihr treuloser Dreckiger! Der Mann, nein, bei Gott, es war ein Junge, noch ein Junge, der ihn zu Boden geworfen hatte, stand jetzt auf. Er hatte einen großen Stein in der Hand. Sein Bruder, es musste sein Bruder sein, sie ähnelten sich wie ein Ei dem anderen, beider halbwüchsig und so schlacksig wie junge Truthähne, hatte einen ordentlichen Knüppel. Grays Hand war an seine Taille gefahren, als er aufstand, um den Dolch zu ziehen, den ihm Percy mitgegeben hatte. Er hatte diese Jungen schon einmal gesehen, dachte er, die Söhne des Kommandeurs einer der Milizkompanien aus New Jersey. Ihm war klar, dass sie ihn ebenfalls schon einmal gesehen hatten. Verräter, brüllte ihn der eine an. Gottverdammter Spion! Sie standen zwischen ihm und der fernen Infanteriekompanie. Er hatte den Obstgarten im Rücken und sie befanden sich alle drei wunderbar in Schussweite des nächstbesten hessischen Gewehrschützen, der zufällig in ihre Richtung blickte. Hör zu, begann er, doch er konnte sehen, dass es sinnlos war. Irgendetwas war geschehen. Irgendetwas – Angst, Wut, Schmerz – hatte sie derart im Griff, dass ihre Gesichtszüge verschwammen wie Wasser und ihre Gliedmaßen zitterten, so sehr drängte es sie, sich unmittelbar und heftig abzureagieren. Sie waren zwar halbwüchsig, aber beide größer als er und absolut in der Lage, ihm genau das anzutun, was sie sichtlich vorhatten. General Fraser, sagte er laut in der Hoffnung, sie aus ihrer Unsicherheit zu reißen. Wo ist General Fraser? 77 So rot wie Blut, so weiß wie Schnee. Alle Kompanien angetreten, Sir. Robert McCammon kam keuchend angelaufen. Er war ein kräftiger Mann und selbst die sanft gewählten Felder und Wiesen waren anstrengend für ihn. Die dunklen Flecken in seinen Achselhöhlen waren so groß wie Teller. Ei, gut. Jamie blickte an Major McCammon vorbei und sah Herberts Kompanie aus einem kleinen Wald kommen. Sie schauten sich vorsichtig um um die Waffen in den Händen. Obwohl sie dafür nicht ausgebildet waren, machten sie ihre Sache gut und er war mit ihnen zufrieden. Herr, gib, dass ich sie durchbringe so gut ich kann. Kaum hatte er dieses Gebet gedacht, als er sich umwandte, um nach Westen zu blicken und erstarrte. Keine hundert Meter entfernt sah er vor sich auf dem Hang die beiden Craddock Jungen, der eine mit einem Stein bewaffnet, der andere mit einem mächtigen Knüppel. Sie standen drohend vor einem Mann, der ihm zwar den Rücken zudrehte, dessen entblößten, kurz gestutzten blonden Kopf er aber augenblicklich erkannte, auch ohne den blutigen Verband zu sehen, der darum gewickelt war. Dann sah er Greys Hand an seine Talie fahren und wusste, über jeden Zweifel und die beiden Jungen fuhren zusammen. Der eine ließ seinen Stein fallen und bückte sich danach, wobei er Gray seinen schmalen Hals darbot. Grays Blick richtete sich auf die verletzliche Körperstelle, dann heftete er sich trostlos auf den älteren Jungen, der seinen Stock wie einen Cricketschläger gepackt hielt, und schon fiel er Hügel aufwärts in Richtung Jamie. Schwer seufzend ließ Jamie beide Hände und Schultern sinken. Ephrm, murmelte er, bleibt hier, sagte er zu Bixby und rannte den Hang hinunter. Stolpernd schob er sich durch ein dichtes Erlengehölz, das ihm die Hände mit Harz verklebte. Wo zum Teufel ist eure Kompanie? herrschte er ohne Umschweife die völlig verdatterten Jungen an, als er keuchend bei ihnen und Gray ankam. Oh, äh, der jüngere Craddock sah seinen Bruder fragend an. Wir konnten sie nicht finden, Sir, sagte der ältere Junge und schluckte. Wir haben sie gesucht, als wir auf einen Trupp Rotröcke gestoßen sind und ziemlich rennen mussten, um zu entwischen. Dann haben wir ihn gesehen, sagte der jüngere Craddock und sah Gray trotzig an. Alle im Lager haben erzählt, dass er für die Rotröcke spioniert und da war er plötzlich und ist winkend und rufend auf sie zu. Also fanden wir es unsere Pflicht, ihn aufzuhalten, Sir, warf der ältere Junge ein, der nicht hinter seinem Bruder zurückstehen wollte. Ei, ich verstehe. Jamie rieb sich die Stelle zwischen den Augen, die sich anfühlte, als hätte sich dort ein kleiner, schmerzhafter Knoten gebildet. Er sah sich um. Immer noch kamen Männer von Süden her gelaufen, doch Woodbines Kompanie war fast vollständig. Die Männer traten nervös auf der Stelle und blickten in seine Richtung. Kein Wunder, ganz in der Nähe konnte er britische Trommeln hören. Das war zweifellos die Kompanie, auf die die Jungen gestoßen waren und auf die Gray zugehalten hatte. Wenn ich etwas sagen dürfte, sagte Gray, der sich wieder hochgerappelt hatte auf Deutsch und warf den Credox einen Seitenblick zu. Nein, Sir, erwiderte Jamie nicht ohne Grimm. Sie hatten keine Zeit und wenn die beiden kleinen Idioten überlebten, würden sie zurück im Lager jedem, der ihnen zuhörte, jedes Wort wiedererzählen, das er mit Gray gewechselt hatte. Das Letzte, was er sich leisten konnte, war, dass sie berichteten, er hätte in einer geheimnisvollen fremden Sprache mit einem englischen Spion geplaudert. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Gray wechselte wieder ins Englische, mit einem weiteren Seitenblick auf die Credox. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er sich in Gefahr befindet. Das gilt auch für jeden anderen dort draußen, erwiderte Jamie gereizt, obwohl sein Herz einen Satz machte. Deshalb hatte Gray also sein Ehrenwort verletzt. Gefahr durch wen? Sir, Sir, rief Bixbys Stimme von der anderen Seite der Erlen her, schrill und drängend. Er musste los, und zwar schnell. Komme, Mr. Bixby, rief er. Warum hast du sie nicht umgebracht? fragte er Gray abrupt und wies mit einem Ruck seines Kopfes auf die Crudogs. Du hättest es doch schaffen können, sobald du an ihnen vorbei warst. Eine blonde Augenbraue verzog sich über dem Verband, der Grays verletztes Auge schützte. Das mit Claire würdest du mir ja verzeihen, aber nicht, wenn ich deine Männer umbringe. Sein Blick richtete sich auf die beiden Crudogs, picklich wie Rosinenpudding und vermutlich, so besagte Grays Blick, auch kaum intelligenter. Für den Bruchteil einer Sekunde schoss das Bedürfnis, noch einmal auf ihn einzuschlagen, in Jamie hoch und für denselben Bruchteil einer Sekunde konnte er John Gray ansehen, dass dieser es wusste. Er fuhr nicht zurück und sein gesundes Auge starrte Jamie hellblau an. Diesmal würde er sich wehren. Jamie schloss kurz die Augen und zwang sich, seine Wut zu unterdrücken. Geht mit diesem Mann, sagte er zu den Crudogs. Er ist im Gürtel und reichte sie dem älteren Crudog, der sie mit großen Augen respektvoll in Empfang nahm. Er verzichtete darauf, dem Jungen zu sagen, dass sie weder geladen noch entsichert war. Und du, sagte er ruhig zu Gray, folge ihnen hinter die Linien. Falls English Town noch in Rebellenhand ist, führe sie dorthin. Gray nickte knapp, die Lippen aufeinander gepresst und wandte sich zum Gehen. Er streckte die Hand aus und bekam Grays Schulter zu fassen. Der Mann fuhr herum, Blutdurst im Blick. Hör mir zu, sagte Jamie so laut, dass ihn die Crudog Jungen auf jeden Fall hören mussten. Ich entbinde dich von deinem Ehrenwort. Er erwiderte Grays einäugiges Funkeln mit einem ähnlichen Blick. Verstehst du mich? Wenn ihr English Town erreicht, wirst du dich Oberst McCorkle ergeben. Grays Mund zuckte, doch er sagte nichts und nickte kaum merklich, ehe er sich abwandte. Jamie wandte sich ebenfalls ab, um zu seinen wartenden Kompanien zu laufen, doch er riskierte einen kurzen Blick zurück. Gray war geradewegs nach Süden unterwegs, zu den amerikanischen Linien, falls der Begriff Linien in dieser gottverdammten Schlacht überhaupt eine Bedeutung hatte und scheuchte dabei die beiden Credox vor sich her, die sich ungeschickt mit wedelnden Armen bewegten wie ein paar Gänse auf dem Weg zum Markt. Gray hatte ihn mit Sicherheit verstanden und trotz der drängenden Lage fiel Jamie ein Stein vom Herzen. Nach der Befreiung von seinem Ehrenwort war Gray nun zwar erneut ein Kriegsgefangener in der Obhut seiner Hescher und konnte sich offiziell nicht frei bewegen doch er war auch frei von der Verpflichtung durch seine Ehre die ihn von sich aus gefangen hielt. Ohne Ehrenwort war seine erste Pflicht nun die eines jeden Soldaten in Feindes Hand. Die Flucht. Sir? Bixby tauchte keuchend neben ihm auf. Das sind Rotröcke. Ei, Mr. Bixby, ich höre Sie. Zeigen wir es Ihnen. Ohne das Malbuch wäre es mir gar nicht so schnell aufgefallen. Im dritten oder vierten Schuljahr hatte Brianna ein Malbuch mit Szenen der amerikanischen Revolution gehabt. Beschönigende, reichlich romantische Szenen. Paul Revere, der im Galopp durch die Nacht flog, Washington, der den Delaware überquerte und dabei, wie Frank feststellte, einen traurigen Mangel an Seemannskunst demonstrierte und eine Doppelseite mit Molly Pitcher, jener tapferen Frau, die den von der Hitze geplagten Soldaten Wasser gebracht hatte, linke Seite, und dann in der Schlacht von Monmouth die Stelle ihres verwundeten Mannes eingenommen hatte, um seine Kanone zu bedienen, rechte Seite. Was, wie mir inzwischen aufgegangen war, sehr wahrscheinlich der Name war, den man der Schlacht geben würde, in der wir uns gegenwärtig befanden, sobald jemand dazu kam, ihr einen Namen zu geben. Monmouth Courthouse befand sich weniger als eine halbe Meile von meinem gegenwärtigen Standpunkt entfernt. Ich wischte mir noch einmal über das Gesicht, was zwar nicht gegen den Schweißfilm half, der sich umgehend neu bildete, was aber dem Zustand meiner drei klatschnassen Taschentücher nach jede Menge Schmutz entfernte und blickte nach Osten, wo ich schon fast den ganzen Tag gedämpften Kanonendonner hörte. War sie dort? Nun, George Washington ist ja auch hier, murmelte ich vor mich hin, während ich mir frisches Wasser in meinen Becher goss und mich wieder an die Arbeit machte, blutige Tücher in einem Eimer Salzwasser auszuwaschen. Warum nicht Molly Pitscher? Das Bild auszumalen war kompliziert gewesen und da Brianna gerade die Phase erreicht hatte, in der sie darauf bestand, den Dingen ihre richtige Farbe zu geben, konnten die Kanonen nicht rosa oder orange sein und Frank hatte gehorsam mehrere simple Kanonen auf ein Blatt Papier gezeichnet und alles ausprobiert von grau mit Schattierungen in schwarz, blau, blau-violett und sogar kornblumenblau bis braun mit Nuancen in gebranntem Sienna und Gold, ehe sie sich schließlich auf schwarz mit dunkelgrünen Schattierungen einigten, da Franks Meinung über das historische Aussehen von Kanonen hinreichend Gewicht besaß. Da mir die nötigen Qualifikationen fehlten, hatte man mir die Aufgabe zugewiesen, das Gras bunt zu malen, obwohl ich auch bei der dramatischen Einfärbung von Mrs. Pitchers zerlumpten, vom Winde verwehten Kleidern helfen durfte, als Brianna keine Lust mehr hatte. Ich blickte auf, den Geruch der Wachsmalstifte noch lebhaft in Erinnerung und sah eine kleine Gruppe die Straße entlang kommen. Es waren zwei reguläre Kontinentalsoldaten und ein Mann, in dessen Bekleidung ich die hellgrüne Uniform des britischen Provinzialregiments erkannte, einer Loyalistentruppe. Er humpelte stark, obwohl er auf beiden Seiten von den Kontinentalsoldaten gestützt wurde. Der kleinere der beiden schien ebenfalls verwundet zu sein, er hatte einen blutigen Schal um den einen Arm gewickelt. Der andere Mann ließ zwar den Blick wachsam umherschweifen, schien aber nicht verletzt zu sein. Zuerst hatte mein Blick nur dem Provinzialsoldaten gegolten, der ein Gefangener sein musste, doch dann richtete ich ihn genauer auf den verletzten Kontinentalsoldaten, der ihn stützte. Und da ich Molly Pitscher noch so frisch im Kopf hatte, begriff ich mit einem kleinen Schreck, dass der Kontinentalsoldat eine Frau war. Der Uniformrock verdeckte zwar ihre Hüften, doch ich konnte deutlich sehen, wie sich ihre Beine zu den Knien hin nach innen wendeten. Bei einem Mann verlaufen die Oberschenkelknochen senkrecht, doch das breitere Becken einer Frau erzwingt eine etwas x-beinige Stellung. Als sie mich erreichten, wurde mir außerdem klar, dass die verwundeten Soldaten verwandt waren. Sie waren beide klein und dünn, mit kantigen Gesichtern und schmalen Schultern. Der Provinzialsoldat war jedoch definitiv ein Mann. Sein Gesicht war voller Bartstoppeln, während die Haut seiner Schwester, der Altersunterschied schien nicht groß zu sein, so rein war wie Eierschale und beinahe genauso weiß. Der Provinzialsoldat dagegen war rot wie ein Hochofen und fühlte sich auch ähnlich heiß an. Seine Augen waren weiße Schlitze und sein Kopf wackelte auf seinem dünnen Hals. Ist er verletzt? fragte ich scharf und schob meine Hand unter seine Schulter, um ihm auf einen Hocker zu helfen. Sein Körper erschlaffte in dem Moment, in dem sein Hintern die Sitzfläche berührte und er wäre auf den Boden gefallen, wenn ich nicht fester zugefasst hätte. Das Mädchen keuchte erschrocken auf und streckte eine Hand nach ihm aus, doch sie stolperte ebenfalls und wäre gestürzt, wenn der andere Mann sie nicht bei den Schultern gepackt hätte. Er hat einen Schlag vor den Kopf bekommen, sagte der Kontinentalsoldat. Ich habe ihn mit dem Schwertknauf erwischt. Das Eingeständnis klang verlegen. Helft mir ihn hinzulegen. Ich fuhr mit der Hand über den Kopf des Provinzialsoldaten und entdeckte zwar eine böse Delle unter seinem Haar, doch es knirschte nirgendwo und nichts deutete auf eine Schädelfraktur hin. Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung, vielleicht aber nichts Schlimmeres. Doch er begann unter meiner Hand zu zucken und seine Zungenspitze kam aus seinem Mund. Oh je, sagte ich leise, aber nicht leise genug, denn das Mädchen stieß einen verzweifelten Aufschrei aus. Es ist ein Hitzschlag, sagte ich sofort zu ihr und hoffte, dass das möglicherweise beruhigend klang. In Wirklichkeit war es alles andere, wenn die Opfer schon kollabierten und krampften, starben sie normalerweise. Ihre Körpertemperatur war dann viel höher, als es ihre Organsysteme vertrugen und die Krämpfe waren oft das erste Anzeichen von Gehirnschäden. Dennoch Dotti brüllte ich und gestikulierte drängend in ihre Richtung. Dann wandte ich mich an den gesunden, aber sehr verängstigt aussehenden Kontinentalsoldaten. Seht ihr, die junge Frau in Grau. Zieht ihn hinüber in den Schatten zu ihr. Sie weiß, was zu tun ist. Es war ja auch einfach. Wasser über ihn schütten und, wenn möglich, in ihn hinein. Das war die Summe dessen, was getan werden konnte. Unterdessen ich fasste die junge Frau bei ihrem unverletzten Arm und setzte sie auf den Hocker, während ich den Rest aus meiner Brandy-Flasche hastig in einen Becher goss. Sie sah so aus, als hätte sie nicht mehr viel Blut übrig. So war es auch. Als ich den Schal entfernte, entdeckte ich, dass ihr die Hand fehlte und ihr Unterarm übel zugerichtet war. Sie war nur deshalb nicht verblutet, weil ihr jemand einen Gürtel um den Oberarm geschlungen und den Druck verband mit einem Stöckchen zugezogen hatte. Es war lange her, dass ich bei irgendeinem Anblick ohnmächtig geworden war, und auch jetzt geschah es nicht, doch im ersten Moment wankte die Welt unter meinen Füßen. Wie ist denn das passiert, Schätzchen? fragte ich so ruhig wie möglich. Hier, trink das. Ich Granate, flüsterte sie. Sie hatte den Kopf abgewandt, um den Arm nicht zu sehen, doch ich hob ihr den Becher an die Lippen und sie trank die Mischung aus Brandy und Wasser in großen Zügen. Sie hat sie aufgehoben, sagte eine leise erstickte Stimme neben mir. Der andere Kontinentalsoldat war wieder da. Sie ist mir vor den Fuß gerollt und er sie hat sie aufgehoben. Beim Klang seiner Stimme wandte das Mädchen den Kopf und ich sah seinen gepeinigten Blick. Sie ist wohl euredwegen in die Armee eingetreten? Es war klar, dass der Arm amputiert werden musste. Unterhalb und ihn in diesem Zustand zu lassen bedeutete, sie zum Tod durch Entzündung oder Wundbrand zu verdammen. Nein, das bin ich nicht, sagte das Mädchen und schnappte nach Luft. Für Sie holte krampfhaft Luft und verdrehte den Kopf in Richtung der Bäume. Er hat versucht, mich zum Mitgehen zu bewegen, im Gefolge der Loyalisten kam nicht in Frage. Da sie nur noch so wenig hatte sie Schwierigkeiten genügend Sauerstoff zu bekommen. Ich füllte den Becher nach und ließ sie noch einmal trinken. Am Ende spuckte und schwankte sie zwar, war aber wacher. Ich bin Patriotin. Ich habe versucht, sie heimzuschicken, ma'am, platzte der junge Mann heraus. Aber da war ja niemand mehr, der für sie sorgen konnte. Seine Hand schwebte dicht hinter ihrem Rücken, hätte sie so gerne berührt, harter aus, sie aufzufangen, wenn sie fiel. Ich verstehe. Und er? Ich wies kopfnickend auf Dottis Posten unter den Bäumen. Euer Bruder? Sie hatte nicht die Kraft zu nicken, schloss jedoch zustimmend die Augen. Ihr Vater ist kurz nach Saratoga gestorben. Der junge Mann sah völlig am Boden zerstört aus. Himmel, er konnte nicht älter als siebzehn sein, und sie sah aus wie ungefähr vierzehn, obwohl sie älter sein musste. Philipp war schon fort, er hatte mit seinem Vater gebrochen, als er den Provinzialern beigetreten ist, ich ... Ihm versagte die Stimme, und er schloss krampfhaft den Mund und berührte ihr Haar. Wie heißt ihr denn, Liebes? sagte ich. Ich hatte den Druckverband gelockert, um zu sehen, ob noch Blut in den Ellbogen floss, so war es. Möglicherweise war das Gelenk zu retten. Sally? flüsterte sie. Ihre Lippen waren weiß, doch ihre Augen waren offen. Sarah! Meine Amputationssägen waren alle in der Kirche bei Denzel, ich konnte sie nicht dort hineinschicken. Ich hatte ein einziges Mal den Kopf hineingesteckt und der Gestank nach Blut und Exkrementen hatte mich fast umgeworfen, noch mehr jedoch die Atmosphäre voller Schmerz und Grauen und die Geräusche der Schlachterei. Auf der Straße näherten sich weitere Verwundete, auch um sie musste sich jemand kümmern. Ich zögerte nicht länger als eine Minute. Rachel und Dottie besaßen die nötige Entschlossenheit, um mit der Lage fertig zu werden und die körperliche Präsenz verstörten Menschen Anweisungen zu geben. Rachels Verhalten war das Resultat monatelange Erfahrung in Valley Forge. Bei Dottie war es die gewohnte autokratische Erwartung, dass die Leute selbstverständlich tun würden, was sie von ihnen wollte. Beide flößten den Leuten Mut ein und ich war stolz auf sie. Gemeinsam kamen sie so gut zurecht, wie es nur zu erwarten war, noch dazu, dachte ich, viel besser als die Stabsärzte und ihre Assistenten in der Kirche, obwohl diese ihr blutiges Geschäft immerhin mit lobenswerter Geschwindigkeit erledigten. Dottie, rief ich erneut und winkte. Sie erhob sich und kam angelaufen, während sie sich das Gesicht an ihrer Schürze abwischte. Ich sah, wie ihr Blick auf das Mädchen fiel, Sarah, und sie beim Anblick ihres Arms erbleichte, wie sie kurz auf die Männer im Gras zurückblickte und sich dann mit einer Miene zu uns wandte, in der sich Neugier, Entsetzen und verzweifeltes Mitleid vermischten. Entweder war der Bruder also bereits tot, oder er lag im Sterben. Geh und hole Denzel, Dottie, sagte ich mit einer kleinen Bewegung, sodass sie den verstümmelten Arm sehen konnte. Sie wurde weiß und schluckte. Sag ihm, er soll mir meine Bügelsäge mitbringen und einen kleinen Lidhalter. Bei dem Wort Säge keuchten Sarah und der junge Mann entsetzt auf und dann bewegte er sich schnell, um sie endlich zu berühren und fasste sie an der gesunden Schulter. Es wird alles gut, Sally, sagte er leidenschaftlich. Ich heirate dich. Es ist mir ganz egal, ich meine dein, dein Arm. Er schluckte krampfhaft und ich begriff, dass er ebenfalls Wasser brauchte und reichte ihm die Feldflasche. Du wirst den Teufel tun, sagte Sally. Ihre Augen waren dunkel und schimmerten wie kalte Kohlen in ihrem weißen Gesicht. Ich will nicht aus Mitleid geheiratet werden. Verdammt oder aus schlechtem Gewissen. Brauche dich nicht. Das Gesicht des jungen Mannes war ausdruckslos vor Überraschung und, so dachte ich, Beleidigung. Aber wovon willst du denn leben? wollte er entrüstet wissen. Du hast doch auf der ganzen Welt nichts außer dieser verdammten Uniform. Du, du, er schlug sich frustriert auf das Bein. Mit einem Arm kannst du doch nicht einmal Hure werden. Sie funkelte ihn an, atmete langsam und angestrengt. Im nächsten Moment lief ein Gedanke durch ihr Gesicht und sie wandte sich kopfnickend an mich. Meint ihr, die Armee zahlt mir vielleicht eine Pension? fragte sie. Ich konnte Denzel sehen, der blutbespritzt aber gefasst mit der Instrumentenkiste über den Kies hastete. Ich hätte meine Seele für Äther oder Laudanum verkauft, hatte aber beides nicht. Ich holte meinerseits tief Luft. Ich denke schon, sie werden ja Molly Pitcher eine zahlen, warum nicht auch euch? 78 Zur falschen Zeit am falschen Ort William fasste sich vorsichtig ans Kinn und beglückwünschte sich, weil Tartan sein Gesicht nur einmal getroffen hatte und nicht die Nase erwischt hatte. Seine Rippen, seine Arme und sein Bauch waren etwas anderes. Seine Kleider waren verdreckt und sein Hemd hing in Fetzen. Doch der flüchtige Beobachter würde daraus nicht schließen, dass er in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Vielleicht kam er ja glimpflich davon, solange Major Henry die Depesche an die britische Legion nicht erwähnte. Sir Henry hatte schließlich den ganzen Morgen über alle Hände voll zu tun gehabt, wenn das, was er unterwegs gehört hatte, zutraf. Ein verwundeter Infanterie-Hauptmann auf dem Rückweg ins Lager hatte ihm erzählt, dass er gesehen hatte, wie Sir Henry als so weit vorausgeeilt war, dass er um ein Haar gefangen genommen worden wäre, ehe ihn die Männer einholten. William hatte ihm mit brennendem Herzen zugehört. Er wäre zu gern dabei gewesen. Doch wenigstens hatte er nicht in der Schreibstube fest gesessen. Er hatte nicht mehr als eine Viertel Meile seines Rückwegs zu Cornwallis Brigade hinter sich gebracht, als Visigoth ein Eisen verlor. William sagte etwas ziemlich unanständiges, blieb stehen und schwang sich vom Pferd, um sich die Sache anzusehen. Er fand das Eisen, aber zwei Nägel fehlten und tauchten auch bei einer raschen Suche nicht auf. Keine Chance, das Eisen mit dem Stiefelabsatz wieder festzuhämmern, was sein erster Gedanke gewesen war. Er steckte sich das Eisen in die Tasche und sah sich um. Überall schwärmten Soldaten aus, doch am anderen Ufer des steilen Flussbetts sammelte sich eine Kompanie hessischer Grenadiere am Brückenkopf. Er führte Visigoth vorsichtigen Schrittes hinüber. Hallo, rief er dem nächstbesten Soldaten zu. Wo ist der nächste Hufschmied? Der Mann sah ihn gleichgültig an und zuckte mit den Schultern. Ein jüngerer Kamerad jedoch zeigte auf die andere Seite der Brücke und rief Zwei Kompanien hinter uns kommen Husaren. Danke, rief William zurück und führte Visigoth in den spärlichen Schatten einiger dürrer Kiefern. Nun, das war ja Glück. Er würde das Pferd nicht weit führen müssen, er konnte einfach auf den Schmied und seinen Wagen warten. Dennoch ärgerte ihn die Verzögerung. Jeder Nerv seines Körpers war angespannt wie eine Cembalo-Seite, er fasste sich immer wieder an den Gürtel, wo seine nicht existierenden Waffen hätten sein sollen. In einiger Entfernung konnte er Musketenfeuer hören, konnte aber nicht das geringste sehen. Die Landschaft war gefaltet wie ein Leporello und die sanft gewählten Wiesen stürzten übergangslos in bewaldete Schluchten, aus denen sie abrupt wieder auftauchten, um dann erneut zu verschwinden. Er grub sein Taschentuch aus, das inzwischen so nass war, dass es nur noch ausreichte, um sich den gröbsten Schweiß aus dem Gesicht zu wischen. Er fing einen schwachen Hauch von Kühler auf, der zehn Meter unter ihm vom Bach aufstieg und trat näher an den Rand, weil er auf mehr davon hoffte. Er trank warmes Wasser aus seiner Feldflasche, wünschte, er könnte hinunterklettern und aus dem Bach trinken, wagte es würde eine umständliche Kletterpartie werden und er konnte es nicht riskieren, den Schmied zu verpassen. Sprich Deutsch, er hat uns gehört. Was? Er hatte dem sporadischen Gespräch der Grenadiere keine Beachtung geschenkt, doch diese gezischten Worte drangen jetzt deutlich zu ihm durch und als er sich umschaute, sah er zwei der Grenadiere dicht hinter sich. Einer der Männer grinste ihn nervös an und er erstarrte. Plötzlich waren sie zu viert zwischen ihm und der Brücke. Was soll das? fragte er scharf. Was macht ihr hier? Ein kräftiger Kerl zog ein entschuldigendes Gesicht. Bedauere, ihr seid hier einfach am falschen Ort. Was? Ehe er noch etwas sagen konnte, gingen sie auf ihn los. Er trat und schlug wild um sich, doch es dauerte nicht mehr als ein paar Sekunden. Hände zogen ihm die Arme auf den Rücken, der kräftige Kerl sagte noch einmal, bedauere und sah immer noch entschuldigend aus, als er ihm einen Stein vor den Kopf schlug. Er verlor das Bewusstsein erst ganz, als er am Boden der Schlucht auftraf. Es wurde an verdammt vielen Stellen gekämpft, dachte Ian, aber das war auch in etwa alles, was man sagen konnte. Überall war Bewegung, vor allem bei den Amerikanern und wann immer sie auf eine Gruppe Rotröcke trafen, wurde gekämpft, oftmals heftig gekämpft. Aber die Landschaft war so unregelmäßig, dass die Armeen nur selten irgendwo in größeren Zahlen aufeinandertrafen. Doch er hatte sich seinen Weg um mehrere britische Infanterie Kompanien herumgebahnt und lag mehr oder weniger in Wartestellung. Jenseits seines Vorpostens sah er eine ordentliche Anzahl Briten, in deren Mitte Regimentsbanner wehten. Würde es helfen zu wissen, wer hier das Kommando hatte? Er war sich nicht sicher, ob er es würde erkennen können, selbst wenn er dicht genug herankam, um die Einzelheiten der Banner auszumachen. Sein linker Arm schmerzte und er rieb ihn geistesabwesend. Die Axtwunde war zwar gut verheilt, obwohl die Narbe nach wie vor wulstig und empfindlich war, doch der Arm war immer noch weit von seiner eigentlichen Kraft entfernt und seine Muskeln bebten und zuckten, seitdem er vorhin den Pfeil in Richtung der indianischen Kundschafter geschossen hatte und tief in seinem Knochen brannte es. Besser, wenn ich das nicht noch einmal versuche, murmelte er Rollo zu, dann fiel ihm ein, dass der Hund ja gar nicht bei ihm war. Er blickte auf und stellte fest, dass stattdessen einer der Indianer bei ihm war, zumindest dachte er das. Zwanzig Meter weiter saß ein Abenaki Krieger auf einem hageren Pony und betrachtete ihn nachdenklich. Ja, Abenaki, dessen war er sich sicher, angesichts des Schädels, der von der Stirn bis zum Scheitel kahl rasiert war, des schwarzen Streifens, der sich quer über die Augen zog, und der langen Muschelohrringe, die die Schultern des Mannes streiften und Beobachtungen, wendete er sein Pferd und suchte Deckung. Der Haupttrupp befand sich in gut 200 Metern Entfernung auf einer offenen Wiese, doch hier und dort standen ein paar Kastanien oder Pappeln und etwa eine halbe Meile hinter ihm stürzte das wellige Land in eine der großen Schluchten. Schlecht, wenn er dort unten in eine Falle geriet, aber mit genügend Vorsprung war es eine gute Art zu verschwinden. Er versetzte seinem Pferd einen scharfen Tritt und sie schossen davon, um dann abrupt abzuwenden, als sie an einem dichten Gebüsch vorbeikamen. Und das war sein Glück, denn er hörte etwas Schweres an seinem Kopf vorübersausen und ins Gebüsch krachen. Wurfholz? Tomahawk? Es spielte keine Rolle, das einzig Wichtige war, dass der Mann, der damit geworfen hatte, es nicht mehr hatte. Doch er sah sich um und sah den zweiten um das Gebüsch biegen, um ihm den Weg abzuschneiden. Der zweite rief etwas und der andere antwortete Jagdrufe, Beute in Sicht. Kutschisch mi a jia, sagte er und rammte seinem Pferd die Fersen fest in die Flanken. Claires Stute war ein gutes Pferd und sie schafften es, das freie Gelände hinter sich zu lassen, rasten lärmend durch einen kleinen Hain auf der anderen Seite wieder hinaus, um sich vor einem Zaun wieder zu finden. Zu spät zum Anhalten und das taten sie auch nicht, das Pferd senkte die Hinterhand, setzte zum Sprung an und flog hinüber. Seine Hinterhufe berührten die obere Zaunlatte mit einem ordentlichen Wonk, bei dem sich Ian auf die Zunge biss. Er sah sich nicht um, sondern beugte sich tief über den Pferdehals und sie rasten auf die Stelle zu, an der sich das Land absenkte. Er bog ab und ritt im spitzen Winkel darauf zu, denn er wollte nicht direkt auf den Rand der Schlucht treffen, falls es dort zu steil war. Kein Geräusch von hinten, außer dem Grummeln und Scheppern der sich sammelnden Armee. Keine Stimmen, keine Jagdrufe der Abenaki. Da war es, das dichte Gebüsch, das den Rand der Schlucht markierte. Er wurde langsamer und riskierte es jetzt, sich umzusehen. Nichts? Und er holte Luft und verlangsamte das Pferd zum Schritt, sodass sie an der Kante entlang gehen und nach einem guten Abstieg Ausschau halten konnten. Die Brücke war über ihm gerade eben zu sehen, ungefähr 50 Meter weiter, doch es war niemand darauf. Noch nicht. Er konnte Männer in der Schlucht kämpfen hören, vielleicht 300 Meter von ihm entfernt, doch das Gebüsch war dicht genug, um ihm Deckung zu geben. Nur ein kleiner Zusammenstoß den Geräuschen nach, das hatte er heute schon ein Dutzend Mal gesehen, Männer, die der Durst auf beiden Seiten hinunter zu den Bächen trieb, die die Schluchten gegraben hatten. Und dieser Gedanke erinnerte ihn daran, dass er selber Durst hatte, und das Pferd ebenfalls, denn das Tier reckte den Hals und blähte gierig die Nüstern, weil es das Wasser roch. Er glitt aus dem Sattel und führte das Pferd zum Ufer. Er achtete sorgsam auf loses Gestein und sumpfigen Boden, das Ufer bestand hier zum Großteil aus weichem Schlamm mit Matten aus Entengrütze und kleinen Schilf Gebüschen. Etwas Rotes fiel ihm ins Auge, doch es war ein britischer Soldat, der mit dem Gesicht im Schlamm lag und eindeutig tot war. Seine Beine hoben und senkten sich mit der Strömung. Er zog seine Mokasins aus und wagte sich ins Wasser. Der Bach war hier ziemlich breit und keinen Meter tief. Der Grund war lehmig und er sank knöcheltief ein. Er kam vorsichtig wieder heraus und führte das Pferd tiefer in die Schlucht hinein, suchte nach besserem Untergrund, obwohl die Stute nach dem Wasser gierte und Ian mit dem Kopf anstieß, sie würde nicht mehr lange warten. Die Geräusche des Scharmützels waren verklungen, oben und weiter entfernt konnte er Männer hören, hier unten aber nichts mehr. Da, hier war es gut. Er ließ die Zügel des Pferdes los und es stürzte sich auf das Wasser, stand mit eingesunkenen Vorderfüßen da, die Hinterfüße jedoch fest auf dem Kies und schluckte selig Wasser. Er selbst empfand den Sog des Wassers beinahe genauso stark und sank auf die Knie, spürte die herrliche Kühle, als es ihm Ländenschurz und Leggings durchtränkte, doch auch dieses Gefühl verblasste, als er mit beiden Händen Wasser schöpfte und trank, schöpfte und trank, wieder und wieder, sich verschluckte, wenn er versuchte, schneller zu trinken, als er schlucken konnte. Schließlich hielt er widerstrebend inne und schüttete sich Wasser über Gesicht und Brust. Es kühlte ihn ab, obwohl das Bärenschmalz in seiner Farbe das Wasser abhellen ließ. Komm schon, sagte er zu dem Pferd, du platzt noch, wenn du so weitermachst, Omerdan. Es ging nicht ohne Widerstand, doch dann bekam er die Nase des Pferdes aus dem Wasser und es schnaubte und schüttelte den Kopf, sodass ihm Wasser und grüne Ranken aus den losen Lippen liefen. Und während er den Kopf des Pferdes herumzog, um es wieder nach oben zu führen, sah er den anderen britischen Soldaten. Auch dieser Mann lag hatte aber den Kopf zur Seite gedreht und Oh Himmel, nein! Ian warf die Zügel seines Pferdes hastig um einen Baumstamm und rannte auf die Stelle zu. Natürlich war er es! Ian hatte es sofort gewusst, als er die langen Beine sah, die Form seines Kopfes, doch das Gesicht gab ihm Sicherheit, selbst unter einer Maske aus Blut. William lebte noch. Sein Gesicht zuckte unter den Beinchen eines halben Dutzend schwarzer Fliegen, die sich an seinem trockenen Blut labten. Ian legte ihm die Hand unter das Kinn, so wie es Tante Claire immer tat, doch da er keine Ahnung hatte, wo er den Puls suchen oder wie er sich anfühlen sollte, wenn er gut war, zog er sie wieder fort. William lag im Schatten einer großen Platane, doch aufgestanden und überlegte hastig. Er würde den Kerl auf das Pferd hiefen müssen, aber vielleicht entkleidete er ihn besser erst, zog ihm zumindest den verräterischen Rock aus. Was jedoch, wenn er ihn zurück zu den britischen Linien brachte, dort jemanden fand, der sich um ihn kümmerte, ihn zu einem Arzt brachte, das war näher. Er musste ihm trotzdem den Rock ausziehen, sonst starb mit diesem Entschluss kniete er sich wieder hin und rettete so sein eigenes Leben. Der Tomahawk grub sich genau dort in den Platanenstamm, wo kurz zuvor sein Kopf gewesen war. Und im nächsten Moment raste einer der Abenaki die Böschung hinunter und stürzte sich mit einem Schrei auf ihn, der ihm schlechten Atem ins Gesicht wehte. Dieser Bruchteil einer Warnsekunde reichte Kee mit einer ungeschickten Ringkampfbewegung über seine Hüfte hinweg, sodass der Mann aber immerhin anderthalb Meter weiter im Schlamm landete. Der zweite war hinter ihm, er hörte die Schritte des Mannes auf dem bewachsenen Kies und fuhr herum, um seinen Hieb abzufangen, der auf seinem Unterarm landete, während er mit der anderen Hand nach dessen Messer tastete. Er erwischte es, mit seinem halb betäubten Arm auf das Handgelenk des Mannes ein. Das Messer löste sich mit einem Ruck. Hand und Messer waren schlüpfrig vom Blut. Er bekam zwar den Griff nicht zu fassen, hatte es aber in der Hand. Er drehte sich um und warf es flussaufwärts, soweit er konnte, und es versank glucksend im Wasser. Dann stürzten sich beide auf hielt aber seinen Angreifer dabei weiter fest und es gelang ihm, mit ihm zusammen ins Wasser zu fallen. Danach verlor er den Überblick. Er hatte einen der Abenaki auf dem Rücken im Wasser und gab sich alle Mühe, ihn zu ertränken, während der andere auf Ians Rücken klemmte und versuchte, ihm den Arm um den Hals zu legen. Und dann hörten sie Lärm auf der anderen Seite der Schlucht und alle hielten einen Moment lang inne. Viele Männer, die sich ungeordnet bewegten, er konnte Trommeln hören, jedoch auch ein Geräusch wie fernes Meeres rauschen, zusammenhanglose Stimmen. Auch die Abenaki hielten inne, nur ganz kurz, doch das reichte. Ian verdrehte sich, schleuderte den Mann von seinem Rücken, schob sich ungeschickt durch das Wasser, auf dessen schlammigem Boden und rannte auf das erstbeste zu, was ihm ins Auge fiel, eine hohe Weißeiche. Er warf sich gegen den Stamm und kletterte hinauf, griff nach jedem Ast, der in Reichweite kam, um sich höher zu ziehen, schneller, ohne auf seine verletzte Hand zu achten oder auf die grobe Rinde, die ihm die Haut zerkratzte. Die Indianer waren hinter ihm, doch zu spät. Einer sprang hoch und schnappte nach seinem nackten Fuß, bekam ihn aber nicht zu fassen und er zog sein Knie über einen großen Ast und hing in drei Metern Höhe keuchend an den Stamm geklammert. In Sicherheit? Er glaubte schon, warf aber nach einem Moment vorsichtig einen Blick nach unten. Die Abenaki wanderten auf und ab wie Wölfe, spähten zu dem Lärm oben am Rand Was konnte er tun, wenn sie beschlossen, dem Mann die Kehle durchzuschneiden? Er hatte ja nicht einmal einen Stein, mit dem er nach ihnen werfen konnte. Das einzig Gute war, dass keiner von ihnen eine Schusswaffe oder einen Bogen zu haben schien. Sie mussten ihre Waffen oben bei den Pferden gelassen haben. Alles, was sie tun konnten, war, ihn mit Steinen zu bewerfen, und danach schien ihnen derzeit nicht zumute zu sein. Noch mehr Lärm von oben. Es waren eine Menge Männer, was riefen sie, und die Abenaki ließen Ian abrupt allein. Sie warteten rauschend über den Fluss zurück, sodass ihnen die mit schwarzem Schlamm verschmutzten Leggings nass an den Beinen klebten, machten kurz Halt, um William umzudrehen und seine Kleider zu Dann banden sie Ians Pferd los, riefen ein letztes Mal spottend Mohack und verschwanden mit der Stute flussabwärts in einem Weidengebüsch. Ian hatte sich einhändig die Böschung hinauf geschleppt, war ein Stück weit gekrochen und hatte dann eine Weile unter einem umgestürzten Baumstamm am Rand einer Lichtung gelegen, während die Flecken vor seinen Augen kamen und gingen wie ein Mückenschwarm. Nicht so nah, dass es ihn unmittelbar interessiert hätte. Er schloss die Augen, weil er hoffte, dass die Flecken dann verschwinden würden. Doch das taten sie nicht, sondern verwandelten sich stattdessen von Schwarz in eine grauenvolle Konstellation aus schwimmenden rosa und gelben Klecksen, die Brechreiz bei ihm auslösten. Hastig öffnete er die Augen wieder, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie einige pulvergeschwärzte Kontinentalsoldaten, ein paar im Hemd, andere mit entblößtem Oberkörper, eine Kanone von der Straße herbeischleppten. Kurz hinter ihnen folgten noch mehr Männer mit einer weiteren Kanone, schwankend vor Hitze und zu Tode erschöpft. Er erkannte Oberst Owen, der zwischen den Munitionswagen umherhumpelte, das verruste Gesicht verzweifelt und unglücklich. Eine Bewegung zog seinen wandernden Blick auf eine Gruppe von Männern und er Begriff schwach interessiert, dass es eine ziemlich große Gruppe von Männern war, deren Standarte schlaff wie eine Heckeshülle an ihrer Stange hing. Das wiederum sagte ihm etwas. Und genau, da war General Lee mit seiner langen Nase und der finsteren Stirn, jedoch mit hellwacher Miene, als er aus der Menge auf Owen zugeritten kam. Er war zu weit entfernt und es war zu laut, um ein Wort zu hören, doch Owens Gesten verdeutlichten das Problem. Eine seiner Kanonen war zersprungen, wahrscheinlich von der Hitze des Abfeuerns und eine weitere hatte sich von ihrer Lafette gelöst und wurde mit Seilen vorangeschleppt, sodass das Metall über die Steine schabte. Ein dumpfes, drängendes Gefühl meldete sich zu Wort. William. Er musste jemandem von William erzählen und dieser jemand würden wohl nicht die Briten sein. Lees Stirn legte und seine Lippen verzogen sich, doch er behielt die Fassung. Er hatte sich aus dem Sattel gebeugt, um Owen zuzuhören. Jetzt nickte er, sagte ein paar Worte und richtete sich auf. Owen wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und winkte seinen Männern. Sie ergriffen ihre Seile, lehnten sich trostlos hinein und Ian sah, dass drei oder vier von ihnen verwundet waren, Tücher um Köpfe oder Hände gewickelt hatten und einer bewegte sich halb hüpfend mit einem blutigen Bein und stützte sich mit der Hand auf die rollende Kanone. Ians Magen beruhigte sich allmählich und er hatte furchtbaren Durst. Er hatte zwar nicht darauf geachtet, wohin er ging, doch als er Owens Kanonen über die Straße kommen sah, wusste er, dass er in der Nähe der Brücke sein musste, auch wenn er sie von hier aus nicht sehen konnte. Er kroch aus seinem Versteck und schaffte es aufzustehen, hielt sich aber einen Moment an dem Baumstamm fest, während ihm schwarz und weiß und wieder schwarz vor Augen wurde. William! Er musste jemanden finden, der ihm half. Doch zuerst musste er Wasser finden. Ohne Wasser ging es nicht. Er hatte zwar am Bach reichlich getrunken, doch die gesamte Flüssigkeit war ihm als Schweiß wieder aus dem Körper gelaufen und er war vollkommen ausgedörrt. Er musste es mehrfach versuchen, doch schließlich bekam er Wasser von einem Infanteristen, der zwei Feldflaschen um den Hals hängen hatte. Was ist denn mit dir passiert, Kamerad? fragte der Infanterist und betrachtete ihn neugierig. Bin mit einem britischen Kundschafter aneinander geraten, erwiderte Ian und reichte ihm widerstrebend die Feldflasche zurück. Dann hoffe ich, dass du gewonnen hast, erwiderte der Mann. Er winkte, ohne eine Antwort abzuwarten und verschwand mit seiner Kompanie. Ians linkes Auge brannte heftig und er sah verschwommen. Der Riss in seiner Augenbraue blutete wieder. Er suchte in dem kleinen Beutel an seiner Hüfte und fand das Taschentuch, das er um sein geräuchertes Ohr gewickelt hatte. Es war zwar klein, ließ sich aber um seine Stirn binden. Er wischte sich mit den Fingerknöcheln über den Mund und hatte schon wieder Durst. Was sollte er jetzt tun? Er konnte sehen, dass die Standarte nun wild geschwenkt wurde. Sie schlug heftig in der dicken Luft und rief die Männer ihr zu folgen. Lee wollte eindeutig über die Brücke. Er wusste, wohin er ging und seine Männer mit ihm. Niemand würde oder konnte anhalten, um in eine Schlucht zu klettern und einem verwundeten britischen Soldaten zu helfen. Ian schüttelte vorsichtig den Kopf und da er feststellte, dass sein Hirn nicht zu klappern schien, setzte er sich nach Südwesten in Bewegung. Mit etwas Glück würde er unterwegs Lafayette oder Onkel Jamie begegnen und vielleicht ein anderes Pferd bekommen und was auch immer heute sonst noch geschah, er würde seine Rechnung mit den verdammten Abenaki begleichen. 79 High Noon An diesem Punkt traf Major Filmer mit der Order ein, sich zurückzuziehen und in der Nähe einer der Farmen zwischen dem Spotswood Southbrook und dem Spotswood Middlebrook wieder zu Lafayettes Truppe zu stoßen. Jamie war froh, das zu hören. Es gab keine vernünftige Möglichkeit für ein paar halb bewaffnete Milizkompanien die Artillerie im Obstgarten zu belagern, nicht, wenn Scharfschützen die Kanonen bewachten. Ruft eure Kompanien zusammen, Mr. Guthrie und stoßt dort oben auf der Straße zu mir, sagte Jamie und wies mit der Hand auf die Stelle. Mr. Bixby, Könnt ihr Hauptmann Kirby suchen? Sagt ihm dasselbe. Ich bringe Craddock's Männer mit. Hauptmann Craddock's Kompanien waren durch seinen Tod furchtbar demoralisiert worden und Jamie hatte sie direkt unter sein Kommando genommen, um zu verhindern, dass sie sich wie die Hummeln zerstreuten. Sie banden sich den Weg über die Felder, holten Corporal Anderson und seine Männer am Farmhaus ab, es war verlassen, es war unnötig, jemanden hierzulassen und überquerten die Brücke, die über einen der Bäche führte. Er verlangsamte sein Pferd ein wenig, als seine Hufe über die Planken klopften und fühlte die herrliche feuchte Kühle vom Wasser zehn Meter unter ihm aufsteigen. Sie sollten anhalten, dachte er, um sich mit Wasser zu versorgen, das hatten sie seit dem frühen Morgen nicht mehr getan und allmählich mussten die Feldflaschen leer sein, doch es würde zu lange dauern, bis so viele Männer in die Schlucht zum Wasser und wieder zurück geklettert waren. Sie würden es schon bis zu Lafayette schaffen, dort gab es ausreichend Brunnen. Er konnte die Straße vor sich sehen und hielt Ausschau nach etwaigen Briten. Etwas gereizt fragte er sich, wo nur Ian steckte. Er hätte gern gewusst, wo die Briten waren. Er fand es im nächsten Moment heraus. Ein Gewehrschuss knallte und sein Pferd rutschte aus und fiel. Jamie riss den Fuß aus dem Steigbügel und rollte aus dem Sattel, als das Pferd mit einem Krach, der die ganze Brücke erschütterte, auf die Planken traf, einen Moment laut Viren versuchte sich hochzukämpfen und dann über die Kante in die Schlucht glitt. Jamie rappelte sich auf, seine Hand brannte, denn die groben Planken hatten ihm die Handfläche blank geschürft. Lauft, brüllte er mit der letzten Luft, er noch in den Lungen hatte und winkte wild mit dem Arm, um die Männer zu sammeln und auf einen wieder, der Ansturm der Männer riss ihn mit und keuchend vom Rennen stolperten sie in die Deckung. Kirby und Guthrie ordneten ihre Kompanien, die Männer des gefallenen Craddock drängten sich um Jamie. Atemlos wies er Bixby und Corporal Greenhow mit einem Kopfnicken an, die Köpfe zu zählen. Er konnte das Geräusch noch hören, mit dem das Pferd unter der Brücke am Boden aufgetroffen war. Er würde sich übergeben, er spürte, wie es ihm hochkam und versuchte erst gar nicht, es zurückzuhalten. Er wies Leutnant schnell, der ihn sprechen wollte, mit einer Handbewegung an zu warten, trat hinter eine große Kiefer und sein Magen entleerte sich wie ein ausgeräumter Sporan. Er verharrte einen Moment, in gebückter Haltung mit offenem Mund, die Stirn an die grobe Rinde gelehnt, während ihm der heranfließende Speichel den Geschmack aus dem Mund spülte. Herr, hilf mir! Doch sein Verstand hatte im Moment die Sprache verloren und er richtete sich auf und wischte sich den Mund am Ärmel ab. Als er jedoch wieder hinter dem Baum hervortrat, verschwand jeder Gedanke daran, wie die Lage sein mochte und was er wohl unternehmen musste. Ian war aus einem anderen Hain gekommen und überquerte jetzt das freie Gelände. Der Junge war zu Fuß und bewegte sich langsam aber hartnäckig voran. Selbst aus 15 Metern Entfernung konnte Jamie die Blutergüsse sehen. Einer von uns oder einer von denen? fragte ein Militionär skeptisch und hob die Muskete, um vorsichtshalber auf Ian zu zielen. Einer der meinen, sagte Jamie, nicht schießen, ei, Ian, Ian! Er lief zwar nicht los, dazu schmerzte sein linkes Knie zu sehr, doch er bewegte sich so schnell wie möglich auf seinen Neffen zu und war erleichtert zu sehen, wie sich Ians glasiger Blick erhellte, als er ihn erkannte. Onkel Jamie! Ian schüttelte den Kopf, wie um ihn frei zu bekommen, letzter Wallach? fragte Jamie. Er trat einen Schritt zurück und suchte nach Blut. Er sah zwar ein wenig, aber es war nichts Schlimmes. Der Junge hielt sich nicht die Arme vor den Bauch, als seien seine Eingeweide verletzt. Nein, nein, es ist... Ian schluckte, weil sein Mund zu trocken zum Sprechen war, und Jamie drückte ihm seine Feldflasche in die Hand. Es war zwar leider nur noch wenig Wasser darin, doch etwas, genug, und Ian trank es gierig. William, keuchte er, als er die leere Feldflasche sinken ließ, dein... Was ist mit ihm? unterbrach ihn Jamie. Es kamen jetzt noch mehr Männer über die Straße, manche halb im Laufschritt die Köpfe zurückgewandt. Was? wiederholte er und packte Ians Arm. Er lebt noch, sagte Ian sofort, denn er hatte sowohl die Absicht als auch die Intensität der Frage richtig eingeschätzt. Jemand hat ihn auf den Kopf geschlagen und ihn am Boden der Schlucht liegen gelassen. Er deutete vage hinter sich, ohne sich umzudrehen. Etwa 300 Meter westlich der Brücke, ei, er ist nicht tot, aber ich weiß nicht, wie schwer er verletzt ist. Jamie nickte und begann hastig zu überlegen. Ei, und was ist dir zugestoßen? Er konnte nur hoffen, dass William und Ian nicht einander zugestoßen waren. Aber wenn William bewusstlos war, konnte er es ja nicht sein, der Ian das Pferd weggenommen hatte, und irgendjemand hatte das eindeutig getan, denn zwei Abenaki Kundschafter, erwiderte Ian und verzog das Gesicht. Die Mistkalle folgen mir jetzt schon seit ... Jamie hielt Ian immer noch am rechten Arm fest und er spürte den Aufprall des Pfeils und den Nachhall durch den Körper des Jungen. Ian warf einen ungläubigen Blick auf seine rechte Schulter, aus der der Pfeilschaft ragte und seine Knie gaben nach. Sein Gewicht zog ihn Jamie aus der Hand und er fiel um. Jamie warf sich über Ians Körper und traf rollend am Boden wegfeuern und dann ein Durcheinander von Schreien und Rufen als eine Gruppe seiner Männer mit Gebrüll auf die Stelle zurannte von der die Pfeile gekommen waren. Ian er rollte seinen Neffen auf den Rücken. Der Junge war zwar bei Bewusstsein doch das was unter der Farbe von seinem Gesicht zu sehen war war gespenstisch weiß und seine Kehle bewegte sich hilflos. Jamie packte Teil des Oberarms doch er gab nicht nach als er ihn vorsichtig bewegte. Ich glaube er hat den Knochen getroffen sagte er zu Ian nicht schlimm aber die Spitze steckt fest. Das glaube ich auch murmelte Ian schwach. Er versuchte sich zum Sitzen hoch zu kämpfen konnte es aber nicht. Brich ihn ab Ei ich kann ja nicht herumlaufen wenn er so absteht. Jamie nickte den Schaft zwischen seinen Händen so ab dass ein ausgefranster stumpf von ein paar Zentimetern übrig blieb an dem man den Pfeil herausziehen konnte. Claire konnte sich später darum kümmern die Pfeilspitze zu entfernen. Das Geschrei und das Durcheinander nahmen jetzt zu. Ein Blick zeigte ihm noch mehr Männer auf der Straße und er hörte ein Flötensignal in der Ferne leise und verzweifelt. Weißt du, was da oben geschehen ist? sagte er zu Ian und wies kopfnickend in die Richtung, aus der der Lärm kam. Ian schüttelte den Kopf. Ich habe Oberst Owen kommen sehen, seine Kanonen waren übel mitgenommen. Er hat Halt gemacht, um ein paar Worte mit Lee zu wechseln und ist dann weitergezogen, aber nicht im Laufschritt. Einige der Männer waren zwar im Laufschritt unterwegs, aber schwerfällig und langsam, nicht so, als wären ihnen die Verfolger auf den Fersen. Doch er konnte spüren, wie sich Alarm rings unter den Männern ausbreitete und er wandte sich ihnen augenblicklich zu. Bleibt bei mir, sagte er ruhig zu Guthrie. Haltet eure Männer zusammen und bei mir. Mr. Bixby, sagt das auch Hauptmann Kirby, bleibt bei mir, niemand bewegt sich, außer auf mein Wort. Die Männer aus Craddocks Kompanie, die den Abenaki hinterher gelaufen waren, er ging davon aus, dass diese die Pfeile abgeschossen hatten, waren im Wald verschwunden. Er zögerte kurz, doch dann schickte er ihnen einen kleinen Trupp Männer nach. Er war noch nie einem Indianer begegnet, der von einem festen Standpunkt aus kämpfte, daher bezweifelte er, dass er seine Männer in einen Hinterhalt schickte. Womöglich geradewegs auf die herannahenden Briten zu, doch wenn das der Fall war, war es sowieso besser, wenn er so schnell wie möglich davon erfuhr, und zumindest einer oder zwei würden es ja wohl zurückschaffen, um ihn zu berichten. Ian war dabei, sich hoch zu rappeln. Jamie bückte sich, um dem Jungen den Arm unter die gesunde Schulter zu schieben und richtete ihn zum Stehen auf. Seine Beine schlotterten in den Leggings und der Schweiß lief ihm in Bächen über den Oberkörper, aber er stand. Warst du das, der meinen Namen gerufen hat, Onkel Jamie? fragte er. Ei, als ich gesehen habe, wie du aus den Bäumen kamst. Jamie wies kopfnickend auf den Wald und hielt mit halbem Auge Ausschau nach etwaigen Rückkehrern. Warum? Nein, nicht da, bevor mich das hier... Er berührte sachte das zersplitterte Ende des Pfeilschaftes. Hinter mir hat jemand gerufen, deshalb habe ich mich umgedreht und das war mein Glück, sonst hätte er mich mitten in die schüttelte den Kopf und spürte diesen Hauch von Staunen, der ihn bei Begegnungen mit Geistern überkam, wenn es das denn gewesen war. Das einzig Seltsame daran war, dass es sich niemals seltsam anfühlte. Doch er hatte keine Zeit, um an so etwas zu denken, jetzt erschollen Rückzug, Rückzug, Rufe, und in die Männer hinter ihm kam Bewegung wie ein Weizenfeld im aufkommenden Wind. Bleib bei mir, befahl er mit lauter, fester Stimme, und die, die ihm am nächsten waren, packten ihre Waffen und blieben auf der Stelle stehen. William. Der Gedanke an seinen Sohn durchschoss ihn wie eine Flamme. Der Pfeil, der Ian getroffen hatte, rief ihm William vor Augen, blutig auf dem Bauch, im Schlamm, bewusstlos. Doch jetzt... Himmel, er konnte doch keine Männer zu dem Jungen schicken, nicht jetzt, da die halbe Armee zurück in diese Richtung strömte und ihnen womöglich die Briten auf den Fersen waren. Ein plötzlicher Hoffnungsschimmer flammte auf, wenn die Briten in diese Richtung unterwegs waren, würden sie ja vielleicht auf ihn stoßen und sich um ihn kümmern. Er wäre so gern selbst gegangen. Wenn William im Sterben lag. Doch er konnte seine Männer unter keinen Umständen allein lassen, schon gar nicht unter diesen Umständen. Er wurde von einem furchtbaren Drängen gepackt. Himmel, wenn ich nie mehr mit ihm spreche, ihm nie sage. Jetzt sah er Lee und seine Adjutanten über die Straße kommen. Sie bewegten sich langsam, aber zielsicher und sahen sich hin und wieder beinahe verstohlen um, blickten dann aber wieder rasch nach vorn und setzten sich aufrecht in die Sättel. Rückzug! Überall ringsum erscholl nun dieser Ruf lauter und lauter und Männer kamen aus dem Wald geströmt. Rückzug! Bleibt bei mir, sagte Jamie so leise, dass ihn nur Bixby und Guthrie hörten. Doch es reichte. Sie standen wie erstarrt an seiner Seite. Ihre Standhaftigkeit würde helfen, den Rest zurückzuhalten. Wenn Lee zu ihm kam, ihm einen Befehl erteilte, dann würden sie gehen müssen, aber erst dann. Mist, sagte einer der Männer hinter ihm überrascht. Er sah sich um, er blickte ein verblüfftes Gesicht und fuhr herum, um der Blickrichtung des Mannes zu folgen. Ein paar von Credox Männern kamen aus dem Wald, Genugtuung in den Minen. Sie hatten Claires Stute dabei und über ihrem Sattel hing der leblose Körper eines Indianers, dessen lange, fettige Haarsträhnen beinahe über den Boden schleiften. Haben ihn erwischt, Sir! Einer der Männer, Hepton, salutierte grinsend, sodass seine weißen Zähne aus dem Schatten des Hutes aufblitzten, den er zu ziehen vergaß. Sein Gesicht glänzte wie geöltes Leder und er nickte Ian freundlich zu und wies mit dem Daumen auf die Stute. Fährt du? Ei, sagte Ich danke euch, Sir, aber ich glaube, mein Onkel nimmt das Pferd besser. Du wirst sie brauchen, Ei, fügte er an Jamie gerichtet hinzu und wies mit hochgezogener Augenbraue auf die Männer hinter ihnen. Jamie hätte das Angebot gern abgelehnt, Ian sah so aus, als könnte er kaum laufen. Doch der Junge hatte Recht. Jamie würde diese Männer anführen müssen, ob vorwärts oder zurück, und dazu aus dem Sattel gezerrt und achtlos ins Gebüsch geworfen. Er sah, wie ihm Ians Blick folgte, dunkel und voller Abneigung und dachte den Bruchteil einer Sekunde an das geräucherte Ohr, das sein Neffe in seinem Sporran hatte. Er hoffte, Ian nicht Nein, ein Mohawk nahm keine Trophäen mit, wenn er jemanden getötet hatte. Sie waren zu zweit, hast du gesagt, Ian? Ian wandte sich von seiner Betrachtung des toten Abenaki ab und nickte. Haben den anderen gesehen, beantwortete Hebtin die unausgesprochene Frage. Ist geflohen, als wir den Schurken hier erschossen haben. Er hustete und richtete den Blick auf die zunehmenden Ströme von Männern auf der Straße. Verzeihung, Sir, aber sollten wir uns nicht auch in Bewegung setzen? Die Männer traten auf der Stelle und reckten die Hälse, um etwas zu sehen. Es erhob sich Gemurmel, als sie Lee erspähten, dessen Adjutanten jetzt ausschwärmten und versuchten, die Männer zu einem geordneten Rückzug zusammen zu treiben, jedoch vollkommen ignoriert wurden. Dann bewog irgendetwas, eine Veränderung der Atmosphäre, Jamie, sich umzudrehen und die Hälfte der Männer tat es ihm nach. Und da kam Washington auf Jamies ehemaligem Schimmelhengst über die Straße galoppiert und die Mine seines kräftigen groben Gesichts hätte Messing zum Schmelzen gebracht. Die drohende Panik unter den Männern löste sich in Luft auf und sie drängten vorwärts, weil sie erfahren wollten, was los war. Auf der Straße brach Chaos aus. Einige Kompanien zerstreuten sich oder blieben plötzlich stehen, um sich nach ihren Kameraden umzusehen, darin trieb Washington sein Pferd an Charles Lees Seite und beugte sich zu ihm hinüber, rot wie ein Apfel vor Hitze und Wut. Was soll das bedeuten, Sir? War alles, was Jamie klar verstehen konnte, weil eine Strömung der schweren Luft ihm die Worte deutlich zutrug, ehe sich Lärm und Staub und drückende Hitze so dicht über die Szene legten, dass es unmöglich war, irgendetwas aus dem Durcheinander herauszuhören, außer dem beunruhigenden Echo von Musketensalven und dem gelegentlichen schwachen Knallen von Granaten in der Ferne. Er versuchte erst gar nicht, den Lärm mit seiner Stimme zu übertönen, es war nicht nötig. Seine Männer blieben, wo sie waren, nicht weniger gebannt von dem Spektakel, als er es war. Lees Gesicht mit der langen Nase war vor Wut verkniffen und eine Sekunde aufgebrachte Marionette im Puppentheater. Ein wildes Bedürfnis zu lachen stieg in ihm auf, als sich die logische Konsequenz aufdrängte, George Washington als Judy, das zänkische Weibsbild mit dem Häubchen, das mit dem Stock auf seinen Mann losging. Im ersten Moment fürchtete Jamie, er wäre ein Opfer der Hitze geworden und hätte den Verstand verloren. Für einen Moment stand Jamie im Hyde-Park und sah zu, wie Punch sein Baby in die Wurstmaschine steckte. Denn genau das war es, was Washington gerade unübersehbar tat. Es dauerte nicht mehr als drei oder vier Minuten, dann wendete Washington mit einer angewiderten Geste sein Pferd und trabte davon, vorbei an den Männern, die sich an der Straße drängten und ihm fasziniert zusahen. Jamie, der jetzt seinerseits mit einem Ruck aus seiner Faszination auftauchte, stellte den Fuß in den Steigbügel der Stute und schwang sich hinauf. Ian, sagte er, und sein Neffin nickte, während er ihm die Hand auf das Knie legte. Genauso sehr, um sich selbst zu stützen, dachte Jamie, wie um seinen Onkel zu beruhigen. Gib mir ein paar Männer, Onkel Jamie, sagte er, ich kümmere mich um seine Lordschaft. Die Zeit reichte knapp, um Corporal Greenhow zu rufen und ihn dazu abzustellen, Ian mit fünf Mann zu begleiten, ehe Washington Jamie und seine Kompanien erspähte. Er hatte den Generalshut in der Hand, in seinem Gesicht brannten Wut und Verzweiflung gepaart mit Feuereifer. Seine ganze Person strahlte etwas aus, das Jamie noch nicht oft gesehen hatte, das er jedoch erkannte, das er selbst schon einmal erlebt hatte. Es war der Blick eines Mannes, der alles riskiert, weil ihm nichts anderes übrig blieb. Mr. Fraser, rief ihm Washington zu und sein breiter Mund verbreiterte sich noch mehr, als er aufgrenzte. Folgt mir! 80. Pater Noster William William erwachte langsam und fühlte sich fürchterlich. Sein Kopf schmerzte und er hätte sich am liebsten übergeben. Er hatte schrecklichen Durst, doch bei der Vorstellung, etwas zu trinken, kam ihm die Galle hoch und er wirkte schwach. Er lag im Gras, das voller Insekten war, Insekten krabbelten über ihn hinweg. Einen heftigen Moment lang sah er eine Kolonne kleiner Ameisen geschäftig durch die dunklen Härchen auf seinem Handgelenk klettern und versuchte, mit der Hand auf den Boden zu klopfen, um sie abzuschütteln. Doch seine Hand bewegte sich nicht und sein Bewusstsein entschwand. Es kehrte unter dröhnendem Rauschen und Schwingen zurück. Die Welt bewegte sich schwindelerregend auf und ab und er bekam keine Luft. Dann machte er die dunklen Gegenstände, die in seinem Gesichtsfeld auftauchten und wieder verschwanden, als Pferdebeine aus und begriff, dass er beuchlings über einem Sattel lag und irgendwo hin getragen wurde. Wohin? In der Nähe herrschte großes Geschrei und der Lärm schmerzte seinen Kopf noch mehr. Halt! Was macht ihr mit ihm? Halt! Halt! Oder ich töte euch! Lasst ihn hier! Schubst ihn vom Pferd! Lauft! Eine vage bekannte Stimme! Schottisch! Dann lärmendes Durcheinander und irgendwo darin noch einmal die schottische Stimme, die rief Sagt meinem! Doch dann landete er mit einem Aufprall am Boden, der ihm das Bewusstsein und den Atem raubte und glitt kopfüber wieder in die Dunkelheit. Am Ende hätte es nicht einfacher sein können. John Gray ging einen Feldweg entlang, folgte den Hufspuren, die nur zum Wasser führen konnten und lief geradewegs in eine erschrockene Gruppe britischer Soldaten hinein, die an einer schlammigen Furt ihre Feldflaschen füllten. Benommen vor Durst und Hitze versuchte er es gar nicht, sich zu identifizieren oder zu erklären, hob einfach nur die Hände und ergab sich mit einem immensen Gefühl der Erleichterung. Immerhin gaben ihm die Soldaten Wasser und danach führte ihn ein nervöser Junge mit einer Muskete auf den Innenhof eines Farmhauses, das verlassen zu sein schien. Zweifellos waren die Besitzer geflohen, als ihnen klar wurde, dass sie von etwa 20.000 bewaffneten Soldaten umringt waren, die nichts Gutes im Schilde führten. Man schob Gray zu einem großen Wagen, der mit geschnittenem Gras gefüllt war. Dort musste er sich zu mehreren anderen Gefangenen auf den Boden setzen, Gott sei Dank im Schatten, und wurde unter der Bewachung zweier mit Musketen bewaffneter Privatgefreiter zurückgelassen. Und? Eines nervösen Kindes von etwa 14 in einer Leutnants Uniform, das jedes Mal zuckte, wenn eine Salve von den Bäumen wiederhallte. Das war vielleicht seine beste Chance. Wenn er den Jungen so erschrecken oder einschüchtern konnte, dass er ihn zu Cornwallis oder Clinton schickte. Sir, bellte er den Jungen an, der ihn verblüfft anblinzelte, genau wie die gefangenen Amerikaner. Wie ist euer Name, Sir? jungen Leutnant vollends aus der Fassung. Er trat unwillkürlich zwei Schritte zurück, ehe er sich wieder fing. Doch er riss sich mit hochrotem Kopf zusammen. Ruhe da, krähte er, trat vor und zielte mit der Faust auf Greys Ohr. Grey fing ihn instinktiv am Handgelenk ab, doch ehe er den Jungen loslassen konnte, war einer der Privatgefreiten einen Schritt auf ihn zugetreten und hatte den Kolben seiner Muskete auf Greys linken Unterarm niedersausen lassen. Er hat gesagt, Ruhe da, sagte der Gefreite gelassen. An eurer Stelle wäre ich ruhig. Grey war ruhig, aber nur, weil er nicht sprechen konnte. Dieser Arm war ihm bereits zweimal gebrochen worden, einmal durch Jamie Fraser, einmal durch eine Kanonenexplosion und aller guten Dinge waren definitiv nicht drei. Im ersten Moment wurde ihm schwarz vor Augen und alles in seinem Inneren ballte sich zu einer Kugel aus heißem Blei zusammen. Dann kamen die Schmerzen und er konnte wieder atmen. Was war das, was ihr gerade gesagt habt? Murmelte der Mann, der neben ihm saß, mit hochgezogenen Augenbrauen. Das war doch kein Englisch, oder? Nein, sagte Grey und hielt inne, während er Atem holte, den Arm an seinen Bauch geklammert. Das ist Deutsch für Oh Mist! Ah! Der Mann nickte verständnisvoll, holte, mit einem argwöhnischen Blick auf die Wachtposten, eine kleine Flasche unter seinem Rock hervor und zog den Korken heraus, ehe er sie Grey reichte. Versucht das, mein Freund, flüsterte er. Der Duft überreifer Äpfel stieg ihm direkt ins Gehirn, sodass er sich fast übergeben hätte. Doch es gelang ihm, einen Schluck zu trinken und erreichte dem Mann die Flasche mit einem dankbaren Kopfnicken zurück. Der Schweiß lief ihm in Bächen über das Gesicht und brannte in seinem gesunden Auge. Er schloss das verletzte Auge in der Hoffnung, dass nicht der ganze Honig hinausgespült wurde. Niemand sagte etwas. Der Mann, der ihm den Cidre gegeben hatte, war ein regulärer Kontinentalsoldat in den mittleren Jahren mit einem abgehärmten Gesicht, in dem die Hälfte der Zähne fehlte. Er saß vorn übergebeugt da, die Ellbogen auf den Knien, den Blick in die Ferne gerichtet, wo sie den Kampf hörten. Er stellte fest, dass die anderen das ebenfalls taten. Alle hatten ihr Augenmerk auf die Schlacht gerichtet. Oberst Watson Smith fiel ihm ein, zweifellos durch den Geruch des Zidris heraufbeschworen, doch so plötzlich, dass Gray ein wenig zusammenfuhr. Einer der Wachtposten erstarrte und warf ihm einen strengen Blick zu. Doch Gray wandte den Blick ab und der Mann entspannte sich. Durch den Schmerz bis ins Mark erschüttert, erschöpft und durstig legte er sich hin und hielt sich den pulsierenden Arm vor die Brust. Insekten summten ihm in den Ohren und die Musketenseifen verhalten zu bedeutungslosem fernem Donnergrollen. Er ließ sich in einen Zustand nicht unangenehmer Lähmung sinken und stellte sich vor, wie Smith ohne Hemd auf dem schmalen Feldbett unter einer Laterne lag und Gray in den Armen hielt und ihm tröstend über den Rücken strich. Irgendwann fiel er in nervösen Er erwachte plötzlich mit einem Mund wie Watte und stellte fest, dass weitere Gefangene gebracht worden waren und dass ein Indianer neben ihm saß. Sein gesundes Auge war verklebt und sah verschwommen und er brauchte einen Moment, bis er das Gesicht unter den Resten der grünen und schwarzen Kriegsbemalung erkannte. Ian Murray warf ihm einen langen, gleichmütigen Blick zu, der eindeutig »nichts sagen« ausdrückte und so sagte er nichts. Murray zog angesichts seines verletzten Arms die Augenbraue hoch. Gray zuckte mit der gesunden Schulter und richtete sein Augenmerk auf den Wasserkarren, der jetzt auf der Straße hielt. Du und du mitkommen! Einer der Privatgefreiten wies mit dem Daumen auf zwei der Gefangenen und ging mit ihnen zu dem Karren. Kurz darauf kamen sie mit Wassereimern zurück. Das Wasser war so warm wie Blut und schmeckte nach nassem, halb verrottetem Holz, doch sie tranken es so gierig, dass sie es in ihrer Hast auf ihre Kleider verspritzten. Gray wischte sich mit der nassen Hand über das Gesicht und fühlte sich jetzt ein wenig ruhiger. Er bewegte versuchsweise das linke Handgelenk, vielleicht war es ja nur eine Prell... Nein, leider nicht. Er hatte zischend eingeatmet und wie als Antwort schloss Murray die Augen, faltete die Hände und begann, das Paternoster zu intonieren. Was zum Teufel ist das? wollte der Leutnant wissen und stampfte zu ihm hinüber. Sprecht ihr etwa Indianisch, Sir? Ian öffnete die Augen und warf einen nachsichtigen Blick auf das Kind. Es ist Latein. Ich bete hier. Ei, sagte er. Stört euch das etwa? Ob es mich? Der Leutnant hielt inne, nicht nur verblüfft, weil er mit schottischem Akzent angesprochen wurde, sondern weil ihn die gesamte Situation überforderte. Er warf einen verstohlenen Blick auf die Privatgefreiten, die ihre Blicke in die Ferne richteten. Er räusperte sich. Nein, sagte er knapp und wandte sich ab, anscheinend um eine weiße Pulverdampfwolke zu betrachten, die in einiger Entfernung dicht über den Bäumen hing. Murray richtete den Blick auf Gray und mit einem kleinen Kopfnicken begann er das Pater Noster von vorn. Etwas verwirrt stimmte Gray mit ein, wenn auch ein wenig holprig. Der Leutnant erstarrte zwar, drehte sich aber nicht um. Wissen Sie nicht, wer ihr seid? fragte Murray auf Lateinisch am Ende des Gebets, ohne seinen Tonfall zu verändern. Ich habe es ihnen gesagt, sie glauben mir nicht, erwiderte Gray und fügte der Glaubwürdigkeit halber am Ende ein Ave Maria hinzu. Grazia plena dominus tecum, soll ich es ihnen sagen? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt, vermutlich kann es nicht schaden. Benedicter tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesu, erwiderte Murray und erhob sich. Die Wachtposten fuhren augenblicklich herum und hoben die Musketen an ihre Schultern. Murray beachtete sie nicht und wandte sich an den Leutnant. Es geht mich ja vielleicht nichts an, Sir, sagte er nachsichtig, aber ich würde es nicht gern sehen, dass ihr euch wegen eines kleinen Fehlers die ganze Laufbahn ruiniert. Maul halb! Was denn für ein heiß war, rammte sie sich jetzt aber wieder auf den Schädel, weil er offenbar glaubte, dass sie ihm Autorität verleihen könnte. Das war jedoch ein Irrtum, da ihm die Perücke deutlich zu groß war und sie ihm sofort seitwärts über das Ohr rutschte. Dieser Herr dort, sagte Murray und zeigte auf Gray, der sich aufrecht hinsetzte und den Leutnant gleichgültig anstarrte. Ich habe keine Ahnung, was ihn hierher geführt hat oder warum er so gekleidet ist, doch ich kenne ihn gut. Das ist Lord John Gray. Der Bruder von Oberst Gray, des Herzogs von Padlow, fügte er vorsichtig hinzu. Die Gesichtsfarbe des jungen Leutnants änderte sich drastisch. Er ließ den Blick rasch zwischen Murray und Gray hin und her wandern, runzelte die Stirn und schob sich geistesabwesend die Perücke zurecht. Gray erhob sich langsam, ohne die Wachtposten aus dem Auge zu lassen. Das ist doch lächerlich, sagte der Leutnant, jedoch ohne Nachdruck. Warum sollte Lord John Gray hier sein, noch dazu in dieser Aufmachung? Der Krieg hat es erforderlich gemacht, Leutnant, sagte Gray bewusst gelassen. Ich sehe, dass ihr zum 49. gehört, was bedeutet, dass Sir Henry Calder euer Oberst ist. Ich kenne ihn. Wenn ihr so gütig wärt, mir Papier und Stift zu borgen, schreibe ich ihm eine kurze Note und bitte ihn um die Entsendung einer Eskorte, um mich zu holen. Der Wasserfahrer kann die Note ja mitnehmen, fügte er hinzu, als er sah, dass die Augen des Jungen einen wilden Ausdruck annahmen, in der Hoffnung, ihn zu beruhigen, ehe ihn die Panik ergriff und er beschließen könnte, dass der einfachste Ausweg aus dieser Verwicklung lautete, Grey zu erschießen. Einer der Privatgefreiten, der Mann, der ihm den Arm gebrochen hatte, hüstelte. Wir werden so oder so mehr Männer brauchen, Sir, drei von uns und ein Dutzend Gefangene und es kommen doch bestimmt noch mehr. Der Leutnant wollte sagen, vielleicht sowieso besser, wenn ihr Verstärkung anfordert. Der Mann fing Greys Blick auf und hüßelte erneut. Unfälle passieren nun einmal, sagte Grey, wenn auch ohne große Sympathie und die Wachposten entspannten sich. Also gut, sagte der Leutnant. Seine Stimme überschlug sich dabei und er wiederholte also gut in schroffem Bariton und sah sich streitlustig um. Niemand war so törig zu lachen. Greys Knie hatten das Bedürfnis zu beben und er setzte sich abrupt hin, um das zu verhindern. Murrays Gesicht, nun die Gesichter aller Gefangenen, waren betont ausdruckslos. Tibidebio, sagte Grey leise, ich stehe in eurer Schuld. Deo gratias, murmelte Murray, und erst jetzt sah Grey das Blut, das ihm über Arm und Seite gelaufen war und einen Fleck auf seinem Ländenschutz hinterlassen hatte und den Stumpf eines abgebrochenen Pfeils, der ihm aus der rechten Schulter ragte. Als William wieder zu sich kam, lag er Gott sei Dank auf etwas, das sich nicht bewegte. Eine Feldflasche wurde ihm an die Lippen gedrückt und er trank in großen Schlucken und seine Lippen schnappten weiter nach Wasser, als sie wieder fortgezogen wurde. Nicht so schnell, sonst wird dir schlecht, sagte eine vertraute Stimme. Hol erst einmal Luft, dann kannst du mehr haben. Er holte Luft und zwang sich trotz des gleißenden Lichtes die Augen zu öffnen. Ein vertrautes Gesicht tauchte über ihm auf und er streckte schwach die Hand danach aus. Papa, flüsterte er. Nein, aber der nächstbeste Ersatz sagte sein Onkel Hal, der die tastende Hand fest ergriff und sich neben ihn setzte. Was macht der Kopf? William schloss die Augen und versuchte sich auf etwas anderes als den Schmerz zu konzentrieren. Nicht so schlimm. Das kannst du deiner Großmutter erzählen, mummelte sein Onkel. Er legte William die Hand auf die Wange und drehte ihm den Kopf zur Seite. Lass mich einmal sehen. Lass mich noch etwas trinken, brachte William heraus und sein Onkel prustete leise und hielt ihm die Feldflasche wieder an die Lippen. Als er das nächste Mal innehielt, um Luft zu holen, stellte sein Onkel die Feldflasche beiseite und erkundigte sich mit völlig normaler Stimme Meinst du, du kannst singen? Es verschwamm ihm vor den Augen. Er sah seinen Onkel immer wieder doppelt, dann einmal, dann wieder doppelt. Er schloss ein Auge und Onkel Hell kam zur Ruhe. Du willst dass ich singe? Krächzte er. Nun, vielleicht ja nicht sofort, sagte der Herzog. Er setzte sich aufrecht auf den Hocker und begann eine Melodie zu pfeifen. Erkennst du das? fragte er und brach ab. Lily Bolero? sagte William widerstrebend, der allmählich ernsthaft ungeduldig wurde. Warum das alles zum Kuckuck? Kannte einmal jemanden, der einen Axthieb auf den Kopf bekommen hatte und dadurch das musikalische Gehör verlor? Konnte keine Töne mehr unterscheiden. Hell beugte sich vor und hielt zwei Finger hoch. Wie viele Finger sind das? Zwei, steck sie dir sonst wohin, empfahl William ihm. Und geh jetzt, ja, ich muss mich übergeben. Habe dir doch gesagt, du sollst nicht so schnell trinken. Doch sein Onkel blieb, manövrierte ihm eine Schüssel unter das Gesicht und hielt ihm mit starker Hand den Kopf, während er würgte und hustete und ihm das Wasser aus der Nase schoss. Als er wieder auf sein Kissen gesunken war, es war ein Kissen, er lag auf einem Feldbett, war er wieder so weit bei Sinnen, dass er sich umschauen und feststellen konnte, dass er sich in einem Armeezelt befand, wahrscheinlich das Zelt seines Onkels, der abgenutzten Reisetruhe und dem Schwert nach, das darauf lag, und dass das gleißende Licht von der tiefstehenden Nachmittagssonne kam, die durch den offenen Zelteingang strömte. Was ist passiert? fragte er und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst? entgegnete Onkel Hal und reichte ihm die Feldflasche. Das ähm... Sein Kopf war voller wirrer Bruchstücke. Das Letzte, woran er sich wirklich erinnerte, waren Jane und ihre Schwester, die ihn auslachten, während er mit nacktem Hintern im Bach stand. Er nippte Wasser und hob sich vorsichtig die Finger an den Kopf, der verbunden zu sein schien. Die Berührung schmerzte. Dass ich mein Pferd zum Trinken an einen Bach geführt habe. Onkel Hal zog die Augenbraue hoch. Man hatte ich in einem Flussbett gefunden, in der Nähe eines Ortes namens Spottiswood oder so ähnlich. Von Knüpphausens Männer haben dort eine Brücke verteidigt. William machte Anstalten den Kopf zu schütteln, überlegte es sich jedoch anders und schloss die Augen zum Schutz vor dem Licht. Könnte mich nicht daran erinnern. Es wird dir schon wieder einfallen. Sein Onkel hielt inne. Erinnerst du dich zufällig noch, wo du deinen Vater zuletzt gesehen hast? William spürte, wie ihn »Welchen?« erwiderte er ausdruckslos und öffnete die Augen. Sein Onkel betrachtete ihn neugierig, aber nicht sonderlich überrascht. »Dann bist du Oberst Fraser also begegnet?« fragte Hal. »Ja«, sagte William knapp. »Seit wann weißt du es denn schon?« »Mit Gewissheit seit ungefähr drei Sekunden«, erwiderte sein Onkel. Er löste den Lederkragen an seinem Hals und Seufzter erleichtert. »Herr Gott, ist das heiß!« Der Kragen hatte einen breiten roten Abdruck hinterlassen, den er mit halb geschlossenen Augen sanft massierte. »Was das Gefühl betrifft, dass deine Ähnlichkeit mit dem erwähnten Oberst Fraser etwas Bemerkenswertes an sich hatte, seit ich ihm vor ein paar Tagen in Philadelphia wieder begegnet bin. Davor hatte ich ihn lange nicht mehr gesehen, zuletzt als du noch sehr klein warst und ich habe ihn damals ja nie in deiner Nähe erlebt oder überhaupt mit dir in Verbindung gebracht. Eine Weile saßen sie schweigend da, während die Mücken und Fliegen vom Zeltdach abrallten und wie Schneeflocken auf Williams Bett fielen. Jetzt wurden ihm die Geräusche eines großen Lagers bewusst und ihm kam der Gedanke, dass sie sich bei General Clinton um das Schweigen zu brechen. Hal nickte und zog seine abgenutzte Silberflasche aus der Rocktasche, ehe er den Rock über die Reisetruhe warf. Das war ich auch nicht. Ich war bei Cornwallis. Wir, also das Regiment, sind vor etwa zwei Wochen in New York eingetroffen. Ich bin nach Philadelphia gereist, um Henry und John zu sehen und Erkundigungen über Benjamin anzustellen. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen, um die Stadt mit der Armee zu verlassen. Ben? Was hat er denn getan, wonach du dich erkundigen musstest? Offensichtlich hat er geheiratet, einen Sohn bekommen und die Dummheit besessen, sich von den Rebellen gefangen nehmen zu lassen, erwiderte sein Onkel unbeschwert. Dachte, er könnte vielleicht etwas Hilfe brauchen. Wenn ich dir einen Schluck abgebe, kannst du ihn bei Randy gefüllt. Er roch vorsichtig daran, doch sein empfindlicher Magen schien keine Schwierigkeiten damit zu haben und er wagte einen Schluck. Onkel Hell beobachtete ihn eine Weile ohne zu sprechen. Die Ähnlichkeit zwischen ihm und Lord John war beträchtlich und sein Anblick löste ein merkwürdiges Gefühl in William aus. Irgendwo zwischen Trost und Trotz. Deinen Vater, sagte Hell kurz darauf, oder Weißt du noch, wann du ihn zuletzt gesehen hast? Der Trotz fing Feuer und verwandelte sich abrupt in Wut. Ja, verdammt, am 18. morgens, in seinem Haus, mit meinem anderen Vater. Hell stieß ein leises Summgeräusch aus, um sein Interesse zu bekunden. Da hast du es herausgefunden? Ja. Hat John es dir gesagt? Nein, verdammt! Das Blut rauschte William ins Gesicht und sein Kopf begann so unvermittelt zu pochen, dass ihm schwindelig wurde. Wenn ich dem Mann nicht plötzlich gegenüber gestanden hätte, bezweifle ich, dass er es mir je erzählt hätte. Er schwankte mit einem Mal und streckte die Hand aus, um nicht umzukippen. Hell packte seine Schultern und legte ihn wieder auf das Kissen, wo er reglos mit zusammengebissenen Zähnen da lag und wartete, dass der Schmerz nachließ. Sein Onkel nahm ihm die Flasche aus der widerstandslosen Hand, setzte sich wieder und trank einen meditativen Schluck. Du hättest es schlimmer treffen können, merkte sein Onkel einen Moment später an. Also, was deinen Erzeuger angeht. Ach, wirklich? sagte William kalt. Zugegeben, er ist Schotte, stellte der Herzog sachlich fest. Und ein Verräter. Und ein Verräter, pflichtete Hell ihm bei. Verdammt guter Schwertkämpfer allerdings, kennt sich mit Pferden aus. Er war der verdammte Stallknecht zum Kuckuck. Natürlich kennt er sich mit Pferden aus. Aufs Neue entrüstet fuhr William wieder hoch, trotz des Donners in seinen Schläfen. Was zum Teufel soll ich nur tun? Sein Onkel seufzte tief und Tasche. Ratschläge? Du bist zu alt, um sie erteilt zu bekommen und zu jung, um sie anzunehmen. Er sah William von der Seite an, sein Gesicht so sehr wie Papas. Schmaler, älter und die dunklen Augenbrauen wurden schon borstig, doch mit dem gleichen wehmütigen Humor in den Augenwinkeln. Schon daran gedacht, dir das Hirn wegzupusten? William blinzelte verblüfft. Nein. Das ist doch alles besser als das, oder? Er stand auf und reckte sich stöhnend. Gott, bin ich alt. Leg dich hin, William, und schlaf. Du kannst jetzt nicht denken. Er öffnete die Laterne und blies sie aus, sodass sich warmes Zwielicht im Zelt ausbreitete. Es raschelte, als er den Zelteingang weiter beiseite schob und das sengende Licht der untergehenden Sonne ließ die schlanke Gestalt des Herzogs im Gegenlicht erscheinen, als er sich umwandte. Du bist immer noch mein Neffe, sagte er beiläufig. Bezweifle zwar, dass dir das ein großer Trost ist, aber so ist es. 81 Bei den Grabsteinen Die Sonne stand tief und schien mir direkt in die Augen, doch die Verletzten waren so schnell gekommen, dass mir die Zeit gefehlt hatte, mit meiner Ausrüstung umzuziehen. Sie hatten den ganzen Tag gekämpft. Es war auch jetzt nicht vorbei. Ich konnte es hören, dicht in der Nähe, sah aber nichts, als ich den Blick hob und in das Gegenlicht blinzelte. Dennoch, die Schreie und das Knallen der Musketen und das, was ich für Granaten hielt, ich hatte noch nie eine Granate explodieren gehört, doch irgendetwas erzeugte eine Art unregelmäßiges Pong, das ganz anders war als Kanonendonner oder das langsame Knattern der Musketen, war so laut, dass es das Stöhnen und Weinen aus dem Schatten der Bäume und das unablässige Summen der Fliegen übertönte. Ich schwankte vor Erschöpfung und Hitze und die Schlacht war mir beinahe gleichgültig, jedenfalls bis ein junger Mann in Milizbrauen angestolpert kam, dem das Blut aus einer tiefen Wunde auf der Stirn über das Gesicht lief. Ich hatte die Blutung schon gestillt und ihm das Gesicht halb abgewischt, ehe ich ihn erkannte. Corporal Greenhow fragte ich zweifelnd und ein kleiner Stoß der Angst durchdrang den Nebel der Erschöpfung. Joshua Greenhow war in einer von Jamies Kompanien, ich war ihm schon begegnet. Ja, Ma'am. Er versuchte mir zuzunicken, doch ich hinderte ihn daran, indem ich fest gegen die Watte drückte, die ich ihm auf die Stirn gepresst hatte. Nicht bewegen, General Fraser, habt ihr? Mein Mund wurde trocken und meine Zunge klebte fest. Ich griff automatisch nach meinem Becher, nur um festzustellen, dass er leer war. Es geht ihm gut, Ma'am, versicherte mir der Corporal und streckte seinen langen Arm nach dem Tisch aus, auf dem meine Feldflasche lag. Zumindest als ich ihn zuletzt gesehen habe, und das war vor nicht mehr als zehn Minuten. Er goss Wasser in meinen Becher, schüttete es sich in den Mund, atmete einen Moment erleichtert durch und goss dann noch etwas ein, das er mir reichte. Danke. Ich trank. Es war so warm, dass es kaum als nass wahrzunehmen war, doch es löste mir die Zunge. Sein Neffe, Ian Murray. Corporal Greenhow begann, den Kopf zu schütteln, hielt aber inne. Habe ihn seit dem Mittag nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn auch nicht tot gesehen, Ma'am. Oh, Verzeihung, Ma'am, ich meinte, ich weiß, was ihr gemeint habt. Hier, haltet das fest und drückt es weiter an. Ich legte seine Hand auf die Watte und fischte eine frische Nadel mit einem Seidenfaden aus dem Glas mit Alkohol. Meine Hände, die den ganzen Tag ruhig gewesen waren, zitterten ein wenig und ich musste innehalten und kurz Atem holen. Nah. Jamie war so nah und irgendwo mitten in dem Kampf, den ich hören konnte. Corporal Greenhow erzählte mir gerade etwas über den Verlauf des Kampfes, doch ich hatte Schwierigkeiten ihm zu folgen. Irgendetwas darüber, dass man General Lee des Kommandos enthoben hatte und des Kommandos enthoben, entfuhr es mir. Warum denn zum Teufel? Meine heftige Reaktion schien ihn zu verblüffen, doch er antwortete bereitwillig, oh, ich weiß es nicht genau, Ma'am. Es ging um irgendeinen Rückzug, den er nicht hätte anordnen sollen, aber dann kam General Washington angeritten und hat geflucht wie ein Rohrspatz. Verzeihung, Ma'am, fügte er höflich hinzu, jedenfalls habe ich ihn gesehen. General Washington, oh, Ma'am, es war so. Er fand keine Worte und ich reichte ihm mit der vorübergehend freien Hand die Wasserflasche. Jesus Jesus H. Roosevelt Christ, murmelte ich. Waren die Amerikaner nun im Begriff zu gewinnen? Hielten sie die Stellung? Hatte der verflixte Charles Lee am Ende doch alles versaut? Oder nicht? Corporal Greenhow hatte meine Ausdrucksweise zum Glück nicht bemerkt, sondern blühte im Verlauf seines Berichtes auf wie eine Blume im Regen. Und so sind wir ihm geradewegs hinterher geeilt, und er ist auf der Straße, und dem Hügel kam hin und her und hat gerufen und den Hut geschwenkt, und die ganzen Männer auf dem Rückzug haben alle mit großen Augen aufgeblickt, und dann haben sie kehrtgemacht und sich uns angeschlossen, und die ganze Armee, wir, wir haben uns auf die verdammten Rotröcke gestürzt. Oh, Mem, es war so wunderbar. Wunderbar, wiederholte ich pflichtschuldigst, und fing einen Blutstropfen auf, der ihm ins Auge zu laufen drohte. Die Schatten der Grabsteine auf dem Kirchhof waren jetzt lang und violett, und die Fliegen summten mir in den Ohren, lauter als die Echos der Schüsse, die immer noch ertönten und sich jetzt dem zerbrechlichen Schutzwall der Toten näherten. Und mit ihnen näherte sich Jamie. Herr, pass auf ihn auf, betete ich in der Stille meines Herzens. Habt ihr etwas gesagt, Ma'am? Jamie rieb sich mit dem blutdurchtränkten Ärmel über das Gesicht. Die Wolle kratzte über seiner Haut, und der Schweiß brannte ihm in den Augen. Es war eine Kirche, in die sie die Briten gejagt hatten, oder vielmehr ein Kirchhof. Männer liefen zwischen den Grabstannen hindurch, übersprangen sie auf der Verfolgung mit großen Sätzen. Doch die Briten hatten sich zur Gegenwehr gesammelt. Ein Offizier formierte sie brüllend zu einer unebenen Linie, und das Prozedere begann, die Musketen auf den Boden, Rammstöcke gezogen. »Feuer!« brüllte er mit der letzten Kraft seiner gebrochenen Stimme. »Feuert auf sie! Schnell!« Nur wenige seiner Männer hatten geladene Waffen, aber manchmal reichte ja eine. Hinter ihm erscholl ein Schuss, und der britische Offizier hörte auf zu brüllen und stolperte. Er hielt sich die Arme vor den Bauch, beugte sich vornüber und fiel auf die Knie, und jemand schoss noch einmal auf ihn. Er zuckte zurück und fiel zur Seite. Gebrüll stieg von der britischen Formation auf, die sich blitzartig in einen Ansturm auflöste. Einige Männer hielten inne, um ihre Bayonette aufzupflanzen, andere schwangen ihre Musketen wie Knüppel. Die Amerikaner stießen blindwütig kreischend mit ihnen zusammen, mit Musketen und Fäusten. Ein Militionär erreichte den gefallenen Offizier, packte ihn bei den Beinen und begann, ihn auf die Kirche zuzuschleifen, vielleicht um ihn gefangen zu nehmen, vielleicht, damit man ihm helfen konnte. Ein britischer Soldat warf sich auf den Amerikaner, der zurückstolperte und hinfiel, ohne jedoch den Offizier loszulassen. Jamie rannte, brüllte, versuchte die Männer zu sammeln, doch es war zwecklos. Sie hatten im Rausch des Kampfes jeden Verstand verloren, und was auch immer der Grund gewesen war, warum sie den britischen Offizier gepackt hatten, auch dieser zählte jetzt nicht mehr. Ebenso erging es den führerlosen britischen Soldaten, von denen jetzt einige mit zwei Amerikanern ein groteskes Tauziehen um die Gliedmaßen des toten britischen Offiziers veranstalteten. Er musste jetzt tot sein, wenn er nicht auf der Stelle gestorben war. Angewidert lief Jamie auf sie zu, brüllte sie an, doch jetzt versagte ihm die Stimme ganz, so angestrengt und atemlos war er, und er begriff, dass er nicht mehr als leise Krächtslaute ausstieß. Er erreichte das Handgemenge, packte einen Soldaten bei der Schulter, um ihn zurückzuziehen, doch der Mann ging auf ihn los und hieb ihn mit der Faust in das Gesicht. Der Fausthieb glitt an seinem Kinn ab, doch er verlor den Halt und wurde von jemandem beiseite geschubst, der einen Teil des armen Offiziers zu packen versuchte. Trommeln. Eine Trommel. In einiger Entfernung hämmerte jemand etwas Drängendes, einen Ruf zum Sammeln. »Rückzug!« rief jemand mit heiserer Stimme. »Rückzug!« Es geschah etwas, eine kurze Pause, und plötzlich war alles anders, und die Amerikaner kamen an ihm vorbei, hastig, aber nicht länger panisch. Ein paar von ihnen trugen den toten britischen Offizier, ja, definitiv tot, der Kopf des Mannes rollte hin und her wie der einer Stoffpuppe. Gott sei Dank, dass sie ihn nicht über den Boden schleifen, war alles, was er denken konnte. Dann war Leutnant Bixby bei ihm, und das Blut lief ihm aus einem offenen Stück Kopfhaut über das Gesicht. »Da seid ihr ja, Sir«, sagte er erleichtert. »Ach, wir dachten schon, sie hätten euch.« Er nahm Jamie respektvoll beim Arm und zog ihn hinter sich her. »Kommt mit, Sir, ja? Ich würde es diesen Mistkallen zutrauen, dass sie zurückkommen.« Jamie blickte in die Richtung, in die Bixby zeigte. Ja, die Briten zogen sich zurück, unter der Anleitung einiger Offiziere, die aus einer Masse von Rotrücken hervorgekommen waren, die sich ein Stück weiter sammelte. Sie machten zwar keine Anstalten, näher zu kommen, aber Bixby hatte recht. Auf beiden Seiten fielen immer noch vereinzelte Schüsse. Er nickte und suchte in seiner Tasche nach seinem zweiten Halstuch, um es dem Mann für seine Verletzung zu geben. Der Gedanke an Verletzungen brachte ihn auf Claire und plötzlich fiel ihm wieder ein, was Denzel Hunter gesagt hatte. »Tenant Church. Dort wird das Lazarett eingerichtet.« »War das hier die Tenant Church?« Er befand sich mit Bixby schon auf dem Rückweg zur Straße, blickte aber noch einmal zurück. Ja, die Männer, die den toten britischen Offizier hatten, trugen ihn in die Kirche und an der Tür saßen Verletzte, noch mehr davon in der Nähe eines kleinen weißen… »Gott! War das etwa Claire's Zelt? War sie…« Er sah sie sofort, als hätte sein Gedanke sie herbeigeschworen, mitten im Freien. Sie stand aufrecht da und sah sich mit offenem Mund um. Und kein Wunder, neben ihr saß ein Kontinentalsoldat auf einem Hocker und hielt ein blutiges Tuch, und in einer Schüssel zu ihren Füßen lagen noch mehr solcher Tücher. Aber warum war sie hier draußen? Sie… Und dann sah er, wie sie hochzuckte, sich die Hand an die Seite schlug und fiel. Ein Hammerschlag traf mich in die Seite, sodass ich hochfuhr und mir die Nadel aus der Hand fiel. Ich spürte zwar nicht, wie ich fiel, doch ich lag auf dem Boden, ringsum blitzten schwarze und weiße Flecken auf, und meine rechte Seite strahlte Taubheit aus. Ich roch feuchte Erde und warmes Gras und Platanenlaub, durchdringend und angenehm. Schock, dachte ich dumpf und öffnete den Mund, doch es kam nur ein trockenes Klicken aus meiner Kehle. Was? Die Taubheit des Aufpralls begann nachzulassen, und ich begriff, dass ich mich zusammengekrümmt hatte und den Unterarm automatisch vor den Bauch gepresst hielt. Ich roch Brandgeruch und frisches Blut, ganz frisch. Ich bin also angeschossen worden. Saß nach! hörte ich Jamie durch das Dröhnen in meinen Ohren brüllen. Er klang weit entfernt, doch das Entsetzen in seiner Stimme war nicht zu überhören. Es ängstigte mich nicht. Ich fühlte mich ganz ruhig. Saß nach! Die Flecken hatten sich verdichtet. Ich blickte in einen schmalen Tunnel aus Licht und wirbelndem Schatten. An seinem Ende war das erschrockene Gesicht Corporal Greenhouse, dem eine Nadel mitsamt Faden aus der halbgenähten Wunde auf seiner Stirn hing. Fünfter Teil Köpfe zählen 82 Auch Leute, die in den Himmel wollen, möchten nicht sterben, um dorthin zu kommen. Ich schwamm benommen an die Oberfläche des Bewusstseins und dachte, was war es noch, dass Ernest Hemingway darüber gesagt hatte, dass man eigentlich doch vor Schmerzen ohnmächtig werden sollte, es aber nicht tut. Ich hatte es zwar gerade getan, aber eigentlich hatte er recht. Die Bewusstlosigkeit hatte nicht mehr als ein paar Sekunden gedauert. Ich lag zusammengekrümmt da, beide Hände gegen meine linke Seite gepresst und ich konnte spüren, wie mir das Blut zwischen den Fingern aufquoll, heiß und kalt und klebrig, und alles begann jetzt zu schmerzen. Sehr zu schmerzen. Saß noch! Claire! Wieder schwamm ich aus dem Nebel hinaus und es gelang mir, ein Auge zu öffnen. Jamie kniete neben mir. Er berührte mich, hatte seine Hände auf mir, doch ich konnte es nicht spüren. Schweiß oder Blut oder irgendetwas lief mir brennend in die Augen. Ich konnte jemanden nach Luft schnappen hören, schnelles, flaches, keuchendes Atmen. Ich oder Jamie? Mir war kalt. Mir sollte nicht kalt sein, es war doch heute brütend heiß. Ich zitterte wie gallert. Und es schmerzte. Sehr. Saß nach! Hände drehten mich um. Ich schrie, versuchte es. Ich spürte, wie es an meiner Kehle zerrte, konnte es aber nicht hören, denn ein Dröhnen erfüllte meine Ohren. Schock, dachte ich. Ich konnte meine Gliedmaßen nicht spüren, meine Füße. Aber ich spürte, wie mir das Blut aus dem Körper wich. Es schmerzte. Der Schock lässt nach, dachte ich. Oder wird der schlimmer? Ich konnte die Schmerzen jetzt sehen, die mich durchzuckten wie schwarze Blitze, gezackt und sengend. Saß nach! Was? Quetschte ich hinter zusammengebissenen Zähnen heraus. Au! Stirbst du? Wahrscheinlich! Bauchschuss. Das Wort formte sich unangenehm in meinem Kopf, und ich hoffte vage, dass ich es nicht laut ausgesprochen hatte. Doch selbst wenn, Jamie konnte die Wunde ja wohl sehen. Jemand versuchte, meine Hände fortzuziehen, und ich wehrte mich, um sie dort zu lassen, weiter Druck auszuüben. Doch meine Arme hatten keine Kraft, und ich sah die eine Hand schlaff in der Luft hängen, als sie hochgehoben wurde, die Nägel schwarz mit Blut umrandet, die Finger in scharlachrot getaucht, triefend. Jemand drehte mich auf den Rücken, und ich glaubte, dass ich wieder schrie. Es schmerzte unaussprechlich. Gallert. Aufprallstoß. Die Zellen in Fetzen und Brei zersprengt. Keine Funktion. Organversagen. Enger. Bekam keine Luft. Ein Rucken und jemand, der über mir fluchte. Meine Augen standen offen. Ich sah Farben, doch die Luft war voller pulsierender Flecken. Rufe. Reden. Ich konnte nicht einatmen. Etwas engte mir die Mitte ein. Was ist zerstört? Wie viel? Gott. Es schmerzte? Oh Gott. Jamie konnte den Blick nicht von Claires Gesicht abwenden. Am Ende starb sie noch in der Sekunde, in der er fortblickte. Er suchte nach einem Halstuch, doch er hatte es Bixby gegeben und verzweifelt packte er eine Falte ihres Rockes und presste sie ihr fest auf die Seite. Sie stieß ein grauenvolles Geräusch aus und fast hätte er losgelassen. Doch das Blut färbte den Boden unter ihr schon dunkel und er drückte fest dazu und schrie, Hilfe! Helft mir, Rachel! Dottie! Doch es kam niemand, und als er es doch riskierte, sich den Bruchteil einer Sekunde umzuschauen, sah er nichts als Ansammlungen von Verwundeten und Toten unter den Bäumen und die flimmernden Gestalten von Soldaten, die teils im Laufschritt unterwegs waren, teils benommen zwischen den Grabsteinen umherwankten. Wenn die Mädchen in der Nähe gewesen waren, mussten sie zur Flucht getrieben worden sein, als das Scharmützel über den Kirchhof rollte. Er spürte, wie ihm Claires Blut langsam über den Handrücken ran und rief erneut, so angestrengt, dass seine trockene Kehle schmerzte. Irgendjemand musste ihn doch hören! So war es auch. Er hörte Schritte über den Kies laufen und sah, wie Hauptmann Lecky leichenblass auf ihn zurannte und dabei mit einem Satz über einen Grabstein sprang. »Angeschossen?«, fragte Lecky atemlos und ließ sich neben Jamie auf die Knie sinken. Jamie konnte nicht sprechen, nickte aber. Der Schweiß lief ihm über Gesicht und Wirbelsäule, doch seine Hände schienen an ihrem Körper erstarrt zu sein. Er konnte sie nicht fortziehen, konnte nicht loslassen, bis Lecky, der einen von Claires Körben durchwühlte, ein dickes Stück Watte nahm und Jamies Hand fortriss, um es auf die Stelle zu drücken. Der Arzt schubste ihn nun rücksichtslos beiseite und Jamie krabbelte noch ein kleines Stück weiter, dann erhob er sich hilflos, schwankend. Er konnte den Blick nicht von Claire abwenden, doch allmählich wurde ihm bewusst, dass sich eine Gruppe von Soldaten um ihn gesammelt hatte, die bestürzt von einem Bein auf das andere traten, ohne zu wissen, was sie tun sollten. Jamie holte krampfhaft Luft, packte den Mann, der ihm am nächsten stand, und schickte ihn schnellstens in die Kirche, um dringend Dr. Hunter zu suchen. Sie würde Danny wollen, wenn sie überlebte, bis er kam. »Sir, General Fraser!« Selbst als sein eigener Name gerufen wurde, wandte er den Blick nicht von dem Spektakel auf dem Boden ab. Das Blut. So viel Blut, das ihre Kleider durchtränkte und sich in einer grausigen, dunkelroten Pfütze sammelte, die Leckys Hose durchtränkte, während er über ihr kniete, ihr Haar, das nicht zusammengebunden war und sich wild über den Boden breitete, voller Gras und Laub. Ihr Gesicht! Oh Himmel! Ihr Gesicht! »Sir!« »Sie stirbt nicht!« Bellte er sie an und wandte sich um. Er hatte das dumpfe Gefühl, dass er wie ein Irrer aussehen musste, ihre geschwärzten Gesichter waren entsetzt. Bixby trat vor und berührte ihn sacht an der Schulter, als sei er eine Granate mit brennender Lunte, die in der nächsten Sekunde losgehen könnte. Vielleicht würde er das auch. »Kann ich helfen, Sir?« »Sagte Bixby leise.« »Nein«, brachte er heraus. »Ich... er...« Er deutete auf Lecky, der am Boden mit irgendwelchen Überlebensversuchen konzentriert an Claire zu Gange war. »General«, sagte der Neuankömmling, der auf der anderen Seite neben ihm stand. Als er sich zur Seite wandte, sah er einen blau gekleideten Kontinentalsoldaten, einen sehr jungen Mann mit einer viel zu weiten Leutnantsuniform, dessen Miene hartnäckigen Ernst ausdrückte. »Ich störe ja nur ungern, Sir, aber da eure Frau ja nicht stirbt... fort!« Der Leutnant zuckte zwar zusammen, hielt aber die Stellung. »Sir«, sagte er stur. »General Lee hat mir aufgetragen, euch zu suchen. Er verlangt, dass ihr ihn augenblicklich aufsucht.« »Lee kann uns mal«, sagte Bixby böse, sodass sich Jamie die Worte sparen konnte. Er näherte sich dem Neuankömmling mit geballten Fäusten. Der Leutnant war ohnehin schon rot vor Hitze, aber jetzt verfärbte er sich noch mehr. Doch er ignorierte Bixby und richtete sein Augenmerk ganz auf Jamie. »Ihr müsst kommen, Sir!« »Stimmen«. Ich hörte Worte, zusammenhanglos wie Gewehrkugeln kamen sie aus dem Nebel und hin und wieder trafen sie. »Denzel Huntersuchen!« »General!« »Nein!« »Aber man braucht euch in...« »Nein!« »Befehl!« »Nein!« Und eine andere Stimme, diesmal starr vor Angst. »Könnt ihr euch als Verräter und Deserteur erschießen, Sir!« Das zog meine wandernde Aufmerksamkeit auf sich, und ich hörte die Antwort klar und deutlich. »Dann werden Sie mich eben erschießen, wo ich stehe, Sir, denn ich werde ihr nicht von der Seite weichen.« »Gut«, dachte ich, und ließ mich getröstet wieder in die wirbelnde Leere sinken. »Zieh deinen Rock und deine Weste aus, Junge«, sagte Jamie abrupt. Der Junge sah vollkommen verwirrt aus, tat aber, motiviert durch eine drohende Bewegung Bixbys, was man von ihm verlangte. Jamie nahm ihn bei der Schulter, drehte ihn um und sagte, »Stillstehen, Ei!« Er bückte sich rasch, schöpfte eine Handvoll der grauenvollen Pfütze aus blutigem Schlamm, richtete sich wieder auf und schrieb dem Boten sorgfältig mit dem Finger auf den Rücken, »Ich danke ab, Jay Fraser.« Er holte aus, um den restlichen Schlamm von sich zu schleudern, setzte jedoch nach kurzem Zögern ein verschmiertes, widerstrebendes »Sir« oben über die Botschaft. Dann klopfte er dem Jungen auf die Schulter. »Geh zu General Lee und zeig ihm das«, befahl er. Der Leutnant wurde bleich. »Der General ist schrecklich aufgebracht, Sir«, wandte er furchtsam ein. »Das kann ich nicht wagen.« Jamie musterte ihn wortlos. Der Junge schluckte schwer, sagte, »Ja, Sir«, schlüpfte in seine Kleidungsstücke und rannte mit offenen Knöpfen und flatternden Kleidern los. Jamie wischte sich die Hände achtlos an der Hose ab und kniete sich wieder neben Dr. Lecky, der nur ein rasches Nicken für ihn übrig hatte. Der Arzt hielt mit beiden Händen ein Stück Watte und eine Handvoll Rock fest gegen Claires Seite gedrückt. Seine Hände waren rot bis zu den Ellbogen und der Schweiß ran ihm über das Gesicht und tropfte ihm vom Kinn. »Sass nach«, sagte Jamie leise. Er hatte Angst, sie zu berühren. Seine eigenen Kleider waren schweißnaß, doch ihm war kalt bis ins Mark. »Kannst du mich hören, mein Herz?« Sie hatte das Bewusstsein zurückerlangt und das Herz stieg ihm in die Kehle. Ihre Augen waren geschlossen, fest geschlossen zu einer wilden Grimasse des Schmerzes und der Konzentration. Sie hörte ihn. Die goldenen Augen öffneten sich und hefteten sich auf ihn. Sie sagte nichts. Ihr Atem zischte durch ihre zusammengebissenen Zähne. Doch sie sah ihn, dessen war er sich sicher, und ihre Augen waren weder abwesend, weil der Schock sie im Griff hatte, noch stumpf, weil sie im Sterben lag. Noch nicht. Auch Dr. Lecky hatte den Blick gebannt auf ihr Gesicht gerichtet. Er atmete ebenfalls auf, und die Anspannung seiner Schultern ließ ein wenig nach, obwohl seine Hände weiter unvermindert zudrückten. »Könnt ihr mir mehr Watte besorgen? Einen zusammengeballten Verband? Irgendetwas?«, fragte er. »Ich glaube, die Blutung lässt nach.« Klairs Tasche lag offen ein Stück hinter Lecky. Jamie sprang mit einem Satz darauf zu, kippte den Inhalt auf den Boden und schnappte sich zwei Hände voll zusammengerollter Bandagen aus dem Durcheinander. Er hörte ein saugendes Geräusch, als Lecky die Hand von dem triefenden Stoffknäuel löste und nach dem frischen Verbandszeug griff. »Vielleicht schneidet ihr ihr das Mieder auf«, sagte der Arzt ruhig. »Ihr Korsett muss fort. Ihr kann dann besser atmen.« Jamie zog ungeschickt seinen Dolch, denn seine Hände zitterten vor Hast. »Binde! Es auf!«, grunzte Claire und verzog krampfhaft das Gesicht. Jamie grinste absurd, als er ihre Stimme hörte, und seine Hände wurden ruhiger. Sie glaubte also, dass sie ihre Mieder-Schnüre noch brauchen würde? Er holte tief Luft und machte sich daran, den Knoten zu lösen. Ihre Korsettschnüre waren aus Leder und schweißnaß wie immer, doch sie hatte einen einfachen Altweiberknoten gemacht, und er konnte ihn mit der Dolchspitze lösen. Der Knoten öffnete sich, und er zerrte die Schnüre los und schob das Korsett weit auseinander. Ihr Busen erhob sich weiß, als sie nach Luft schnappte, und er empfand einen Moment der Verlegenheit, als er durch das schweißnasse Hemd sah, wie sich ihre Brustwarzen aufrichteten. Er hätte ihr gern die Blöße bedeckt. Alles war voller schwarzer, summender Fliegen, die von dem Blut angezogen wurden. Lecky schüttelte den Kopf, um eins der Insekten zu vertreiben, das auf seiner Augenbraue gelandet war. Sie schwärmten auch Jamie um die Ohren, doch er störte sich nicht daran, sondern strich stattdessen die Tiere beiseite, die Claire über den Körper krochen, über ihr zuckendes, bleiches Gesicht, ihre Hände, halb gekrümmt und hilflos. »Her«, sagte Lecky, ergriff eine von Jamies Händen und drückte sie auf die frische Kompresse. »Fest anpressen!« Er setzte sich auf, griff nach einer anderen Verbandsrolle und wickelte sie auseinander. Keuchend gelang es ihnen, Claire, die grässlich aufstöhnte, so anzuheben, dass sie ihr die Binde um den Körper wickeln und die Kompresse so befestigen konnten. »Gut.« Lecky schwankte einen Moment, dann erhob er sich umständlich. »Die Blutung ist weitenteils zum Stillstand gekommen, vorerst«, sagte er zu Jamie. »Ich komme zurück, wenn ich kann.« Er schluckte und blickte Claire direkt ins Gesicht, während er sich mit dem Ärmel über das Gesicht wischte. »Viel Glück, Ma'am.« Und damit ging er einfach auf die offene Kirchtür zu, ohne sich umzusehen. Jamie spürte eine solche Wut in sich aufsteigen, dass er dem Mann gefolgt wäre und ihn zurückgeschleift hätte, wenn er Claire hätte verlassen können. »Er hatte sie liegen gelassen.« »Einfach so liegen gelassen, der Mistkerl.« »Allein, hilflos.« »Möge der Teufel deine Seele verspeisen und sie vorher ordentlich salzen, du Hure!«, rief er dem verschwundenen Arzt auf Galik nach. Überwältigt von Furcht und der schieren, ohnmächtigen Rage sank er neben seiner Frau auf die Knie und hämmerte blindlings mit der Faust auf den Boden. »Hast du ihn gerade Hure genannt?« Die fast amüsierten, geflüsterten Worte ließen ihn die Augen öffnen. »Sass nach?« Er krabbelte auf Händen auf seine Feldflasche zu, die er in dem Durcheinander aus ihrer Tasche verloren hatte. »Hier, lass mich dir Wasser geben.« »Nein, noch nicht.« Es gelang ihr, halb die Hand zu heben, und er erstarrte die Feldflasche in der Hand. »Warum denn nicht?« Sie war grau wie verdorbener Hafer, glänzte vor Schweiß und zitterte wie Espenlaub. Er konnte sehen, wie ihre Lippen in der Hitze aufzuspringen begannen, zum Kuckuck. »Ich weiß es nicht.« Sie fuhr sich kurz mit der Zunge durch den Mund, ehe sie die nächsten Worte fand. »Weiß nicht, wo es ist.« Die zitternde Hand berührte die Kompresse, auf der sich bereits ein Blutfleck bildete. »Wenn es den Darm herfriert hat, wäre Wasser mein Tod.« »Sofort.« »Intestinal-Schock.« Er setzte sich neben sie, langsam schloss die Augen und atmete ein paar Sekunden konzentriert vor sich hin. In diesem Moment war alles verschwunden, die Kirche, die Schlacht, die Schreie und Rufe und das Rumpeln der Lafettenräder auf der Straße, die durch Freehold führte. Es gab nichts, außer ihm und ihr, und er öffnete die Augen, um ihr ins Gesicht zu sehen, es sich für immer einzuprägen. »Ei«, sagte er, so ruhig es seine Stimme zuließ. »Und wenn das der Fall ist und es dich nicht auf der Stelle umbringt, ich habe schon Männer an Bauchschüssen sterben gesehen. Belnane ist so gestorben. Es ist zäh und furchtbar. Und ich lasse nicht zu, dass du so stirbst, Claire. Ich lasse es nicht zu.« Er meinte es tatsächlich ernst. Seine Hand drückte so fest auf die Feldflasche, dass das Blech eine Delle bekam. Wie konnte er ihr das Wasser geben, das sie möglicherweise vor seinen Augen umbringen würde, auf der Stelle? »Nicht jetzt«, betete er. »Bitte. Lass es nicht jetzt sein.« »Ich bin auf beides nicht besonders versessen«, flüsterte sie nach einer langen Pause. Blinzelnd vertrieb sie eine grüne Fliege, die wie ein Smaragd schimmerte und an ihrem Auge gelandet war, um ihre Tränen zu trinken. »Ich brauche Danny«, leises Keuchen. »Schnell!« »Er ist unterwegs«, sagte er und ließ sich wieder neben ihr auf die Knie sinken. Er konnte kaum atmen und seine Hände schwebten über ihr, voller Angst, sie irgendwo zu berühren. »Danny ist unterwegs. Halte durch!« Die Antwort darauf war ein leises Stöhnen. Ihre Augen waren festgeschlossen, die Zähne zusammengebissen, doch zumindest hatte sie ihn gehört. Weil er sich vage daran erinnerte, dass man Menschen zudecken muss, die unter Schock stehen und ihnen die Füße anheben muss, zog er seinen Rock aus und legte ihn über sie. Dann zog er seine Weste aus, rollte sie zusammen und schob sie ihr unter die Füße. Wenigstens bedeckte der Rock das Blut, das jetzt die ganze Seite ihres Kleides durchtränkte. Der Anblick machte ihm Todesangst. Sie hatte beide Hände zu Fäusten geballt und fest auf ihre verletzte Seite gedrückt. Er konnte ihr nicht die Hand halten. Er legte ihr die Hand auf die Schulter, damit sie wusste, dass er da war, schloss die Augen und betete mit Leib und Seele. 83. Sonnenuntergang Die Sonne war fast versunken und Denzel Hunter legte seine Messer zurecht. Süßer Mais-Schnaps hing schwer in der Luft, er hatte seine Instrumente hineingetaucht und sie lagen feucht glänzend auf der sauberen Serviette, die Mrs. Mecken auf die Anrichte gelegt hatte. Die junge Mrs. Mecken selbst drückte sich in der Tür herum, eine Hand vor den Mund gepresst, ihre Augen so groß wie die einer verängstigten Kuh. Jamie versuchte, ihr beruhigend zuzulächeln, doch was auch immer seine Miene ausdrückte, ein Lächeln war es wohl nicht, denn es schien sie nur noch mehr zu alarmieren und sie zog sich in die Finsternis ihrer Vorratskammer zurück. Alarmiert war sie wahrscheinlich ohnehin schon den ganzen Tag, so wie jeder andere Bewohner des Dorfes Freehold auch, sie war hochschwanger und ihr Mann kämpfte bei den Kontinentaltruppen. Alarmiert dann noch, seit Jamie vor einer Stunde an ihre Tür gehämmert hatte. Davor hatte er schon auf sechs andere Türen eingeprügelt. Sie war die Erste, die darauf reagiert hatte, und als schlechten Lohn für ihre Gastfreundschaft hatte sie jetzt eine schwer verletzte Frau auf ihrem Küchentisch liegen, die Blut verlor wie ein frisch erlegtes Stück Rotwild. Dieses Bild, was da plötzlich in seinem Kopf auftauchte, bestürzte ihn noch mehr. Ja, Mrs. Mecken war wahrhaftig nicht die Einzige im Haus, die von den Ereignissen erschüttert war, und er trat näher an Claire heran und nahm ihre Hand, mindestens so sehr zu seiner Beruhigung wie zu der ihren. Wie ist das, Sassnach? fragte er leise. Verdammt! Furchtbar! erwiderte sie heise und biss sich auf die Lippe, um nicht noch mehr zu sagen. Solltest du nicht besser einen kleinen Schluck trinken? Er ging zur Anrichte, um die Flasche mit dem Mais-Schnaps zu holen, doch sie schüttelte den Kopf. Noch nicht. Ich glaube zwar nicht, dass der Darm getroffen ist, aber ich möchte lieber an Blutverlust als an Sepsis oder Schocksterben, wenn ich mich irre. Er drückte ihr die Hand. Sie war kalt, und er hoffte, dass sie weiterreden würde, obwohl er doch wusste, dass er sie nicht zum Reden bringen sollte. Sie würde all ihre Kraft brauchen. Er versuchte mit aller Macht, etwas von seiner eigenen Kraft auf sie zu übertragen, ohne ihr wehzutun. Die Tür öffnete sich, und Mrs. Megan betrat vorsichtig erneut das Zimmer. Sie brachte einen Kerzenhalter mit einer frischen Wachskerze, er konnte das süße Bienenwachs riechen, und der Honigduft erinnerte ihn an John Gray. Er fragte sich flüchtig, ob Gray es wohl bis zu den britischen Linien geschafft hatte, doch eigentlich galt seine Aufmerksamkeit ganz allein Claire. Just in diesem Moment bedauerte er heftig, dass er je etwas dagegen gehabt hatte, das sie Äther herstellte. Er hätte alles gegeben, was er besaß, um ihr das bewusste Erleben der nächsten halben Stunde zu ersparen. Die sinkende Sonne tauchte das Zimmer in Gold und ließ das Blut, das ihre Verbände tränkte, dunkel aussehen. Pass ja auf, dass du dich konzentrierst, wenn du ein scharfes Messer benutzt, sagte ich schwach. Sonst verlierst du noch einen Finger. Meine Oma hat es immer gesagt. Und meine Mutter auch. Meine Mutter war gestorben, als ich fünf war. Meine Oma ein paar Jahre später. Doch ich hatte sie nicht oft gesehen, da Onkel Lamb mindestens die Hälfte seiner Zeit auf archäologischen Expeditionen rund um die Welt verbrachte und mich dabei im Gepäck hatte. Hast du denn als Kind oft mit scharfen Messern gespielt? fragte Danny. Er lächelte, obwohl sein Blick dabei fest auf das Skalpell gerichtet blieb, dass er sorgfältig an einem kleinen Wetzstein schliff. Ich konnte das Öl des Wetzsteins riechen, ein sanfter, dumpfer Geruch unter der Schärfe des Blutes und dem Harzgeruch der unbehandelten Deckenbalken, die über uns in der Hitze buken. Andauernd, hauchte ich und änderte meine Lage, so langsam ich konnte. Ich biss mir fest auf die Unterlippe und es gelang mir, meinem Rücken Entspannung zu verschaffen, ohne laut aufzustöhnen. Jamies Knöchel wurden jedes Mal weiß, wenn ich das tat. Im Moment stand er am Fenster und klammerte sich an die Fensterbank, während er hinausschaute. Ihn dort zu sehen, die breiten Schultern im Gegenlicht der untergehenden Sonne, rief mir plötzlich eine Erinnerung ins Gedächtnis, überraschend scharf. Oder vielmehr Erinnerungen, denn das Erlebte kehrte in einem Schwall zurück. Und ich sah Jamie, starr vor Angst und Schmerz, die schmale, schwarze Gestalt Malva Christie's, die sich an ihn lehnte, und erinnerte mich daran, dass ich sowohl ein vages Gefühl der Beleidigung als auch immensen Frieden empfunden hatte, als ich begann, auf den Flügeln des Fiebers meinen Körper zu verlassen. Ich schüttelte die Erinnerung augenblicklich ab, denn es machte mir Angst, auch nur an diesen verlockenden Frieden zu denken. Diese Angst war beruhigend. Ich war dem Tod noch nicht so nah, dass ich mich von ihm angezogen fühlte. Ich bin sicher, dass die Kugel durch die Leber gegangen ist, sagte ich zu Danny und biss die Zähne aufeinander. So viel Blut! Ich bin sicher, dass du recht hast, sagte er und drückte sacht gegen meine Seite. Die Leber ist eine große, dicht mit Gefäßen durchzogene Gewebemasse, fügte er hinzu, was an Jamie gerichtet war, der sich nicht vom Fenster abwandte, sondern schützend die Schultern hochzog, um gegen weitere grauenvolle Nachrichten gewappnet zu sein. Aber das Exzellente an einer Leberverletzung, fügte Danny fröhlich hinzu, ist, dass die Leber sich im Unterschied zu den anderen Organen des Körpers wieder regeneriert. Das sagt mir zumindest deine Frau. Jamie warf mir einen kurzen, gehetzten Blick zu und schaute dann wieder wortlos zum Fenster hinaus. Ich atmete so flach ich konnte, während ich versuchte, den Schmerz zu ignorieren und noch angestrengter versuchte, nicht über das nachzudenken, was Danny jetzt tun würde und musste. Diese kleine Übung in Selbstdisziplin dauerte etwa drei Sekunden. Wenn wir alle Glück hatten, würde es unkompliziert sein und schnell gehen. Er musste die Eintrittswunde so weit vergrößern, dass er sehen konnte, welche Richtung die Kugel genommen hatte, und dann eine Sonde einführen, in der Hoffnung, die Kugel zu finden, ohne dass er danach stochern musste. Dann, rasch, so konnte ich nur hoffen, diejenige seiner Pinzetten einführen, die er für die am besten geeignete hielt. Er hatte drei in diversen Längen, dazu eine Greifzange, gut, um einen runden Gegenstand zu packen, doch die Klemmbacken waren viel größer als die Spitzen einer Pinzette und würden eine stärkere Blutung verursachen. Wenn es nicht einfach war oder schnell ging, würde ich sehr wahrscheinlich vor Ablauf der nächsten halben Stunde tot sein. Das, was Danny zu Jamie gesagt hatte, war absolut korrekt. Die Leber ist dicht von Gefäßen durchzogen, ein enormer Schwamm aus kleinen Äderchen, die von großen Gefäßen wie der Pfortader gekreuzt wurden. Das war der Grund, warum die Wunde so alarmierend geblutet hatte, obwohl sie oberflächlich klein war. Es war keines der großen Gefäße verletzt. Noch nicht, denn sonst wäre ich innerhalb von Minuten verblutet. Ich versuchte flach zu atmen, weil es so schmerzte, doch ich verspürte das überwältigende Bedürfnis, tief und kräftig Luft zu holen. Ich brauchte Sauerstoff, weil ich so viel Blut verloren hatte. Sally huschte mir durch den Kopf, und ich benutzte den Gedanken an sie, um mich abzulenken. Sie hatte die Amputation überlebt, schreiend, trotz des Lederknebels in ihrem Mund, während Gabriel – ja, Gabriel, das war der Name des jungen Mannes, der sie begleitete – mit weißen Augen wie ein verängstigtes Pferd darum kämpfte, sie ruhig zu halten und dabei nicht selbst ohnmächtig zu werden. Sie war zum Glück gegen Ende ohnmächtig geworden. So viel dazu, Ernest, dachte ich benommen, und ich hatte sie beide in Rachels Obhut zurückgelassen. Wo ist Rachel, Danny? fragte ich, weil sie mir plötzlich einfiel. Ich hatte zwar den Eindruck, sie kurz auf dem Kirchhof gesehen zu haben, nachdem ich getroffen worden war, doch ich wusste nichts von dem, was in diesem Strudel aus Schwarz und Weiß geschehen war mit Gewissheit. Dannys Hand hielt einen Moment inne, und sein Kautereisen schwebte über einem kleinen Kohlebecken, das qualmend am Ende der Anrichte stand. Sie ist auf der Suche nach Ian, glaube ich, sagte er leise und legte das Eisen ganz sacht in das Feuer. Bist du bereit, Claire? Ian, dachte ich, oh Gott, er ist noch nicht zurück. So bereit wie nur möglich, brachte ich heraus und bildete mir jetzt schon den Gestank verbrannten Fleisches ein. Meines verbrannten Fleisches. Wenn die Kugel in der Nähe eines der großen Blutgefäße saß, war es möglich, dass Dannys Umhertasten es zum Platzen brachte und ich innerlich verblutete. Das Kauterisieren konnte dazu führen, dass ich plötzlich in einen Schockzustand geriet und ohne Vorwarnung starb. Am wahrscheinlichsten jedoch würde ich zwar die Operation überleben, aber dann an einer Infektion sterben. Tröstender Gedanke. Zumindest würde mir in diesem Fall Zeit bleiben, einen kurzen Brief an Brianna zu schreiben. Und vielleicht, Jamie zu warnen, beim nächsten Mal besser aufzupassen, wen er heiratete. Halt, sagte Jamie. Er hob zwar die Stimme nicht, doch sie klang so drängend, dass Danny erstarrte. Ich schloss die Augen, legte meine Hand vorsichtig auf den Verband und versuchte mir vorzustellen, wo die verdammte Kugel wohl sein könnte. Saß sie nur in der Leber oder war sie ganz hindurchgegangen? Doch meine ganze rechte Seite war so quälend zugeschwollen, dass ich keine einzelne brennende Spur aus Schmerz ausmachen konnte, die zu der Kugel führte. Was ist, Jamie? fragte Danny, der es jetzt eilig hatte, zur Sache zu kommen. Deine Verlobte, sagte Jamie und klang verwundert. Kommt mit einem Trupp Soldaten die Straße herauf. Meinst du, sie steht unter Arrest? fragte Danny, der sich große Mühe gab, Ruhe vorzutäuschen. Doch ich sah das leichte Zittern seiner Hand, als er nach einer Leinenserviette griff. Ich glaube nicht, sagte Jamie skeptisch. Sie unterhält sich lachend mit ihnen. Danny nahm seine Brille ab und wischte sie sorgfältig klar. Dorothea ist eine Grey, sagte er. Ein jedes Mitglied ihrer Familie würde noch am Galgen innehalten, um eine kleine Scharfsinnigkeit mit dem Henker auszutauschen, ehe es gnädigerweise mit eigener Hand den Kopf in die Schlinge steckt. Das entsprach so sehr der Wahrheit, dass ich lachen musste, obwohl mir der Humor durch den brennenden Schmerz verging, der mir den Atem raubte. Jamie sah mich scharf an, doch ich winkte mit einer schwachen Handbewegung ab, und er ging zur Tür, um sie zu öffnen. Dorothea kam herein, drehte sich, um zurückzuwinken und sich von ihrer Eskorte zu verabschieden, und ich hörte Danny erleichtert seufzen, während er seine Brille wieder aufsetzte. Oh, gut, sagte sie und trat zu ihm, um ihm einen Kuss zu geben. Ich hatte gehofft, dass ihr noch nicht angefangen habt. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht, Mrs. Fraser. Claire, wie geht es dir? Sie stellte den großen Korb ab, den sie dabei hatte, und kam sogleich an den Tisch, auf dem ich lag, um meine Hand zu nehmen und mich mit ihren großen blauen Augen mitfühlend anzusehen. Es ging mir schon besser, brachte ich heraus und bemühte mich, nicht mit den Zähnen zu knirschen. Mir war klamm und übel. General Lafayette war sehr bestürzt, zu erfahren, dass dir etwas zugestoßen ist, sagte sie. Er hat all seinen Adjutanten aufgetragen, den Rosenkranz für dich zu beten. Wie freundlich, sagte ich und meinte es ernst, doch ich hoffte sehr, dass der Marquis mir keinen komplizierten Gruß übersandt hatte, auf den ich eine Antwort formulieren musste. Jetzt, da ich es so weit geschafft hatte, wollte ich die verflixte Prozedur einfach nur hinter mich bringen, ganz gleich was geschah. Und, er schickt dir das, sagte sie mit großer Genugtuung im Blick, als sie eine kantige grüne Glasflasche hochhielt. Ich glaube, das hättest du vorher gern, Danny. Was? begann Danny und griff nach der Flasche, doch Dorothea hatte den Korken gezogen und der süße Hustensirupduft des Sherrys stieg heraus. Und dazu ein unverwechselbarer Kräuterduft, irgendwo zwischen Kampfer und Salbei. Laut Danum, sagte Jamie, und sein Gesicht nahm einen derart verblüffenden Ausdruck der Erleichterung an, dass mir jetzt erst klar wurde, welche Angst er um mich gehabt hatte. Gott segne dich, Dottie. Mir kam der Gedanke, dass Freund Gilbert vielleicht das eine oder andere Nützliche dabei haben könnte, sagte sie bescheiden. Alle Franzosen, die ich kenne, machen sich furchterregende Gedanken um ihre Gesundheit und haben riesige Sammlungen von Tränken, Pastillen und Klistieren. Also habe ich gefragt. Jamie hatte mir schon den Arm unter den Rücken geschoben, mich halb zum Sitzen aufgerichtet und mir die Flasche an die Lippen gehoben, ehe ich selbst Danke sagen konnte. Warte. Ja? Sagte ich gereizt und hielt die Hand über den offenen Flaschenhals. Ich habe doch keine Ahnung, wie stark es ist. Du hilfst mir gewiss nicht, wenn du mich mit Opium umbringst. Es kostete mich einiges, das zu sagen. Mein Instinkt drängte mich, die Flasche einfach zu leeren, wenn es nur den gemeinen Schmerzen ein Ende setzte. Dieser schwachsinnige Spartaner, der sich von einem Fuchs anfressen ließ, war gar nichts gegen mich. Doch vor allem wollte ich nicht sterben, weder durch die Schussverletzung noch durch Fieber oder durch ein medizinisches Missgeschick. Und so borgte sich Dottie einen Löffel von Mrs. Mecken, die von grausiger Faszination gefesselt von der Tür aus zusah, wie ich zwei Löffel voll einnahm und dann eine endlose Viertelstunde wartete, um die Wirkung zu beurteilen. Der Marquis schickt dir alle möglichen Delikatessen zur schnelleren Gesundung, sagte Dottie ermutigend. Sie wandte sich dem Korb zu und begann zur Ablenkung, diverse Dinge herauszuholen. Rebhuhn in Aspik, Pilzpaté, ein grässlich riechender Käse und … Mein plötzlicher Brechreiz ließ genauso plötzlich wieder nach und ich setzte mich halb auf, sodass Jamie einen Alarmruf ausstieß und mich bei den Schultern packte. Das war mein Glück, denn sonst wäre ich auf dem Boden gelandet. Doch ich achtete gar nicht darauf, denn meine Aufmerksamkeit war ganz auf Dotties Korb gerichtet. »Rockforkäse?«, sagte ich drängend. »Ist es Rockforkäse?« »Gräulich und grün und blau geädert?« »Das weiß ich nicht«, sagte sie, verblüfft über meine heftige Reaktion. Sie hob mit spitzen Fingern ein in Stoff gewickeltes Päckchen aus dem Korb und hielt es mir vorsichtig hin. Der Geruch, der mir entgegenwehte, reichte und ich ließ mich, ganz langsam, entspannt zurücksinken. »Gut«, hauchte ich. »Densel, wenn du fertig bist, pack den Käse auf die Wunde.« So sehr er auch an mich und die für ihn manchmal seltsamen Anweisungen gewöhnt war, bei diesen Worten klappte Danny der Mund vor Verblüffung auf. Er ließ den Blick von mir zu dem Käse schweifen und dachte unübersehbar, dass mich das Fieber wohl mit ungewöhnlicher Schnelligkeit und Heftigkeit überkommen haben musste. »Penicillin«, erklärte ich und wies schluckend mit der Hand auf den Käse. Mein Mund fühlte sich durch das Laudanum klebrig an. »Der Pilz, der diesen Käse entstehen lässt, ist eine Penicillinum-Spezies. Nimm das Material aus den Adern.« Danny machte den Mund zu und nickte entschlossen. »Das werde ich. Aber wir müssen bald anfangen, Claire. Das Licht lässt nach.« Das Licht ließ nach und die Atmosphäre im Zimmer war beinahe greifbar drängend. Doch Mrs. Mecken holte vorsichtshalber noch ein paar Kerzen und Danny versicherte mir, dass es eine einfache Operation war. Es würde bei Kerzenschein genauso gut gehen. »Mehr Laudanum.« Allmählich spürte ich es. Ein nicht unangenehmes Gefühl der Benommenheit und ich bat Jamie, mich wieder hinzulegen. Die Schmerzen ließen definitiv nach. »Gib mir noch etwas«, sagte ich, und meine Stimme schien nicht mehr zu mir zu gehören. Ich holte Luft so tief ich konnte und brachte mich in eine gute Lage. Ich schob mir ein zusammengerolltes Handtuch unter die rechte Seite, um die verletzte Stelle etwas anzuheben, und blickte angewidert auf den Lederknebel, der neben mir lag. Irgendjemand, vielleicht Dr. Lecky, hatte mir irgendwann das Hemd an der Seite aufgeschlitzt. Ich breitete die Öffnung weit auseinander und streckte Jamie die Hand entgegen. Die Schatten zwischen den rauchfleckigen Deckenbalken nahmen zu. Das Herdfeuer war heruntergebrannt, glomm aber noch, und die Glut begann sich rot in der Steinplatte vor dem Kamin zu spiegeln. In meinem betäubten Zustand zu den flackernden Deckenbalken aufzublicken, erinnerte mich zu sehr an damals, als ich fast an einer bakteriellen Vergiftung gestorben wäre, und ich schloss die Augen. Jamie hielt meine rechte Hand, die leicht gekrümmt auf meiner Brust lag, und seine andere Hand glättete mir sanft das Haar und strich mir die feuchten Strähnen aus dem Gesicht. »Besser? Annähen?«, flüsterte er, und ich nickte. Zumindest dachte ich das. Mrs. Mecken richtete eine gemurmelte Frage an Dottie, bekam eine Antwort und ging hinaus. Der Schmerz war zwar noch da, doch jetzt war er fern, ein kleines, flackerndes Feuer, das ich aussperren konnte, wenn ich die Augen schloss. Das Pochen meines Herzschlags war mir näher, und allmählich kamen mir, nun, nicht ganz Halluzinationen. Aber es waren zusammenhanglose Bilder, die Gesichter von Fremden, die hinter meinen Augen auftauchten und wieder verschwanden. Einige sahen mich an, andere schienen mich nicht zu bemerken. Sie lächelten, höhnten und grinsten, doch eigentlich hatten sie nichts mit mir zu tun. »Noch einmal, Sasnach«, flüsterte Jamie, hob meinen Kopf und hielt mir den Löffel an die Lippen, klebrig von Sherry und bitterschmeckendem Opium. »Einen noch!« Ich schluckte und legte mich zurück. »Wenn ich starb, würde ich meine Mutter wiedersehen«, fragte ich mich und empfand eine solch plötzliche Sehnsucht nach ihr, dass mich deren Intensität schockierte. Ich versuchte mir, ihr Gesicht vorzustellen, sie aus der Schar der Fremden herauszulösen, als mir meine Gedanken entglitten und ich in ein dunkles, dunkles Blau davon zu driften begann. »Verlass mich nicht, Claire«, flüsterte Jamie dicht an meinem Ohr. »Diesmal flehe ich darum. Geh nicht von mir, bitte.« Ich konnte die Wärme seines Gesichts spüren, das Leuchten seines Atems auf meiner Wange sehen, obwohl meine Augen geschlossen waren. »Das tue ich nicht«, sagte ich, oder ich dachte, dass ich es sagte, und ging. Mein letzter klarer Gedanke war, dass ich vergessen hatte, ihm zu sagen, dass er keine Idiotin heiraten sollte. Der Himmel im Freien war Lavendel und Claires Haut war in Gold getaucht. Sechs Kerzen brannten im Zimmer verteilt, die Flammen groß und reglos in der schweren Luft. Jamie stand an ihrem Kopf, eine Hand auf ihrer Schulter, als könnte er ihr Beistand spenden. In Wirklichkeit war es das Wissen, dass sie unter seiner Hand lebendig war, das ihn auf den Beinen hielt. Danny stieß unter seiner Räubermaske einen kleinen Laut der Genugtuung aus und Jamie sah, wie sich der Muskel seines entblößten Unterarms anspannte, als er Claire das Instrument langsam aus dem Körper zog. Aus der Wunde strömte Blut und Jamie spannte sich an wie eine Katze, bereit, mit einer Kompresse zu Hilfe zu eilen, doch es folgte kein weiterer Strahl und das Blut tröpfelte nur noch. Dann ein letzter kleiner Strom, als die Klemmbacken des Instrumentes zum Vorschein kamen. Dazwischen steckte etwas Dunkles. Danny ließ die Kugel in seine Handfläche fallen und blinzelte sie an. Dann stieß er einen gereizten Laut aus. Seine Brille war beschlagen, so sehr hatte er vor Anstrengung geschwitzt. Jamie riss sie dem Quäker von der Nase und rieb sie hastig an seinem Hemdschoß blank. Dann setzte er sie Hunter wieder auf, ehe dieser zweimal die Augen zukneifen konnte. Ich danke dir, sagte Danny ruhig und richtete sein Augenmerk wieder auf die Musketenkugel. Er wendete sie vorsichtig und atmete hörbar auf. Vollständig, sagte er. Gott sei Dank. Deo gratias, wiederholte Jamie aus tiefstem Herzen und streckte die Hand aus. Darf ich sie einmal sehen? Hunter zog zwar die Augenbrauen hoch, doch er ließ die Kugel in Jamies Hand fallen. Sie war erstaunlich warm, warm von ihrem Körper. Wärmer noch als die Luft oder Jamies ebenfalls verschwitzte Haut und das Gefühl ließ ihn die Faust herumschließen. Er warf einen verstohlenen Blick auf Claires Brust, sie hob und senkte sich, wenn auch mit alarmierender Langsamkeit. Beinahe genauso langsam öffnete er die Hand. »Wonach suchst du, Jamie?« fragte Danny und hielt inne, um seine Hakensonde neu zu sterilisieren. »Ritzen, ein Schlitz, ein Kreuz, irgendein Anzeichen dafür, dass die Kugel manipuliert wurde.« Er drehte die Kugel sorgfältig zwischen den Fingern hin und her, dann entspannte er sich und ein kleiner Stoß der Dankbarkeit ließ ihn noch einmal »Deo gratias« murmeln. »Manipuliert?« Danny hatte zwei senkrechte Falten zwischen den Augenbrauen, die sich jetzt vertieften, als er aufblickte. »Du meinst, damit die Kugel zersplittert?« »Das. Oder schlimmer. Manchmal reibt jemand etwas in die Ritzen, Gift zum Beispiel. Oder Kot. Nur für den Fall, dass die Wunde selbst nicht tödlich ist, ei.« Hunter war schockiert. Seine entsetzte Miene war auch unter dem schützenden Taschentuch deutlich zu erkennen. »Wenn man jemanden töten will, will man ihm ja nichts Gutes,« sagte Jamie trocken. »Ja, aber...« Hunter senkte den Blick und legte sein Instrument vorsichtig auf das Handtuch, als wäre es aus Porzellan, nicht aus Metall. Sein Atem ließ das Taschentuch vor seinem Mund flattern. »Aber es ist doch wohl eine Sache, in der Schlacht zu töten, auf einen Feind zu schießen, wenn es um das eigene Leben geht, und kaltblütig zu beabsichtigen, dass der Feind einen schrecklichen, langsamen Tod sterben soll.« Claire stöhnte markerschütternd auf und zuckte unter seinen Händen, als Danny vorsichtig auf die Wundränder drückte. Jamie fasste sie bei den Ellbogen, um zu verhindern, dass sie sich umdrehte. Danny griff noch einmal nach der Pinzette. »Du würdest es aber nicht tun«, sagte Hunter mit Gewissheit. Sein Blick war ganz auf sein Vortasten konzentriert und er hielt eine Kompresse unter die Wunde, um das langsam heraustropfende Blut aufzufangen. Jamie spürte den Verlust jedes einzelnen Tropfens, als liefe er ihm selbst aus den Adern, und ihm war kalt, wie viel konnte sie verlieren und trotzdem weiterleben. »Nein, so etwas wäre feige.« Doch seine Worte kamen mechanisch, beinahe abwesend. Sie war erschlafft. Er sah, wie sich ihre Finger lösten und blickte ihr ins Gesicht, auf den Hals, suchte nach einem sichtbaren Puls. Er spürte es in seinem Daumenschlagen, dort, wo er gegen den Knochen ihres Arms drückte, doch er konnte nicht sagen, ob es ihr Herz war, das dort schlug, oder das Seine. Dannys Atem war ihm deutlich bewusst, hörbar hinter der Maske. Es gab eine kurze Pause und Jamie hob den Blick von Clares Gesicht und sah die Konzentration des Quäkers, als er das Instrument ein weiteres Mal hervorzog, diesmal um einen kleinen, nicht identifizierbaren Klumpen geklammert. Danny öffnete die Pinzette und ließ den Klumpen auf das Handtuch fallen. Dann benutzte er das Instrument, um ihn zu wenden und zu versuchen, ihn auszubreiten. Jamie sah, wie sich winzige, dunkle Fädchen aufrichteten, als das Blut das Handtuch mit einem leuchtend roten Fleck trinkte. Stoff! Was meinst du? fragte ihn Danny und sah den Gegenstand stirnrunzelnd an. Ist es von ihrem Hemd oder dem... dem Mieder oder von ihrem Korsett? Dem Loch in ihrem Korsett nach, würde ich sagen... Jamie grub hastig in seinem Sporran, zog den kleinen Seidenbeutel hervor, indem er seine Lesebrille aufbewahrte und setzte sie auf. Es sind mindestens zwei verschiedene Stücke, verkündete er nach nervöser Betrachtung. Leinen aus dem Korsett und ein leichteres Stoffstück. Siehst du? Er nahm eine Sonde und schob die Fragmente vorsichtig auseinander. Ich glaube, das eine Stück ist ihr Hemd. Danny blickte auf den traurigen Berg blutiger Kleider am Boden und Jamie, der sofort begriff, was er wollte, griff hinein, suchte und zog die Überreste ihres Kleides hervor. Das Loch ist sauber, sagte Danny mit einem Blick auf den Stoff, den Jamie auf dem Tisch ausbreitete. Vielleicht... Er ergriff die Pinzette und wandte sich zurück, ohne seinen Satz zu beenden. Noch einmal tastete er sich vor, tiefer, und Jamie biss die Zähne zusammen, um keinen Protestlaut auszustoßen. Die Leber ist so stark durchblutet, hatte sie gesagt, als sie mit Danny besprach, was er zu tun hatte. Das Risiko zu verbluten... Ich weiß, murmelte Danny, ohne aufzublicken. Der Schweiß hatte ihm das Taschentuch an das Gesicht geklebt, sodass sich Nase und Lippen abmalten und seine Worte sichtbar waren. Ich bin... ganz vorsichtig. Ich weiß, sagte Jamie, jedoch so leise, dass er nicht wusste, ob ihn Hunter gehört hatte. Bitte, bitte lass sie leben, selige Mutter, rette sie, rette sie, rette sie, rette sie. Seine Worte liefen ineinander, und er war sich ihrer nicht länger bewusst, wusste nur noch, dass er verzweifelt flehte. Der rote Fleck auf dem Handtuch unter ihr hatte alarmierende Ausmaße angenommen, als Hunter schließlich sein Instrument ablegte und seufzend die Schultern zusammensacken ließ. Ich glaube, ich hoffe, ich habe alles. Gut, ich... Was tust du jetzt? Er sah Danny hinter dem nassen Tuch ein wenig lächeln, während seine braunen Augen sanft und ruhig darüber hinweg leuchteten. Die Wunde kautorisieren und verbinden und dann beten, Jamie. 84 Dunkle Nacht Es war schon dunkel, als Lord John humpelnd Clintons Lager betrat, begleitet von einer respektvollen Eskorte und einem etwas beschädigten Indianer. Die Stimmung war so, wie es nach einer Schlacht zu erwarten war, eine Mischung aus Erregung und Erschöpfung, wobei letztere überwog. Keine Albereien zwischen den Zelten, keine Musik. Doch überall saßen Männer an den Lagerfeuern und um die Feldküchen und aßen, kamen allmählich wieder zu Atem, redeten leise über den Tag. Keine Feierstimmung, eher Verärgerung und mürrische Überraschung. Kräftiger Geruch nach gebratenem Hammel durchdrang die Mischung aus Staub, Maultieren und schwitzenden Menschenmassen und Gray lief so heftig das Wasser im Munde zusammen, dass er schlucken musste, ehe er Major Andrews höfliche Frage nach seinen Wünschen beantworten konnte. Ich muss meinen Bruder sehen, erwiderte er. General Clinton und Lord Cornwallis werde ich später aufsuchen, wenn ich mich gewaschen und umgezogen habe, fügte er hinzu und zog den schrecklichen schwarzen Rock aus, hoffentlich endgültig zum letzten Mal. Andrew nickte verständnisvoll und nahm ihm das widerliche Kleidungsstück ab. Natürlich, Lord John, und, ähm… Er wies mit einem delikaten Kopfnicken auf Ian Murray, der flüchtige Blicke auf sich zog, wenn ihn die Vorübergehenden nicht sogar offen anstarrten. Äh, er kommt am besten mit. Er folgte Andrew zwischen den geordneten Zeltreihen hindurch, hörte Feldgeschirr scheppern und spürte geradezu tröstend, wie ringsum ihn die unerschütterliche Armeeroutine ihren Lauf nahm. Murray folgte ihm schweigend auf dem Fuße. Er hatte keine Ahnung, was der Mann dachte und war viel zu erschöpft, um sich dafür zu interessieren. Doch er spürte, wie Murrays Schritt innehielt und sah sich automatisch um. Murray hatte sich umgewandt und seine Aufmerksamkeit war ganz und gar auf ein Feuer in der Nähe gerichtet, ein offenes Lagerfeuer, an dem mehrere Indianer saßen. Gray fragte sich dumpf, ob es wohl Murrays Freunde waren und korrigierte diesen Eindruck in der nächsten Sekunde, als Murray mit drei Riesenschritten auf einen der Indianer zuging, ihm den Unterarm um die Kehle legte und ihn so heftig in die Seite boxte, dass dem anderen mit einem hörbaren Keuchlaut der Atem verging. Dann warf Murray den Indianer zu Boden, ließ sich mit beiden Knien auf ihn plumpsen, Gray zuckte zusammen, als er landete, und packte den Mann an der Kehle. Die anderen Indianer sprangen lachend aus dem Weg und stießen schrille Japslaute aus, ob zur Ermunterung oder aus Verachtung konnte Gray nicht sagen. Blinzeln stand er da und schwankte sacht, genauso unfähig einzugreifen, wie den Blick abzuwenden. Murray hatte es abgelehnt, sich die Pfeilspitze in seiner Schulter von einem der Armeeärzte entfernen zu lassen, und frisches Blut spritzte aus der Wunde, als er seinen Gegner heftig und wiederholt ins Gesicht schlug. Der Indianer, er hatte einen kahl rasierten Schädel und baumelnde Perlmutterringe, wie Gray bemerkte, als ihn Murray einen davon aus dem Ohr riss und in den Mund stopfte, bemühte sich tapfer, sich zu wehren, obwohl er völlig überrumpelt war. Meint ihr, sie sind miteinander bekannt? fragte Major Henry Gray. Er hatte kehrtgemacht, als er die Rufe hörte, und nun stand er neben Gray und beobachtete die Schlägerei voll Neugier. Ich gehe davon aus, erwiderte Gray geistesabwesend. Er warf einen kurzen Blick auf die anderen Indianer, von denen keiner Interesse daran zu haben schien, ihrem Kameraden zur Hilfe zu kommen, obwohl einige von ihnen anscheinend Wetten auf den Ausgang abschlossen. Sie hatten zwar eindeutig getrunken, schienen aber nicht berauschter zu sein, als es die anderen Soldaten um diese Tageszeit waren. Die Kämpfenden wälzten sich jetzt auf dem Boden und rangen offensichtlich um ein großes Messer, das dem Mann gehörte, den Murray angegriffen hatte. Die Schlägerei zog jetzt weitere Aufmerksamkeit auf sich. Einige Männer waren von den Feuern ringsum gekommen und drängten sich hinter Gray und Henry, wo sie Spekulationen anstellten, hastige Wetten abschlossen und Ratschläge riefen. Inmitten seiner Erschöpfung war sich Gray einer gewissen Sorge um Murray bewusst, und das nicht nur um Murrays Willen. Sollte er irgendwann in der Zukunft doch noch einmal mit Jamie Fraser sprechen, wollte er lieber nicht, dass das erste Thema, das angesprochen wurde, die Tatsache war, dass Frazers Neffe umgekommen war, während er sich mehr oder weniger in Grays Obhut befand. Ihm fiel jedoch ums Verrecken nichts ein, was er hätte unternehmen können, und so stand er einfach weiter da und schaute zu. Wie die meisten Schlägereien dauerte es nicht lange. Murray bekam das Messer in die Hand, und zwar auf ebenso brutale, aber effektive Weise, indem er nämlich einen Finger seines Gegners rückwärts bog, bis er brach, und die Waffe ergriff, als der Mann lautstöhnend losließ. Als Murray seinem offensichtlichen Feind dann die Klinge an den Hals drückte, kam Gray verspätet der Gedanke, dass er tatsächlich vorhaben könnte, ihn umzubringen. Die Männer ringsum dachten das mit Sicherheit. Alles schnappte nach Luft, als Murray seinem Gegner die Klinge quer über die Kehle zog. In der kurzen Stille, die dadurch entstand, konnten die meisten Anwesenden hören, wie Murray mit merklicher Überwindung sagte, »Ich gebe dir dein Leben zurück!« Schwankend und blicklos, als sei er selbst stockbetrunken, erhob er sich vom Körper des Indianers und schleuderte das Messer in die Finsternis, was ihm bestürzte Ausrufe und heftige Flüche seitens derjenigen einbrachte, in deren Richtung er es geschleudert hatte. Die Antwort des Indianers hörten die meisten in der allgemeinen Aufregung wahrscheinlich nicht, doch Gray und Henry hörten sie. Er setzte sich langsam auf und seine Hände zitterten, als sie ein Stück seines Hemds auf den flachen Schnitt an seinem Hals drückten. Fast im Konversationston sagte er, »Das wirst du noch bereuen, Mohawk!« Murray keuchte wie ein überanstrengtes Pferd und seine Rippen waren mit jedem Atemzug deutlich zu sehen. Der Großteil der Farbe in seinem Gesicht war jetzt verschwunden, er hatte rote und schwarze Schmierspuren auf der glänzenden Brust und es war ihm nur ein Querstreifen in einer dunklen Farbe auf den Wangen geblieben, das und ein weißer Fleck auf der Schulterkuppe oberhalb der Pfeilwunde. Er nickte vor sich hin, einmal, dann zweimal. Dann trat er ohne Hast wieder in den Feuerschein, ergriff einen Tomahawk, der auf dem Boden lag, holte mit beiden Händen aus und ließ ihn auf den Schädel des Indianers krachen. Das Geräusch ließ Gray erstarren und brachte alle Anwesenden zum Schweigen. Einen Moment stand Murray still und atmete schwer, dann wandte er sich ab und ging. Als er an Gray vorüberkam, sah er ihm ruhig in die Augen und sagte in völlig ungerührtem Ton, er hatte Recht, ich hätte es bereut, ehe er in der Nacht verschwand. Etwas verspätet kam Bewegung in die Zuschauer und Andrew sah Gray an, doch er schüttelte den Kopf. Die Armee nahm keine offizielle Notiz von dem, was unter den Indianerkundschaftern vor sich ging, es sei denn, es gab einen Zwischenfall, in den reguläre Soldaten verwickelt waren. Und irregulärer als bei dem Herrn, der sie gerade verlassen hatte, ging es ja wohl nicht. Andrew räusperte sich. War er euer, ähm, Gefangener, Mylord? Äh, nein, ein angeheirateter Verwandter. Oh, ich verstehe. Die Schlacht endete nicht, bevor es vollständig dunkel war. Das entnahm William den Worten des Laufburschen, der ihm das Abendessen brachte, und er konnte die Geräusche eines Lagers hören, das langsam den Betrieb wieder aufnimmt, während die Kompanien zurückkehrten, abtreten durften und die Männer sich verstreuten, um ihre Ausrüstung abzulegen und sich etwas zu essen zu suchen. Es hatte nichts von der üblichen Entspannung, die nach Sonnenuntergang über einem Lager lag. Alles war erregt und rastlos. So auch William. Er hatte furchtbare Kopfschmerzen. Jemand hatte ihm die Kopfhaut genäht, die Naht war empfindlich und juckte. Onkel Hell war nicht mehr zurückgekommen, und alles, was er wusste, entstammte dem oberflächlichen Bericht des Laufburschen. Der besagte nur, dass es keinen klaren Sieg über die Amerikaner gegeben hatte, sondern dass sich alle drei Teile der Armee Clintons geordnet, aber unter beträchtlichen Verlusten, zurückgezogen hatten. Eigentlich war er sich überhaupt nicht sicher, ob er mehr wissen wollte. Irgendwann würde ihn Sir Henry sowieso wegen des missachteten Befehls zur Rede stellen, obwohl Sir Henry ja vielleicht anderes zu tun haben würde als … Dann hörte er Schritte und setzte sich hin. Sein Grübeln endete in der Sekunde, als sich der Zelteingang hob und er seinen Vater sah. Lord John, verbesserte er sich, jedoch nur flüchtig. Sein Vater kam ihm überraschend klein vor, beinahe zerbrechlich, und als er langsam in das Licht der Laterne humpelte, sah William den Verband um seinen Kopf und die improvisierte Schlinge. Dann senkte er den Blick und sah auch den Zustand der nackten Füße seines Vaters. »Bist du …«, begann er schockiert, doch Lord John unterbrach ihn. »Mir fehlt nichts«, sagte er und versuchte zu lächeln, obwohl sein Gesicht kreidebleich und von Erschöpfung zerfurcht war. »Es ist alles gut, Willy. Solange du am Leben bist, ist alles gut.« Er sah, wie sein Vater plötzlich schwankte und die Hand ausstreckte, als suchte er Halt. Da er nichts fand, zog er die Hand zurück und zwang sich, aufrecht zu stehen. Lord Johns Stimme war heiser, sein sichtbares Auge blutunterlaufen und erschöpft, aber sanft. William schluckte. »Wenn wir miteinander reden müssen, Willy, du und ich, und das müssen wir natürlich. Lass es bis morgen warten. Bitte, ich bin nicht …«, Seine Hand vollführte eine vage Geste, die im Nichts endete. Der Kloß in Williams Hals kam plötzlich und schmerzhaft. Er nickte, die Hände fest in die Bettwäsche gekrallt. Sein Vater nickte ebenfalls, holte tief Luft und wandte sich zum Eingang, wo, wie William sah, sein Onkel Herr wartete, den Blick auf seinen Vater gerichtet und die Stirn voll Sorgen falten. Sein Herz ballte sich zusammen, schmerzhafter als der Kloß in seinem Hals. »Papa!« Sein Vater blieb abrupt stehen und sah sich um. »Ich bin froh, dass du nicht tot bist«, entfuhr es William. Ein Lächeln erblühte langsam im geschundenen Gesicht seines Vaters. »Ich auch«, sagte er. Auf seinem Weg hinaus aus dem britischen Lager blickte Ian weder nach rechts noch nach links. Rings um ihn pulsierte langsam die Nacht. Es war, als wäre er im Inneren eines riesigen Herzens gefangen, dachte er und spürte, wie ihm der Druck der dicken Wände den Atem raubte, bevor sie sich wieder weiteten, sodass er schwerelos dahintrieb. Lord John hatte ihm angeboten, seine Verletzung von einem Armeearzt behandeln zu lassen, doch er konnte es nicht ertragen zu bleiben. Er musste gehen, musste Rachel finden und Onkel Jamie. Hat er auch das angebotene Pferd abgelehnt, weil er sich nicht sicher war, ob er sich im Sattel halten konnte. Er würde zu Fuß besser zurechtkommen, hatte er seiner Lordschaft gesagt. Und er kam tatsächlich ganz gut voran, obwohl er zugeben musste, dass er sich nicht ganz wohl in seinem Körper fühlte. Seine Arme zitterten noch vom Echo des tödlichen Hiebs. Dieser war aus seinem Innersten gekommen und hallte ihm immer noch durch Mark und Bein wieder. Er schien den Ausweg aus seinem Körper nicht zu finden. Nun, er würde bald zur Ruhe kommen. Es war ja nicht das erste Mal, obwohl er schon lange niemanden mehr getötet hatte und noch viel länger nicht mehr mit solcher Brutalität. Er versuchte sich zu erinnern, wer der letzte Tote gewesen war, konnte es aber nicht. Er konnte hören, sehen und fühlen. Seine Sinne funktionierten zwar, doch sie waren nicht recht mit dem verbunden, was er spürte. Nach wie vor marschierten Männer an ihm vorbei ins Lager. Die Schlacht musste jetzt mit der Dunkelheit zum Erliegen gekommen sein, die Soldaten kehrten heim. Er konnte ihre Marschgeräusche hören, ihre Blechbecher und Feldflaschen, die scheppernd an ihre Patronendosen stießen. Allerdings hörte er es weiter scheppern, als sie schon lange vorbei waren. Und er konnte den Schein der Lagerfeuer in der Ferne nicht wirklich vom Leuchten der Glühwürmchen zu seinen Füßen unterscheiden. Der schottische Aufseher in Saratoga. Plötzlich stand ihm das Gesicht des Mannes vor dem inneren Auge und genauso plötzlich erinnerte sich sein Körper an den Todesstoß. Das brutale Zustoßen seines Messers, das dem Mann von hinten unter den Rippen in die Niere drang. Der gewaltige, seltsame Ruck, der durch seinen eigenen Körper gegangen war, als das Leben des Mannes an die Oberfläche drang und hinausströmte. Einen benommenen Moment lang fragte er sich, ob Metzger das wohl spürten, dieses Echo, wenn sie ein Tier schlachteten. Er empfand es manchmal so, wenn er einem Hirsch die Kehle durchschnitt, normalerweise aber nicht, wenn er einem Huhn den Hals umdrehte oder einem Wiesel den Schädel zertrümmerte. Oder vielleicht gewöhnt man sich ja auch einfach daran, sagte er. Vielleicht solltest du lieber versuchen, dich nicht daran zu gewöhnen. Kann nicht gut sein für deine Seele, Avalach, an so etwas gewöhnt zu sein. Nein, stimmte er zu. Aber du meinst sicher, wenn es mit der Hand geschieht, oder? Mit einem Gewehr oder einem Pfeil ist es doch nicht dasselbe, oder? Nein, obwohl ich mich manchmal gefragt habe, ob es für den Mann, den man tötet, ebenfalls anders ist oder nur für einen selbst. Ians Füße stolperten in ein knietiefes Pflanzenbüschel und er begriff, dass er von der Straße abgekommen war. Der Mond war gerade untergegangen und die Sterne leuchteten schwach am Himmel. Anders, murmelte er und nahm wieder Kurs auf die Straße. Wie meinst du das, anders? Er wäre doch so oder so tot. Ei, das stimmt. Aber vielleicht ist es ja schlimmer, wenn man das Gefühl hat, es ist etwas Persönliches. In der Schlacht erschossen zu werden, ist so ähnlich, als würde man vom Blitz getroffen. Aber wenn du einen Mann mit den Händen umbringst, musst du es eindeutig persönlich meinen. Hm. Ein kleines Stück ging Ian schweigend weiter und die Gedanken schwammen ihm durch den Kopf wie Blutegel in einem Glas, hierhin und dorthin. Ei, nun ja, sagte er schließlich und begriff plötzlich, dass er zum ersten Mal laut gesprochen hatte, es war ja auch persönlich. Das Beben in seinen Knochen hatte im Gehen nachgelassen. Der gewaltige Puls der Nacht war zusammengeschrumpft und hatte sich auf die Pfeilwunde gesenkt, deren Schmerz im Rhythmus seines Herzens schlug. Das jedoch lenkte seine Gedanken auf Rachels weiße Taube, die gelassen über der schmerzenden Stelle flog und er wurde ruhig. Jetzt konnte er Rachels Gesicht sehen und er hörte Heimchen zirpen. Der Kanonendonner in seinen Ohren war verstummt und Friede kam langsam über die Nacht. Und falls sein Vater noch mehr über das Töten zu sagen hatte, so zog er es doch vor zu schweigen, als sie gemeinsam Heimwärts ging.